Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Max Brooks, der Zombie-Survival-Guide. Überleben unter Untoten. Ins Deutsche übertragen von Joachim Körber und Andreas Kaspczak. Gelesen von David Nathan. Für Mom und Dad. Und für Michelle, für die es sich zu kämpfen lohnt. Einleitung Die Toten sind unter uns. Zombies, Gule, ganz gleich, mit welchem Etikett man sie versieht, diese Somnambulen sind die größte Bedrohung für die Menschheit, abgesehen von der Menschheit selbst. Doch es wäre unzutreffend, sie Raubtiere und uns selbst Beute zu nennen. Sie sind eine Seuche, und die menschliche Rasse ist ihr Wirt. Die glücklichen Opfer werden verschlungen, ihre Knochen fein säuberlich abgenagt, ihr Fleisch verzehrt. Alle, die sich nicht so glücklich schätzen können, werden eingereiht in das Heer der Angreifer und in schwerige, fleischfressende Ungeheuer verwandelt. Konventionelle Kriegsführung gegen diese Monster ist sinnlos, genauso wie konventionelles Denken. Die Wissenschaft von der Beendigung des Lebens, die seit dem Anbeginn unserer Existenz vervollkommnet wurde, kann uns nicht vor einem Gegner schützen, der kein Leben besitzt, das man beenden könnte. Heißt das, die lebenden Toten sind unbesiegbar? Nein. Kann man diese Kreaturen aufhalten? Ja. Unwissenheit ist der stärkste Verbündete der Untoten, Wissen ihr tödlichster Feind. Aus diesem Grund wurde dieses Buch geschrieben. Es soll das erforderliche Grundwissen vermitteln, damit jeder Hörer gegen diese unmenschlichen Bestien bestehen kann. Survival, Überleben, ist das Schlüsselwort, das es niemals zu vergessen gilt. Nicht Sieg, nicht Eroberung, nur Überleben. In diesem Buch wirst du nicht erfahren, wie du zum professionellen Zombiejäger wirst. Wer sein Leben dieser Aufgabe widmen möchte, muss seine Ausbildung anderswo suchen. Dieses Buch wurde nicht für Polizei, Militär oder andere Regierungsinstitutionen geschrieben. Sollten derartige Organisationen die Gefahr erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten, so können sie auf Ressourcen zurückgreifen, die die eines Normalbürgers bei weitem übersteigen. Für sie allein wurde dieses Survival-Handbuch geschrieben. Privatleute, Menschen mit begrenzter Zeit und begrenzten Ressourcen, die aber dennoch nicht zu willigen Opfern werden möchten. Logischerweise sind bei Zusammenstößen mit den lebenden Toten viele andere Fertigkeiten gefragt. Überleben in der Wildnis, Führungsqualitäten, sogar Grundwissen in erster Hilfe. Sie fanden keine Aufnahme in dieses Handbuch, da man sie in herkömmlichen Lehrbüchern nachlesen kann. Der gesunde Menschenverstand wird diktieren, welche Lektüre sonst noch zur Ergänzung dieses Handbuchs herangezogen werden sollte. In diesem Buch wirst du lernen, wie du den Feind erkennst, die richtigen Waffen wählst, welche Tötungstechniken du anwendest und welche Vorkehrungen du treffen bzw. wie du am besten improvisieren solltest, wenn du dich verteidigst, auf der Flucht befindest oder angreifst. Darüber hinaus wird die Möglichkeit eines Endzeitszenarios erörtert, für den Fall, dass die lebenden Toten die Menschheit als vorherrschende Spezies auf diesem Planeten verdrängt haben. Du solltest kein Kapitel dieses Buches als hypothetisches Drama abtun. Jedes Quäntchenwissen wurde durch verbissene Forschung und Erfahrung erlangt, historische Daten, Laborversuche, Feldforschung und Augenzeugenberichte, die des Verfassers eingeschlossen, sind alle in dieses Werk eingeflossen. Selbst das Endzeitszenario ist eine Extrapolation tatsächlicher Ereignisse. Viele wahrhaftige Begegnungen sind in dem Kapitel überlieferte Angriffe aufgezeichnet. Ihre Lektüre beweist, dass jede Lektion in diesem Buch auf historischen Fakten beruht. Nachdem das klar ist, muss gesagt werden, dass Wissen nur ein Teil des Überlebenskampfes ist. Den Rest musst du selbst beisteuern. Der Wille zu überleben muss vorherrschend sein, wenn die Toten sich erheben. Ohne ihn wird nichts dich beschützen können. Wenn du die letzte Seite dieses Buches gelesen hast, stell dir eine Frage. Was wirst du tun? Dein Leben in passiver Resignation beschließen oder aufstehen und rufen, ich werde nicht ihr Opfer sein, ich werde überleben? Es ist deine Entscheidung. Die Untoten Mythos und Wirklichkeit Er kommt aus dem Grabe, sein Leib ein Heim für Würmer und Unrat. Seine Augen leblos, kalt seine Haut, ohne Atem seine Brust. Seine Seele verlassen und leer, wie der nächtliche Himmel. Die Klinge verlacht er, pfeilen gilt sein Hohn, denn seinem Fleische vermögen sie kein Leid zuzufügen. Ewigkeiten wird er auf Erden wandeln, das süße Blut der lebenden Wittern, sich an den Gebeinen der Verdammten gütlich tun. Wer? Er ist der lebende Tote. Obskurer Hindu-Text Circa 1000 v. Chr. Zombie Der Erstens Ein wiederbelebter Leichnam, der sich von Menschenfleisch ernährt. Zweitens Ein Voodoo-Zauber, der die Toten wiedererweckt. Drittens Ein Voodoo-Schlangengott. Viertens Einer, der sich wie in Trance bewegt oder handelt, wie ein Zombie. Ein Wort westafrikanischer Herkunft. Was ist ein Zombie? Wie entstehen sie? Was sind ihre Stärken und Schwächen? Welches sind ihre Bedürfnisse und Begierden? Warum sind sie der Menschheit feindlich gesonnen? Bevor du irgendwelche Überlebenstechniken lernen kannst, solltest du zuerst erfahren, gegen wen du dich zur Wehr setzt. Als erstes müssen wir Dichtung und Wahrheit trennen. Die wandelnden Toten sind weder das Werk schwarzer Magie noch einer anderen übernatürlichen Macht. Ihr Ursprung ist ein Virus, das Solanum genannt wird. Ein lateinisches Wort, das Jan van der Haven benutzte, der die Krankheit als erster entdeckte. Solanum Das Virus Solanum wandert durch den Blutkreislauf, von der ursprünglichen Eintrittsstelle zum Gehirn. Auf Wegen, die noch nicht vollständig entschlüsselt wurden, nutzt das Virus die vorderen Hirnlappen zur Vermehrung und zerstört sie dabei. Während dieser Phase kommen alle Körperfunktionen zum Stillstand. Durch Herzstillstand stirbt der infizierte Organismus. Das Gehirn freilich bleibt am Leben, jedoch im Schlafzustand, während das Virus seine Zellen zu einem komplexen neuen Organ mutieren lässt. Die entscheidende Eigenschaft dieses neuen Organs ist seine Unabhängigkeit von Sauerstoff. Durch Überwindung des Bedürfnisses nach dieser unendlich wichtigen Ressource kann das untote Gehirn sich alle komplexen Mechanismen des menschlichen Körpers zunutze machen, ist aber keineswegs davon abhängig. Ist der Mutationsvorgang abgeschlossen, reanimiert dieser neue Organismus den Körper zu einer Lebensform, die, physiologisch gesprochen, wenig Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Leichnam hat. Einige Körperfunktionen bleiben konstant, andere funktionieren auf eine modifizierte Weise, die restlichen werden völlig abgeschaltet. Dieser neue Organismus ist ein Zombie, ein Mitglied der lebenden Toten. Bedauerlicherweise ist es trotz intensivster Forschung bislang nicht gelungen, isoliertes Solanum in der Natur zu finden. In Wasser, Luft und Erdboden sämtlicher Ökosysteme aller Erdteile blieb die Suche negativ, ebenso in der entsprechenden Flora und Fauna. Während diese Zeilen geschrieben werden, dauert die Suche immer noch an. 2. Symptome Nachfolgende Zeittafel veranschaulicht den Krankheitsverlauf eines befallenen Individuums, plus minus mehrere Stunden, je nach Konstitution des Individuums. Stunde 1 Schmerzen und Verfärbungen, braun-purpur des infizierten Bereichs. Sofortige Verschorfung der Wunde, sofern die Infektion von einer Wunde stammt. Stunde 5 Fieber 38 bis 39,5 Grad Celsius, Schüttelfrost, leichte Demenz, Erbrechen, akute Schmerzen in den Gelenken. Stunde 8 Lähmung der Extremitäten und des infizierten Bereichs, höheres Fieber, 39,5 bis 41 Grad Celsius, zunehmende Demenz, Verlust der Muskelkoordination. Stunde 11 Lähmung des Unterleibs, generelle Taubheit, verlangsamter Herzschlag. Stunde 16 Koma Stunde 20 Herzstillstand, null Gehirnaktivität. Stunde 23 Wiederbelebung. 3. Ansteckung Solanum ist hundertprozentig ansteckend und hundertprozentig tödlich. Zum Glück für die Menschheit kommt das Virus weder im Wasser noch in der Luft vor. Es sind niemals Fälle bekannt geworden, bei denen Menschen sich durch die Elemente der Natur infiziert hätten. Eine Ansteckung findet nur durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten statt. Der Biss eines Zombies ist zwar der bekannteste Ansteckungsweg, aber keinesfalls der einzige. Menschen haben sich schon angesteckt, indem sie offene Wunden an denen eines Zombies rieben oder nach einer Explosion mit dessen zerfetzten Überresten bespritzt wurden. Verzehr von infiziertem Fleisch führt jedoch, vorausgesetzt die Person hat keine offenen Wunden im Mund, zu dauerhaftem Tod und keiner Infektion. Infiziertes Fleisch hat sich als äußerst toxisch erwiesen. Keine Informationen, ob historisch überliefert oder durch Laborversuche, gibt es über die Folgen von Geschlechtsverkehr mit Untoten. Doch anhand des bisher über die Natur von Solanum Gesagten lässt sich eine hohe Ansteckungsgefahr ableiten. Eine Warnung vor so einem Akt wäre sinnlos, da die einzigen Menschen, die irregeleitet genug sind, so etwas zu versuchen, sich ja kaum einen Gedanken für ihre eigene Sicherheit übrig haben würden. Viele behaupten, angesichts des geronnenen Zustands von Körperflüssigkeiten der Untoten müsse die Gefahr einer Ansteckung durch andere Kontakte als Bisse gering sein. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass ein einziger Organismus allein ausreicht, den Zyklus zu beginnen. 4. Infektion über Artengrenzen hinweg Solanum ist für alle Lebewesen tödlich, unabhängig von Größe, Spezies oder Ökosystem. Wiederbelebung findet freilich nur bei Menschen statt. Studien haben gezeigt, dass das Solanum-Virus, wenn es ein nichtmenschliches Gehirn befällt, binnen weniger Stunden nach dem Tod des Wirtskörpers abstirbt, sodass der Kadaver sicher zu handhaben ist. Infizierte Tiere sterben, bevor sich das Virus in ihren Körpern vermehren kann. Ansteckungen durch Insektenstiche, beispielsweise durch Moskitos, können ebenfalls vernachlässigt werden. Experimente haben gezeigt, dass alle parasitären Insekten einen infizierten Körper in 100% aller Fälle erkennen können und meiden. 5. Behandlung Hat sich ein Mensch erst einmal angesteckt, kann wenig zu seiner Rettung getan werden. Da Solanum ein Virus und kein Bakterium ist, sind Antibiotika nutzlos. Immunisierung, die einzige Möglichkeit, um ein Virus zu bekämpfen, ist gleichermaßen nutzlos, da selbst die geringste Dosis zu einer ausgewachsenen Infektion führt. Genetische Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, deren Ziele reichen von stärkeren menschlichen Antikörpern über eine stabilere Zellstruktur bis hin zu einem Antivirus, das entwickelt wurde, um Solanum zu identifizieren und zu zerstören. Diese und andere radikalere Behandlungsmethoden befinden sich noch in den frühesten Stadien der Erforschung. Erfolge sind in unmittelbarer Zukunft nicht abzusehen. Erfahrungen auf dem Schlachtfeld führten dazu, dass infizierte Gliedmaßen, sofern der bis dort stattgefunden hat, sofort amputiert wurden, doch derartige Behandlungsmethoden sind bestenfalls fragwürdig und haben eine Erfolgsrate von unter 10%. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist ein Mensch ab der Sekunde dem Tode geweiht, da das Virus in seinen Körper eindringt. Sollte sich der infizierte Mensch für Selbstmord entscheiden, so gilt es zu bedenken, dass das Gehirn zuerst ausgeschaltet werden muss. Es sind Fälle überliefert, bei denen gerade infizierte Subjekte, die nicht durch das Virus selbst zu Tode kamen, dennoch wiederbelebt wurden. Diese Fälle treten meist dann auf, wenn das Subjekt nach der fünften Stunde der Infektion verstirbt. Wie auch immer, jede Person, die getötet wurde, nachdem sie gebissen oder sonst wie angesteckt wurde, sollte sofort beseitigt werden. Man hat angedeutet, dass jüngst verstorbene menschliche Leichname wiederbelebt werden könnten, würde man ihnen Solanum nach ihrem Dahinscheiden injizieren. Das ist ein Trugschluss. Zombies schenken totem Fleisch keine Beachtung und können das Virus somit nicht übertragen. Experimente, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass es vergeblich ist, einem Kadaver Solanum zu injizieren, da ein zum Stillstand gekommener Blutkreislauf das Virus nicht ins Gehirn transportieren kann. Injektionen direkt in das tote Gehirn wären gleichermaßen nutzlos, da die abgestorbenen Zellen nicht auf das Virus reagieren könnten. Solanum erschafft kein Leben, es verändert es. Eigenschaften der Zombies 1. Körperliche Leistungsfähigkeit Zu oft schon wurden den Untoten übermenschliche Kräfte nachgesagt, ungewöhnliche Kraft, unglaubliche Geschwindigkeit, Telepathie und so weiter. Die Geschichten reichen von durch die Luft fliegenden Zombies bis zu Exemplaren, die wie Spinnen an vertikalen Oberflächen empor klettern. Derlei Eigenschaften entbehren nicht einer gewissen Dramatik, allerdings ist der individuelle Ghoul alles andere als ein magischer, allmächtiger Dämon. Vergiss niemals, dass der Körper des Untoten in jeder praktischen Hinsicht der eines Menschen ist. Die Veränderungen beschränken sich lediglich darauf, wie dieser neue, wiederbelebte Körper von dem nun infizierten Gehirn benutzt wird. Ein Zombie kann unmöglich fliegen, es sei denn, der Mensch, der er einmal gewesen ist, hätte es gekonnt. Das gleiche gilt für die Projektionen von Kraftfeldern, Teleportation, das Durchschreiten von soliden Objekten, die Verwandlung in einen Wolf, Feueratem und eine Vielzahl weiterer mystischer Eigenschaften, die den wandelnden Toten zugeschrieben werden. Man stelle sich den menschlichen Körper als Werkzeugkasten vor. Das somnambule Gehirn hat diese Werkzeuge, aber ausschließlich diese Werkzeuge zu seiner freien Verfügung. Es kann keine neuen aus dem Nichts herbeizaubern. Aber es kann, wie man noch sehen wird, diese Werkzeuge in unkonventionellen Kombinationen benutzen oder ihre Beständigkeit über die Grenzen normaler Menschen hinaus steigern. A. Sehen Die Augen eines Zombies unterscheiden sich nicht von denen eines normalen Menschen. Sie können, je nach ihrem Verwesungszustand, noch optische Signale ans Gehirn übermitteln. Wie das Gehirn diese Signale jedoch interpretiert, steht wieder auf einem anderen Blatt. Was die optischen Fähigkeiten der Untoten angeht, so ist sich die Forschung uneins. Sie können, genau wie Menschen, Beute auf eine gewisse Entfernung erkennen. Allerdings ist man nicht sicher, ob sie einen normalen Menschen von ihresgleichen unterscheiden können. Eine Theorie besagt, dass die Bewegungen von Menschen, die schneller und gewandter sind als die der Untoten, für das Zombieauge erkennbar sind. Es wurden Versuche unternommen, anrückende Gule zu verwirren, indem Menschen ihre eckigen Bewegungen und den schlurfenden, linkischen Gang nachahmten. Bis heute zeitigte keiner dieser Versuche einen Erfolg. Es wurde postuliert, dass Zombies über Nachtsicht verfügen, was ihr Geschick bei nächtlicher Jagd erklären konnte. Diese Theorie wurde jedoch durch die Tatsache entkräftet, dass alle Zombies exzellente nächtliche Räuber sind, auch die ohne Augen. Es ist gar keine Frage, dass Zombies ein ausgezeichnetes Gehör besitzen. Sie können nicht nur Geräusche erkennen, sondern auch bestimmen, aus welcher Richtung sie kommen. Die Reichweite scheint zunächst etwa der des menschlichen Gehörs zu entsprechen. Experimente mit extrem hohen und niedrigen Frequenzen führten zu negativen Ergebnissen. Tests haben darüber hinaus ergeben, dass Zombies von allen Arten von Geräuschen angelockt werden, nicht nur von denen von Lebewesen. Man hat festgestellt, dass Gule Geräusche registrieren, die lebendige Menschen nicht hören. Die wahrscheinlichste, wenn auch unbewiesene Erklärung ist die, dass Zombies von allen Sinnen gleichermaßen abhängig sind. Menschen sind von Geburt an auf ihr Sehvermögen fixiert und verlassen sich nur auf ihre anderen Sinne, wenn die primäre Sinneswahrnehmung verloren geht. Vielleicht ist dies eine Einschränkung, die für die wandelnden Toten nicht gilt. Wenn ja, würde es ihre Fähigkeiten erklären, in völliger Dunkelheit zu jagen, zu kämpfen und zu fressen. C. Geruch Im Gegensatz zum Gehör ist der Geruchssinn der Zombies höchst überdurchschnittlich. In Kampfsituationen und Labortests konnten sie den Geruch lebendiger Beute über allen anderen wahrnehmen. In vielen Fällen und bei idealen Windbedingungen konnten Zombies frische Leichen über eine Entfernung von mehr als einer Meile riechen. Das bedeutet wiederum nicht, dass Gule einen besseren Geruchssinn als Menschen haben, sondern nur, dass sie sich mehr darauf verlassen. Es ist nicht bekannt, welche Ausdünstung genau die Gegenwart von Beute signalisiert. Schweiß, Pheromone, Blut und so weiter. Früher haben Menschen, die verseuchte Gebiete durchquerten, sich bemüht, ihren menschlichen Geruch mit Parfum, Deodorant oder anderen streng riechenden Chemikalien zu maskieren, stets erfolglos. Im Augenblick finden Versuche statt, den Geruch von Lebewesen als Lockmittel oder zur Vertreibung der wandelnden Toten zu synthetisieren. Ein erfolgreiches Produkt dürfte aber noch Jahre auf sich warten lassen. Über die veränderten Geschmacksknospen der wandelnden Toten ist wenig bekannt. Zombies können Menschenfleisch von dem von Tieren unterscheiden und ziehen ersteres vor. Gule besitzen darüber hinaus die bemerkenswerte Eigenheit, dass sie Aas zugunsten von gerade erst getötetem Fleisch ablehnen. Ein menschlicher Leichnam, der länger als zwölf bis achtzehn Stunden tot ist, wird als Nahrung nicht mehr angenommen. Das gleiche gilt für Kadaver, die einbalsamiert oder sonst wie behandelt wurden. Es ist noch nicht sicher, ob das etwas mit Geschmack zu tun hat. Es könnte auch mit dem Geruchssinn oder einem anderen Instinkt zu tun haben, der noch nicht entdeckt wurde. Auf die rätselhafte, frustrierende und beängstigende Frage, warum genau Menschenfleisch bevorzugt wird, ist die Wissenschaft bisher eine Antwort schuldig geblieben. e. Tastsinn Zombies haben buchstäblich keine taktilen Empfindungen. Alle Nervenrezeptoren im gesamten Körper bleiben nach der Wiederbelebung tot. Das ist wahrhaftig ihr größter und schrecklichster Vorteil gegenüber den Lebenden. Wir Menschen besitzen die Gabe, körperlichen Schmerz als Signal für Beschädigungen am Körper zu empfinden. Unser Gehirn stuft solche Signale ein, stellt den Zusammenhang mit ihrer Ursache her und speichert sie dann als Warnung vor künftigen Schmerzen. Diese Gabe der Physiologie und der Instinkte ermöglicht uns, als Spezies zu überleben. Die Unfähigkeit, Schmerzen zu erkennen und zu meiden, macht die wandelnden Toten so überlegen. Verletzungen werden gar nicht registriert und verhindern demzufolge auch keinen Angriff. Selbst wenn der Körper eines Zombies schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, greift er unermüdlich weiter an, bis nichts mehr von ihm übrig ist. F. Sechster Sinn Historische Forschungen haben neben Labor und Feldversuchen gezeigt, dass die wandelnden Toten angriffen, auch wenn ihre sämtlichen Sinnesorgane beschädigt oder vollkommen verwest waren. Heißt das, dass Zombies einen sechsten Sinn besitzen? Möglich. Lebende Menschen nutzen weniger als 5% ihrer Hirnkapazität. Es ist möglich, dass das Virus andere sensorische Fähigkeiten stimulieren kann, die von der Evolution vergessen wurden. Diese Theorie wird im Krieg gegen die Untoten am erbittertsten diskutiert. Bislang wurden keinerlei wissenschaftliche Beweise gefunden, die eindeutig dafür oder dagegen sprechen würden. G. Heilung Ungeachtet aller Legenden und alten Überlieferungen hat sich herausgestellt, dass die Physiologie der Untoten keine Regenerationskräfte besitzt. Zellen, die beschädigt wurden, bleiben beschädigt. Alle Wunden, ganz gleich, wie groß und welcher Art sie sind, bleiben während der gesamten Dauer der Reanimation des Leichnams erhalten. Eine Vielzahl medizinischer Behandlungen wurde erprobt, um den Heilungsprozess bei gefangengenommenen Gulen zu stimulieren, samt und sonders ohne Erfolg. Die Unfähigkeit zur Selbstreparatur, etwas das Lebewesen als gegeben voraussetzen, ist ein schwerer Nachteil für die Untoten. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir trainieren, zerreißen wir unsere Muskeln. Mit der Zeit wachsen diese Muskeln stärker als vorher wieder zusammen. Das Muskelgewebe eines Ghouls bleibt beschädigt, was dessen Effektivität mit jedem Einsatz verringert. Die durchschnittliche Lebensspanne eines Zombies, wie lange er funktionieren kann, bevor er vollkommen verwest, wird auf drei bis fünf Jahre geschätzt. So fantastisch sich das anhört, ein menschlicher Leichnam, der dem natürlichen Verwesungsprozess Einhalt gebieten kann, der Grund dafür liegt in einfachen biologischen Sachverhalten. Wenn ein Mensch stirbt, fallen sofort Milliarden Mikroorganismen über sein Fleisch her. Diese Mikroorganismen sind stets präsent, in der Umwelt und im Körper selbst. Im Leben dient das Immunsystem als Barriere zwischen diesen Organismen und ihrem Ziel. Im Tod wird diese Barriere entfernt. Die Organismen vermehren sich exponentiell, während sie fressen, und zersetzen den Leichnam so auf der Zellebene. Geruch und Verfärbung, die mit verwesendem Fleisch assoziiert werden, sind der biologische Prozess dieser Mikroben, die am Werk sind. Wenn man ein abgehangenes Steak bestellt, dann bestellt man ein Stück Fleisch, dessen Fäulnis bereits eingesetzt hat, sodass das eher dem feste Fleisch von Mikroorganismen aufgeweicht wurde, die seine zählen Fasern aufbrechen. Binnen kurzer Zeit wird sich dieses Steak genau wie ein menschlicher Leichnam in nichts auflösen und nur Substanzen hinterlassen, die zu hart oder nährstoffarm für Mikroben sind, zum Beispiel Knochen, Zähne, Nägel und Haare. Das ist der normale Zyklus des Lebens, die Methode, mit der das Leben Nährstoffe in die Nahrungskette zurückführt. Um diesen Vorgang aufzuhalten und totes Gewebe zu erhalten, ist es erforderlich, dass man es in eine für Bakterien ungeeignete Umgebung bringt, zum Beispiel extrem hohen oder niedrigen Temperaturen beziehungsweise toxischen Chemikalien wie Formaldehyd aussetzt oder, in diesem Fall, es mit Solanum sättigt. Fast alle Mikroben, die mit dem normalen menschlichen Verwesungsprozess zu tun haben, Meidenfleisch, das von dem Virus infiziert war. Wäre dies nicht der Fall, würde sich der Kampf gegen Untote schlicht und einfach darauf beschränken, ihnen mehrere Wochen, vielleicht auch nur Tage, aus dem Weg zu gehen, bis sie zu Knochen verwest sind. Die Forschung hat den exakten Grund für diesen Zustand noch nicht herausgefunden. Man hat jedoch festgestellt, dass wenigstens einige Mikrobenarten von der abstoßenden Wirkung des Solanum verschont bleiben. Andernfalls würden die Untoten für alle Ewigkeiten vollkommen erhalten bleiben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass natürliche Bedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Untote, die die Sümpfe von Louisiana heimsuchen, halten vermutlich nicht so lange wie Exemplare im kalten, trockenen Klima der Wüste Gobi. Extreme Situationen, zum Beispiel Tiefkühlen oder Eintauchen in Konservierungsflüssigkeit, könnten es einem Untoten theoretisch ermöglichen, unbegrenzte Zeit zu existieren. Es ist bekannt, dass Zombies vermittelt dieser Techniken Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, überdauern konnten. Verwesung bedeutet allerdings nicht, dass ein Angehöriger der lebenden Toten einfach umfällt. Verwesung kann verschiedene Körperteile zu unterschiedlichen Zeiten befallen. Es wurden Exemplare mit intakten Gehirnen, aber fast vollständig verwesten Körpern gefunden. Andere mit teilweise verwesten Gehirnen können einige Körperfunktionen kontrollieren, in anderen Bereichen aber vollkommen gelähmt sein. In jüngster Zeit wurde eine populäre Theorie veröffentlicht, die versucht, die Geschichte der antiken ägyptischen Mumien als erste Beispiele für einbalsamierte Zombies zu deuten. Die Konservierungstechniken ermöglichten es ihnen, noch mehrere Jahrtausende nach ihrer Grablegung zu funktionieren. Jeder mit auch nur rudimentären Kenntnissen über das alte Ägypten dürfte diese Geschichte fast lächerlich finden. Der wichtigste und komplizierteste Schritt bei der Vorbereitung eines Pharaos für das Begräbnis war die Entfernung des Gehirns. I. Stoffwechsel Jüngste Beweise haben die Theorie, wonach Menschenfleisch der Treibstoff der Untoten ist, ein für allemal widerlegt. Der Verdauungstrakt eines Zombies ist vollkommen inaktiv. Das komplexe System, das Nahrung verarbeitet, Nährstoffe entzieht und Abfallstoffe ausscheidet, spielt in der Physiologie eines Zombies keine Rolle. An neutralisierten Untoten durchgeführte Autopsien haben ergeben, dass ihre Nahrung unverdaut in allen Sektionen des Trakts bleibt. Diese teilweise gekaute, langsam verwesende Materie sammelt sich weiter an, wenn der Zombie weitere Opfer verschlingt, bis sie durch den Anus hinausgezwängt wird oder buchstäblich Magen und Gedärme zum Platzen bringt. Diese dramatischeren Beispiele der Nichtverdauung sind selten, jedoch gibt es hunderte Augenzeugenberichte über Untote mit aufgeblähten Bäuchen. Ein gefangenes und seziertes Exemplar enthielt 211 Pfund Fleisch in seinem Verdauungssystem. Noch seltenere Berichte haben bestätigt, dass Zombies auch dann weiter fressen, wenn ihr Verdauungstrakt längst innerlich explodiert ist. J. Atmung Die Lungen der Untoten funktionieren der Gestalt weiter, dass sie Luft einsaugen und aus dem Körper ausstoßen. Diese Funktion erklärt das kennzeichnende Stöhnen eines Zombies. Was Lungen- und Körperchemie freilich nicht bewerkstelligen können, ist die Extraktion von Sauerstoff und der Ausstoß von Kohlendioxid. Eingedenk der Tatsache, dass Solanum beide Funktionen überflüssig macht, ist das gesamte System der menschlichen Atmung im Körper eines Ghouls obsolet. Das erklärt, weshalb die lebenden Toten unter Wasser gehen oder unter Umweltbedingungen existieren können, die für Menschen tödlich wären. Ihre Gehirne sind, wie schon oben erwähnt, unabhängig von Sauerstoff. K. Blutkreislauf Es wäre unzutreffend, würde man behaupten, dass Zombies kein Herz haben. Es wäre allerdings nicht unzutreffend, wenn man behauptet, dass sie keine Verwendung dafür haben. Der Blutkreislauf der Untoten ist wenig mehr als ein Netzwerk nutzloser, mit geronnenem Blut gefüllter Röhren. Das gleiche gilt für das Lymphsystem und andere Körperflüssigkeiten. Es mag den Anschein erwecken, als gäbe diese Mutation den Untoten einen weiteren Vorteil gegenüber den Menschen. In Wahrheit jedoch hat sie sich als Geschenk Gottes erwiesen. Der Mangel an Flüssigkeit verhindert eine stärkere Verbreitung des Virus. Wäre das nicht so, dann wäre ein Nahkampf praktisch aussichtslos, da der sich verteidigende Mensch mit ziemlicher Sicherheit mit Blut und oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen würde. L. Fortpflanzung Zombies sind unfruchtbare Geschöpfe. Ihre Geschlechtsorgane sind nekrotisch und impotent. Es wurden Versuche unternommen, Eizellen von Zombies mit menschlichem Sperma zu befruchten und umgekehrt. Ohne Erfolg. Darüber hinaus lassen die Untoten keine Spur von sexuellem Verlangen erkennen, weder nach ihrer eigenen Spezies noch nach Lebenden. Falls die Forschung keine anderen Ergebnisse zutage fördert, ist die größte Angst der Menschheit, dass die Toten durch Fortpflanzung weitere Tote hervorbringen, Gott sei Dank, ein Ding der Unmöglichkeit. M. Stärke Gule besitzen dieselbe rohe Kraft wie die Lebenden. Welche Kraft tatsächlich aufgewendet werden kann, hängt aber in sehr starkem Maße von dem jeweiligen Zombie ab. Ein Zombie verfügt über die Muskelkraft, die diese Person im Leben besitzt. Anders als bei lebendigen Menschen funktionieren die Adrenalindrüsen, wie man herausgefunden hat, bei den Toten nicht, wodurch den Zombies die plötzlichen Schübe scheinbar übermenschlicher Kraft fehlen, zu denen wir Menschen zu Zeiten fähig sind. Ein solider Vorteil, den die lebenden Toten besitzen, ist ihre erstaunliche Ausdauer. Man denke nur an Training oder eine andere Form körperlicher Anstrengung. Die Chancen sind groß, dass die eigenen Grenzen durch Schmerzen und Erschöpfung diktiert werden. Diese Faktoren gelten bei den Toten nicht. Sie setzen jedwede Handlung fort, bis die dazu erforderlichen Muskeln buchstäblich verfallen. Dadurch werden die Gule zwar in fortschreitendem Maße geschwächt, es ermöglicht ihnen jedoch einen anfangs überaus heftigen Angriff. Viele Barrikaden, die drei oder vier durchtrainierte Menschen bis zur Erschöpfung gebracht hätten, wurden von einem einzigen entschlossenen Zombie überwunden. N. Schnelligkeit Die wandelnden Toten neigen dazu, sich schlurfend oder hinkend voranzubewegen. Auch ohne Verletzungen oder fortgeschrittene Verwesung bringt ihre mangelnde Koordination eine unstete Gangart mit sich. Schnelligkeit wird durch Größe bestimmt. Größere Gule können längere Schritte machen als ihre kleineren Artgenossen. Zombies scheinen sich nicht im Laufschritt fortbewegen zu können. Die Schnellsten bewegen sich mit einem Tempo von kaum einem Schritt in anderthalb Sekunden. Auch hier gilt, wie bei der Kraft, dass der größte Vorteil der Untoten gegenüber den Menschen in ihrer Unermüdlichkeit besteht. Menschen, die glauben, dass sie ihren untoten Verfolgern entkommen sind, wären gut beraten, an die Geschichte vom Hasen und der Schildkröte zu denken. Wobei in diesem Fall natürlich noch hinzukommt, dass der Hase eine gute Chance hat, bei lebendigem Leibe aufgefressen zu werden. O. Wendigkeit Der durchschnittliche, lebende Mensch besitzt eine Wendigkeit, die rund 90 Prozent größer ist als die des stärksten Gules. Das liegt teilweise an einer gewissen Steifheit des nekrotischen Muskelgewebes, daher die linkische Gangart. Der Rest kann auf die primitiven Gehirnfunktionen zurückgeführt werden. Zombies verfügen über eine sehr geringe Hand-Augen-Koordination, was eine ihrer größten Schwächen ist. Niemand hat je einen Zombie springen sehen, sei es von einer Stelle zur nächsten oder einfach nur auf und ab. Auch das Balancieren auf einer schmalen Fläche übersteigt ihre Fähigkeiten. Ebenso ist Schwimmen eine Fähigkeit, die den Lebenden vorbehalten bleibt. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass ein Leichnam, der aufgedunsen genug ist, dass er an die Oberfläche steigt, eine schwimmende Gefahr darstellen könnte. Das kommt jedoch nur höchst selten vor, da der langsame Verwesungsprozess die Bildung von Fäulnisgasen als Nebenprodukt kaum zulässt. Zombies, die in Gewässer fallen, werden höchstwahrscheinlich so lange auf dem Grund herumlaufen, bis sie sich vollständig zersetzt haben. Sie können sich als gute Kletterer erweisen, allerdings auch dies nur unter bestimmten Umständen. Wenn Zombies zum Beispiel eine Beute über sich im ersten Stock eines Hauses aufspüren, werden sie stets versuchen, dort hinaufzuklettern. Zombies werden versuchen, jede Fassade zu erklimmen, wie glatt und unpassierbar sie auch sein mag. Diese Versuche blieben, die allereinfachsten Fälle einmal ausgenommen, stets erfolglos. Selbst im Falle von Leitern, wo lediglich eine einfache Hand-für-Hand-Koordination erforderlich ist, wird nur einer von vier Zombies erfolgreich sein. Zweitens Verhaltensmuster A Intelligenz Es wurde wieder und immer wieder bewiesen, dass unser größter Vorteil gegenüber den Untoten unsere Fähigkeit zu denken ist. Die geistige Kapazität des durchschnittlichen Zombies liegt irgendwo unterhalb der eines Insekts. Es ist kein Fall bekannt, dass einer einmal die Fähigkeit zu vernünftigem Denken oder logischen Schlussfolgerungen erkennen ließ. Der Versuch, eine Aufgabe zu bewältigen, zu scheitern und dann durch wiederholte Versuche eine neue Lösung zu finden, ist eine Eigenschaft, die vielen Mitgliedern des Tierreichs eigen ist, den wandelnden Toten aber vollkommen abgeht. Zombies haben wiederholt bei Intelligenztests im Labor versagt, die für Nagetiere bestimmt waren. Bei einem Feldversuch stand einmal ein Mensch auf einer Seite einer eingestürzten Brücke und mehrere Dutzend Zombies auf der anderen. Einer nach dem anderen stolperten die wandelnden Toten im vergeblichen Versuch, ihn zu erreichen vom Rand der Brücke. Keiner begriff, was mit ihm geschah oder war in der Lage, die Taktik entsprechend zu ändern. Ganz gleich, was Mythen und Legenden behaupten, es wurde nie beobachtet, dass Zombies jemals Werkzeuge benutzt hätten. Selbst einen Stein aufzuheben und ihn als Waffe zu benutzen, übersteigt ihre Fähigkeiten bei weitem. Diese simple Aufgabe bedurfte eines einfachen Gedankengangs, der die Erkenntnis bringt, dass ein Stein eine weitaus effektivere Waffe ist als die bloße Hand. Ironischerweise hat uns das Zeitalter der künstlichen Intelligenz ermöglicht, einen passenden Vergleich für den Verstand eines Zombies zu finden. Mit seltenen Ausnahmen besitzen nicht einmal die fortschrittlichsten Computer die Fähigkeit zu eigenständigem Denken. Sie machen das, wozu sie programmiert wurden. Und mehr nicht. Man stelle sich nun einen Computer vor, der darauf programmiert wurde, nur eine einzige Funktion auszuführen. Diese Funktion kann nicht angehalten, verändert oder gelöscht werden. Keine neuen Daten können gespeichert werden. Keine neuen Befehle können installiert werden. Dieser Computer führt die eine Funktion immer wieder aus, bis seine Energiereserve schließlich erschöpft ist. Das ist das Gehirn eines Zombies, eine von Instinkten getriebene, nur für eine einzige Aufgabe eingerichtete Maschine, die nicht verändert, sondern nur zerstört werden kann. B. Emotionen Gefühle Gefühle, gleich welcher Art, sind den lebenden Toten unbekannt. Jede Form der psychologischen Kriegsführung von Versuchen, Wut oder Mitleid in den Untoten zu wecken, sind ausnahmslos fehlgeschlagen. Freude, Traurigkeit, Vertrauen, Nervosität, Liebe, Hass, Furcht, all diese Empfindungen und tausende mehr, die das menschliche Herz bilden, sind für die lebenden Toten so nutzlos wie das Organ gleichen Namens. Wer weiß, ob das die größte Stärke oder Schwäche der Menschheit ist. Die Debatte darüber hält noch an und wird vermutlich niemals ein Ende finden. C. Erinnerungen Ein moderner Irrglaube ist, dass ein Zombie die Erinnerung an sein früheres Leben behält. Wir hören Geschichten, wonach Tote zu den Städten ihrer Heimat oder ihren einstigen Arbeitsplätzen zurückgekehrt sein sollen. Wo sie vertraute Maschinen bedienten oder sogar Barmherzigkeit gegenüber ihren einstigen Liebsten walten ließen. In Wahrheit existiert nicht der Hauch eines Beweises für diese Form von Wunschdenken. Zombies können weder im Bewusstsein noch im Unterbewusstsein Erinnerungen an ihr früheres Leben behalten, weil keines der beiden mehr existiert. Ein Ghul wird sich niemals vom Haustier der Familie, lebenden Verwandten, einer vertrauten Umgebung und so weiter ablenken lassen. Wer auch immer eine Person in ihrem früheren Leben gewesen sein mag, diese Person existiert nicht mehr und wurde durch eine hirnlose Maschine ersetzt, die keinen anderen Instinkt als den zum Fressen hat. Das wirft die Frage auf, warum geben Zombies Städten den Vorzug vor ländlicher Umgebung? Erstens, die Untoten bevorzugen keine Städte, sondern bleiben einfach nur in der Gegend, wo sie wiedererweckt wurden. Zweitens, Zombies bleiben meist nur aus einem einzigen Grund in Städten und ziehen nicht aufs Land, weil hier die Beutedichte sehr viel höher ist. D. Körperliche Bedürfnisse Abgesehen von Hunger, dazu später mehr, haben die Toten keine der körperlichen Begierden oder Bedürfnisse erkennen lassen, die sie im Leben hatten. Es wurde nie beobachtet, dass Zombies je einmal geschlafen oder ausgeruht hätten. Sie haben nicht auf extreme Hitze oder Kälte reagiert, sie haben niemals Unterschlupf bei schlechtem Wetter gesucht. Selbst so etwas Simples wie Durst ist den lebenden Toten unbekannt. Solanum hat allen Naturgesetzen zum Trotz etwas geschaffen, das man zutreffend als einen vollkommen autarken Organismus beschreiben könnte. E. Kommunikation Zombies besitzen kein Sprachvermögen, ihre Stimmbänder sind zwar der Sprache mächtig, aber ihre Gehirne nicht. Die einzigen stimmlichen Eigenschaften scheinen in einem kehligen Stöhnen zu bestehen. Dieses Stöhnen wird ausgestoßen, wenn Zombies Beute entdecken. Das Geräusch bleibt leise und konstant bestehen, bis es zum Körperkontakt kommt. Dann verändert es Tonlage und Lautstärke, wenn der Zombie seinen Angriff beginnt. Dieser unheimliche Laut, der so typisch für die wandelnden Toten ist, dient als Lockruf für andere Zombies und ist, wie jüngst herausgefunden wurde, eine wirksame psychologische Waffe. F. Soziale Dynamik Es wurden zu allen Zeiten Theorien aufgestellt, wonach Zombies als kollektive Kraft funktionieren, von einer durch Satan gesteuerten Armee über einen insektenartigen, von Pheromonen getriebenen Schwarm, bis hin zu jüngsten Mutmaßungen, dass sie vermittelt Telepathie einen Gruppenkonsens erreichen. In Wahrheit besitzen Zombies überhaupt keine nennenswerte soziale Organisation, es gibt keine Hierarchie, keine Befehlsketten, keine Neigung zu irgendeiner Form gemeinschaftlichen Handelns. Eine Horde Untoter ist, ganz gleich, welche Anzahl sie hat oder welchen Eindruck sie erweckt, nichts weiter als eine Masse von Individuen. Wenn sich mehrere hundert Gule dem Aufenthaltsort eines Opfers nähern, so geschieht das, weil jeder von seinem eigenen Instinkt dorthin gelockt wird. Zombies scheinen einander gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Es wurde nie beobachtet, dass Individuen reagierten, wenn sie einander über eine gewisse Strecke hinweg erblickten. Das reicht bis zur Frage der Sinneswahrnehmung zurück. Wie unterscheidet ein Zombie auf die Entfernung einen seiner Art von einem Menschen oder einer anderen Beute? Die Antwort darauf steht noch aus. Zombies meiden einander nicht in der Weise, wie sie unbelebte Objekte meiden. Wenn sie zusammenstoßen, unternehmen sie keinen Versuch, sich zu verbinden oder zu kommunizieren. Zombies, die sich am selben Leichnam gütlich tun, zerren wiederholt am fraglichen Fleisch, anstatt einen Konkurrenten aus dem Weg zu stoßen. Die einzige Andeutung eines gemeinschaftlichen Bestrebens findet man bei den berüchtigten Schwarmangriffen, das Stöhnen eines Ghouls, das andere in Hörweite herbeiruft. Wenn sie das Wimmern hören, wenden sich andere wandelnde Tote fast unweigerlich seinem Ursprung zu. In einer frühen Studie wurde diesbezüglich die Theorie aufgestellt, dass es sich dabei um eine willentliche Tat handelt, dass der Kundschafter den anderen das Signal zum Angriff gibt. Aber heute wissen wir, dass das rein zufällig geschieht. Der Ghoul, der aufstöhnt, wenn er seiner Beute ansichtig wird, tut dies als rein instinktive Reaktion, nicht etwa Zombies sind wandernde Organismen, ohne einen Sinn für Territorien oder die Vorstellung von einem Zuhause. Sie legen Meilen zurück und durchqueren mit genügend Zeit möglicherweise ganze Kontinente auf der Suche nach Nahrung. Ihr Vorgehen bei der Jagd ist vollkommen willkürlich. Ghule fressen nachts und tagsüber. Sie stolpern durch ein Gebiet, statt es zielstrebig zu durchsuchen. Bestimmte Zonen oder Gebäude werden nicht danach ausgesucht, dass sich dort mehr Beute aufhalten könnte. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass manche Farmhäuser und andere ländliche Gebäude durchsuchten, während andere derselben Gruppe daran vorbeizogen, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Urbane Zonen sind zeitaufwendiger zu erforschen, aus diesem Grund verweilen Untote länger in diesen Gegenden, aber keinem Gebäude wird der Vorzug vor einem anderen eingeräumt. Zombies scheinen sich ihrer Umgebung in keiner Weise bewusst zu sein. Beispielsweise bewegen sie die Augen nicht so, dass Informationen über eine neue Umgebung aufgenommen werden könnten. Sie schlurfen stumm dahin, schauen tausend Meter weit in die Ferne und wandern ziel- und antriebslos dahin, ohne auf ihre Umwelt zu achten, bis Beute entdeckt wird. Wie vorher schon erwähnt wurde, besitzen die Untoten eine unheimliche Fähigkeit, sich dem Aufenthaltsort eines Opfers zu nähern. Wenn der Kontakt hergestellt wurde, verwandelt sich der bis dahin stumme, selbstvergessene Automat in etwas, das mehr Ähnlichkeit mit einem Marschflugkörper hat. Der Kopf wird sofort in Richtung des Opfers gedreht, der Kiefer klappt herunter, die Zähne werden gefletscht, aus den Tiefen des Tönen. Wenn der Kontakt erst einmal hergestellt wurde, lassen sich Zombies durch nichts auf der Welt mehr ablenken. Sie verfolgen ihre Beute unerbittlich und lassen erst ab, wenn sie den Kontakt verlieren, erfolgreich getötet haben oder vernichtet wurden. H. Motivation Warum jagen die Untoten die Lebenden? Es wurde bewiesen, dass Menschen Fleisch nicht der Ernährung dient, weshalb also treibt ihr Instinkt sie zum Morden. Wir wissen es nicht. Die moderne Wissenschaft hat in Verbindung mit historischen Daten gezeigt, dass lebende Menschen nicht die einzigen Leckerbissen auf der Speisekarte der Untoten sind. Rettungsmannschaften, die in ein verseuchtes Gebiet vorstießen, haben immer wieder berichtet, dass jegliches Leben dort ausgelöscht war. Alle Kreaturen, ganz gleich wie groß oder welcher Art, werden von einem angreifenden Zombie verzehrt. Menschenfleisch indessen wird stets jeder anderen Lebensform vorgezogen. In einem Experiment wurden einem gefangengenommenen Exemplar zwei identische Fleischstücke vorgelegt, eines von einem Menschen, das andere von einem Tier. Der Zombie entschied sich wiederholt für das Menschenfleisch. Die Gründe dafür sind immer noch unbekannt. Was ohne den geringsten Zweifel bestätigt werden kann, ist die Tatsache, dass der durch Solanum geweckte Instinkt die Untoten dazu treibt, alle Lebewesen, denen sie begegnen, zu töten und zu verschlingen. Es scheint keine Ausnahmen zu geben. I. Die Toten töten Es mag einfach sein, einen Zombie zu vernichten, aber leicht ist es nicht. Wie wir gesehen haben, benötigen Zombies keine der physiologischen Funktionen, die Menschen zum Überleben brauchen. Zerstörung oder schwere Beschädigung des Blutkreislaufs, des Verdauungstrakt oder der Atemwege könnten einem Mitglied der wandelnden Toten nichts anhaben, da diese Funktionen das Gehirn nicht mehr unterstützen. Einfach ausgedrückt, es gibt tausende Möglichkeiten, einen Menschen zu töten, aber nur eine, einen Zombie zu töten. Das Gehirn muss mit allen erdenklichen Mitteln ausgeschaltet werden. J. Entsorgung Studien haben gezeigt, dass Solanum bis zu 48 Stunden im Körper eines erledigten Zombies überleben kann. Bei der Entsorgung untoter Kadaver ist daher allergrößte Vorsicht geboten. Speziell der Kopf stellt die größte Bedrohung dar, wenn man die Konzentration des Virus bedenkt. Du solltest den Kadaver eines Untoten niemals ohne Schutzkleidung anfassen. Behandle ihn wie eine toxische, extrem tödliche Substanz. Verbrennen ist der sicherste, wirksamste Weg der Entsorgung. Ungeachtet von Gerüchten, dass ein Haufen brennender Zombies Solanum über die Rauchwolke verbreitet, gebietet der gesunde Menschenverstand, dass kein Virus große Hitze überstehen kann, von offenem Feuer ganz zu schweigen. K. Domestizierung? Um es offen auszusprechen, bislang erwies sich das Hirn eines Zombies resistent gegen alle Manipulationsversuche. Experimente mit Chemikalien, chirurgischen Eingriffen und elektromagnetischen Wellen haben allesamt zu negativen Ergebnissen geführt. Verhaltenstherapie und andere Versuche, die lebenden Toten zu trainieren wie Nutztiere scheiterten gleichermaßen. Auch hier gilt, die Maschine kann nicht neu verkabelt werden. Sie existiert so, wie sie ist oder sie existiert gar nicht. Der Voodoo-Zombie Wenn Zombies Ausgeburten eines Virus sind und nicht das Ergebnis schwarzer Magie, wie erklärt man dann den sogenannten Voodoo-Zombie? Eine Person, die gestorben ist, aus dem Grab wieder erweckt wurde und dazu verdammt ist, die Ewigkeit als Sklave der Lebenden zu verbringen. Ja, es stimmt, dass das Wort Zombie ursprünglich von dem Kimbundu-Wort Nsumbe abstammt, einem Wort, das die Seele einer toten Person beschreibt und es ist ebenfalls richtig, dass Zombies und Zombifizierung integraler Bestandteil der unter der Bezeichnung Voodoo-bekannten afrokaribischen Religion ist. Die etymologische Herkunft des Namens ist allerdings die einzige Verwandtschaft zwischen dem Voodoo-Zombie und dem Virus-Zombie. Man sagt zwar, dass Voodoo-Hangens, Priester, Menschen durch Magie in Zombies verwandeln können, die Vorgehensweise wurzelt jedoch felsenfest in handfester, unbestreitbarer Wissenschaft. Zombipulver, das Mittel, das der Hungan zur Zombifizierung benutzt, enthält ein sehr starkes Neurotoxin. Die exakten Zutaten sind ein streng gehütetes Geheimnis. Dieses Toxin lähmt vorübergehend das menschliche Nervensystem und erzeugt ein Stadium extremen Hibernierens. Herz, Lungen und alle anderen Körperfunktionen funktionieren auf einer minimalen Stufe, daher wäre es verständlich, wenn ein unerfahrener Leichenbeschauer das gelähmte Subjekt für Tod erklären würde. Viele Menschen wurden in diesem Zustand bei lebendigem Leib begraben und erwachten schreiend in ihren dunklen, engen Särgen. Was also macht dieses lebendige Wesen zu einem Zombie? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Hirnschaden. Viele der lebendig Begrabenen verbrauchen die Luft in ihren Särgen ziemlich rasch. Wer das Martyrium übersteht, erleidet fast immer einen Hirnschaden infolge von Sauerstoffmangel. Diese armen Seelen schlurfen mit geringen kognitiven Fähigkeiten herum, fast ohne freien Willen und werden oft mit den lebenden Toten verwechselt. Wie kann man nun aber einen Voodoo-Zombie von einem echten Exemplar unterscheiden? Die Merkmale an sich sind offensichtlich. Erstens Voodoo-Zombies zeigen Emotionen. Menschen, die an von Zombie-Pulver verursachten Hirnschäden leiden, sind nach wie vor aller normalen menschlichen Gefühlsregungen fähig. Sie lächeln, weinen, knurren sogar vor Zorn, wenn sie verletzt oder sonst wie provoziert werden, was echte Zombies niemals tun würden. Zweitens Voodoo-Zombies denken. Wie schon dargelegt wurde, wenn ein echter Zombie dir begegnet, nähert er sich dir sofort wie eine Sensorbombe. Ein Voodoo-Zombie lässt sich dagegen einen Moment Zeit und überlegt, wer oder was du bist. Vielleicht nähert er sich dir, vielleicht weicht er zurück, vielleicht beobachtet er weiter, während sein beschädigtes Gehirn versucht, die Informationen zu analysieren, die es bekommt. Ein Voodoo-Zombie wird nicht die Arme heben, den Mund aufmachen, ein höllisches Stöhnen von sich geben und schnurstracks auf dich zumarschieren. Drittens, Voodoo-Zombies verspüren Schmerzen. Ein Voodoo-Zombie, der stolpert und hinfällt, wird sich unweigerlich das verletzte Knie halten und wimmern. Ebenso wird er, sofern er bereits an einer anderen Verletzung leidet, diese pflegen oder zumindest spüren, dass die Verletzung da ist. Voodoo-Zombies ignorieren schwere Verletzungen ihrer Körper nicht, wie das bei echten Zombies der Fall wäre. Viertens, Voodoo-Zombies erkennen Feuer. Das soll nicht heißen, dass sie sich vor offenen Flammen fürchten. Einige mit schweren Hirnschädigungen erinnern sich vielleicht nicht mehr, was Feuer ist. Sie bleiben stehen und untersuchen es, fassen vielleicht sogar hinein, weichen aber sofort zurück, wenn ihnen klar wird, dass es Schmerzen verursacht. Fünftens, Voodoo-Zombies erkennen ihre Umgebung. Anders als echte Zombies, die nur Beute erkennen, reagieren Voodoo-Zombies auf plötzliche Schwankungen von Licht, Geräuschen, Oberflächenbeschaffenheit und Geruch. Man hat beobachtet, dass Voodoo-Zombies auf Fernseher oder helle Lichtquellen reagiert, Musik gehört, sich bei Donner gekrümmt und sogar voneinander Notiz genommen haben. Letzteres war entscheidend bei einigen Fällen falscher Identifizierung. Hätten die fraglichen Zombies nicht aufeinander reagiert, sie sahen einander an, gaben Geräusche von sich und berührten einander sogar an den Gesichtern, wären sie möglicherweise versehentlich ausgelöscht worden. Sechstens, Voodoo-Zombies besitzen keinen Hypersinn. Ein Mensch, der die lähmende Wirkung von Zombie-Pulver verspürt hat, ist und bleibt ein auf das Augenlicht angewiesener Mensch. Er kann nicht uneingeschränkt im Dunkeln agieren, Schritte auf 500 Meter Entfernung hören oder ein Lebewesen gegen den Wind riechen. Voodoo-Zombies können von jemandem überrascht werden, der sich von hinten an sie anschleicht, das ist allerdings nicht empfehlenswert, da ein erschrockener Zombie mit Zorn reagieren könnte. Siebentens, Voodoo-Zombies können kommunizieren. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber viele dieser Individuen reagieren auf audiovisuelle Signale, viele verstehen Worte, einige können sogar einfache Sätze begreifen. Viele Voodoo-Zombies besitzen die Fähigkeit zu sprechen, wenn auch nur in sehr begrenztem Umfang. Ausgedehnte Unterhaltungen können sie nicht führen. Achtens, Voodoo-Zombies können kontrolliert werden. Immer trifft es nicht zu, aber viele Menschen mit Hirnschäden haben die Gabe der Selbsterkenntnis verloren und sind daher sehr empfänglich für Suggestion. Es kann schon genügen, einem Subjekt zuzurufen, dass es stehen bleiben oder fortgehen soll und man ist ein Voodoo-Zombie los. Das hat zu der gefährlichen Situation geführt, dass ahnungslose Menschen glauben, sie könnten echte Zombies kontrollieren oder trainieren. Mehrere Male haben halsstarrige Menschen behauptet, sie könnten den lebenden Toten, die sie angreifen, einfach befehlen, damit aufzuhören. Wenn kalte, verwesende Hände nach ihren Gliedmaßen griffen und schmutzige, abgenutzte Zähne in ihr Fleisch geschlagen wurden, fanden diese Menschen zu spät heraus, womit sie es wirklich zu tun hatten. Diese Hinweise sollten ein gutes Bild davon vermitteln, wie man einen Voodoo-Zombie von einem echten Zombie unterscheiden kann. Eine letzte Anmerkung, Voodoo-Zombies findet man fast ausschließlich in Afrika, südlich der Sahara, in der Karibik, in Mittel- und Südamerika und im Süden der Vereinigten Staaten. Es ist zwar nicht unmöglich, anderswo jemanden zu finden, der von einem Haungan in einen Zombie verwandelt wurde, die Chancen einer solchen Begegnung sind aber gering. Der Hollywood-Zombie Seit die lebenden Toten erstmals die Leinwand erobert haben, waren ihre größten Feinde nicht Jäger, sondern Kritiker. Gelehrte, Wissenschaftler, sogar besorgte Bürger haben eingewandt, dass all diese Filme die lebenden Toten auf eine fantastische, unrealistische Weise darstellten. Visuell eindrucksvolle Waffen, physikalisch unmögliche Action-Sequenzen, übertrieben dargestellte menschliche Figuren und vor allem magische, unverwundbare und sogar komische Gule haben alle ihren Teil zum kontroversen Genre des Zombie-Films beigesteuert. Darüber hinaus argumentiert die Kritik, dass die Einstellung Stil ist wichtiger als Substanz des somnambulistischen Kinos den menschlichen Zuschauern Verhaltensweisen vermittelt, durch die sie bei echten Begegnungen den Tod finden könnten. Diese ernsten Vorwürfe erfordern eine gleichermaßen ernste Verteidigung. Zwar basieren einige Zombie-Filme auf tatsächlichen Ereignissen, auf Betreiben der Filmemacher und ihrer Rechtsnachfolger werden die Titel der Filme, die auf tatsächlichen Ereignissen basieren, nicht genannt, aber ihr Ziel war es, wie bei fast jedem Film in jedem Genre, in erster Linie zu unterhalten. Wenn wir nicht von reinen Dokumentarfilmen sprechen, und selbst davon sind einige geschönt, müssen Regisseure sich gewisse künstlerische Freiheiten nehmen, um ihr Werk für das Publikum zugänglicher zu machen. Selbst Filme, die auf tatsächlichen Ereignissen basieren, opfern die reine Realität dem guten Geschichten erzählen. Gewisse Figuren sind ein Amalgam von Individuen aus dem wirklichen Leben. Andere können rein fiktiv sein, um gewisse Fakten zu erklären, die Handlung voranzutreiben oder einfach nur um einer Szene einen gewissen Pfiff zu geben. Man könnte sagen, die Rolle des Künstlers besteht darin, das Publikum herauszufordern, zu bilden oder zu erleuchten. Das mag stimmen, aber man sollte einmal versuchen, einem Publikum Wissen zu vermitteln, das schon nach den ersten zehn Minuten eines Films das Kino verlassen hat oder eingeschlafen ist. Akzeptiert man diese Grundregel des Filmemachens, dann wird man verstehen, warum die Zombie-Filme Hollywoods in einigen Fällen weit von der Realität abweichen, auf der sie basieren. Kurzum, benutze diese Spielfilme so, wie ihre Macher sie gedacht hatten, als Quelle vorübergehender unbeschwerter Unterhaltung, nicht als visuelle Hilfe für das Überleben. Epidemien Zwar ist jeder Zombie-Angriff je nach Anzahl, Gelände, Reaktion der Bevölkerung und so weiter anders, aber die Stufe der Intensität lässt sich in vier Klassen einordnen. Klasse 1 Dies ist eine Epidemie der untersten Stufe, meist in einem Land der dritten Welt oder einem ländlichen Gebiet der ersten Welt. Die Zahl der Zombies rangiert dabei zwischen 1 und 20. Die Zahl der menschlichen Opfer, einschließlich der Infizierten, bewegt sich zwischen 1 und 50. Die Gesamtdauer vom ersten Fall bis zum letzten Bekannten liegt zwischen 24 Stunden und 14 Tagen. Das verseuchte Gebiet wird klein sein, sein Radius nicht größer als 20 Meilen. In vielen Fällen werden natürliche Grenzen seine Fläche bestimmen. Die Reaktion darauf beschränkt sich meist auf Zivilisten oder bestenfalls einige lokale Gesetzeshüter. Die Berichterstattung der Medien dürfte ebenfalls zurückhaltend sein, wenn sie überhaupt stattfindet. Wenn Medien anwesend sind, solltest du auf gewöhnliche Berichte über Morde oder Unfälle achten. Das sind die häufigsten Formen einer Epidemie und gleichzeitig die, die am leichtesten übersehen werden. Klasse 2 Urbane oder dicht besiedelte ländliche Gegenden gehören zu dieser Form der Epidemie. Die Gesamtzahl der Zombies liegt zwischen 20 und 100. Die Zahl der menschlichen Opfer kann mehrere hundert betragen. Die Dauer einer Epidemie der Klasse 2 kann unter Umständen nicht viel länger sein als die einer Epidemie der Klasse 1. In einigen Fällen löst die größere Anzahl von Zombies eine unmittelbarere Reaktion aus. Eine Epidemie in einer ländlichen kaum besiedelten Gegend kann einen Radius von bis zu 100 Meilen umfassen, wohingegen eine urbane Epidemie sich auf wenige Häuserblocks beschränken kann. Gegenwehr wird mit ziemlicher Sicherheit organisiert. Gruppen von Zivilisten werden durch lokale, staatliche oder sogar Bundesbehörden ersetzt. Auch sollte man nach einer zusätzlichen, wenn auch zurückhaltenden militärischen Präsenz Ausschau halten, was in den USA die Nationalgarde wäre, in anderen Ländern deren Äquivalent. Häufig übernimmt diese, um eine Massenpanik zu vermeiden, nicht die Rolle von Kämpfern, sondern bietet medizinische Versorgung, Kontrolle von Aufständischen und logistische Unterstützung. Epidemien der Klasse 2 wecken fast immer das Interesse der Presse, wenn der Angriff nicht in einer weitgehend isolierten Region der Welt erfolgt oder in einer, in der die Medien streng reglementiert werden, wird die Geschichte publik gemacht werden, was freilich nicht bedeutet, dass auch zutreffend darüber berichtet wird. Klasse 3, eine wirkliche Krise. Epidemien der Klasse 3 demonstrieren besser als alle anderen die wahre Bedrohung, die von den lebenden Toten ausgeht. Zombies treten zu Tausenden in einem Gebiet von mehreren hundert Quadratmeilen auf. Die Dauer des Angriffs und ein möglicher langwieriger Aufräumprozess können mehrere Monate betragen. Die Möglichkeit, die Presse außen vorzuhalten, besteht nicht. Selbst ohne Aufmerksamkeit der Medien wird allein der Maßstab des Angriffs viele Augenzeugen auf den Plan rufen. Hier handelt es sich um einen regelrechten Krieg, der vom Militär und nicht von lokalen Gesetzeshütern geführt wird. Über die verseuchte Zone und die angrenzenden Regionen wird der Ausnahmezustand verhängt. Man sollte mit Kriegsrecht, Einschränkungen des Reiseverkehrs, Rationierung von Vorräten, dem Eingreifen der Bundesbehörden und einer strengen Reglementierung der Kommunikation rechnen. Es wird jedoch Zeit erfordern, diese sämtlichen Maßnahmen einzuleiten. In der Anfangsphase wird das reinste Chaos herrschen, während die Verantwortlichen versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen. Aufstände, Plünderungen und eine flächendeckende Panik werden die Arbeit zusätzlich erschweren und einen effektiven Gegenschlag weiter verzögern. In dieser Phase werden die in den verseuchten Gebieten lebenden Menschen der Gewalt der Untoten ausgeliefert sein. Isoliert, im Stich gelassen und von Gulen umzingelt werden sie ganz auf sich allein gestellt sein. Klasse 4 Hören Sie dazu später mehr im Kapitel Leben in der Welt der Untoten Entlarvung Jede Zombie-Epidemie, ganz gleich welcher Klasse, hat einen Anfang. Nachdem der Feind nunmehr definiert wurde, wäre der nächste Schritt die Frühwarnung. Das Wissen, was ein Zombie ist, wird dich nicht schützen, falls du eine Epidemie erst erkennst, wenn es zu spät ist. Das bedeutet nicht, dass du einen Zombie Frühwarnposten in deinem Keller einrichten, Stecknadeln in eine Landkarte stecken und vor dem Kurzwellenfunkgerät herumsitzen musst. Es ist lediglich erforderlich, nach Zeichen Ausschau zu halten, die der Ungeübte möglicherweise übersehen könnte. Zu diesen Zeichen gehören 1. Mordfälle, bei denen die Opfer durch Kopfschüsse oder Enthauptung getötet wurden. Das ist schon häufig vorgekommen, die Leute versuchen, der Lage selbst Herr zu werden. Fast immer werden diese Leute von den zuständigen Behörden zu Mördern erklärt und als solche behandelt und angeklagt. 2. Vermisste Personen Personen, besonders in der Wildnis oder in unbewohnten Gebieten. Achte sorgfältig darauf, ob eine oder mehrere Personen eines Suchteams verschwinden. Wenn die Geschichten oder Fotos im Fernsehen gezeigt werden, solltest du darauf achten, welches Maß an Bewaffnung die Suchtrupps tragen. Mehr als ein Gewehr pro Gruppe könnte darauf hindeuten, dass es sich um mehr als nur einen einfachen Rettungseinsatz handelt. 3. Fälle von gewalttätigem Wahnsinn, bei denen der Betroffene Freunde oder Verwandte angreift, ohne dabei Waffen zu benutzen. Finde heraus, ob der Angreifer sein Opfer gebissen oder versucht hat, es zu beißen. Wenn ja, sind Opfer noch in einem Krankenhaus? Versuche herauszufinden, ob irgendwelche dieser Opfer binnen Tagen nach dem Biss unter geheimnisvollen Umständen gestorben sind. Viertens Aufstände oder Unruhen, die ohne Provokation oder andere logische Ursache beginnen. Die Vernunft gebietet, dass Gewalt auf Massenebene nicht einfach ohne einen Katalysator wie Rassenunruhen, politische Aktionen oder rechtliche Entscheidungen beginnen. Selbst sogenannte Massenhysterie kann stets auf eine bestimmte Ursache zurückgeführt werden. Wenn keine gefunden werden kann, mögen andere Gründe dafür verantwortlich sein. Fünftens Todesfälle nach Krankheiten, bei denen entweder die Ursache ungeklärt ist oder zumindest höchst fragwürdig erscheint. In der industrialisierten Welt sind Todesfälle durch Infektionskrankheiten selten, was vor einem Jahrhundert noch ganz anders war. Aus diesem Grund sorgen neue Epidemien stets für Schlagzeilen. Halte nach Fällen Ausschau, bei denen die exakte Art der Krankheit nicht erklärt wird und achte außerdem auf fragwürdige Erklärungen wie West-Nil-Virus oder Rinderwahnsinn. Dies könnten Beispiele für eine Vertuschung sein. Sechstens Jeder der vorher genannten Punkte, bei denen die Medienberichterstattung eingeschränkt wird. Ein Verbot jeglicher Berichterstattung kommt in den Vereinigten Staaten höchst selten vor. Sollte es doch einmal dazu kommen, müssen sofort sämtliche Alarmsirenen aufheulen. Natürlich gibt es neben einem Angriff von Untoten viele andere Gründe für so etwas. Andererseits verdient jedes Ereignis, das eine derart mediengeile Regierung wie unsere veranlasst Medienberichte zu verbieten, höchste Aufmerksamkeit. Die Wahrheit kann nicht gut sein, wie immer sie auch aussehen mag. Wenn ein Ereignis deine Sensoren ausgelöst hat, verfolge es unbedingt weiter. Finde den Ort und seine Entfernungen zu dir heraus. Achte auf ähnliche Vorfälle im Umkreis der ursprünglichen Krise. Falls diese Ereignisse innerhalb Achte auf die Reaktionen von Gesetzeshütern und anderen Behörden. Wenn sie bei jedem Vorfall drastischer reagieren, ist das Risiko groß, dass es sich um eine Zombie-Epidemie handelt. Waffen und Kampftechniken Mindestens fünfzehn oder zwanzig von ihnen. Männer, Frauen, Kinder. Wir eröffneten das Feuer aus siebzig, vielleicht achtzig Metern Entfernung. Ich konnte Fleischfetzen von ihren Körpern wegfliegen sehen. Unsere Salven trafen sie ins Mark, aber sie kamen einfach immer näher. Ich nahm einen ins Visier und feuerte eine volle Salve meiner BXP ab. Ich weiß, ich habe ihm die Wirbelsäule Mit zuckenden Beinen kroch er weiter auf mich zu. Bei zwanzig Metern eröffneten wir mit der Vektor das Feuer. Nichts. Ich sah, wie Teile von Knochen und Organen aus ihren Rücken flogen. Ich sah, wie Extremitäten buchstäblich an den Gelenken abgetrennt wurden. Das SS-77 ist das beste Maschinengewehr, das je hergestellt wurde. 800 Schuss pro Minute. Und es konnte nicht das geringste ausrichten. Zufall bringen. Einen! Sein verstümmelter Körper lag reglos da, während der Kopf noch zuckte. Einer von uns feuerte seinen RPG ab. Die verdammte Rakete durchbohrte das weiche Ziel einfach und schlug dahinter in einen Felsblock ein. Zuletzt, bei fünf Metern, setzten wir die letzten Flammenwerfer ein, die wir noch hatten. Die elenden Dreckssäcke brannten lichterloh, aber stehen blieben sie immer noch nicht. Einer von ihnen packte meinen Nachbarn und steckte ihnen Brand, als er ihnen den Hals biß. Ich sah, wie der Rest dieser Ungeheuer ihn umzingelte, während wir in den Dschungel flohen, ein Mob brennender Leiber, die sich niederkauerten, um eine weitere menschliche Fackel in Stücke zu reißen. Beim Teufel und seiner Großmutter, was sollen wir denn nur tun? Serbischer Söldner im der richtigen Waffe. Du solltest immer mehr als eine bei dir haben, kann den Unterschied ausmachen, ob du zuletzt einen Haufen toter Zombies vor dir hast oder selbst einer wirst. Bei einer Konfrontation mit den Untoten ist es leicht, an eine Extremstrategie zu glauben. Nimm dir die schwersten, leistungsstärksten Waffen, die es gibt, geh hinaus und tritt ihnen in die Arsche. Das ist nicht nur Flucht von Kriegsgefangenen, die nach der ersten theatralischen Salbe wie die Fliegen umfallen. Es erfordert gründliche Überlegung, einen kühlen Kopf und eine nüchterne Analyse aller maßgeblichen Faktoren, sich für einen Angriff von Zombies zu wappnen. Allgemeine Regeln 1. Halte dich an das Gesetz. Gesetze, die den Besitz von Waffen wie Gewehren oder Sprengstoffregeln hängen von deinem Aufenthaltsort ab. Befolge sie wortwörtlich. Die Strafe kann von einer empfindlichen Geldbuße bis zu einer Haftstrafe reichen. In jedem Fall ist eine Vorstrafe etwas, das du dir nicht leisten kannst. Wenn die Toten sich erheben, dann musst du vor dem Gesetz als mustergültiger Staatsbürger dastehen, als jemand, dem man vertrauen und den man allein lassen kann und nicht als Straftäter mit einer fragwürdigen Vorgeschichte, den man beim ersten Anzeichen von Ärger verhören sollte. Zum Glück, wie dieses Kapitel zeigen wird, nützen dir einfachere und legale Waffen viel mehr als paramilitärische Todesmaschinen. Zweitens Trainiere ständig Ganz gleich, welche Waffe du wählst, von einer einfachen Machete bis zu einem halbautomatischen Gewehr, sie muss wie eine Verlängerung deines Körpers sein. Trainiere so oft wie möglich. Wenn Kurse verfügbar sind, solltest du unter allen Umständen daran teilnehmen. Wenn du bei qualifizierten Lehrmeistern lernst, spart dir das eine Menge Zeit und Energie. Wenn die Waffe zerlegt werden kann, dann am helllichten Tag wie auch in völliger Dunkelheit, bis du jeden Bolzen, jede Sprungfeder, jede Krümmung und Gerade dieser lebenswichtigen Waffe kennst. Übung bringt Erfahrung und Sicherheit mit sich, zwei Eigenschaften, die du unbedingt brauchst, wenn du erfolgreich gegen die lebenden Toten kämpfen möchtest. Die Geschichte hat gezeigt, dass ein durchtrainiertes Individuum mit nichts als einem Stein eine bessere Überlebenschance hat als ein Anfänger mit technologischen Wundern der Waffenmanufakturen. Drittens Achte auf deine Werkzeuge. Waffen, so einfach sie auch sein mögen, müssen so pfleglich behandelt werden, als wären sie Lebewesen. Jeder, der Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen hat, weiß genau, dass Inspektion und Reinigung fester Bestandteil des täglichen Umgangs sind. Das gilt auch für Nahkampfwaffen. Klingen müssen poliert und vor Rost geschützt werden, Griffe müssen überprüft und gewartet werden. Missbrauche deine Werkzeuge niemals und setze sie nicht unnötigem Schaden aus. Wenn möglich, lass sie regelmäßig von ausgewiesenen Spezialisten nachsehen. Diese Experten können Defekte, die dem normalen Benutzer gar nicht auffallen, schon im Frühstadium erkennen. Viertens Hüte dich vor Ausstellungsstücken. Viele Firmen bieten eine Vielzahl von Waffennachahmungen an, zum Beispiel Schwerter, Bogen und so weiter, die lediglich als Dekoration gedacht sind. Du solltest die Waffe deiner Wahl stets gründlich untersuchen und sicher sein, dass sie auch für den tatsächlichen Gebrauch angefertigt wurde. Verlass dich dabei nicht ausschließlich auf die Behauptungen der Herstellerfirma. Für den Kampf geeignet könnte heißen, dass der Gegenstand ein paar Hiebe auf einer Theaterbühne oder bei einer historischen Darbietung aushalten kann, in einem Kampf auf Leben und Tod aber zerbrechen könnte. Wenn es deine Mittel erlauben, solltest du einen Waffennachbau kaufen und damit trainieren, bis er bricht. Erst dann solltest du seiner Belastungsfähigkeit vertrauen. Fünftens Entwickle die primäre Waffe Der menschliche Körper ist, wenn er ausreichend versorgt und gepflegt wird, die beste Waffe auf Erden. Amerikaner sind berüchtigt für ihre schlechten Essgewohnheiten, zu wenig Sport und eine gnadenlose Begeisterung für Technologie, die Arbeit spart. So zutreffend die Bezeichnung Couch-Potato ist, ein passenderer Ausdruck wäre Schlachtvieh. Fett, träge, lustlos und stets fressbereit. Die Waffe Nummer eins, das biologische Werkzeug, das unser Körper darstellt, kann und muss von einer Beute in ein Raubtier verwandelt werden. Halte eine strenge Diät und ein Programm zur Leibesertüchtigung ein. Überwache alle chronischen Leiden, die du haben könntest, seien sie noch so unbedeutend. Selbst wenn Allergien dein größtes Problem sind, behandle sie regelmäßig. Wenn es zu einer Kampfsportart deinem Körper zumuten kannst, studiere und beherrsche mindestens eine Kampfsportart. Achte darauf, dass der Schwerpunkt dabei mehr darauf liegt, Würgegriffen zu entkommen, als Hiebe auszuteilen. Zu wissen, wie man sich aus dem Klammergriff eines Zombies herauswindet, ist die wichtigste Fähigkeit, die du besitzt, wenn es zu einem Nahkampf kommen sollte. Nahkampf Ein Kampf Faust gegen Faust sollte so gut es geht vermieden werden. Angesichts der Langsamkeit eines Zombies ist es viel leichter wegzurennen oder schnell zu gehen als stehen zu bleiben und zu kämpfen. Allerdings könnte es erforderlich sein, einen Zombie aus nächster Nähe zu vernichten. Wenn es dazu kommt, ist sekundengenaues Timing von entscheidender Bedeutung. Eine falsche Bewegung, ein Augenblick des Zögerns und du könntest spüren, wie kalte Hände dich am Arm packen oder spitze abgebrochene Zähne sich in dein Fleisch bohren. Aus diesem Grund ist es wichtiger als alles andere in diesem Kapitel, eine geeignete Nahkampfwaffe zu wählen. 1. Keulen Wenn eine stumpfe Waffe benutzt wird, ist es das Ziel, das Gehirn zu zertrümmern. Denke daran, die einzige Möglichkeit, einen Zombie zu töten, ist die Zerstörung Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Der menschliche Schädel ist eine der härtesten, haltbarsten Oberflächen in der Natur, das gilt natürlich auch für Zombies. Extreme Kraft ist erforderlich, um ihn zu brechen oder gar zu zertrümmern. Aber es muss getan werden, und zwar mit einem einzigen, gut gezielten Hieb. Wenn du dein Ziel verfehlst oder den Knochen nicht zertrümmerst, bekommst du keine zweite Chance. Stöcke, Axtgriffe und andere Holzkeulen sind gut geeignet, einen Zombie aus dem Weg zu schlagen oder einen einzelnen Angreifer abzuwehren. Allerdings fehlt es ihnen an Gewicht und Kraft, die für einen tödlichen Hieb erforderlich sind. Ein Bleirohr ist gut bei einer einzelnen Begegnung, aber zu schwer, wenn man unterwegs ist. Ein Vorschlaghammer besitzt dieselben Nachteile, außerdem braucht man Übung, um ein bewegliches Ziel zu treffen. Aluminiumschläger sind leicht genug, dass sie in einem, vielleicht zwei Kämpfen verwendbar sind, verbiegen sich aber bei allzu häufigem Gebrauch bekanntermaßen. Der handelsübliche Zimmermannshammer hat genügend Schlagkraft, aber eine viel zu geringe Reichweite. Wegen des kurzen Griffes kann ein Zombie deinen Arm packen und dich heranziehen. Der Polizeischlagstock, der aus Acetatkunststoff besteht, ist in den meisten Fällen kräftig genug für jeden Kampf, ihm fehlt aber die tödliche Wucht für einen vernichtenden Schlag. Die beste Keule ist das Brecheisen aus Stahl. Es ist vergleichsweise leicht, aber seine Haltbarkeit macht es ideal für ausgiebige Benutzung im Nahkampf. Das gekrümmte, angeschärfte Ende ermöglicht einen Stoß durch die Augenhöhle direkt ins Gehirn. Mehr als ein Überlebender hat berichtet, dass er Zombies auf diese Weise getötet hat. Ein weiterer Vorteil des Brecheisens ist, dass es erforderlich sein könnte, eine Tür aufzubrechen, einen schweren Gegenstand zu verschieben oder andere Aufgaben auszuführen, für die es ursprünglich gedacht war. Keine dieser Funktionen lässt sich mit den bisher beschriebenen Waffen ausführen. Noch leichter und haltbarer als das Brecheisen aus Stahl ist die Variante aus Titan. 2. Hiebwaffen Klingen haben in jeder Form ihre Vor- und Nachteile gegenüber Keulen. Diejenigen, die genug Kraft haben, einen Schädel zu spalten, sind meist nicht unbegrenzt verwendbar. Aus diesem Grund erfüllt Schneiden, besonders Enthauptung, fast die gleiche Funktion wie ein Schlag auf den Kopf. Hinweis, der abgetrennte Kopf eines Zombies kann immer noch beißen und muss daher als Bedrohung eingestuft werden. Der Vorteil, den das Schneiden gegenüber dem Erschlagen hat, ist der, dass es das Töten eines Zombies möglicherweise überflüssig macht. In manchen Fällen reicht es einfach nur eine Extremität abzuschlagen oder eine Wirbelsäule zu durchtrennen, um einen untoten Angreifer außer Gefecht zu setzen. Hinweis, das Abtrennen eines Gliedes birgt allerdings die Gefahr, durch die offene Wunde mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Mit der Axt kann man den Schädel eines Zombies mühelos spalten und mit einem Schlag durch Knochen und Hirnmasse dringen. Enthauptung ist ebenfalls möglich. Aus diesem Grund war die Axt über Jahrhunderte hinweg das beliebteste Hinrichtungsinstrument. Allerdings könnte es schwierig sein, einen Kopf in Bewegung zu treffen und wenn der Schlag daneben geht, könnte der Schwung dich aus dem Gleichgewicht bringen. Das kleinere Beil ist eine gute Waffe als letzter Ausweg. Wenn du in eine Ecke gedrängt worden bist und größere Waffen nutzlos sind, wird ein Schlag mit dem Beil kurzen Prozess mit dem Angreifer machen. Das Schwert ist die ideale Hiebwaffe, aber sind nicht zum Durchschneiden geeignet. Ihre einzige mögliche Verwendung wäre ein direkter Stoß durch das Auge, gefolgt von blitzschnellen kreisenden Bewegungen im Gehirn. Dieses Manöver wurde jedoch nur ein einziges Mal von einem geübten Schwertkämpfer bewerkstelligt und wird aus diesem Grund nicht empfohlen. Mit Langschwertern, die mit einer Hand geführt werden, hast du eine Hand für andere Aufgaben frei, zum Beispiel das Öffnen von Türen oder den Schutz deines Körpers mit einem Schild. Ihr einziger Nachteil ist die fehlende Schwungkraft. Mit einer Hand hat man möglicherweise nicht die Kraft, um die dicken Knorpel zwischen den Knochen zu durchtrennen. Ein weiterer Nachteil ist die notorisch mangelhafte Treffsicherheit des Kämpfers. Es ist eine Sache, einem lebendigen Gegner irgendwo am Körper eine Fleischwunde zuzufügen, aber mit einem einzigen wohl gezielten Schlag einen Hals zu durchtrennen, ist erheblich schwieriger. Zweihändige Schwerter könnte man als die Besten in ihrer Klasse bezeichnen, da sie genug Kraft und Treffsicherheit für eine saubere Enthauptung bieten. Unter diesen Schwertern kommt dem japanischen Samurai-Katana der höchste Rang zu. Sein Gewicht anderthalb bis zweieinhalb Kilo macht es ideal für längerwierige Konflikte organischen Fasern zu durchtrennen. In engen Räumen sind kürzere Klingen im Vorteil. Das römische Kurzschwert wäre eine Wahl, allerdings sind kampfgeeignete Nachbildungen nur schwer zu finden. Das japanische Ninjit besitzt einen Griff für zwei Hände und besteht bei echten Modellen aus gehärtetem Edelstahl. Beide Faktoren machen es zu einer grandiosen Waffe. Die gewöhnliche Machete wäre aufgrund ihrer Größe, ihres Gewichts und ihrer Verfügbarkeit vermutlich deine beste Wahl. Wenn möglich solltest du die militärische Variante bevorzugen, die meist in Armeeläden verkauft wird. Ihr Stahl hat eine höhere Qualität, die geschwärzte Klinge verbessert die Tarnung in der Nacht. 3. Verschiedene Handwaffen Speere, Lanzen und Dreizacks sind dazu geeignet, einen Zombie zu durchbohren und außer Reichweite zu halten, aber nicht zwangsläufig, um einen tödlichen Treffer zu landen. Die Chance, einen Treffer direkt in die Augenhöhle zu landen, ist minimal. Die europäische Hellebarde des Mittelalters, ein Hybrid zwischen Axt und Speer, kann als Hieb und Stichwaffe benutzt werden, allerdings ist auch hier um eine Enthauptung zu bewerkstelligen. Abgesehen davon, dass man sie als Keulen verwenden oder den Angreifer damit auf Distanz halten kann, taugen diese Waffen nicht viel. Morgensterne oder Flegel, eine mit einer Kette an einem Stab befestigte Dornenkugel, richten im Wesentlichen denselben Schaden an wie ein Brecheisen, freilich auf eine dramatischere Art und Weise. Der Träger schwenkt den Stab mit einer ausholenden, kreisenden Bewegung, bis er genug Schwung hat, um mit der Kugel den Schädel des Gegners zu zertrümmern. Die Handhabung dieser Waffe erfordert ungeheuer viel Geschick und wird daher nicht empfohlen. Der Streitkolben des mittelalterlichen Europa erfüllt dieselbe Funktion wie ein normaler Haushaltshammer, freilich ohne die Vorteile der praktischen Verwendung des Letzteren. Mit einem Streitkolben kann man keine Türen oder Fenster aufbrechen, einen Meisel hineintreiben oder einen Nagel einschlagen. Jeder derartige Versuch würde zu Verletzungen am eigenen Leib führen. Aus diesem Grund solltest du diese mittelalterliche Waffe nur verwenden, wenn es keine Alternative gibt. Messer sind immer nützlich, da sie in einer Vielzahl von Situationen den unterschiedlichsten Zwecken dienen können. Im Gegensatz zu einem Beil können sie einen Zombie aber nur töten, wenn sie direkt durch die Schläfe in die Augenhöhle oder in die Schädelbasis gerammt werden. Positiv ist, dass Messer fast immer weniger wiegen als Beile und daher besser geeignet sind, wenn man in Bewegung ist. Wenn du dich für ein Messer entscheidest, solltest du darauf achten, dass die Klinge niemals länger als 15 Zentimeter und immer glatt ist. Meide Zackenmesser und Sägemesser Kombinationen, wie man sie bei Survival-Dolchen findet, da man sie manchmal nur schwer wieder aus dem Opfer herausziehen kann. Stell dir vor, du rammst einem Zombie das Messer in die Schläfe, drehst dich um, um drei weitere Gule anzugreifen und stellst dann fest, dass du das Messer nicht mehr aus der Schläfe heraus bekommst. Das Stechmesser Es ist eine Mischung aus einer 17 Zentimeter langen Stahlnadel als Klinge und einem Messingschlagring als Griff. Es wurde in den erbitterten Nahkämpfen des Ersten Weltkriegs entwickelt, wo Soldaten einander in Schützengräben töteten, die nicht breiter als 80 oder 90 Zentimeter waren. Es war besonders dafür gedacht, mit einem Abwärtshieb den Stahlhelm eines Gegners zu durchbohren. Man kann sich ausmalen, wie wirkungsvoll diese Waffe gegen einen Zombie ist. Der Träger kann die Nadel mühelos in den Schädel eines Zombies rammen, sie schnell wieder herausziehen und dann sofort den nächsten Zombie niederstechen oder zumindest durch einen Treffer mit dem Schlagring ins Gesicht von sich weg schleudern. Originalmodelle sind extrem selten, nur sehr wenige sind in Museen oder bei Privatsammlern erhalten geblieben. Aber wenn detaillierte Pläne aufzutreiben sind, solltest du eines oder vielleicht sogar zwei kampfbereite auf ihre Belastungsfähigkeit geprüfte Exemplare parat haben. Sie werden sich als eine Investition erweisen, die du niemals bedauern wirst. Der Shaolin Spaten Diese Waffe verdient besondere Erwähnung im Anti-Ghul Arsenal. Sie mag unkonventionell aussehen. Ein 180 Zentimeter langer Hartholzstab mit einer flachen glockenförmigen Klinge auf der einen und einer nach außen gekrümmten Sichelklinge auf der anderen Seite. Sein Ursprung reicht bis zu dem landwirtschaftlichen Bronzegerät der chinesischen Chang-Dynastie 1766 bis 1122 vor Christus zurück. Als sich der Buddhismus nach China ausbreitete, wurde der Spaten von den Shaolin Mönchen als Waffe wie auch als landwirtschaftliches Gerät weiterentwickelt. Bei mehreren Anlässen erwies er sich als überraschend wirkungsvoll gegen die lebenden Toten. Ein Vorwärtsstoß mit einer der beiden Klingen hat eine sofortige Enthauptung zur Folge, während die Länge des Stabs dem Träger optimalen Schutz bietet. Die Länge freilich macht ihn unpraktisch für eine Benutzung in Räumen, daher sollte in derartigen Situationen nicht darauf zurückgegriffen werden. Im Freien jedoch vereint der Shaolin Spaten in optimaler Weise die Sicherheit eines Speers mit der Tötungskraft eines Katana Schwerts. Es existiert eine Vielzahl von anderen Handwaffen weltweit. Leider reicht der Platz nicht aus, damit der Verfasser auf alle Einzelnen eingehen kann. Wenn du ein Gerät oder Werkzeug findest, das deines Erachtens eine gute Waffe abgeben würde, dann stell dir diese Fragen. Erstens kann es einen Schädel mit einem Schlag zertrümmern? Zweitens wenn nicht, kann es mit einem einzigen Hieb enthaupten? Drittens ist es leicht zu handhaben? Viertens ist es leicht? Fünftens ist es haltbar? Die Fragen 3, 4 und 5 hängen von deiner jeweiligen Situation ab. Die Fragen 1 und 2 sind von entscheidender Bedeutung. Viertens elektrische Werkzeuge Die Unterhaltungsliteratur hat uns die ehrfurcht gebietende brutale Macht der Motorsäge gezeigt. Mit ihren blitzschnell rotierenden Zähnen kann sie mühelos durch Fleisch und Knochen schneiden und macht Kraft und Geschick, die für die Bedienung manueller Waffen erforderlich sind, überflüssig. Außerdem kann ihre Lautstärke dem Benutzer einen dringend erforderlichen psychologischen Vorteil geben, ein Gefühl von Macht in einer Situation, in der Todesangst vorherrschend ist. Wie viele Horrorfilme hast du gesehen, in denen diese industrielle Killermaschine allem und jedem, das sie berührte, den Untergang brachte. In Wirklichkeit jedoch nehmen Motorsägen und ähnliche elektrische Geräte einen extrem niedrigen Platz in der Rangordnung praktischer Waffen zum Töten von Zombies ein. Zunächst einmal ist ihr Treibstoff Vorrat begrenzt. Wenn sie leer sind, bieten sie nicht mehr Schutz als ein Walkman. Schleppt man aber zusätzlichen Treibstoff oder Batterien mit sich herum, so führt das zum zweiten inhärenten Problem, Gewicht. Eine durchschnittliche Motorsäge wiegt fünf Kilo. Man vergleiche dazu die Machete, die ein Kilo wiegt. Warum werden? Ein Ausrutscher und die rotierenden Zähne könnten sich ebenso leicht durch deinen Schädel fräsen wie durch den deines Gegners und wie bei allen Maschinen ist ein anderes Problem der Lärm. Das eindeutige Dröhnen einer Motorsäge reicht aus, jedem Zombie in Hörweite zu übermitteln, das Essen ist serviert. Schleudern und Pfeile Gemein hin wird stets vermutet, dass die Benutzung von manuellen Schusswaffen wie Bogen und Schleudern eine Verschwendung von Energie und Rohstoffen darstellt. Das trifft in den meisten Fällen auch zu. Aber wenn so eine Waffe richtig benutzt wird, ermöglicht sie dir, auf größere Entfernung zu töten und das geräuschlos oder fast geräuschlos. Was ist, wenn du ein verseuchtes Gebiet verlassen möchtest, um eine Ecke biegst und ein einzelner Ghoul versperrt dir den Weg, für eine Handwaffe ist er zu weit entfernt. Ehe du näher kommst, wird sein Stöhnen deine Position verraten. Der Knall einer Schusswaffe wäre ein noch deutlicheres Signal. Was machst du nun? In Fällen wie diesem könnten bestimmte lautlose Waffen deine einzige Option sein. Erstens die Schlinge Diese Waffe, die durch die biblische Geschichte von David und Goliath berühmt wurde, gehört seit prähistorischen Zeiten zu unserem Erbe. Der Benutzer legt einen glatten runden Stein in die etwas breitere Mitte eines dünnen Lederstreifens, nimmt beide Enden, schwingt sie mehrmals schnell im Kreis und lässt dann ein Ende des Streifens los, um den Stein auf das Ziel zu schleudern. Theoretisch ist es möglich, einen Zombie auf nicht mehr als 30 Schritte Entfernung mit einem lautlosen Kopfschuss zu töten. Aber auch nach monatelangem Training sind die Chancen, so einen Treffer zu landen, bestenfalls 1 zu 10. Ohne Übung wäre der Kämpfer besser beraten, Die moderne Schleuder, ein Nachfahre der Schlinge, besitzt mindestens das Zehnfache an Treffsicherheit ihres Vorläufers, allerdings fehlt es ihr an Wucht. Kleine Projektile, die mit einer Schleuder abgeschossen werden, haben selbst auf geringste Entfernung nicht die Kraft, den Schädel eines Zombies zu durchdringen. Mit dieser Waffe machst du einen Ghul möglicherweise nur auf deine Anwesenheit aufmerksam. Drittens Schuriken Diese kleinen Waffen mit ihren zahlreichen spitzen Zacken wurden im feudalistischen Japan benutzt, um einen menschlichen Schädel zu durchbohren. In ihrem Äußeren gleichen sie einem zweidimensionalen Stern aus Edelstahl, daher auch die Bezeichnung Wurfstern. In Expertenhänden können sie einen Zombie mühelos zu Fall bringen. Aber der Wurfstern erfordert, wie viele Waffen, die in diesem Abschnitt behandelt wurden, sehr viel Übung im Umgang. Wenn du nicht einer der wenigen Meister dieser Kunst bist, und nur eine Handvoll darf diesen Titel für sich beanspruchen, dann solltest du auf diese exotische Methode verzichten. Fünftens Wurfmesser Diese Waffen haben eine große Reichweite, erfordern aber genau wie der Schuriken monatelange Großes wie einen menschlichen Körper zu treffen, von einem Kopf ganz zu schweigen. Nur meisterliche Experten dürfen überhaupt hoffen, einen Zombie zuverlässig zu töten. Zeit und Energie, die das Training erfordern, können viel produktiver auf den Umgang mit einer konventionelleren Waffe verwendet werden. Vergiss nicht, du hast eine Menge Fähigkeiten zu lernen und nicht alle Zeit der Welt dazu. Vergeude nicht die kostbaren Stunden mit dem Versuch, eine drittklassige Waffe zu meistern. 6. Langer und kompakter Bogen Um es gleich vorweg zu sagen, ein Zombie mit einem Pfeil in den Kopf zu treffen, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Selbst mit kompakten Bogen und modernen Visieren haben nur erfahrene Bogenschützen überhaupt eine Chance, einen Treffer zu landen. Die einzige praktische Anwendung für diese Waffe ist das Abfeuern von Brandpfeilen. Um Feuer lautlos und auf größere Entfernungen zu legen, ist nichts dienlicher als ein Brandpfeil. Diese Art des Angriffs kann benutzt werden und wurde auch schon benutzt, um untote Individuen in Brand zu setzen. Der getroffene Zombie hat nicht genug Verstand, um den brennenden Pfeil aus seinem Körper zu ziehen und könnte bei etwas Glück noch andere Guhle in Brand setzen, ehe er selbst ein Opfer der Flammen wird. Siebentens Armbrust Wucht und Treffsicherheit einer modernen Armbrust können einen Bolzen Armbrust Pfeil auf einer Entfernung von mehr als einer Viertel Meile glatt durch den Kopf eines Zombies treiben. Deshalb wird sie auch der perfekte lautlose Killer genannt. Treffsicherheit ist wichtig, aber nicht wichtiger als bei einem Wehr. Das Nachladen erfordert Zeit und Kraft, sollte aber nicht zwingend nötig sein. Eine Armbrust ist eine Heckenschützen Waffe und taugt nicht dazu, eine Meute aufzuhalten. Sie sollte nur gegen einen einzelnen Zombie eingesetzt werden. Hast du es mit mehreren zu tun, wirst du vielleicht gepackt und ergriffen, bevor du Zeit gehabt hast, einen weiteren Bolzen zu laden. Was die Bolzen selbst anbelangt, dreieckige oder patronenförmige reichen völlig aus. Der besseren Treffsicherheit wegen sollte ein Teleskop Fernrohr aufgesetzt werden. Leider machen Größe und Gewicht der Armbrust sie zu keiner Primärwaffe. Du solltest nur eine benutzen, wenn es die Situation erlaubt, also beispielsweise wenn du in einer Gruppe reist, dein Haus verteidigst oder Schusswaffen mit Schalldämpfer nicht zur Verfügung stehen. Achtens Handbogen Kleinere Einhandarmbrüste können als Ergänzung deiner Primärwaffe fungieren. Wenn du eine bei dir hast, bedeutet das, du hast jederzeit, falls erforderlich, eine kompakte, lautlose Waffe parat. Im Vergleich zur größeren Armbrust haben kleinere Handbogen geringere Treffsicherheit, Wucht und Reichweite. Wenn man einen benutzt, bedeutet das, man muss sich seinem Ziel weiter nähern. Das erhöht nicht nur die Gefahr, sondern auch das Risiko einer Entdeckung, was wiederum eine lautlose Waffe überflüssig macht. Setze den Handbogen sorgsam und nicht zu oft ein. Schusswaffen Von allen Waffen, die in diesem Buch behandelt werden, sind keine wichtiger als die primäre Schusswaffe. Halte sie sauber, geölt, geladen und in der Nähe. Mit einem kühlen Kopf, einer sicheren Hand und jeder Menge Munition kann es ein Mensch mit einer ganzen Armee von Zombies aufnehmen. Bei der Wahl einer Schusswaffe muss jede Variable in Erwägung gezogen werden. Welches ist dein primäres Ziel ist dein Verteidigung Angriff oder Flucht? Mit welcher Klasse von Epidemie hast du es zu tun? Wie viele Leute wenn überhaupt sind in deiner Gruppe? Welche Geländeform bietet dein Schlachtfeld? Unterschiedliche Waffen dienen unterschiedlichen Zwecken. Fast keine dient allen. Die Auswahl des perfekten Werkzeugs bedeutet, Doktrinen der Kriegsführung über Bord zu werfen, die gegen unsere Mitmenschen funktioniert haben. Leider wissen wir nur allzu gut, wie wir uns gegenseitig umbringen können. Das Töten von Zombies jedoch steht auf einem ganz anderen Blatt. 1. Das schwere Maschinengewehr Seit dem Ersten Weltkrieg hat diese Erfindung alle menschlichen Konflikte revolutioniert. Ihr Mechanismus macht es möglich, dass binnen Sekunden ein wahrer Sturm von Blei entfesselt wird. Diese Taktik mag auf menschlichen Schlachtfeldern aber gegen die lebenden Toten ist sie die reinste Verschwendung. Vergiss nicht, dein Ziel ist ein Kopfschuss, eine exakt platzierte Kugel. Da das Maschinengewehr für Sperrfeuer konstruiert wurde, können Hunderte, sogar Tausende Schuss erforderlich sein, um einen zufälligen tödlichen Treffer zu landen. Selbst wenn man mit dem Maschinengewehr wie mit einer Flinte zielt, eine Taktik, die von Spezialeinheiten des amerikanischen Militärs praktiziert wird, steht man auf verlorenen Posten. Warum sollte man einen Zombie mit einer gezielten Salve von fünf Schuss erledigen, wenn ein einziger gut gezielter Schuss aus einem Gewehr dieselbe Wirkung hat? In den 1970er Jahren favorisierte eine Gruppe die Sensen Theorie. Wenn man ein Maschinengewehr auf Kopfhöhe einer Meute von Untoten anbringt, kann man sie mit einer einzigen langgezogenen Salve ausschalten. Diese Theorie wurde widerlegt. Gule haben, genau wie die Menschen, die sie einst gewesen sind, nicht alle dieselbe Körpergröße. Auch wenn einige getroffen werden, wird mindestens die Hälfte überleben und weiter auf deine Position vorrücken. Aber was hat ein Maschinengewehr nicht genügend Wucht, um einen Körper in der Mitte durch zu trennen und macht das einen Kopfschuss nicht überflüssig? Ja und nein. Das standardmäßige 5,56 Millimeter Geschoss, das von der SAW, Squad Automatic Weapon der US-Armee benutzt wird, ist durchaus im Stande, eine menschliche Wirbelsäule zu brechen, Gliedmaßen abzutrennen oder, ja, den Körper eines Zombies Kopfschuss überflüssig ist. Zunächst einmal ist die Chance, einen Zombie zu zerstückeln recht gering und erfordert enorme Mengen an Munition. Des weiteren gilt, wenn das Gehirn nicht zerstört wird, lebt der Zombie weiter. Er ist verkrüppelt, vielleicht sogar bewegungsunfähig, aber er ist immer noch am Leben. Warum solltest du dich dem unnötigen Risiko aussetzen, einer Masse zuckender und potenziell gefährlicher Körperteile den Rest zu geben? Zweitens die Maschinenpistole Das Problem, das sich bei dieser Waffe stellt, ist das gleiche wie beim Maschinengewehr, Munitionsverbrauch in Relation zu ausgeschalteten lebenden Toten. Aber bei Kämpfen in engen Räumlichkeiten hat die Maschinenpistole ihre Meriten. Mit ihrem kurzen Lauf ist sie leichter zu handhaben als ein Gewehr, durch den Haltegriff hat sie aber wesentlich mehr Stabilität als eine Pistole. Achte stets darauf, dass du sie auf Einzelschuss Modus eingestellt hast. Wie wir schon gesehen haben, ist die Vollautomatik reinste Munitionsverschwendung und achte stets darauf, dass du aus der Schulter zielst. Ein Schuss aus der Hüfte bedeutet nichts weiter als einen lauten Knall und einen Fehlschuss. Ein Nachteil ist geringe Treffsicherheit auf größere Entfernung. Da die Maschinenpistole als Nahkampfwaffe entwickelt wurde, musst du viel näher an einen Zombie heran als mit einem Gewehr. Das wäre normalerweise kein Problem, nur neigen Maschinenpistolen wie alle automatischen und halbautomatischen Waffen dazu, im Kampf zu blockieren. Auf kurze Entfernung lieferst du dich möglicherweise einem unnötigen Risiko aus. Das ist der einzige Grund, die Maschinenpistole als Primärwaffe nicht weiter in Betracht zu ziehen. Drittens das Schnellfeuergewehr Diese Waffe wurde ursprünglich erfunden, um die Lücke zwischen dem Gewehr und dem Maschinengewehr zu schließen, da sie Schnellfeuer auf größere Entfernung ermöglicht. Machen diese Eigenschaften sie nicht zur idealen Waffe gegen die Untoten? Eigentlich nicht. Reichweite und Treffsicherheit sind zwar erforderlich, wie wir gesehen haben, Schnellfeuer aber nicht. Zwar kann ein Schnellfeuergewehr auf halbautomatischen Modus eingestellt werden, genau wie eine Maschinenpistole, aber ebenso wie bei der Maschinenpistole die Verlockung einfach vollautomatisch loszuballern ist groß. Wenn du um dein Leben kämpfst, ist es möglicherweise zu einfach schlichtweg auf Rock'n'Roll umzuschalten, so verschwenderisch und nutzlos das auch sein mag. Wenn du dich für ein Schnellfeuergewehr als Primärwaffe entscheidest, vergiss nicht die grundsätzlichen Fragen, die für alle Schusswaffen gelten. Wie groß sind Reichweite und Treffsicherheit? Um einige dieser Fragen zu beantworten, untersuchen wir am besten zwei Extrembeispiele. Das M16A1 der US-Armee wird von vielen als das schlechteste Schnellfeuergewehr angesehen, das jemals erfunden wurde. Sein überkomplizierter Mechanismus ist schwer zu reinigen und extrem blockierungsanfällig. Um das Zielfernrohr zu justieren, was man jedes Mal tun muss, wenn das Ziel seine Entfernung verändert, ist ein Nagel, Kugelschreiber oder etwas Ähnliches erforderlich. Was ist, wenn du keinen hast oder ihn verloren hast, während mehrere Dutzend Zombies stetig auf dich zugeschlurft kommen? Der empfindliche Plastikschafft des M16A1 schließt eine Verwendung als Bajonett aus. Bei einem entsprechenden Versuch würdest du riskieren, dass der hohle, sprungfedergeladene Lauf bricht. Das ist ein entscheidender Nachteil. Wenn du dich mehreren Ghulen gegenüber siehst und dein A1 klemmt, kannst du es als allerletzten Ausweg nicht einmal als Handwaffe benutzen. In den 1960er Jahren wurde das M16, ursprünglich das AR15, zur Sicherung von Luftwaffen Stützpunkten entwickelt. Aus politischen Gründen, die typisch für die Verfilzungen zwischen Militär und Industrie sind, du kaufst meine Waffe, dann bekommst du meine Stimme und meine Wahlkampf Unterstützung, wurde es als Hauptinfanteriewaffe für die US-Armee angeschafft. Seine Nützlichkeit im Kampf war so miserabel, dass kommunistische Guerillas im Vietnamkrieg sich sogar weigerten getöteten Amerikanern diese Waffe abzunehmen. Das neuere M16 A2 wurde zwar geringfügig verbessert, gilt aber nach wie vor als zweitklassige Waffe. Wenn du die Wahl hast, dann folge dem Beispiel des Vietcong und verzichte völlig auf das M16. Am anderen Ende des Spektrums wird das sowjetische AK-47 als das beste jemals hergestellte Schnellfeuergewehr angesehen. Obwohl es schwerer ist als das M16, 10,58 Pfund im Gegensatz zu 7 Pfund und einen deutlich härteren Rückstoß hat, ist diese Waffe legendär für ihre Effektivität und robuste Bauweise. Der breite, geräumige Feuermechanismus verhindert Blockieren durch Erde und Sand. Im Nahkampf kannst du einem Zombie entweder das Bajonett der Waffe durch das Auge ins Hirn stoßen oder mit dem stabilen Stahlverstärkten Holzgriff der Waffe einem Zombie den Schädel zertrümmern. Wenn Nachahmung wirklich die höchste Form der Schmeichelei ist, dann haben mehrere Nationen dem AK entweder mit direkten Nachbauten oder modifizierten Modellen das israelische Galil geschmeichelt. Auch hier gilt, das Schnellfeuergewehr ist nicht die ideale Waffe für die Verteidigung gegen die lebenden Toten, aber ein Mitglied der AK 47 Familie wäre die beste Lösung für dich. Viertens das Jagdgewehr Diese Waffe, ein Produkt des 19. Jahrhunderts, wird häufig als überholt angesehen. Weshalb sollte man ein Jagdgewehr benutzen, wenn man eine Maschinenpistole haben kann? Diese Art von Arroganz ist schlichtweg unbegründet. Sie hat ihre Wurzeln im Technik- Chauvinismus und dem Fehlen praktischer Erfahrung. Ein handwerklich solides, meisterhaft benutztes Jagdgewehr bietet eine Verteidigung gegen die lebenden Toten, die ebenso gut, wenn nicht besser ist als die neueste militärische Hardware. Da ein Gewehr nur ein Geschoss abfeuern kann, muss sich der Schütze jeden Schuss genau überlegen, was die Chance eines Treffers erhöht. Diese Eigenheit schließt auch die Möglichkeit des Losballerns aus und spart so Munition, ob es in der Absicht des Schützen liegt oder nicht. Ein dritter Grund wäre, dass es vergleichsweise einfach ist, ein Gewehr zu reinigen und zu bedienen, etwas, das man nicht übersehen darf. Jagdgewehre sind für den zivilen Markt konzipiert. Die Hersteller wissen, wenn die Gewehre zu kompliziert sind, gehen die Verkaufszahlen in den Keller. Ein vierter und letzter Grund ist die allgemeine Verfügbarkeit von Munition. Da es mehr zivile Waffengeschäfte als militärische Waffenkammern in den Vereinigten Staaten gibt, eine Tatsache, die auf den Rest der Welt nicht zutrifft, dürfte es dir leichter fallen, Munition für ein Jagdgewehr als für ein Schnellfeuer oder eine Maschinenpistole aufzutreiben. In den Szenarien, die im letzten Teil dieses Handbuchs behandelt werden, dürfte das von allergrößter und entscheidender Bedeutung sein. Wenn du dich für ein Jagdgewehr entscheidest, dann versuch, wenn möglich, eine ältere und militärische Version zu finden. Das soll nicht heißen, dass zivile Modelle zweitrangige Waffen sind, ganz im Gegenteil, aber fast alle militärischen Jagdgewehre wurden für den Nahkampf entwickelt. Du solltest dir unbedingt die Zeit nehmen und untersuchen, inwieweit ein Gewehr diese Bedingungen erfüllt. Es einfach wie eine Keule jedes Gewehr zerstören, ganz gleich, ob es sich um ein ziviles oder ein militärisches Modell handelt. Es gibt Handbücher, in denen erklärt wird, wie man ein Gewehr als Keule benutzt. Alte Kriegsfilme demonstrieren, wie tödlich diese Waffen sein können, ohne dass ein einziger Schuss mit ihnen abgefeuert wird. Beispiele für Jagdgewehre für die militärische Nutzung sind das US Springfield, das britische Lee Anfield und das deutsche Mauser K-98k. Viele dieser Waffen existieren immer noch, manche in gutem Zustand. Bevor du dich entscheidest, solltest du dich jedoch vergewissern, dass die erforderliche Munition in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Ein eindrucksvolles militärisches Gewehr zu besitzen, nützt dir gar nichts, wenn lediglich Munition für zivile Modelle verfügbar ist. 5 Das halbautomatische Gewehr Seit ihrem Debüt hat sich gezeigt, dass diese Waffe ein überlegener Zombie-Killer ist. Angesichts der Möglichkeit, dass Munition vergeudet wird, nach jedem Schuss wird eine Patrone in die Kammer nachgeladen, ist substanzielle Selbstdisziplin erforderlich. Aber diese Option kann sich als Segen erweisen, wenn man es mit mehreren Zielen zu tun hat. Ein Zwischenfall ist überliefert, bei dem eine in die Enge getriebene Frau 15 angreifende Zombies in 12 Sekunden erledigte. Diese Geschichte veranschaulicht das Potenzial des halbautomatischen Gewehrs. Für den Nahkampf oder Menschen auf der Flucht erfüllt der halbautomatische Karabiner denselben Zweck wie das größere Modell. Zwar hat der Karabiner nur die halbe Reichweite, ist aber leichter und einfacher zu tragen und verwendet kleinere Munition. Beide Typen können dir je nach Situation gute Dienste leisten. Wenn du dich für eine halbautomatische Waffe entscheidest, sind die M1 Garant aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Karabiner M1 heutigen Waffen in vieler Hinsicht überlegen. Das mag überraschend erscheinen, aber viele dieser älteren militärischen Waffen wurden entwickelt, um dazu beizutragen, den größten Konflikt in der Menschheitsgeschichte zu überleben. Diese Aufgabe bewältigten sie nicht nur mit Bravour, die Garant blieb auch das wichtigste Gewehr der US-Armee bis zum Koreakrieg, während der Karabiner bis zu den Anfängen des Vietnamkriegs in Gebrauch blieb. Ein weiterer Vorzug der M1 Garant ist ihre Zweitfunktion als Handwaffe. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Gebrauch des Bayonetts noch als wichtiger Bestandteil des Kampfes betrachtet. Zwar werden keine Garants mehr hergestellt, aber viele sind noch auf dem Markt und Munition ist ausreichend verfügbar. Erstaunlicherweise allerdings wird der Karabiner M1 nach wie vor produziert. Mit dem geringen Gewicht und dem kurzen Lauf ist diese Waffe bestens für Häuser Kämpfe oder auf langen Strecken zu Fuß geeignet. Zu anderen, moderneren möglichen Waffen gehören Ruga Mini 30, Ruga Mini 14 und der chinesische Typ 56, ein Nachbau des sowjetischen SKS Karabiners, nicht mit dem Schnellfeuergewehr derselben Bezeichnung zu verwechseln. Wenn du Disziplin wahren kannst, wirst du keine bessere Waffe finden als ein halbautomatisches Gewehr. 6. Die Schrotflinte Auf geringe Entfernung wirkt diese Waffe gegen menschliche Angreifer Wunder. Gegen lebende Tote trifft das nicht uneingeschränkt zu. Eine gute Schrotflinte Kaliber 12 kann einem Zombie buchstäblich den Kopf wegpusten. Allerdings gilt, je größer die Entfernung, desto größer die Streuung der Schrotkugeln und desto geringer die Chance, den Schädel zu durchbohren. Eine solide Patrone hätte dieselbe Wirkung wie ein Gewehr, selbst auf größere Distanz, vorausgesetzt, dass der Lauf lang genug ist. Aber warum dann nicht gleich ein Gewehr benutzen? Der Vorteil von Schrotflinten besteht in ihrer Fähigkeit aufzuhalten. Das streuende Schrot wirkt wie eine solide Wand, wo gegen eine Gewehrkugel einfach durch oder ganz fehl gehen kann. Wenn du in die Enge getrieben wurdest oder dich auf der Flucht befindest und Zeit für dein Entkommen brauchst, kann ein guter Schuss mit einer Schrotflinte gleich mehrere Zombies zu Fall bringen. Der auf Reisen eine Last und nehmen andere Ausrüstung Platz weg. Das sollte in Betracht gezogen werden, wenn eine lange Reise erforderlich ist. Amerikaner haben eine spezielle Beziehung zu Handfeuerwaffen. Sie scheinen in jedem Film, jeder Fernsehserie, jedem populären Roman und jedem Comic vorzukommen. Unsere Helden hatten sie stets bei sich, vom Gesetzeshüter des Wilden Westens bis zum zähen Großstadt Polizisten. Gangster schwören darauf, Liberale und Konservative führen erbitterte Kämpfe darum, Eltern versuchen ihre Kinder davor zu schützen und Hersteller verdienen sich goldene Nasen damit. Die Handfeuerwaffe ist vermutlich mehr noch als das Auto ein Synonym für Amerika. Aber wie nützlich ist diese kulturelle Ikone gegen eine Meute gerade wieder auferstandener Fleischfresser? Um die Wahrheit zu sagen, nicht sehr nützlich. Im Helden dürfte der normalsterbliche Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas zu treffen, ganz zu schweigen von etwas so kleinem und beweglichem wie dem Kopf eines Zombies. Bedenkt man weiterhin den emotionalen Stress bei einem Kampf gegen Untote, liegt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Schutzes etwa auf dem Niveau eines Versuchs, den Angreifer zu einer Kapitulation überreden zu wollen. Studien haben gezeigt, dass von allen nutzlosen ballistischen Verletzungen, das heißt jene, die für einen Zombie nicht tödlich sind, 73% von dieser Art von Handfeuerwaffe stammten. Ein Laser-Zielfernrohr erhöht die Chance eines akkuraten Treffers, trägt aber nicht dazu bei, eine zitternde Hand ruhiger zu machen. Handfeuerwaffen können aber in extremen Situationen nützlich sein. Wenn dich ein Zombie packt, dann kann dir eine Pistole das Leben retten. Es ist kein besonderes Geschick erforderlich, die Mündung an die Schläfe des Untoten zu halten und abzudrücken und es garantiert einen tödlichen Treffer. Die Tatsache, dass Handfeuerwaffen klein, leicht und einfach zu tragen sind, machen sie in jedem erdenklichen Szenario als Sekundärwaffen attraktiv. Wenn deine Primärwaffe ein Karabiner ist, besteht sogar die Möglichkeit, dass du für beide Waffen dieselbe Munition verwenden kannst und dich nicht so schwer beladen musst. Aus diesem Grund sollte man immer eine Pistole dabei haben, wenn man gegen Gule ins Feld zieht, aber nur als Ersatzwaffe. Vergiss niemals, dass viele verstümmelte, halb aufgefressene Leichen gefunden wurden, die diese Wunderwaffen noch in den kalten, starren Händen hielten. Achtens. Rimfire Waffen, Kaliber 22. Diese Waffen, Gewehr oder Pistole feuern eine Patrone ab, die nicht breiter als ein paar Millimeter und nicht länger als zweieinhalb Zentimeter ist. Unter normalen Umständen werden sie meist für Training, Wettkämpfe oder die Jagd auf Kleinwild verwendet. Bei einem Angriff von Untoten indessen kann das zierliche Rimfire 22 durchaus neben seinen schwereren Vettern bestehen. Wegen der kleineren Patron kannst du ebenfalls leichter. Ein Gottes Geschenk auf langen Trecks durch von Gulen verseuchtes Gelände. Außerdem ist die Munition leicht herzustellen und im ganzen Land mühelos zu bekommen. In jedem Geschäft, in dem Munition verkauft wird, gibt es Rimfire 22. Aber zwei Nachteile müssen erwähnt werden, wenn man eine 22er benutzt. Die kleine Patrone hat null Aufhaltevermögen. Menschen, darunter der ehemalige Präsident Reagan, wurden mit 22ern angeschossen und haben es erst später bemerkt. Ein Ghoul, der einen Schuss in die Brust bekommt, würde von diesem winzigen Projektil nicht einmal verlangsamt, geschweige denn aufgehalten werden. Ein weiteres Problem ist, dass man auf größere Entfernung keinen Schädel damit durchdringen kann. Mit einer 22er musst du möglicherweise näher an das Geschehen ran, als dir lieb ist, was Stress vergrößern und die Chance eines Treffers damit verringern könnte. Aus dem selben Grund hat man die mangelnde Wucht der 22er Projektile aber auch einen Segen genannt. Da dem Geschoss die Wucht fehlt, die Schädeldecke eines Zombies von innen zu durchdringen, wurden schon Fälle registriert, bei denen die Kugel im Schädel so viel Schaden anrichtete wie eine 45er. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dich gegen eine Armee schlaufender Zombies zu verteidigen, solltest du diese kleinen, fast spielzeugartigen, aber handlichen und wirksamen Schusswaffen nicht unterschätzen. 9. Zubehör Schalldämpfer können, wenn sie verfügbar sind, eine wichtige Ergänzung deiner Schusswaffe sein. Die Tatsache, dass sie das Schussgeräusch dämpfen, macht Bogen, Schlinge oder eine andere nicht-ballistische Waffe, die auf der Flucht lebenswichtig sind, überflüssig. Ein Zielfernrohr kann deine Treffsicherheit deutlich verbessern, besonders bei Scharfschützenangriffen auf große Entfernung. Ein Laservisier könnte auf den ersten Blick dein bestes Hilfsmittel sein. Wie schwer kann es schon sein, einem Ghoul ein rotes Pünktchen auf die Stirn zu zaubern? Der Nachteil ist die begrenzte Lebensdauer der Batterie. Das gleiche gilt für Nachtsichtgeräte. Sie Treffer bei Zombies auf große Entfernungen und Nacheinbruch der Dunkelheit, aber wenn die Energie ausgeht, sind sie nichts weiter als nutzlose schwarze Röhren. Herkömmlichen Zielfernrohren aus Glas und Metall wäre Vorrang einzuräumen. Sie sind vielleicht nicht so schick wie Elektronik, aber diese einfachen Instrumente lassen dich nie im Stich. Reichweite kontra Treffsicherheit Studien haben gezeigt, je näher ein Mensch im Stress des Kampfes einem Zombie kommt, desto zielloser wird er schießen. Wenn du mit deiner Schusswaffe oder deinen Schusswaffen übst, solltest du eine maximale Reichweite für wiederholte Treffsicherheit bestimmen. Übe unter idealen, stressfreien Bedingungen gegen bewegliche Ziele. Wenn du die Reichweite festgelegt hast, dividiere sie durch zwei. Das wird bei einem echten Angriff deine ideale Tötungszone sein. Achte darauf, dass die Untoten nicht näher kommen als bis zu dieser Zone, da sonst deine Treffsicherheit nachlässt. Wenn du es mit einer Gruppe zu tun hast, achte darauf, dass du diejenigen, die in diese Zone eingedrungen sind, zuerst erledigst, ehe du die anderen ausschaltest. Schlage diesen Rad niemals in den Wind, ganz gleich, wie deine vorherigen Erfahrungen gewesen sind. Polizisten mit Erfahrungen auf den Straßen, hoch dekorierte Kriegsveteranen und sogar kaltblütige Mörder endeten schon als durchgekautes Fleisch, weil sie sich auf ihre Nerven und nicht auf ihr Training verließen. Sprengstoffe Frage Was könnte besser sein, als einer Masse anrückender Zombies eine Handgranate entgegenzuwerfen? Antwort praktisch alles. Antipersonensprengstoffe töten fast ausschließlich durch Schrapnell, Metallsplitter, die lebenswichtige Organe zerfetzen. Da das keinerlei Wirkung auf Zombies hat und die Chance, dass ein Splitter den Schäbel durchschlägt, gering ist, sind Granaten, Bomben und andere Sprengstoffe nutzlose Waffen. Allerdings sollte man derartige Waffen nicht völlig außer Acht lassen. Um Türen aufzusprengen, schnell Barrikaden zu errichten oder sogar Zombie-Meuten zu zerstreuen, wirkt nichts besser als ein Fass Schießpulver. Feuer Die lebenden Toten haben keine Angst vor Feuer. Fuchtelt man mit einer offenen Flamme vor dem Gesicht eines Ghouls herum, wird das sein Vorrücken weder verlangsamen noch beenden. Zombies, die Feuer gefangen haben, reagieren nicht auf die lodernden Flammen und schenken ihnen nicht die geringste Beachtung. Zu viele Menschen mussten schon sterben, weil sie nicht begriffen hatten, dass Feuer Zombies nicht abschreckt. Als Waffe jedoch ist das Feuer immer noch der beste Verbündete des Menschen. Vollständige Verbrennung ist die beste Methode, einen Zombie ein für allemal zu vernichten. Das Verbrennen zerstört nicht nur den Körper, sondern auch alle Spuren von Solanum. Aber du solltest nicht glauben, dass ein Flammenwerfer und mehrere Molotow-Cocktails die Lösung all deiner Probleme sind. In einem echten Kampf kann Feuer ebenso sehr eine tödliche Bedrohung wie ein Beschützer sein. Fleisch, von Menschen Untoten oder sonst etwas, braucht lange, bis es verbrannt ist. In den Minuten oder Stunden, bis ein Zombie den Flammen erliegt, wird er selbst zur wandelnden oder zutreffender ausgedrückt, zur schlurfenden Fackel. Es sind mehrere Fälle bekannt, bei denen brennende Guhle mehr Schaden und mehr Tote verursacht haben, als ihnen nur mit Fingernägeln und Zähnen möglich gewesen wäre. Feuer selbst kennt keine Loyalität. Beachte die entflammbare Natur deiner Umgebung, die Gefahr, Rauch einzuatmen und die Möglichkeit, dass ein Feuer zum Fanal für andere Zombies wird. Diese Faktoren müssen alle berücksichtigt werden, bevor du eine derart mächtige und unberechenbare Waffe entfesselst. Aus diesem Grund wird Feuer überwiegend als Angriffs- oder Fluchtwaffe angesehen und selten zur statischen Verteidigung genutzt. 1. Molotow Cocktails Dieser Ausdruck bezeichnet alle Behältnisse mit brennbarer Flüssigkeit und einer primitiven Lunte. Es ist ein billiger, wirkungsvoller Weg, um mehrere Zombies auf einmal zu töten. Wenn es die Situation zulässt, zum Beispiel auf der Flucht vor einer heranrückenden Horde, bei der Räumung eines feuerfesten Gebäudes oder der Zerstörung eines brennbaren Gebäudes, in dem mehrere Zombies gefangen sind, solltest du die fraglichen Gule auf jeden Fall bombardieren, bis nur noch ein Häufchen Asche von ihnen übrig ist. 2. Übergießen Der Vorgang des Übergießens besteht einfach darin, einen Eimer mit einer brennbaren Flüssigkeit, Benzin, Kerosin und so weiter, zu füllen, ihn nach einem oder mehreren Zombies zu werfen, ein Streichholz anzuzünden und wegzulaufen. Wenn ein Fluchtweg offen ist und keine Gefahr eines Feuerschadens besteht, ist der einzige Nachteil dieser Methode die große Nähe, die erforderlich ist, um den Gegner wirksam zu übergießen. 3. Der Bunsenbrenner Der gewöhnliche Bunsenbrenner, der aus einer Propangasflasche mit einem Ventil besteht, entwickelt weder genügend Hitze noch reicht der Brennstoffvorrat aus, sich durch den Schädel eines Zombies zu brennen. Aber er kann ein bequemes Mittel sein, ein Feuer zu entfachen, wenn die fraglichen Untoten bereits mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet worden sind. 4. Der Flammenwerfer Dieses Gerät scheint für die meisten Leute vielleicht mehr als jedes andere der allerbeste Zombie-Eliminator zu sein. Ein 60 Meter langer Flammenstrahl aus Brandpaste kann eine ganze Schar Untote in einen stöhnenden Scheiterhaufen verwandeln. Warum sollte man sich also keinen zulegen? Warum nicht zugunsten dieses von Menschenhand geschaffenen, feuerspeienden Drachens auf alle anderen Waffen verzichten? Die Antworten sind ebenso realistisch wie zahlreich. Der Flammenwerfer wurde als rein militärische Waffe entwickelt, wird aber weder von der US-Armee noch vom Marine Corps mehr verwendet. Es dürfte schwer sein, ein Modell zu finden, geschweige denn eines, das richtig funktioniert. Und noch schwieriger als den Werfer selbst zu finden, ist es, Treibstoff dafür aufzutreiben. Doch selbst wenn du beides beschaffen könntest, musst du praktische Erwägungen einbeziehen. Warum solltest du 35 Kilo Ausrüstung auf dem Rücken mit dir herumschleppen, wenn nur eine Handvoll Gule unterwegs sind? Das Gewicht eines Flammenwerfers macht ihn zur Last, wenn du unterwegs bist. Wenn du dich nicht an einer fixen Stelle befindest oder motorisiert bist, kann reine Erschöpfung ebenso gefährlich sein wie die wandelnden Toten selbst. Die Vernunft würde gebieten, dass ein Flammenwerfer auf dem Schlachtfeld nur gegen eine übermächtige Anzahl eingesetzt wird, gegen Untote, deren Zahl in die Hunderte, wenn nicht in die Tausende geht. Würde so eine Horde existieren, was der Himmel verhindern möge, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie es mit einer viel größeren, bestens ausgerüsteten Armeestreitmacht zu tun bekommt, nicht nur mit einem einzelnen Bürger und seinem zuverlässigen und nicht zu vergessen illegalen Flammenwerfer. Andere Waffen Fantasie und Improvisationsgabe sind zwei nicht zu unterschätzende Aktivposten bei Scharmützeln mit den lebenden Toten. Du solltest auf jeden Fall alle Materialien in deiner Umgebung als potenzielle Waffen ansehen, aber denke dabei stets an die Physiologie eines Zombies und frage dich, was deine selbst gebastelte Waffe ausrichten kann. Erstens Säure Abgesehen von Feuer ist Schwefelsäure die beste Methode einen Zombie vollständig zu vernichten. Wie man das anstellt, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, größere Mengen Schwefelsäure zu beschaffen oder gar selbst herzustellen, dann behandle sie mit demselben Respekt wie eine hochexplosive Waffe. Die Substanz ist für dich nicht nur ebenso gefährlich wie für die Untoten, es erfordert auch eine beachtliche Zeitspanne, Fleisch und Knochen eines Zombies vollständig aufzulösen. Säure sollte als ein Mittel zur Entsorgung nach dem Kampf verwendet werden, nicht als Waffe im Kampf selbst. Zweitens Gift Da es hunderttausende tödlicher Substanzen auf dieser Welt gibt, ist es unmöglich auf alle einzugehen. Stattdessen wollen wir einige Grundregeln der körperlichen und physiologischen Befindlichkeit der Untoten behandeln. Zombies sind immun gegen alle Arten von Betäubungsmitteln und Reizstoffen wie Mace oder Tränengas. Jedes Mittel, das entwickelt wurde, um Körperfunktionen zum Stillstand zu bringen, wäre gleichermaßen nutzlos, da die Untoten diese Funktionen nicht mehr benötigen. Zombies kennen keine Herzanfälle, Nervenlähmung, Erstickung oder andere tödliche Folgen von Giften. Drittens Biologische Kriegsführung Wäre es nicht poetisch, Wesen, die von einem Virus infiziert wurden, mit einem anderen Virus zu vernichten? Leider besteht diese Möglichkeit nicht. Viren greifen nur lebende Zellen an. Auf Tote haben sie keine Wirkung. Das gleiche gilt für alle Arten von Bakterien. Mehrere Laborversuche wurden unternommen, um nekrotisierende Fasziitis, eine Erkrankung durch fleischfressende Bakterien unter gefangenen Zombies zu verbreiten. Keinem war Erfolg beschert. Inzwischen wurden Experimente begonnen, eine neue Bakterienart zu züchten, die sich ausschließlich von totem Fleisch ernährt. Die meisten Fachleute sind skeptisch, was den Erfolg angeht. Es laufen Testreihen, um zu bestimmen, welche der zahlreichen Mikroorganismen, die normalerweise in den Verwesungsprozess verwickelt sind, Fleisch trotz seiner infizierten Natur konsumieren. Wenn diese Mikroben isoliert, reproduziert und auf eine Weise übertragen werden können, die dem Benutzer nicht schadet, könnten sie zur ersten Massenvernichtungswaffe der Menschheit im Kampf gegen die lebenden Toten werden. Viertens Zoologische Kriegsführung Hunderte große wie kleine Lebewesen ernähren sich von Aas. Es mag wie eine Ideallösung erscheinen, einige dieser Tiere einzusetzen, damit sie die Toten verspeisen, ehe die Toten die Lebenden verschlingen. Leider meiden alle Tierarten von Hyänen bis hin zu Feuerameisen Zombies instinktiv. Die extrem toxische Natur von Solanum scheint im Überlebensmuster des Tierreichs fest verankert zu sein. Dieses geheimnisvolle Warnsignal, das Solanum von sich gibt, sei es nun ein Geruch oder eine von den Menschen nicht wahrnehmbare Schwingung, lässt sich mit keiner uns bekannten Substanz übertünchen. 5. Stromschläge Da das Muskelsystem eines Zombies im Wesentlichen dem eines Menschen entspricht, hat Elektrizität die Fähigkeit, seinen Körper vorübergehend zu schocken und zu lähmen. Tödliche Fälle wurden nur in Extremfällen beobachtet, zum Beispiel, wenn Starkstromleitungen benutzt wurden, um das Gehirn eines Zombies vollkommen zu verkohlen. Das ist keine Wunderwaffe. Der Strom, der durch Starkstromleitungen fließt, reicht aus, um praktisch jede organische Materie, lebend oder untot, zu verbrennen. Die doppelte Strommenge wie bei einem Menschen ist erforderlich, um einen Zombie zu lähmen. Daher sind handelsübliche Schocker wirkungslos. Elektrizität wurde benutzt, um eine zeitweise Barriere aus mit Wasser gefüllten und unter Strom gesetzten Gräben zu schaffen, damit man Gule lange genug lähmen konnte, um eine andere Form der Vernichtung anzuwenden. Im Lauf der Jahre wurden mehrere derartige Fälle aktenkundig. 6. Strahlung Derzeit werden Experimente durchgeführt, um die Wirksamkeit von Mikrowellen und anderen elektromagnetischen Signalen auf das Hirn von Untoten zu testen, basierend auf der Theorie, dass ein solches Gerät im Handumdrehen massive tödliche Tumore in den grauen Zellen eines Zombies erzeugen könnte. Die Forschungen befinden sich noch im Anfangsstadium, die bisherigen Ergebnisse sind wenig aussagekräftig. Der einzige bekannte Fall, bei dem Zombies mit Gammastrahlen in Berührung kamen, war während des berüchtigten Kotan-Zwischenfalls. Bei diesem Ereignis zeigten sich die Untoten nicht nur unbeeindruckt von Strahlung, die einen Menschen getötet hätte, sondern drohten obendrein ihre Kontamination in der gesamten Provinz zu verbreiten. Zum ersten Mal konnte die Welt einen Blick auf eine neue und noch tödlichere Bedrohung werfen, den radioaktiven Zombie. So sehr sich das nach einem Produkt schlechter Science-Fiction- Filme aus den 50er Jahren anhört, handelte oder handelt es sich doch um eine sehr reale und historisch bedeutsame Tatsache. Den Aufzeichnungen zufolge besaßen die radioaktiven Gule keine verbesserten Fähigkeiten oder magischen Kräfte. Die enorme Gefahr, die von ihnen ausging, bestand darin, dass sie alles und jeden, den sie berührten, mit ihrer tödlichen Strahlung kontaminieren konnten. Selbst Menschen, die aus einer Wasserstelle tranken, die die Gule berührt hatten, starben kurz darauf an der Strahlenkrankheit. Zum Glück wurde der Ausbruch durch den unerbittlichen Einsatz des chinesischen Militärs erstickt. Die drastische Vorgehensweise machte nicht nur dieser neuen Gefahr ein Ende, sie verhinderte auch die Gefahr einer Kernschmelze im Reaktor von Kotan. Siebentens Genetische Kriegsführung Einige jüngere Vorschläge empfehlen eine Vielzahl von genetischen Waffen im Krieg gegen die Untoten. Der erste Schritt wäre, den Gencode von Solanum zu entschlüsseln. Danach müsste ein Agent entwickelt werden, um diesen Code umzuschreiben und dem Virus zu befehlen, dass es seine Angriffe auf menschliches Gewebe unterlässt, sich gegen sich selbst wendet oder sich einfach selbst zerstört. Anstatt den Zombie umzuformen, formen wir das Virus um, das den Zombie lenkt. Im Fall eines Erfolges wäre jedes Agents ein revolutionärer Durchbruch im Kampf gegen die Untoten. Mithilfe der Genetik könnten wir tatsächlich ein Heilmittel finden. Allerdings dürfte es noch dauern, bis wir diesen Durchbruch tatsächlich feiern können, die Genetik steckt noch in den Kinderschuhen. Selbst mit Medienaufmerksamkeit und enormen Finanzmitteln, beide praktisch nicht existent, bleibt ein Agents, um das Virus zu bekämpfen, bloße Theorie. Achtens Nanotherapie Nanotechnologie, die Wissenschaft von mikroskopisch kleinen Maschinen, steht erst am Anfang. Im Augenblick werden gerade Computerchips hergestellt, die nicht größer als ein Molekül sind. Eines Tages werden Roboter von dieser Größe im Stande sein, Aufgaben im menschlichen Körper zu übernehmen. Diese Nanobotter, oder auf welche Bezeichnung man sich auch immer einigen wird, werden eines Tages Krebszellen vernichten, beschädigtes Gewebe reparieren und sogar feindliche Viren angreifen und zerstören. Theoretisch gibt es keinen Grund, weshalb man sie nicht zu Milliarden in einen jüngst befallenen Menschen injizieren sollte, um das Solanum-Virus zu identifizieren und aus dem Körper zu tilgen. Wann wird diese Technologie perfektioniert werden? Wann wird sie Eingang in die medizinische Wissenschaft finden? Wann wird sie zur Bekämpfung von Solanum eingesetzt werden können? Die Zeit wird es zeigen. Rüstung Schnelligkeit und Wendigkeit sollten dein bester Schutz vor den lebenden Toten sein. Eine Rüstung reduziert diese Vorteile, die du gegenüber Zombies hast, nicht nur, sondern kostet in längerwierigen Konflikten auch Energie. Wenn du nun noch die Möglichkeit einer Dehydrierung in Rechnung stellst, scheint eine Rüstung noch weniger verlockend zu sein. Ein letzter Grund gegen eine Rüstung, der nicht so sehr auf der Hand liegt, ist nicht physischer, sondern psychologischer Art. Leute in Schutzkleidung fühlen sich sicherer und gehen daher höhere Risiken ein als mit normaler Kleidung. Diese fragwürdige Tapferkeit hat schon zu viele Menschenleben gekostet. Einfach ausgedrückt, der beste Schutz vor einem Zombie-Biss ist eine ausreichende Entfernung. Wenn du aus irgendwelchen Gründen dennoch auf eine Art Schutzanzug bestehen solltest, bietet dir der nachfolgende Überblick alle Informationen, um dir bei der Entscheidung zu helfen. Erstens. Plattenpanzer Dies könnte man als klassische Rüstung bezeichnen. Der Ausdruck selbst beschwört Bilder von scheinbar unverwundbaren Rittern, die von Kopf bis Fuß in glänzenden Stahl gekleidet sind. Könnte man mit diesem Schutz nicht zwischen den Untoten herumspazieren und sie ärgern, ohne mögliche Folgen fürchten zu müssen? Um die Wahrheit zu sagen, ist die normale mittelalterliche Rüstung alles andere als unverwundbar. Die Leder- oder Metallgelenke, die die zahlreichen Einzelteile zusammenhalten, können mit genügend Hartnäckigkeit von einem Einzelnen zerrissen werden, von einer Meute ganz zu schweigen. Und außerdem sind Rüstungen aus Stahl schwer, hinderlich, beengend, dehydrierend und extrem geräuschvoll. Wenn möglich, solltest du eine richtige Rüstung anziehen und damit trainieren und damit gegen mindestens einen Sparringspartner kämpfen. Du wirst feststellen, dass die Erfahrung bestenfalls unangenehm ist, schlechtestenfalls kräftezehrend. Und nun stell dir fünf, zehn oder fünfzig Angreifer vor, die sich dir nähern, nach den Teilen der Rüstung greifen und versuchen, sie in alle Richtungen zu ziehen. Ohne die Schnelligkeit, um ihnen davonzulaufen, oder die Wendigkeit, ihnen aus dem Weg zu gehen und mit einem eingeschränkten Gesichtsfeld, durch das du nicht einmal richtig nach ihnen schlagen kannst, dürftest du wenig mehr als Dosenfutter für sie sein. Kettenpanzer Wenn man sie von Kopf bis Fuß trägt, bietet diese einfachere Form der Rüstung tatsächlich einen gewissen Schutz vor Zombie-Bissen. Zähne können die Kettenglieder nicht durchdringen, was dich vor einer Infektion schützt. Ihre Flexibilität ermöglicht größere Schnelligkeit und Bewegungsfreiheit. Das fehlende Visier vergrößert den Sichtbereich deutlich. Seine Machart lässt die Haut, im Gegensatz zur herkömmlichen Rüstung, atmen und reduziert damit Dehydrierung und Überhitzung. Dennoch gibt es reichlich Nachteile. Wenn du nicht jahrelang mit dieser Rüstung trainiert hast, wird deine Kampfleistung darunter leiden. Ihr Gewicht kann ebenfalls zu rascherer Ermüdung führen. Generelles Unbehagen kann zu unerwünschter Ablenkung führen, was im Kampf unbedingt zu vermeiden ist. Das Kettenhemd kann dich zwar vor einer Infektion schützen, aber die Kraft eines Zombiebisses könnte dennoch ausreichen, in der Rüstung Knochen zu brechen, Muskeln zu zerreißen oder Fleisch zu quetschen. Und genau wie bei der Rüstung wird das Klirren so vieler Kettenglieder jedem Zombie in der unmittelbaren Umgebung verraten, dass Beute eingetroffen ist. Wenn du unbemerkt bleiben möchtest, solltest du völlig darauf verzichten. Ein praktischer Hinweis. Wenn du dich für ein Kettenhemd entscheidest, dann achte darauf, dass es für den Kampf geeignet ist. Der größte Teil der mittelalterlichen Rüstungen, die heute hergestellt werden, dient ausschließlich der Dekoration oder ist für Bühnenaufführungen gedacht. Aus diesem Grund werden bei der Herstellung billige Legierungen verwendet. Wenn du dein Kettenhemd kaufst, solltest du durch die Probe aufs Exempel und gründliches Erproben stets sicherstellen, dass es einem Zombie-Biss standhalten kann. 3. Der Hai-Anzug Dieser Ganzkörperanzug aus Drahtgeflecht wurde zwar zum Schutz vor Haifischbissen entwickelt, kann aber auch dem kräftigsten untoten Kiefer standhalten. Er besteht entweder aus doppelt gehärtetem Edelstahl oder Titan und bietet den doppelten Schutz eines Kettenhemdes bei gerade einmal dem halben Gewicht. Lärm ist und bleibt aber ein Faktor. Ebenso körperliches Unbehagen und verringerte Schnelligkeit und Beweglichkeit. Hai-Anzüge können recht gut zu Pass kommen, wenn du die Toten unter Wasser jagst. 4. Helme Diese Art von Rüstung wäre für die Gule von unschätzbarem Vorteil, wenn sie nur Verstand genug hätten, sie zu tragen. Für Menschen haben sie keinen Sinn und behindern obendrein die Sicht. Wenn dein Kampf nicht gerade in einer Sicherheitszone stattfindet, solltest du auf diese hinderliche Platzverschwendung verzichten. 5. Kugelsichere Westen Da fast alle Zombie-Bisse in einem Kampf den Gliedmaßen gelten, sind diese Westen wie alle Leibrüstungen völlige Zeitverschwendung. Man sollte eine kugelsichere Weste ausschließlich in einer chaotischen Situation in Erwägung ziehen, wenn die Möglichkeit besteht, dass man von seinen eigenen Leuten angeschossen wird. Und selbst in dieser Situation würde der irregeleitete Scharfschütze vermutlich einen Kopfschuss versuchen. 6. Kevlar-Schutzkleidung In den letzten Jahren hat die Polizei begonnen, ihre Leute mit diesem leichten, ultra-stabilen Material auszurüsten. Bei kugelsicheren Westen werden härtere, dickere Platten verwendet, um Kugeln aufzuhalten, doch diese dünnere, flexiblere Version reicht aus, um Messerklingen und hin und wieder einen zubeißenden Wachhund abzuwehren. Wenn diese neuere Version Beine und Unterarme bedeckt, kann sie dazu beitragen, Zombie-Bisse in engen Räumlichkeiten zu verhindern. Wenn du dir Kevlar-Schutzkleidung zulegst, solltest du sie nur im Kampf tragen und dich davon nicht zu unangebrachter Tollkühnheit verleiten lassen. Viele Menschen haben in der Vergangenheit geglaubt, dass Kevlar-Schutzkleidung oder eine andere Art von Leibrüstung ihnen eine Freikarte gibt, unnötige Risiken einzugehen. Keine Rüstung der Welt kann Menschen vor dieser Art von Dummheit beschützen. Wie schon gesagt, dein Ziel ist es, zu überleben. Nur zu überleben und nicht ein Held zu sein. Tollkühnheit im Kampf ist der sicherste Weg, dich selbst und alle in deiner unmittelbaren Umgebung in Gefahr zu bringen. 7. Eng anliegende Kleidung und kurzes Haar Kalte, nüchterne Zahlen haben gezeigt, dass im Kampf gegen die lebenden Toten nichts mehr Menschenleben gerettet hat als enge Kleidung und kurzgeschnittenes Haar. Es ist eine schlichte und einfache Tatsache, dass Gule angreifen, indem sie die Hände ausstrecken, ihre Opfer packen und in Bissweite ziehen. Die Logik gebietet, je weniger loses Material eine Person trägt, an dem man sich festhalten kann, desto größer wird ihre Chance sein. Weite Kleidung mit Taschen, Gurten oder etwas anderem, das Lose herunterhängen könnte, bietet bequemen Halt für Zombie-Hände. Jeder, der schon in Fabriken oder mit schweren Maschinen gearbeitet hat, wird dir bestätigen können, wie wichtig es ist, niemals etwas Lose herabhängen zu lassen. Enge Kleidung, unter der die Bequemlichkeit natürlich nicht leiden darf, hilft dir, diese Gefahr auszuschließen. Auch Haar kann eine ähnliche Gefahrenquelle darstellen. Es ist schon oft vorgekommen, dass Opfer an den Haaren gepackt und verschleppt wurden und ein grässliches Ende fanden. Es mag hilfreich sein, langes Haar vor einem Kampf nach hinten zu binden, aber ein Kurzhaarschnitt, zwei Zentimeter oder kürzer, ist ideal für einen Nahkampf Mann gegen Mann. Über die Verteidigung Die Geschichte von Yaya Bey, einem türkischen Einwanderer in Großbritannien, beschreibt einen Angriff von Zombies auf sein Heimatdorf Oldu. Laut Bey kam eine Horde Zombies mitten in der Nacht von den umliegenden Hügeln herab. Wer nicht verschlungen wurde, floh entweder in sein Haus, in die Moschee der Stadt oder zum dortigen Polizeirevier. Mehrere wurden in der Panik beim Kampf um den Zutritt zu diesem letzten Refugium totgetrampelt, während ein versehentlich ausgebrochenes Feuer alle im Inneren tötete. Viele Leute, denen Zeit und Material fehlten, alle Türen und Fenster zu verbarrikadieren, wurden von den Untoten überrannt. Viele, die gebissen worden waren, suchten Zuflucht im Haus des Dorfarztes. Als der versuchte, seine Patienten zu behandeln, starben sie und erwachten wieder von den Toten. Bey, ein damals sechs Jahre alter Junge, kletterte auf das Dach seines Hauses, blieb dort fast die ganze Nacht und machte sich im Morgengrauen davon, indem er von Dach zu Dach sprang, bis er offenes Gelände erreichte. Obwohl niemand in den umliegenden Dörfern ihm glaubte, wurde rasch ein Suchtrupp aufgestellt, um eine Suche nach menschlichen Räubern und Plünderern zu beginnen. Diese Gruppe fand Oltu in Trümmern, sämtliche Gebäude niedergebrannt, eingestürzt oder sonst wie zerstört. Halb aufgefressene Leichen lagen auf den menschenleeren Straßen, schlurfende Fußspuren, deren Zahl auf eine größere Gruppe hindeutete, folgten einer Reihe Spuren kleinerer und schnellerer Füße in die Berge. Keine der beiden Gruppen wurde je gefunden. Was ist der perfekte Schutz vor den Untoten? Um ganz ehrlich zu sein, es gibt keinen. Verteidigung läuft nicht einfach auf körperliche Sicherheit hinaus, Angenommen, du findest, baust oder modifizierst ein Gebäude, um externe Bedrohungen fernzuhalten. Was dann? Zombies gehen nicht einfach wieder weg und man kann unmöglich vorhersagen, wie lange es dauern wird, bis Hilfe kommt. Wie willst du überleben? Hunger, Durst, Krankheiten und zahlreiche andere Faktoren haben ebenso viele Opfer gefordert wie die wandelnden Toten selbst. Mit einer Belagerung, der Form der Kriegsführung, die unsere Vorfahren erlebten, wenn ihre Burgen oder Dörfer von Feinden eingeschlossen waren, wirst du es zu tun bekommen, wenn die Toten wieder auferstehen. Körperliche Sicherheit ist nur ein Teil der Gleichung. Um voll und ganz vorbereitet zu sein, musst du alles über das Überleben an einem Fleck wissen. In einer sicheren und geordneten Welt geriet diese Kunst längst in Vergessenheit. Sieh dich in deinem Haus um. Wie viele Dinge darin wurden in einem Umkreis von 10, 50 oder selbst 100 Meilen hergestellt. Unser Lebensstil, besonders der als Angehörige der reichsten Industrienationen auf Erden, basiert auf einem empfindlichen Netzwerk von Transport und Kommunikation. Entfernt man dieses Netz, dann würden wir ein Leben führen müssen, wie es in etwa dem des mittelalterlichen Europa entspricht. Wer das begreift und eine solche Existenz plant, hat viel größere Chancen zu überleben. Dieses Kapitel zeigt dir, wie du aus deinem Haus eine Festung machst und innerhalb deren Grenzen überleben kannst. Die Privatwohnung. Verteidigung deines Hauses. Für Konflikte der Klasse 1 bieten die meisten normalen Wohnhäuser hinreichend Schutz. Es besteht keine Veranlassung aus deinem Dorf oder deiner Stadt zu fliehen, wenn du hörst, dass die Toten zurückgekehrt sind. Tatsächlich wird sogar dringend davon abgeraten. In den ersten Stunden eines Zombie-Angriffs wird der Großteil der Bevölkerung verzweifelt versuchen zu entkommen. Die Straßen werden von Autos und panischen Menschen verstopft sein, eine Situation, die ein enormes Potenzial für Gewalt in sich birgt. Bis die Lebenden die Toten vernichtet oder die Toten die Lebenden überrannt haben, würde ein Fluchtversuch nur zu noch mehr Toten und Anarchie führen. Also lade deine Waffen, bereite dich auf einen Kampf vor, aber bleib vor Ort. Sicher. Wachsam. Und wo könntest du das besser als in deinem eigenen, behaglichen Heim? 1. Vorbereitung Teil 1 Das Haus Bevor die Toten auferstehen, bevor Chaos und Gemetzel beginnen, werden manche Hausbesitzer feststellen, dass sie sicherer sind als ihre Nachbarn. Zwar wurde nie ein Haus im Hinblick auf Verteidigung gegen Zombies gebaut, aber einige entpuppten sich als erstaunlich sicher. Wenn dein Haus selbst nicht auf einen Zombie-Angriff vorbereitet ist, kannst du diverse Maßnahmen ergreifen, um es sicherer zu machen. A. Ausnahmen Häuser auf Stelzen, wie man sie an Stränden, Flussufern und anderen Hochwassergebieten sieht, wurden überwiegend so gebaut, dass sie nicht überschwemmt werden können. Allein schon ihre Höhe macht herkömmliche Angriffe unmöglich. Türen und Fenster können sogar offen bleiben und müssen nicht zugenagelt werden. Den einzigen Eingang und eine oder zwei Außentreppen kann man entweder verbarrikadieren oder vernichten, wenn Alarm gegeben wurde. In der Sicherheit einer erhöhten Plattform wäre die Zeit des Überlebens ausschließlich von den Vorräten abhängig, die der Hausbesitzer gehortet hat. Es gibt weitere, überaus sichere Behausungen, die konstruiert wurden, um einer anderen Urgewalt zu trotzen, die ebenso tödlich ist wie eine Armee von Untoten. Tornadofeste, sichere Häuser, die inzwischen aller Orten im Zentrum Amerikas gebaut werden, wurden entwickelt, um schwachen bis mittleren Wirbelstürmen standzuhalten. Sie bestehen aus Betonwänden, stahlverstärkten Türen und Läden aus Stahl, die fein säuberlich hinter ganz normalen Vorhängen verborgen sind. Diese Häuser können für sich allein einer Epidemie der Klasse 1 und der Klasse 2 standhalten. B. Umbau von Häusern Wenn man ein Haus vor Untoten sichert, ist das das Gleiche, als würde man es vor Lebenden sichern. Ein Unterschied ist der gebräuchliche Einbrecheralarm. Viele von uns können nachts nur ruhig schlafen, weil die Alarmanlage eingeschaltet ist. Aber was machen diese Anlagen denn schon? Davon abgesehen, dass sie ein Signal zu einem privaten Wachdienst oder einem Polizeirevier senden. Und was ist, wenn diese Leute nicht kommen? Was ist, wenn sie mit anderen Kämpfen beschäftigt sind? Was ist, wenn sie den Befehl erhielten, Gegenden zu sichern, die als wichtiger eingestuft werden? Was ist, wenn sie gar nicht mehr existieren und in den Bäuchen der Gule verschwunden sind? In jedem dieser Fälle ist Selbstverteidigung gefragt. Sicherheitsgitter an Türen und Fenstern können eine Gruppe Zombies eine begrenzte Zeit lang aufhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass schon drei wandelnde Tote imstande sind, sie in nicht einmal 24 Stunden einzureißen. Sicherheitsglas verhindert ein Eindringen durch Einschlagen der Scheibe, allerdings kann diese recht einfach aus dem Rahmen gedrückt werden. Dies lässt sich einfach durch das Anbringen von Beton- oder Stahlrahmen verhindern. Aber das Geld, das erforderlich wäre, um jedes Fenster eines Hauses so umzurüsten, sollte besser auf den Bau eines der beiden oben erwähnten Häusertypen verwendet werden, tornadofeste Domizile oder Häuser auf Stelzen. Ein solider, drei Meter hoher Maschendrahtzaun kann ein Dutzend Zombies Wochen, sogar Monate aufhalten. Eine drei Meter hohe Schlackesteinmauer mit Stahlträgern verstärkt und mit Beton ausgegossen ist die sicherste Barriere bei Epidemien der Klassen 1 und 2. Bauvorschriften verbieten möglicherweise eine so hohe Mauer, aber deshalb solltest du sie trotzdem nicht außer Acht lassen. Frag bei deinem zuständigen Bauamt nach. Es wurde zwar schon beobachtet, dass sich Zombies in sehr seltenen Fällen über Hindernisse bis zu einer Höhe von zwei Metern gehievt haben, aber in Massen ist so etwas nie vorgekommen. Wenige Menschen mit guter Bewaffnung und einwandfreier Kommunikation können eine zwei Meter hohe Mauer verteidigen, nicht leicht, aber sicher, solange die Ausdauer dieser Gruppe ausreicht. Ein Tor sollte aus Stahl oder Schmiedeeisen bestehen und möglichst solide sein. Es sollte zur Seite gleiten und nicht nach innen oder außen schwenken. Als Verstärkung reicht es voll und ganz aus, wenn du dein Auto davor parkst. Elektromotoren erleichtern das Öffnen, aber bei einem Stromausfall sitzt du in der Falle. Wie vorher schon erwähnt, bietet eine drei Meter hohe Betonmauer nur Schutz bei Epidemien der Klassen 1 und 2. Bei einer Epidemie der Klasse 3 können und werden genügend Zombies aufeinander klettern, bis sie eine Rampe aus Untoten bilden, die direkt über deine Mauer hinweg führt. C. Apartments Apartments und Apartmentgebäude variieren in Größe und Grundriss und somit auch in den Möglichkeiten ihrer Verteidigung. Allerdings gelten gewisse Grundregeln sowohl für die zweistöckigen Mietskasernen von Los Angeles als auch für die Türme aus Beton und Glas in New York. Apartments im Erdgeschoss bilden allein wegen ihrer Zugänglichkeit das größte Risiko. Bewohner von Wohnungen über dem Erdgeschoss sind fast immer sicherer als die in jeder anderen Art von Haus. Zerstört man die Treppe, so wird damit der Rest des Hauses wirkungsvoll isoliert. Wenn der Fahrstuhl ausgeschaltet wird und die Feuerleitern so hoch sind, dass ein Zombie sie nicht erreichen kann, diesbezüglich gelten strenge gesetzliche Vorschriften, kann jedes Apartmenthaus im Handumdrehen zu einer sicheren Zufluchtsstätte vor den lebenden Toten werden. Ein weiterer Vorteil des Apartmentkomplexes ist die große Zahl seiner Bewohner. Ein privater Hausbesitzer kann gezwungen sein, sein Heim ganz allein zu verteidigen, ein Apartmentgebäude jedoch kann von allen Bewohnern geschützt werden. Das erhöht auch die Chancen, dass man eine Vielzahl von Experten bestimmter Fachrichtungen zur Verfügung hat, zum Beispiel Zimmerleute, Elektriker, Krankenpfleger und Reservisten der Armee, was nicht immer der Fall ist, aber die Möglichkeit besteht. Natürlich bringen viele Leute das zusätzliche Potenzial sozialer Konflikte mit sich. Dieses Potenzial für Unfrieden sollte jedoch nie das vorherrschende Argument sein, wenn man die Wahl zwischen einem Haus und Apartments hat. Wenn du diese Wahl tatsächlich hast, entscheide dich stets für Letzteres. Wichtiger Hinweis, vergiss Handbücher über Hausverteidigung. In fast jedem anderen Kapitel dieses Buches wirst du ermutigt, herkömmliche Lehrbücher zu benutzen, über Waffen, militärische Taktiken, über Lebenskünste und so weiter. Bücher über die Verteidigung von Häusern jedoch wurden im Hinblick auf menschliche Gegner mit menschlichen Fähigkeiten und menschlicher Intelligenz geschrieben. Viele Taktiken und Strategien in diesen Büchern, zum Beispiel der Einsatz von komplexen Alarmanlagen, Fallen und schmerzvollen, aber nicht tödlichen Einrichtungen wie Dosen mit Maze oder Nagelleisten unter den Teppichen wären gegen einen untoten Eindringling nutzlos. Zweitens Vorbereitung Teil 2 Vorräte Wenn die private Residenz gesichert ist, müssen Vorräte für eine Belagerung gehortet werden. Man kann unmöglich sagen, wie lange es dauert, bis Hilfe kommt. Die Möglichkeit besteht, dass gar keine Hilfe kommt. Bereite dich stets auf eine längere Belagerung vor, rechne nie damit, dass du schnell gerettet wirst. A Waffen Auf dem Schlachtfeld brauchst du leichtes Gepäck, damit du beweglich bleibst, aber in deinem Haus hast du den Luxus, dass du ein ganzes Waffenarsenal horten kannst. Das heißt aber nicht, dass du dein Haus bis unters Dach mit allen möglichen schicken Tötungsinstrumenten vollstopfen sollst. Zu jedem heimischen Arsenal sollten gehören Gewehr 500 Schuss Munition Schrotflinte Kaliber 12 250 Patronen Pistole Kaliber 45 250 Schuss Schalldämpfer Gewehr Schalldämpfer Pistole Schwere Armbrust Falls keine Schalldämpfer verfügbar 150 Pfeile Zielfernrohr Gewehr Nachtsichtgerät Gewehr Laservisier Gewehr Laservisier Pistole Katana Schwert Wakisashi oder ein anderes Kurzschwert Zwei Messer mit glatten Klingen 15 bis 18 cm lang Beil Hinweis Diese Liste gilt für ein einzelnes Individuum Die Zahlen sollten der Anzahl der Mitglieder einer Gruppe angepasst werden B Ausrüstung Nun, da alle Waffen gewählt wurden musst du überlegen welche Ausrüstung für deinen Unterhalt und möglicherweise dein Überleben nötig ist Kurzfristig werden handelsübliche Survival-Kits ausreichen Bei längeren Belagerungen sind jedoch die nachfolgend aufgelisteten Gegenstände erforderlich Es wird davon ausgegangen dass gewöhnliche Haushaltsgegenstände wie Kleidung Toilettenpapier und so weiter in ausreichenden Mengen vorhanden sind Wasser 5 Liter täglich zum Kochen und Waschen Wasserfilter mit Handpumpe 4 Ersatzfilter Behälter zum Sammeln von Regenwasser Jod und Reinigungstabletten Konserven 3 Dosen pro Tag Trockennahrung vorzuziehen da Konserven wenigstens etwas Wasser enthalten 2 tragbare elektrische Öfen Erste Hilfebox für Fortgeschrittene muss chirurgische Instrumente und Antibiotika enthalten Fahrradbetriebener Stromgenerator Dieselgenerator nur für den Einsatz in Notfällen 100 Liter Diesel Aufladbares Batteriebetriebenes Kurzwellenfunkgerät 2 Taschenlampen mit Batterien 2 aufladbare Batteriebetriebene elektrische Lampen 2 aufladbare Batterie- und oder solarbetriebene Funkgeräte Angemessenes Verstärkungsmaterial darunter Holz Backsteine Mörtel und so weiter Großer Werkzeugkasten mit Vorschlaghammer Axt Handsäge und so weiter Kalk und oder Bleichpulver in ausreichender Menge für eine Latrine Ein starkes Teleskop 80- bis 100-fache Vergrößerung mit Ersatzlinsen und Ausrüstung zum Reinigen 15 Notfackeln 35 chemische Leuchtstäbe 5 Feuerlöscher 2 Packungen Ohrstöpsel Ersatzteile und Handbücher für alle genannten Maschinen Gut bestückte Bibliothek mit Handbüchern Darunter eines für allgemeines Katastrophenmanagement Hinweis Wie auch bei den Waffen müssen persönliche Gegenstände wie Nahrung Wasser und Arzneimittel mit der Anzahl der Mitglieder deiner Gruppe multipliziert werden 3. Einen Angriff überleben Die Belagerung hat begonnen Zombies schlufen um dein Haus und greifen unablässig an können aber nicht herein In diesem Stadium sind deine Sorgen noch lange nicht vorüber Eine Belagerung aussitzen heißt nicht dass du nun dem Müßiggang nachgeben darfst Viele Aufgaben müssen wiederholt erledigt werden um auf engstem Raum zu überleben A Richte eine Ecke in deinem Garten als Latrine ein Über die wichtigsten Punkte von Bau und Entsorgung informieren dich die meisten Survival-Handbücher B Wenn der Boden es zulässt lege einen Gemüsegarten an Diese Nahrung sollte zuerst verzehrt werden damit du die Konserven für den Notfall aufheben kannst Du solltest ihn so weit wie möglich von der Latrine entfernt anlegen nicht wegen der Verseuchung durch Ausscheidungen sondern wegen der Nebenwirkungen die Kalk oder Bleichmittel auf den Boden haben C Was die Elektrizität angeht solltest du dich stets auf einen durch ein Fahrrad angetriebenen Generator verlassen Das Dieselmodell ist nicht nur laut und potenziell gefährlich sein Treibstoff ist begrenzt Benutze ihn nur unter extremen Umständen zum Beispiel bei einem nächtlichen Angriff D Patrouliere ständig an der Mauer entlang Wenn du in einer Gruppe bist, solltest du rund um die Uhr Wachen einteilen Sei stets auf der Hut vor einer unwahrscheinlichen aber möglichen Infiltrierung Wenn du allein bist, beschränke deine Patrouillen auf den Tag Vergewissere dich nachts, dass alle Türen gesichert sind Fenster sollten schon zugenagelt sein Schlafe mit einer Taschenlampe und Waffen in Reichweite Schlafe nicht zu tief E Bleibe unauffällig Wenn du einen Keller hast, dann koche dort Erzeuge dort deinen Strom und warte deine Ausrüstung Wenn du Radio hörst, was du jeden Tag tun solltest, benutze Kopfhörer Zieh schwarze Vorhänge vor alle Fenster besonders nachts F Entsorge alle Leichen Ob Zombie oder Mensch eine Leiche ist und bleibt eine Leiche Die Bakterien in verwesendem Fleisch koennen ein gravierendes Gesundheitsrisiko darstellen Alle Leichen auf deinem Grundstück sollten begraben oder verbrannt werden Alle Leichen außerhalb deiner Mauer sollten verbrannt werden Dazu stellst du dich einfach auf eine Leiter auf deiner Seite der Mauer schuettest Benzin auf den gerade verschiedenen Guhl zündest ein Streichholz an und lässt es fallen Das könnte zwar weitere Untote zu deinem Haus locken ist aber ein notwendiges Risiko um eine bereits existierende Gefahr auszuschalten G Trainiere täglich Ein Trimmrad und einfache Aerobikübungen halten deinen Körper fit und kräftig genug für jede Kampfsituation Auch hier solltest du möglichst auf Lautlosigkeit achten Wenn du keinen Keller hast dann benutze einen Raum in der Mitte des Hauses Einfache Schalldämmung wie Matratzen und Decken an den Wänden tragen ebenfalls dazu bei Geräusche zu dämpfen H Sorge für ausreichend Unterhaltung Auch wenn du noch so wachsam sein musst ist Entspannung ein Muss Achte darauf dass du eine ausreichende Menge an Büchern Spielen und anderen Formen der Unterhaltung zur Verfügung hast Elektronische Spiele sind zu laut und energieraubend und sollten daher nicht in Erwägung gezogen werden Während einer langen und scheinbar endlosen Belagerung kann Langeweile zu Paranoia Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit führen Es ist wichtig dass du deinen Geist ebenso gut in Form hältst wie deinen Körper I Halte deine Ohrstöpsel bereit und benutze sie oft Das unablässige kollektive Stöhnen der Untoten ein Geräusch das rund um die Uhr andauern wird solange die Belagerung wehrt kann eine tödliche Form der psychologischen Kriegsführung sein Es ist schon vorgekommen dass Menschen Häusern einander gegenseitig umgebracht haben oder wahnsinnig wurden nur weil sie das ständige Stöhnen nicht mehr ertragen konnten J Achte darauf dass ein Fluchtweg geplant und deine Ausrüstung für unterwegs bereit ist In der Unsicherheit des Kampfes könnte es erforderlich sein dein Haus zu verlassen Vielleicht wurde eine Mauer durchbrochen Vielleicht ist ein Feuer ausgebrochen Vielleicht ist Rettung eingetroffen aber nicht nahe genug Aus welchem Grund auch immer es wird Zeit zu gehen Stell deinen Rucksack und dein Gewehr in einem leicht zugänglichen Bereich auf gepackt geladen einsatzbereit Viertens unmittelbare Verteidigung Die Toten sind auferstanden Du riechst den Rauch hörst die Sirenen Schreie und Schüsse hallen durch die Luft Du warst nicht imstande oder bereit dein Haus entsprechend vorzubereiten Was nun? Die Situation sieht trostlos aus aber das bedeutet noch lange nicht dass es um dich geschehen ist Wenn du die richtigen Schritte zur rechten Zeit unternimmst kannst du verhindern dass du und deine Familie ins Heer der Untoten eingereiht werdet A Strategien für zweistöckige Häuser 1. Verschließe alle Türen und Fenster Eine Glasscheibe kann einen Zombie vielleicht nicht aufhalten aber das Klirren wenn sie eingeschlagen wird ist die beste Warnung die du bekommen kannst 2. Lauf nach oben und fülle die Badewanne Das mag sich albern anhören aber man kann nie wissen wann das Wasser abgestellt wird nach ein paar Tagen wird Durst dein größter Feind 3. Such dir die besten verfügbaren Waffen siehe vorheriges Kapitel sie sollten leicht sein und du solltest sie wenn möglich am Körper tragen können damit du beide Hände frei hast du wirst in den kommenden Stunden jede Menge zu tun haben 4. beginne damit den ersten Stock auszurüsten nimm die bereits besprochenen Listen als Anleitung in den meisten Haushalten gibt es mindestens die Hälfte der dort aufgeführten Artikel führe eine rasche Inventur durch um festzustellen was du hast nimm nicht alles nur das lebensnotwendigste eine oder zwei Waffen ein paar Nahrungsmittel du hast schon eine Badewanne voll Wasser eine Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Radio die Hausapotheke befindet sich meist sowieso im ersten Stock vergiss nicht die Zeit könnte knapp sein vergeude sie nicht damit dass du Vorräte anlegst da die wichtigste Aufgabe noch vor dir liegt 5. vernichte die Treppe da Zombies nicht klettern können gewährleistet das deine Sicherheit viele haben sich dafür ausgesprochen dass es eine einfachere Lösung wäre alle Fenster und Türen zu vernageln diese Methode führt aber zwangsläufig zur Niederlage da nur ein paar Zombies erforderlich sind eine selbstgebastelte Barriere zu durchbrechen zweifellos kostet es Zeit und Energie deine Treppe zu vernichten aber es führt kein Weg daran vorbei dein Leben hängt davon ab unter gar keinen Umständen solltest du jedoch deine Treppe anzünden und hoffen dass du das Feuer unter Kontrolle behalten kannst mehrere Leute haben versucht auf diese Weise Zeit zu sparen ihre Bemühungen brachten ihnen entweder Tod durch Verbrennen oder die völlige Zerstörung ihrer Häuser sechstens wenn du eine Leiter hast dann nimm sie mit in den ersten Stock wenn nicht dann katalogisiere was du hast fülle alle Waschbecken und Behälter mit Wasser und richte dich auf eine lange Wartezeit ein siebentens lass dich nicht sehen wenn du Radio hörst dann so leise wie möglich schalte kein Licht ein wenn es dunkel wird geh nicht in die Nähe der Fenster es sollte so aussehen als wäre das Haus verlassen das wird nicht verhindern dass ein vereinzelter Zombie einzudringen versucht kann aber eine Massenversammlung die sich deinem Haus nähert verhindern achtens benutze nicht das Telefon wie bei allen Katastrophen werden die Leitungen vermutlich ohnehin überlastet sein ein weiterer Anruf überlastet das System nur noch mehr stell die Lautstärke des Läutens auf die unterste Stufe wenn ein Anruf durchkommt solltest du ihn unbedingt annehmen aber um Himmels Willen leise neuntens plane einen alternativen Fluchtweg du magst sicher vor Zombies sein aber nicht vor Feuer wenn eine Gasleitung explodiert oder ein Idiot auf der Straße mit einem Molotow Cocktail Amok läuft könnte es sein dass du dein Haus verlassen musst such dir eine Tüte oder etwas anderes um das Lebenswichtigste mitzunehmen und halte sie griffbereit b Strategien für einstöckige Häuser wenn du nicht in einem zweistöckigen Haus wohnst kann der Dachboden ein nicht ganz so gemütlicher aber hinreichend sicherer Ersatz sein die meisten lassen sich einfach sichern indem du die rechteckige Ziehtreppe hoch klappst oder die Leiter entfernst Zombies fehlt die kognitive Fähigkeit selbst eine Leiter zu bauen wenn du dich ganz still verhältst werden sie nicht einmal mitbekommen dass der Dachboden überhaupt existiert benutze niemals einen Keller als Unterschlupf populäre Horrorfilme wollen uns glauben machen dass die unterirdische Kammer in einem Notfall die Lebenden vor den Toten beschützen kann das ist ein folgenschwerer Irrtum im Lauf der Jahre sind hunderte in Kellern durch Verbrennen ersticken oder Verhungern zu Tode gekommen wenn du dich in einem einstöckigen Haus ohne Dachboden befindest einem Bungalow dann schnapp dir eine Waffe und klettere auf das Dach wenn die Leiter weggekickt wird und es keinen direkten Zugang gibt ein Fenster oder eine Falltür dann können die Untoten dich nicht erreichen bleib ruhig und lautlos um die Untoten nicht auf dich aufmerksam zu machen Zombies in der Gegend werden in das Haus unter dir einbrechen nach Beute suchen und weiterziehen bleib solange du kannst auf dem Dach bis deine Vorräte erschöpft sind oder ein Rettungstrupp eintrifft es mag unbequem sein ist aber deine einzige Überlebenschance irgendwann wird es sich freilich nicht vermeiden lassen dass du diese Zuflucht verlässt öffentliche Räume einen sicheren Unterschlupf kann man nicht nur in privaten Wohnhäusern sondern auch in öffentlichen Gebäuden oder Lagerhallen finden in einigen Fällen können allein Größe und Grundriss mehr Schutz bieten als die sichersten Domizile in einigen Fällen verhält es sich genau anders herum da Bewaffnung und Bestückung dieser Gebäude ebenso erfolgen sollten wie bei privaten Häusern wenn auch in einem größeren Maßstab konzentriert sich dieser Abschnitt auf die besten und die schlechtesten öffentlichen Zufluchtsorte 1. Bürogebäude viele der Regeln für Einfamilienhäuser lassen sich auch auf Bürogebäude anwenden wenn das Erdgeschoss geräumt die Treppen zerstört und die Fahrstühle ausgeschaltet worden sind kann ein Bürogebäude ein Turm der Sicherheit sein 2. Schulen da es keine einheitlichen Grundrisse gibt kann es schwierig sein zu entscheiden ob eine öffentliche Schule ein gutes Versteck ist um sich zu verschanzen behalte stets die allgemeinen Regeln im Auge es ist ein Jammer für unsere Gesellschaft aber ein Glück für eine Belagerung durch Zombies das unsere innerstädtischen Schulen fast schon den Charakter von Festungen angenommen haben nicht nur wurden die Gebäude selbst so konstruiert dass sie einem Aufstand trotzen können obendrein sind sie auch von Maschendrahtzäunen umgeben sodass diese Hallen der Bildung mehr Ähnlichkeit mit militärischen Anlagen haben Essen und medizinische Vorräte sollten in der Mensa der Krankenstation oder der Turnhalle vorhanden sein Meist wäre eine Schule das Beste was dir passieren kann nicht unbedingt wegen der Erziehung aber ganz sicher bei Angriffen von Untoten 3. Krankenhäuser Ein Ort der an sich als sichere und logische Zuflucht während einer Epidemie angesehen werden müsste ist leider in Wahrheit einer der schlechtesten Ja in Krankenhäusern gibt es Nahrung Medikamente und geschultes Personal Ja die Gebäude selbst könnten wie jedes beliebige Mietshaus gesichert werden Ja sie haben Sicherheitsvorkehrungen vielleicht sogar eine Polizeipräsenz Bei jeder anderen Katastrophe sollte ein Krankenhaus ganz oben auf deiner Liste stehen aber nicht wenn die Toten auferstehen Obwohl das Wissen über Zombies stetig wächst kommt es bei Solanum immer noch zu Fehldiagnosen Menschen mit Bisswunden und gerade Verstorbene werden immer noch in Krankenhäuser eingeliefert Die Mehrheit der Zombies der ersten Welle in manchen Fällen bis zu 90% besteht aus medizinischem Personal oder Pathologen die sich mit den Kadavern beschäftigen Ausbreitungsdiagramme von Zombie-Epidemien zeigen dass sie förmlich von solchen Gebäuden ausgehen Viertens Polizeireviere Im Gegensatz zu Krankenhäusern hat der Grund weshalb du Polizeireviere meiden solltest mehr mit Menschen als mit Zombies zu tun Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Leute die in deinem Dorf oder deiner Stadt leben in Scharen zum Polizeirevier strömen und ein gigantisches Chaos erzeugen Stell dir eine dichte Menge ängstlicher Menschen vor zu viele um sie zu kontrollieren die alle versuchen zu dem Gebäude vorzudringen das sie für sicher halten Man muss nicht von einem Zombie gebissen werden wenn man in einen vor Panik hysterischen Mob gerät Wenn die Toten sich erheben dann vergewissere dich wo dein zuständiges Polizeirevier liegt und geh in die andere Richtung Fünftens Geschäfte Bei Epidemien der Klasse 1 bieten viele Geschäfte einen hinreichenden Schutz Diejenigen mit Rollläden ob es sich nun um Solide oder nur um Gitter handelt können bis zu 10 Zombies mehrere Tage lang aufhalten Wenn die Belagerung länger dauert oder mehr Zombies eintreffen könnte sich die Situation allerdings dramatisch ändern Genug hämmernde Fäuste genug Leiber die gegen die Barriere drängen werden diese mit der Zeit zum Einsturz bringen Du solltest stets einen alternativen Fluchtweg planen damit du rasch fliehen kannst sollte die Barriere durchbrochen werden Wenn du keinen gangbaren Plan B formulieren kannst solltest du ein Gebäude nicht als sichere Zuflucht betrachten Geschäfte ohne Gitter oder Läden solltest du überhaupt nicht in Erwägung ziehen Die Schaufenster taugen zu nichts anderem als die Zombies auf deine Anwesenheit aufmerksam zu machen 6. Supermärkte Zwar gibt es in Supermärkten Lebensmittel in ausreichenden Mengen um dich und deine Gruppe auf Jahre hinaus zu versorgen aber sie sind dennoch nicht ungefährlich ihre riesigen Glastüren bieten selbst wenn sie abgeschlossen und verriegelt sind wenig Schutz es wäre eine schwierige Aufgabe diese Eingänge zu verstärken Im Wesentlichen ist das Äußere eines Supermarktes wenig mehr als ein gigantisches Schaufenster das die frische köstliche Nahrung im Inneren zeigt und wenn Menschen drin und Zombies draußen sind haben wir exakt diese Situation Aber nicht alle Lebensmittelgeschäfte sind durchweg Todesfallen Die kleineren Märkte im Familienbesitz und Tante-Emma-Läden der Innenstädte können sehr gut als vorübergehender Unterschlupf fungieren Als Schutz vor Diebstahl und in jüngster Zeit Plünderungen haben viele solide Rollläden Wie andere Geschäfte können auch diese Märkte bei kurzen intensiven Angriffen kurzfristigen Schutz bieten Wenn du dich in einem befindest denk daran verderbliche Lebensmittel zuerst zu essen und den Rest zu entsorgen wenn falls der Strom ausfällt Siebentens Einkaufszentren Ein praktisch nicht zu verteidigendes Gebäude Große Einkaufszentren sind stets Ziele für Menschen und Zombies So ist es stets bei sozialen Unruhen Beim ersten Anzeichen von Ärger wimmelt es in diesen Horten des Wohlstands von privaten Wachdiensten Polizisten und sogar übereifrigen Ladenbesitzern Wenn es zu einer Krise kommt kann eine große Zahl von Kunden plötzlich in einem Einkaufszentrum gefangen sein Was nicht nur Überfüllung Massenpanik und Erstickung zur Folge haben kann sondern auch die Untoten anlocken könnte Bei einer Epidemie gleich welcher Klasse würde man sich mitten ins Zentrum des Chaos begeben wenn man ein Einkaufszentrum aufsucht Achtens Kirchen Man möge den Ausdruck verzeihen aber es ist unklar ob Kirchen ein Segen oder ein Fluch sind Der größte Vorteil von Kirchen Synagogen Moscheen und anderen Gotteshäusern ist dass sie gebaut wurden um ein gewaltsames Eindringen zu verhindern Die meisten haben schwere Holz oder Eisentüren Fenster befinden sich meist hoch über dem Erdboden Die meisten verfügen über schmiedeeiserne Zäune die ungeachtet ihrer rein ästhetischen Funktion auch einen zusätzlichen Schutz bieten können Verglichen mit vielen säkulären Gebäuden gleicher Größe sind durchschnittliche Gotteshäuser überraschend sicher aber der Schutz den sie während einer Epidemie bieten wird niemals gegen eine Horde Zombies ausreichen die ganz sicher kommen wird Der unausweichliche Ansturm hat natürlich nichts mit dem Übernatürlichen zu tun Nicht die Soldaten Satans werden das Gotteshaus stürmen Das Böse ficht keinen Kampf gegen das Gute aus Die wandelnden Toten greifen Kirchen nur aus einem guten Grund an Weil es dort Futter gibt Ungeachtet ihrer Bildung Technik Verliebtheit und ihres offenkundigen Desinteresses an der spirituellen Welt laufen Amerikaner wenn sie einen Zombie nur sehen sofort schreiend zu ihrem Gott Fenster leicht zu sichernde Eingänge und generell einen geräumigen Grundriss haben können Lagerhallen die idealen Zufluchtsorte für einen längeren Zeitraum sein Viele Lagerhallen haben ein sicheres Büro das meist mit einem kleinen Badezimmer und damit mit einer leicht zugänglichen Wasserquelle ausgestattet ist Wenn die eingelagerten Waren schwer und in großen robusten Kisten verpackt sind kannst du dich glücklich schätzen Mit diesen Kisten kannst du Türen verbarrikadieren private Räume schaffen und sogar was viele von uns als Kinder getan haben eine sekundäre Verteidigungslinie oder ein Vor innerhalb des Hauptbereichs bauen und es besteht die Möglichkeit so unwahrscheinlich sie auch sein mag dass die eingelagerten Waren dir helfen können zu überleben Aus all diesen Gründen solltest du Lagerhallen zu den besten Verstecken zählen Eine Randbemerkung zur Lage 50% all dieser Gebäude befinden sich in der Nähe von Schiffsanlegestellen Fabriken oder anderen Industriestandorten Wenn das der Fall ist sei wachsam aufmerksam und stets zur Flucht bereit und hüte dich vor Kühlhallen wo verderbliche Lebensmittel eingelagert sind wenn der Strom ausfällt kann ihr Verfall sich zu einer schwerwiegenden Bedrohung für die Gesundheit entwickeln 10. Kais und Docks Mit einigen Umbauten und genügend Vorräten kann ein Kai oder ein Dock praktisch uneinnehmbar gemacht werden Da Zombies weder schwimmen noch klettern können wäre ihre einzige Zugangsmöglichkeit von Land Wenn du diesen Zugang zerstörst befindest du dich auf einer künstlichen Insel 11. Schiffswerften Ungeachtet Ungeachtet der Tatsache dass sie mitunter als Lagerplätze für Industrieabfälle und Giftmüll genutzt werden bieten Schiffswerften und Hafenanlagen ungeahnte Möglichkeiten als Verstecke Genau wie in Lagerhallen kann man aus den Containern Barrieren bilden in einigen Fällen sogar Waffen Die Schiffe selbst werden zu uneinnehmbaren Festungen wenn die Planken eingeholt wurden Doch ehe du an Bord gehst solltest du diese schwimmenden Festungen nach infizierten Besatzungsmitgliedern absuchen besonders in kleineren Yachthäfen Im ersten Stadium einer Epidemie werden die Leute ganz bestimmt in Scharen zur Küste fliehen um sich mithilfe jeder verfügbaren Yacht in Sicherheit zu bringen Da viele Yachthäfen in vergleichsweise seichtem Wasser angelegt wurden können die Schiffe dort durchaus von Zombies erreicht werden Mehr als einmal ist ein unachtsamer Amateur Segler an Bord seines Bootes geklettert und fand mehrere ausgehungerte tropfnasse Zombies die nur auf ihn gewartet haben 12. Banken Was könnte sicherer sein als eine Festung die eigens dafür errichtet wurde die kostbarsten Güter auf Erden zu verwahren Wäre eine Bank nicht der logische Ort um die Verteidigung vorzubereiten Müssten die Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr als ausreichen um eine Horde wandelnder Tote abzuhalten keineswegs selbst die oberflächlichste Untersuchung von Banken zeigt dass die Mehrzahl ihrer sogenannten Sicherheitsmaßnahmen auf die Mithilfe von Polizei und oder externer Wachdienste angewiesen ist da Polizei und sonstige Sicherheitskräfte während eines Ausbruchs anderweitig beschäftigt sind werden stumme Alarme Überwachungskameras und hüfthohe abgeschlossene Tore nutzlos sein wenn die nach Menschenfleisch lechzenden lebenden Toten durch die Schaufenster eindringen Natürlich bietet der Tresorraum Sicherheit diese titanischen Gebilde würden selbst mit Raketenwerfern bewaffneten Zombies Trotzen Nein Zombies wissen nicht wie man Raketenwerfer bedient Aber wenn du im Tresor bist was dann Eingedenk der Tatsache dass es dort kein Essen kein Wasser und herzlich wenig Sauerstoff gibt bleibt dir wenn du in so einer Gruff Zuflucht suchst gerade genug Zeit dir eine Schusswaffe an den Kopf zu halten Frieden mit deinem Gott zu machen und abzudrücken Ironischerweise und entgegen zahlreicher populärer Mythen sind Friedhöfe nicht die gefährlichsten Orte der Welt wenn die Toten auferstehen sie können sogar Orte der vorübergehenden Ruhe sein Wie schon erwähnt landen infizierte Körper mit größter Wahrscheinlichkeit in Krankenhäusern oder Leichenhallen und werden lange bevor man sie zu einem herkömmlichen Begräbnis auf einen Friedhof bringen kann wiedererweckt Und wenn ein Toter durch ein Wunder tatsächlich in seinem Sarg wiederbelebt würde könnte er dann tatsächlich von seinem Grabe auferstehen Um diese Frage zu beantworten muss man eine andere stellen Wie sollte ein Leichnam mit der normalen Kraft eines Menschen sich einen Weg aus einem Sarg bahnen der möglicherweise aus Stahl besteht möglicherweise in eine hermetisch abgeschlossene Kiste eingepasst ist und das 1,80 Meter unter Wenn man sich die standardmäßigen Einbalsamierungs Rituale normaler amerikanischer Bestattungen vor Augen führt liegt die Tatsache auf der Hand dass keine Person untot oder sonst wie sich zur Oberfläche durchwühlen oder graben oder schaufeln könnte Was aber wenn der Sarg nicht aus Stahl besteht Selbst eine normale Holzkiste würde als Gefängnis für den kräftigsten Zombie ausreichen Und wenn der Holz Sarg verfault ist In dem Fall war der Leichnam so lange begraben dass sein Gehirn ebenfalls verwest ist Bedenke Körper die wiederbelebt werden müssen frisch einigermaßen unversehrt unversehrt und mit dem Virus infiziert sein Trifft diese Beschreibung auf ein lange totes Virus zu Auch wenn man es als Eigenheit der lebenden Toten ansehen mag wie die Tatsache dass Vampire Blut trinken oder Wehrwölfe den Mond anheulen bleibt die Tatsache bestehen dass nie ein Zombie aus dem Grab auferstanden ist und es auch nie tun wird Die gleichen Regeln wie für Polizeireviere Krankenhäuser und Gotteshäuser kannst du auch auf Behörden und Ämter anwenden Die meisten dürfen zum Mittelpunkt konzentrierter menschlicher Aktivitäten werden was sie zu Zentren des Chaos und zu Zielscheiben für Zombies macht Meide wenn möglich alle Ämter und Behörden Allgemeine Regeln Gebäude in ärmlicheren Innenstadtvierteln sind meist sicherer als andere Mit hohen Zäunen Stacheldraht vergitterten Fenstern und anderen verbrechensbekämpfenden Maßnahmen sind sie leicht zu verteidigen Bei Gebäuden in wohlhabenden bis reichen Vierteln wird häufig mehr Wert auf ästhetische Gesichtspunkte gelegt Welcher Stadtrat einer wohlhabenden Stadt möchte etwas in deren Mitte haben das 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 Auge beleidigt anstelle von hässlichen sogar unansehnlichen Sicherheitsmaßnahmen verlassen sich diese wohlhabenden Leute mehr auf Gesetzeshüter und private Wachdienste Leute deren Zuverlässigkeit bestenfalls fragwürdig ist Aus diesem Grund solltest du wenn es die Situation erlaubt die Vororte verlassen und Richtung Innenstadt ziehen Vermeide Unfälle die auf dich warten In vielen Werksgebäuden wie man sie in Innenstädten oder Downtown häufig findet werden Sprengstoffe oder leicht entflammbare Substanzen gelagert Außerdem enthalten sie viele komplizierte Maschinen wie zum Beispiel Stromgeneratoren oder Klimaanlagen Mechanismen also die einer konstanten Wartung bedürfen Nimmt man beides zusammen sind Katastrophen vorprogrammiert Das Atomkraftwerk von Kotan ist lediglich ein Extrembeispiel Zahlreichere wenn auch nicht ganz so dramatische Zwischenfälle ereignen sich häufig bei Epidemien der Klassen 2 und 3 Suche niemals Zuflucht in der Nähe von Industrieanlagen Treibstofflagern oder anderen Orten mit einem hohen Risikofaktor Wenn du dir eine Zuflucht suchst denk gründlich über diese Fragen nach Erstens gibt es eine Mauer einen Zaun oder eine andere Begrenzung Zweitens wie viele potenzielle Ein- Ausgänge gibt es Drittens können die Leute deiner Gruppe jeden Zaun und Eingang gleichzeitig verteidigen Viertens gibt es eine sekundäre Verteidigungsposition mehrere Stockwerke oder einen Dachboden Fünftens kann das Gebäude gesichert werden Sechstens gibt es einen potenziellen Fluchtweg Siebentens wie sieht die Nachschubsituation aus Achtens gibt es eine Wasserleitung Neuntens sind Waffen und Werkzeuge verfügbar falls erforderlich Zehntens ist Material vorhanden um die Eingänge zu verstärken Elftens wie sieht es mit Kommunikationsmitteln aus Telefon Funk Internet und so weiter Zwölftens wenn diese Faktoren alle gegeben sind wie lange kannst du deine Gruppe eine Belagerung überstehen Bedenke diese Fragen allesamt genau wenn du dir einen Ort aussuchst um dich zu verbarrikadieren widerstehe dem Wunsch in das erstbeste Gebäude zu fliehen vergiss nicht wie verzweifelt die Situation auch scheinen mag Zeit die zum Nachdenken geopfert wird ist niemals vergeudete Zeit Die Festung Bei Epidemien der Klasse 3 erweisen sich Privatwohnungen und selbst öffentliche Gebäude als unzureichend Menschenleben zu schützen Irgendwann wird die Verteidigung der Menschen im Inneren erlahmen oder ihnen werden schlicht und einfach die Vorräte ausgehen Bei einer schwerwiegenden Epidemie ist ein praktisch undurchdringliches Bauwerk mit allen Einrichtungen einer autarken Biosphäre unabdingbar Gebraucht wird eine Festung Das bedeutet nicht dass du unverzüglich eine aufsuchen musst In den ersten Tagen oder gar Wochen einer Epidemie der Klasse 3 wird vollkommenes Chaos herrschen Eine Orgie panischer Gewalt durch die Reisen zum Risiko werden Wenn sich die Lage beruhigt hat werden die Menschen in der Region organisiert evakuiert oder komplett verspeist sein Erst dann solltest du anfangen nach einer Festung zu suchen Erstens Militäranlagen Stützpunkte von Armee Marine oder der Luftwaffe sollten deine ersten Ziele sein wenn du nach einer Festung suchst Viele befinden sich in wenig besiedelten und damit auch nicht so stark verseuchten Gebieten Fast alle sind von hohen Zäunen geschützt Manche verfügen über sekundäre und sogar tertiäre Verteidigungsanlagen Viele haben voll ausgerüstete funktionierende Atombomben Bunker die nicht selten die Funktion einer kleinen Stadt übernehmen können Da ihnen zahlreiche Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen werden sie wahrscheinlich die letzten aller weltweiten Anlagen sein die die Verbindung zueinander verlieren Noch wichtiger als die robusten Befestigungen sind aber die Männer und Frauen die dort arbeiten Wie schon bemerkt sind bestens trainierte und ausgebildete Leute stets die beste Verteidigung Selbst wenn welche desertieren kann eine kleine Gruppe Soldaten ausreichen die Festung für alle Ewigkeit zu halten Wenn du in Krisenzeiten Schutz in einem Militärstützpunkt suchst findest du eine autarke Welt ausgebildeter Spezialisten wahrscheinlich mit ihren Angehörigen in der Kaserne die alle bereit sind ihr neues Zuhause zu verteidigen Das beste Beispiel dafür war Fort Louis Philippe in französisch Nordafrika wo 1893 eine Einheit französischer Fremdenlegionäre erstaunliche drei Jahre lang erfolgreich eine Belagerung durch Zombies überlebte Ein großes Problem von Militärstützpunkten ist freilich dass ihre offenkundigen Vorzüge sie während einer Epidemie zu überfüllten Zielen macht was die zusätzliche Gefahr von Verknappung der Vorräte und Nachlassen der Sicherheit mit sich bringt Zweitens Gefängnisse Obwohl sie entworfen wurden um die Lebenden drinnen zu halten können Besserungsanstalten auch sehr wirksam die Toten draußen halten Hinter den dicken Mauern ist jeder Zellentrakt jeder Flur und jeder Raum eine Festung für sich Probleme gibt es natürlich wenn man Gefängnisse als Zuflucht in Betracht zieht ironischerweise sind moderne Haftanstalten nicht so gut zu verteidigen wie ältere Modelle was an ihrer Architektur liegt hohe Betonmauern sind das klassische Markenzeichen der Gefängnisse vor 1965 ihre Architektur ist ein Produkt des Industriezeitalters als schiere Größe allein dazu diente einzuschüchtern und Respekt einzuflößen dieser psychologische Aspekt mag auf die Toten keinen Einfluss haben aber keiner der Zuflucht sucht könnte sich eine bessere von der Zeit geadelte Barriere wünschen als jene die unsere Vorfahren vor den kriminellen Elementen der Gesellschaft schützten im Zeitalter knapper Budgets hat Technologie die teure solide und schwere Bauweise ersetzt wegen all der Überwachungskameras und Lichtschranken dient lediglich ein doppelter Stacheldrahtzaun als materielles Fluchthindernis ein Dutzend Zombies könnte dadurch aufgehalten werden Hunderte könnten womöglich geringen Schaden anrichten mehrere tausend jedoch die als wachsender Berg übereinander kriechen und Robben könnten schließlich hoch genug kommen um den ersten Zaun zu überwinden dann den zweiten und schließlich die Anlage stürmen wer würde im Angesicht eines solchen Ansturms nicht sämtliche Hightech Mechanismen der Welt gegen sechs Meter altmodischen Beton eintauschen Und was ist mit den Insassen Bedenkt man dass sich hinter Gefängnismauern die gefährlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft befinden wäre es da nicht klüger es mit Fällen würde die Antwort ja lauten aber im Falle einer großflächigen lange andauernden Epidemie würden die Gefangenen zweifellos freigelassen werden Manche könnten beschließen zu bleiben und für ihre Sicherheit zu kämpfen oder die Gefahren der Außenwelt zu riskieren um die Freiheit und vielleicht sogar eine Möglichkeit zu bekommen im Umland auf Streifzüge zu gehen Sei vorsichtig wenn du dich einem Gefängnis näherst Vergewissere auf der Hut wenn die innere Führung aus einer Koalition von Häftlingen und Wächtern besteht Mit anderen Worten bleib extrem wachsam wenn die Haftanstalt nicht leer steht oder von Zivilisten und Wachen bewohnt wird Wenn du dich innerhalb der Tore befindest müssen mehrere Schritte unternommen werden um aus dieser Besserungsanstalt ein autarkes Dorf zu machen Nachfolgend eine Liste zum Überleben solltest du eine verlassene Haftanstalt finden Gefängnisse dürften auf den Listen von Plünderern nicht sehr weit oben stehen daher solltest du alles finden was du brauchst Brunnen und eine Vielzahl von Auffangbehältern für Regenwasser können benutzt werden wenn die Leitungen versiegen Bevor das geschieht solltest du darauf achten dass alle großen Behälter gefüllt und abgedeckt sind Wasser ist nicht nur zum Trinken und Reinigen wichtig es ist auch für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung c lege Gemüsegärten und wenn möglich Getreidefelder mit Weizen oder Gerste an Eine längerfristige Epidemie könnte eine ganze Jahreszeit dauern lange genug mehrere Getreidearten anzubauen und zu ernten Wahrscheinlich wirst du kein Saatgut auf dem Gelände finden daher solltest du das Umland plündern Das ist gefährlich aber erforderlich da Landwirtschaft die einzige Möglichkeit darstellt die Nahrungsversorgung längerfristig zu gewährleisten d sorge sorge eine Energiequelle wenn der Saft weg ist solltest du genug Treibstoff haben dass du den Generator Tage wenn nicht Wochen betreiben kannst die existierenden Geräte können leicht zu muskelbetriebenen Generatoren umgebaut werden die Bedienung dieser Maschinen dient außerdem der körperlichen Ertüchtigung dein Generator liefert vielleicht nicht die Menge Strom die du hattest als du noch ans Netz angeschlossen warst sollte aber für eine kleine bis mittlere Gruppe ausreichend produzieren e rechne mit einer Lücke was ist wenn die Tore plötzlich umkippen was ist wenn sich ein breiter Riss in einer Mauer auftut was wenn durch einen unvorhersehbaren Umstand Untote die Anlage erstürmen so stark deine Befestigung auch wirken mag du solltest stets eine zweite Verteidigungslinie haben plane sorgsam welcher Zellenblock dein Rückzugspunkt sein soll verstärke bewaffne und warte ihn ständig er sollte auch dein vornehmlicher Wohnbereich sein wo deine Gruppe Unterschlupf findet bis die gesamte Anlage zurückerobert oder eine Flucht bewerkstelligt werden kann F Sorge für Unterhaltung Es ist genau wie bei der Verteidigung deines Heims von essentieller Bedeutung dass du eine positive geistige Einstellung behältst Such den geborenen Entertainer in deiner Gruppe und ermutige ihnen Vorstellungen zu geben veranstalte Talent Wettbewerbe und Spiele Abende mit den anderen Musik Tanz Geschichten erzählen Comedy was immer Leute können so schlecht es auch sein mag das mag albern sogar lächerlich erscheinen wer plant schon einen Talent Wettbewerb wenn hunderte Zombies an den Türen kratzen jemand der weiß wie wichtig die Moral in Krisenzeiten ist jemand der die psychologischen Belastungen einer Belagerung kennt jemand der weiß dass eine Gruppe frustrierter ängstlicher und wütender Leute ebenso gefährlich ist wie die Zombiescharen die an den Toren kratzen Geh Lerne Fast jedes Gefängnis in den USA verfügt über eine eigene Bibliothek Nutze deine Freizeit und davon wirst du jede Menge haben und lies jeden nützlichen Text Themen wie Medizin Mechanik Agrikultur und Psychoanalyse so viele Kenntnisse warten nur darauf erworben zu werden Mach jedes Mitglied deiner Gruppe zu einem Experten auf irgendeinem Gebiet Organisiere Klassen für bestimmte Formen von Unterricht Man weiß nie wann du einen Experten verlieren wirst und einen anderen zu seinem Nachfolger bestimmen musst Das Wissen der Gefängnis Bibliothek kann dir bei jeder Aufgabe dieser Liste helfen 3. Ölbohr Plattformen Wenn es darum geht eine Festung rein der Sicherheit wegen auszuwählen kommt nichts auf der Welt diesen künstlichen Festungen gleich Sie sind vollkommen isoliert vom Ufer Aufenthalts- und Arbeitsräume liegen hoch über dem Wasserspiegel und nicht nicht einmal ein aufgedunsener schwimmender Zombie könnte an Bord gelangen Damit ist Sicherheit praktisch kein Thema mehr sodass du und deine Gruppe sich voll und ganz auf das Überleben konzentrieren können Offshore Plattformen sind darüber hinaus voll und ganz autark besonders kurzfristig Sie haben genau wie Schiffe ihre eigenen Nahrungsmittel und medizinische Versorgung an Bord Viele sind so ausgerüstet dass sie den Bedürfnissen einer Besatzung bis zu sechs Monate genügen können Alle verfügen über eigene Destillieranlagen wodurch es nie Mangel an Süßwasser geben wird Da alle gebaut wurden um entweder Öl oder Erdgas abzubauen steht Energie so gut wie unbegrenzt zur Verfügung Auch Essen gibt es in ausreichendem Maße da das Meer eine nahrhafte manche würden sogar sagen überragende Diät von Fischen Meeresfrüchten und möglicherweise Meeressäugetieren bereithält Wenn sich die Plattform nicht sehr nahe an der Küste befindet besteht auch keine Gefahr von Umweltverschmutzung Menschen können durchaus einzig und allein von den Reichtümern des Meeres leben Aber diese vollkommene Isolation hat auch so verlockend sie sich zunächst anhören mag ihre ganz eigenen Schwierigkeiten Jeder der in der Nähe einer Küste lebt wird dir sagen können was für schädliche Auswirkungen Salz geschwängerte Luft haben kann Korrosion ist ein größter Feind und wird schlussendlich allen Gegenmaßnahmen zum Trotz den Sieg davontragen Wichtige Maschinen können repariert werden Einfache Destillieranlagen mit Stahlpfannen und Kupferleitungen funktionieren ebenso wie hochtechnologische Entsalzungsanlagen Wind- oder wasserbetriebene Kraftanlagen können die halbe Energiemenge von Generatoren mit fossilen Treibstoffen erzeugen Aber empfindliche elektronische Ausrüstung wie zum Beispiel Computer Funkgeräte und medizinische Maschinen werden als erste ausfallen und am schwersten zu ersetzen sein Mit der Zeit wird der gesamte Komplex verfallen Aus einem technologischen Wunder neuesten Standes wird eine rostige wenn auch noch funktionsfähige Hülle Im Gegensatz zu Gefängnissen und Militäranlagen werden Ölbohr Plattformen vor der Küste als erste verlassen werden Innerhalb der ersten paar Tage einer Epidemie dürften die Arbeiter zweifellos verlangen dass man sie zu ihren Familien lässt sodass die Plattform ohne ausgebildetes Personal zurückbleibt Wenn niemand aus deiner Gruppe weiß wie man die Maschinen bedient dürfte das recht schwer zu lernen sein und 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 in Gefängnissen dürfte es auch keine Bibliothek mit entsprechenden Ratgebern und Handbüchern geben Das könnte ein wenig kreatives Improvisieren erforderlich machen wobei du mit dem zurechtkommen musst was du bedienen kannst bis du die Technologie die auf den meisten hochentwickelten Plattformen vorhanden ist gemeistert hast Industrieunfälle Explosionen von Öl oder Gas Vorräten sind bereits an Land schlimm genug mitten im Ozean haben sie sich schon zu einigen der schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte entwickelt allen Brandbekämpfungs und Rettungseinrichtungen einer lebendigen funktionierenden Welt zum Trotz wurden schon ganze Besatzungen getötet wenn ihre Plattformen in Flammen aufging was würde passieren wenn ein Feuer ausbricht und man niemanden zu Hilfe rufen kann das bedeutet nicht dass Bohrplattformen auf dem Meer gelegene tickende Zeitbomben sind die nur darauf warten dass sie explodieren es bedeutet nicht dass alle außer den besonders ahnungslosen sie meiden sollten es wird jedoch unbedingt empfohlen den Bohrer abzuschalten das mag dich um frisches Erdöl bringen könnte deine Lebenserwartung aber drastisch erhöhen benutze bereits gefördertes Öl für den Generator wie schon erwähnt wird er dir nicht dieselbe Menge Strom liefern wie der Primär Generator aber wenn der Bohrer abgeschaltet ist und alle Industrieanlagen geschlossen wurden wofür solltest du dann so viel Strom brauchen der Ozean kann eine Quelle des Lebens sein aber auch ein gnadenloser Killer Stürme die mit einer Wucht auftreten wie man sie an Land selten erlebt können selbst die robustesten Plattformen zerstören angesichts von Nachrichtenbildern kippender Ölbohrplattformen in der Nordsee die buchstäblich zu Metalltrümmern zerfallen und in den Wellen versinken sollte sich jeder fragen ob er das Festland wirklich verlassen möchte leider ist das ein Problem gegen das die Menschheit nichts ausrichten kann nichts in diesem oder irgendeinem anderen Buch kann dich vor der Natur retten wenn sie beschließen sollte dieses Stück Stahl im Ozean zu versenken Auf der Flucht Der Lawson Film von 1965 wie er mittlerweile gemeinhin genannt wird ist ein Super 8 Film und zeigt fünf Leute die versuchen aus dem verseuchten Lawson in Montana zu entkommen Die verwackelten stummen Bilder zeigen eine Gruppe die zu einem Schulbus läuft den Motor anlässt und versucht aus der Stadt zu fahren Nach nur zwei Blocks rammen sie aus Versehen mehrere Autowracks fahren beim Zurückstoßen in ein Gebäude wobei die Hinterachse bricht Zwei Mitglieder der Gruppe schlagen die Heckscheibe ein und versuchen zu Fuß zu entkommen Der Kameramann dreht mit als einer von ihnen von sechs Zombies gepackt und zerstückelt wurde Die anderen laufen um ihr Leben und verschwinden um eine Ecke Augenblicke später umringen sieben Zombies den Bus glücklicherweise gelingt es ihnen nicht das Fahrzeug umzustoßen oder das Glas der Seitentür einzuschlagen da der Film nach wenigen Minuten zu Ende ist weiß man nicht was aus den Überlebenden wurde Der Bus wurde schließlich mit eingedrückter Tür gefunden der gesamte Innenraum war mit getrocknetem Blut besudelt Im Lauf einer Epidemie könnte es erforderlich sein die Gegend zu verlassen deine Festung könnte überrannt werden die Vorräte könnten dir ausgehen du könntest dich schwer verletzen oder krank werden und professionelle medizinische Hilfe brauchen ganz generell ist es das gefährlichste was du tun kannst ein verseuchtes Gebiet zu durchqueren du wirst niemals in Sicherheit sein ungeschützt in einem feindlichen Gebiet wirst du begreifen was es heißt Beute zu sein allgemeine Regeln 1 ein Ziel allzu oft werden Menschen die sich in einer befestigten Unterkunft verbarrikadiert haben von den Ablenkungen ihrer anfänglichen Freiheit verführt die wenigsten dieser Menschen schaffen es in die Sicherheit lass nicht zu dass du in diese Statistik eingehst deine Mission ist es zu entkommen nicht mehr und nicht weniger suche nicht nach verlorenen Schätzen jage keine vereinzelten Zombies untersuche keine seltsamen Geräusche oder Lichter in der Ferne verschwinde einfach jeder Abstecher jede Unterbrechung der Flucht vergrößert das Risiko geschnappt und aufgefressen zu werden wenn du durch Zufall auf Menschen stoßen solltest die Hilfe brauchen dann halte unbedingt an um ihnen zu helfen manchmal muss die Logik der Menschlichkeit weichen in allen anderen Fällen aber bleibe auf Achse zweitens lege ein Ziel fest wohin genau möchtest du zu oft haben Menschen ihre Festungen verlassen und sind ziellos und hoffnungslos durch ein Gebiet gewandert in dem es vor Gulen wimmelte ohne ein festes Ziel vor Augen sind deine Überlebenschancen gering Suche per Funkgerät den nächsten sicheren Hafen kommuniziere wenn möglich mit der Außenwelt und finde heraus ob dein Ziel wirklich sicher ist außerdem solltest du stets eine Ausweichmöglichkeit haben falls dein erstes Ziel überrannt wird wenn dich nicht andere Menschen erwarten und du keine konstante Funkverbindung hältst könnte es sein dass dich bei deiner Ankunft eine Meute hungriger Zombies an der Ziellinie erwartet Wie viele Zombies stehen ungefähr zwischen dir und deinem Ziel Wo sind die natürlichen Grenzen Kam es zu gefährlichen Unfällen wie Bränden oder auslaufenden Chemikalien Was wäre die sicherste Route die du einschlagen kannst Welche ist die gefährlichste Welche Straßen wurden seit Beginn des Ausbruchs gesperrt Wird das Wetter zu einem Problem werden Gibt es Anlaufstellen unterwegs Bist du sicher dass sie noch da sind Logischerweise wird es schwierig werden Informationen zu sammeln wenn du dich in deiner Festung verschanzt hast Es könnte sich als unmöglich erweisen zu erfahren wie viele Zombies da draußen sind ob eine Brücke eingestürzt ist oder ob alle Boote aus dem Jachthafen verschwunden sind Also informiere dich über dein Gelände Wenigstens dieser Faktor wird sich bei einer Epidemie nicht ändern Überlege dir wo du am Vergewissere dich wenigstens anhand der Karte dass es sich um eine Stelle handelt die leicht zu verteidigen ist eine gute Tarnung bietet und mehrere Fluchtwege hat Je nach Art des gewählten Weges sollte auch spezielle Ausrüstung nicht vergessen werden Ist ein Kletterseil erforderlich? Wie sieht es mit zusätzlichem Wasser aus wenn keine natürliche Quelle zur Verfügung steht? Wenn du diese Faktoren alle in Erwägung gezogen hast dann denk an die unbekannten Variablen und schmiede Ersatzpläne bei denen du sie berücksichtigst Was wirst du tun wenn ein Feuer oder ausgelaufene Chemikalien deinen Weg versperren? Wohin wendest du dich wenn die Zombie Bedrohung schlimmer als erwartet ausfällt? Was wenn ein Mitglied deines Teams verletzt wird? Bedenke all diese Möglichkeiten und mache Pläne für derlei Eventualitäten Wenn jemand zu dir sagt hey lass uns einfach da raus gehen und abwarten was auf uns zukommt dann drück ihm eine Pistole in die Hand und sag ihm dass das eine einfachere Methode ist Selbstmord zu begehen Viertens bring dich in Form Wenn du die bisherigen Anweisungen wortwörtlich befolgt hast sollte dein körper bereits tauglich für eine lange Reise sein Wenn das nicht der Fall ist solltest du ein strenges Fitnessprogramm beginnen Wenn die Zeit dafür nicht reicht achte wenigstens darauf dass der gewählte Weg deiner körperlichen Form angemessen ist Fünftens Meide größere Gruppen Bei der Verteidigung bieten große Gruppen Vorteile aber auf der Reise durch ein Zombie Gebiet trifft das Gegenteil zu Große Gruppen erhöhen das Risiko einer Entdeckung Selbst bei strengster Disziplin lassen sich Unfälle nicht vermeiden Außerdem schränken größere Gruppen die Beweglichkeit ein da die schnelleren Mitglieder auf die langsameren Rücksicht nehmen müssen Natürlich ist es auch nicht ohne Probleme wenn man allein reist Sicherheit Aufklärung und besonders Schlaf sind eingeschränkt wenn jemand versucht sich auf eigene Faust durchzuschlagen Ideal wäre es wenn dein Team aus drei Mitgliedern besteht Vier bis zehn wären noch vertretbar Mehr fordern Ärger geradezu heraus Drei Mitglieder können einander im Nahkampf gegenseitig unterstützen einander bei Nachtwachen ablösen und zwei Mitglieder können einen verletzten dritten über kurze Strecken tragen Sechstens Bilde deine Gruppe aus Vergewissere dich welche individuellen Fähigkeiten deine Teammitglieder haben und setze sie dementsprechend ein Wer kann die meiste Ausrüstung tragen Wer ist der schnellste Läufer Wer ist am leisesten im Nahkampf Teile individuelle Jobs sowohl im Kampf wie auch beim alltäglichen Überleben ein Wenn dein Team aufbricht sollte jeder wissen was von ihm erwartet wird Zusammenarbeit sollte höchste Priorität genießen Du solltest Überlebenstechniken ebenso wie Kampfdrill üben Zum Beispiel könntest du die Zeit stoppen die bei einem plötzlichen Zombie-Angriff erforderlich ist um die gesamte Ausrüstung zu verpacken und abzuhauen Logischerweise kann der Zeitfaktor bei einer Flucht eine entscheidende Rolle spielen In einer idealen Situation sollte deine Gruppe wie ein Mann reisen wie ein Mann handeln wie ein Mann töten Siebtens Bleibe mobil Wenn du erst einmal entdeckt worden bist werden sich Zombies aus allen Richtungen deiner Position nähern Mobilität nicht Feuerkraft ist deine beste Verteidigung Du solltest stets bereit sein von einem Augenblick auf den anderen zu fliehen Pack niemals mehr ein als du tragen kannst Pack niemals deine gesamte Ausrüstung auf einmal aus Zieh niemals die Schuhe aus wenn die unmittelbare Sicherheit nicht gewährleistet ist Haushalte mit deinen Kräften Du solltest nur im absoluten Notfall Sprints einlegen da sie dich große Mengen wertvoller Energiereserven kosten Mach immer wieder kurze Pausen Richte dich nirgendwo zu gemütlich ein Vergiss während der Pausen den Übungen nicht Gehe keine unnötigen Risiken ein Springen Klettern und alles was zu Verletzungen führen kann sollte unbedingt vermieden werden In einem von Gulen heimgesuchten Gelände kannst du einen gebrochenen Knöchel als allerletztes gebrauchen Achtens bleibe unsichtbar Abgesehen von Geschwindigkeit ist Verstohlenheit dein bester Verbündeter Du musst alles in deiner Macht stehende tun um eine Entdeckung zu vermeiden so wie eine Maus die durch ein Schlangennest kriecht Schalte alle tragbaren Radios oder elektronische Ausrüstung aus Wenn du eine digitale Armbanduhr trägst achte darauf dass der Weckton abgeschaltet ist Zurre deine gesamte Ausrüstung fest damit nichts klirrt wenn du gehst Wenn möglich halte deine Feldflasche immer voll um ein Gluckern zu vermeiden Wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist vermeide Unterhaltung Flüstert oder verständigt euch mit Handzeichen Haltet euch in Gebieten mit ausreichender Deckung auf Betretet offenes Gelände nur wenn es unbedingt notwendig ist Macht nachts kein Feuer und benutzt keine auf die Tagesstunden und zwingt dich zu kaltem Essen aber diese Opfer müssen gebracht werden Studien haben gezeigt dass Zombies mit intaktem Sehvermögen die Glut einer brennenden Zigarette auf über eine halbe Meile Distanz erkennen können Es ist nicht bekannt ob sie das neugierig macht aber warum sollte man dieses Risiko eingehen Kämpfe nur wenn du musst Verzögerungen die Kämpfe mit sich dass Leute einen Zombie erledigt haben um dann festzustellen dass sie von Dutzenden umzingelt waren Wenn sich ein Kampf gar nicht vermeiden lässt solltest du Schusswaffen nur benutzen wenn die Lage ganz und gar verzweifelt ist einen Schuss abzufeuern läuft auf das gleiche hinaus wie ein Leuchtfeuer zu entzünden der Knall könnte Zombies meilenweit aus der Umgebung anlocken Wenn du kein zuverlässiges und sehr schnelles Fluchtfahrzeug besitzt oder deine Schusswaffen nicht mit Schalldämpfern ausgerüstet sind benutze unbedingt eine sekundäre Handwaffe Wenn nicht halte dir einen Fluchtweg frei und fliehe sobald du deine Schüsse abgegeben hast Neuntens Halte Augen und Ohren offen Du musst nicht nur verborgen bleiben sondern auch versuchen verborgene Gefahren aufzuspüren Achte auf alle Bewegungen Auf keinen Fall darfst du Schatten oder ferne menschliche Gestalten übersehen Bei Pausen und beim Marschieren solltest du immer wieder horchen Hörst du Schritte oder schlurfende Geräusche Stöhnen da die Untoten oder ist es nur der Wind Natürlich kann man leicht paranoid werden und hinter jeder Ecke einen Zombie vermuten Ist das schlimm? In diesem Fall nein Es ist eines zu glauben dass jemand hinter dir her ist aber etwas ganz anderes wenn das tatsächlich stimmt Zehntens Schlafe Du oder deine Gruppe ihr seid ganz allein und versucht lautlos und wachsam zu sein Zombies könnten überall lauern Jeden Moment könnten Dutzende auftauchen und Hilfe ist meilenweit entfernt Also wie um alles in der Welt sollst du Schlaf finden Es hört sich verrückt an es hört sich unmöglich an ist aber lebenswichtig wenn du diese Prüfung lebendig überstehen möchtest Ohne Ruhe lässt die Muskelkraft nach stumpfen die Sinne ab und jede verrinnende Stunde schränkt dein Handlungsvermögen ein Manch törichter Mensch der glaubte er könne seinen Körper mit Koffein aufputschen und seine Flucht einfach durchziehen erkannte die fatalen Folgen dieser Dummheit zu spät Ein Vorteil den das Reisen bei Tage bringt ist der dass du ob es dir gefällt oder nicht stets gezwungen bist mehrere Stunden Pause einzulegen Verfluche die Dunkelheit nicht nutze sie Reisen in kleinen Gruppen bietet im Gegensatz zu einer Flucht auf eigene Faust den Vorzug dass du sicherer schlafen kannst da sich mehrere Mitglieder bei der Nachtwache abwechseln Natürlich zu dösen aber hüte dich davor Schlaftabletten zu nehmen ihre Wirkung könnte deine Handlungsfähigkeit einschränken wenn Zombies nachts angreifen abgesehen von Meditation oder anderen geistigen Übungen gibt es kein Wundermittel um mitten in einer verseuchten Zone Schlaf zu finden 11. Hüte dich vor auffälligen Signalen beim Anblick eines Flugzeugs könntest du versucht sein die Aufmerksamkeit des Piloten auf dich eine Waffe abfeuerst eine Leuchtkugel hochschießt ein Feuer anzündest oder irgendeine andere dramatische Methode anwendest natürlich könnte das den Piloten aufmerksam machen der über Funk einen Helikopter oder Bodentruppen zu deiner Position schickt aber diese Vorgehensweise wird auch Zombies in der Nähe anlocken und wenn der Helikopter nicht nur wenige Minuten entfernt ist werden dich die Zombies zweifellos früher erreichen wenn das Flugzeug das du siehst nicht die Möglichkeit hat gleich hier und jetzt zu landen solltest du ihm auf keinen Fall mit etwas anderem als einem Funkgerät oder einem Spiegelsignale geben wenn du beides nicht zur Verfügung hast marschiere einfach weiter zwölftens meide städtische Gebiete ganz gleich wie hoch deine Überlebenschancen während eines Ausbruchs sind sie fallen garantiert um 50 bis 75 Prozent wenn du dich durch städtisches Gebiet bewegst es ist eine einfache Rechenaufgabe an einem Ort wo es mehr Lebende gibt gibt es auch mehr Tote je mehr Gebäude es gibt desto mehr Gelegenheiten für einen Hinterhalt außerdem schränken diese Gebäude deine Sicht ein harte Beton Oberflächen können im Gegensatz zu weichen Böden keine Schritte dämpfen bedenke noch die Möglichkeit dass du einfach etwas umstoßen über Trümmer stolpern oder auf Glasscherben treten könntest und du hast ein Rezept für eine sehr geräuschvolle Flucht außerdem ist es so worauf in diesem Kapitel mehrfach hingewiesen wurde und wird dass die Möglichkeiten gefangen um zingelt oder sonst wie in die Ecke getrieben zu werden in einem städtischen Gebiet unendlich viel größer sind als in einer Wildnis vergiss einen Moment dass die lebenden Toten dein größtes Problem sind was ist mit Feuer aus den eigenen Reihen anderen Menschen die sich in Gebäuden verstecken oder bewaffneten Jägerbanden die dich für einen Zombie halten könnten was ist mit Bränden die von Jägern entweder absichtlich oder versehentlich gelegt werden was ist mit Chemie Unfällen giftigem Rauch oder anderen gefährlichen Nebenprodukten von Häuser kämpfen was ist mit Krankheiten Vergiss nicht herumliegen könnten die tödlichen Mikroorganismen die sie in sich haben und die der Wind verbreitet können auf den Straßen einer Stadt ein immenses Gesundheitsrisiko darstellen wenn du keinen stichhaltigen Grund hast eine Rettungsaktion oder unpassierbare Hindernisse auf beiden Seiten keine Chance schnell etwas zu plündern halte dich um jeden Preis von Städten fern Ausrüstung für deine Reise ist es von entscheidender Bedeutung dass du mit leichtem Gepäck reist bevor du etwas einpackst solltest du dir die Frage stellen brauche ich das wirklich wenn du deine Ausrüstung zusammengestellt hast geh die Liste nochmals durch und stell dir dieselbe Frage erneut und wenn du das gemacht hast dann mach es nochmal natürlich bedeutet leichtes Gepäck nicht dass du dir nur eine 45er etwas Dosen Wurst und eine auf den Weg machen sollst Ausrüstung ist von entscheidender Bedeutung mehr noch als bei einem Szenario bei dem du dich an einem bestimmten Ort verschanzt hast in einem Gefängnis einer Schule deinem eigenen Haus wo es Vorräte in ausreichendem Maße gibt die Ausrüstung die du mitnimmst könnte alles sein was du hast du trägst dein Krankenhaus dein Lager und deine Waffenkammer auf dem Rücken nachfolgend eine Liste mit der Standard Ausrüstung die du für eine erfolgreiche Reise benötigst spezielle Ausrüstung wie zum Beispiel Ski Sonnenschutz Creme oder Moskitonetze sollten je nach deiner Umgebung hinzugefügt werden Rucksack zuverlässige Wanderschuhe schon eingelaufen zwei Paar Socken Liter Literflasche Wasser mit breiter Öffnung Wasser Reinigungstabletten Wind- und wasserfeste Streichhölzer Kopftuch Karte Kompass Kleine Taschenlampe A-Zellen mit beschichteter Linse Poncho Kleiner Signalspiegel Schlafrolle oder Schlafsack Beides zusammen wäre zu viel Sonnenbrille Polarisierte Linsen Kleines Erste-Hilfe-Set Schweizer Offiziersmesser oder kleines Werkzeug-Set Kleines Kofferradio mit Kopfhörer Messer Fernglas Primäre Schusswaffe Vorzugsweise ein halbautomatischer Karabiner 50 Schuss in einer Gruppe 30 pro Person Reinigungsset Sekundäre Schusswaffe Vorzugsweise eine Rimfire-Pistole Kaliber 22 25 Schuss Handwaffe Vorzugsweise eine Machete Signalfackeln Außerdem sollten alle Gruppen Folgendes bei sich haben Lautlose ballistische Waffen Vorzugsweise eine Schusswaffe mit Schalldämpfer oder eine Armbrust Zusätzliche Munition für 15 Gegner wenn die Waffe von einer Standardfeuerwaffe abweicht Zielfernrohr Mittelgroßes Medizinset Funkgerät mit Kopfhörer Brecheisen anstelle einer Handwaffe Wasserreinigungspumpe Wenn du deine Ausrüstung gewählt hast vergewissere dich dass alles funktioniert probier alles aus und zwar mehrmals Trag deinen Rucksack einen ganzen Tag Wenn dir die Last in deiner sicheren Festung zu schwer ist versuch dir vorzustellen wie sie sich nach einem Tagesmarsch anfühlen muss Einige dieser Probleme lassen sich lösen wenn du Gegenstände wählst die mehrere Funktionen in sich vereinen Manche tragbare Radios haben eingebaute Taschenlampen Survivalmesser Kompasse und so weiter Diese Philosophie des Platzsparens solltest du auch beherzigen wenn du Waffen wählst Ein Schalldämpfer für eine vorhandene Waffe braucht nicht so viel Platz wie eine ganz neue Waffe zum Beispiel eine Armbrust und extra Pfeile Wenn du deinen Rucksack einen Tag trägst wirst du auch feststellen wo er scheuert wo der Gold fester gezohrt werden muss und wie du deine Ausrüstung am besten sicherst Fahrzeuge Warum zu Fuß gehen wenn man fahren kann Amerikaner sind seit jeher besessen von der Vorstellung von Maschinen die Arbeit sparen In In Bereichen des Lebens bemüht sich die Industrie in einem endlosen Wettlauf Maschinen zu erfinden und zu vervollkommenen die die täglichen Arbeiten schneller leichter und effektiver machen Und welche größere Gottheit könnte die amerikanische Technoreligion haben als das Automobil Ganz gleich welches Alter oder Geschlecht wir haben welcher Rasse wir angehören welchen ökonomischen Status wir genießen oder in welcher Region wir beheimatet sind Man lehrt uns dass diese allmächtige Maschine in all ihren wunderbaren Erscheinungsformen die Antwort auf unsere Gebete ist Warum sollte das nicht auch während eines Zombie Angriffs gelten Wäre es nicht sinnvoll einfach durch feindliches Gelände zu brausen Die Reisezeit würde sich von Tagen auf wenige Stunden verringern Das Verstauen von Ausrüstung wäre kein Problem mehr Und welche Gefahr könnte schon von Zombies ausgehen wenn man sie einfach überfahren kann Das sind ganz gewiss stichhaltige Vorteile Aber sie bringen leider eine ganze Menge ebenso stichhaltiger Nachteile mit sich Denke an den Benzinverbrauch Tankstellen könnten selten und weit entfernt sein Es besteht die Möglichkeit dass diejenigen die du findest schon lange ohne Sprit sind Wenn du genau bestimmst wie viele Meilen dein Fahrzeug mit einer Tankfüllung zurücklegen kann es mit Ersatzbenzin vollstopfst und sogar die exakte Route planst reicht das alles vielleicht letztendlich doch nicht aus Woher möchtest du wissen welcher Weg in die Sicherheit führt Studien nach einem Ausbruch besonders in Nordamerika haben gezeigt dass die meisten Straßen ziemlich schnell von liegen gebliebenen Fahrzeugen versperrt werden Weitere Hindernisse könnten eingestürzte Brücken Schutthalden und Barrikaden ehemaliger Verteidiger sein Geländefahrten stellen eine ähnliche wenn nicht größere Bedrohung dar Wenn du durch die Gegend fährst und nach einem befahrbaren Weg in die Freiheit suchst ist das die beste Möglichkeit Benzin zu vergeuben Mehr als ein Fahrzeug wurde mit leerem Tank und blutverschmierter Fahrgastzelle mitten in der Wildnis gefunden Denk an einen Schaden Die meisten Bürger des Westens packen ihre Fahrzeuge wenn sie in ein Land der dritten Welt fahren mit Ersatzteilen voll Der Grund dafür ist ganz einfach Das Automobil ist eine der kompliziertesten Maschinen auf Erden Auf schlechten Straßen und ohne eine Werkstatt in der Nähe kann diese Maschine sehr schnell zu einem nutzlosen Schrotthaufen werden Dann ist da der Lärm Durch ein verseuchtes Gebiet zu Rasen mag sich verlockend anhören wenn alles gut geht aber jedes motorbetriebene Fahrzeug erzeugt ganz gleich wie gut der Auspuff ist mehr Lärm als die lautesten Schritte Wenn du dich in einem Fahrzeug befindest das aus welchen Gründen auch immer keinen Meter mehr fahren kann dann schnapp dir deine Ausrüstung und lauf Bis zu diesem Augenblick hast du jeden Ghul in dem Gebiet auf deine Anwesenheit aufmerksam gemacht Jetzt da dein mechanisches Hilfsmittel ausgefallen ist viel Glück wenn du ihnen aus dem Weg gehen möchtest Diesen Warnungen zum Trotz mag die Verlockung eines motorisierten Transportmittels unwiderstehlich sein Nachfolgend eine kurze Liste der typischen Fahrzeuge und ihrer Vor- und Nachteile Erstens die Limousine Das sogenannte einfache Auto gibt es in tausend Variationen Das macht es schwer allgemeine Regeln über ihre Vor- und Nachteile aufzustellen Wenn du eines auswählst dann achte darauf wie weit du mit einer Tank Füllung kommst ebenso auf Stauraum für Ausrüstung und Haltbarkeit Wenn Limousinen einen Nachteil haben dann die Tatsache dass sie nicht in jedem Gelände fahren können Wie schon erwähnt dürften die meisten Straßen versperrt blockiert oder zerstört sein Wenn du eine Limousine besitzt dann versuch dir vorzustellen du müsstest damit über ein Feld fahren Füge nun noch Schlamm Schnee Steine Baumstümpfe Gräben und Bachbetten und rostenden vergessenen Schrott hinzu Das Risiko ist groß dass deine Limousine nicht weit kommt Allzu häufig schon war das Gelände rund um ein verseuchtes Gebiet mit zusammengebrochenen und oder liegen gebliebenen Limousinen übersät Zweitens der Geländewagen Durch eine boomende Wirtschaft in Verbindung mit reichlich billigem Benzin kam es in den 1990er Jahren zu einer explosionsartigen Vermehrung dieser Art von Fahrzeugen Monster der Landstraße deren direkte Abstammungslinie man bis zum goldenen Zeitalter des Automobils in den 50er Jahren zurückverfolgen kann als die Devise größer ist immer auch besser galt auf den ersten Blick scheinen sie die idealen Fluchtwagen zu sein sie vereinigen die Geländetauglichkeit militärischer Fahrzeuge mit dem Komfort und der Zuverlässigkeit einer Limousine was könnte besser geeignet sein um vor den Untoten zu fliehen die Antwort darauf lautet eine ganze Menge ungeachtet ihrer äußeren Erscheinung sind nicht alle Geländewagen für Fahrten in jedem Gelände tauglich viele wurden für Käuferschichten gebaut die nicht im Traum daran dachten mit dem Geländewagen weiter als bis zum Golfplatz zu fahren und wie ist es um die Sicherheit bestellt sollte nicht allein die schiere Masse so großer Fahrzeuge ausreichend Schutz bieten auch darauf lautet die Antwort nein zahlreiche verbraucher studien haben gezeigt dass die Sicherheits standards vieler Geländewagen noch unter denen von mittelklasse limousinen liegen nachdem das geklärt ist muss man jedoch festhalten dass viele dieser Fahrzeuge genau das sind was sie zu sein scheinen robuste zuverlässige arbeitstiere die mit extremen konditionen fertig werden können bedenke alle Optionen genau damit du diese echten Modelle von den benzin fressenden ästhetisch aufgemotzten und verantwortungslos vermarkteten Bländern unterscheiden kannst drittens der Lastwagen mit diesem Fahrzeugtyp sind mittelgroße Frachttransporter gemeint von Kleinbussen über Lieferwagen bis hin zu Freizeitfahrzeugen durch ihren ungünstigen Benzinverbrauch ihre stark eingeschränkte Geländetauglichkeit je nach Modell und ein massives klobiges Chassis könnte man diese Fahrzeuge als die schlechteste Wahl unter den Transportmitteln bezeichnen In vielen Fällen blieben Lastwagen in großstädtischen und in ländlichen Gegenden liegen und verwandelten ihre Insassen so quasi in Dosenfutter Viertens der Bus Was schon für den vorherigen Fahrzeugtyp galt gilt auch für diese großen Monster der Landstraße Sie können für die Fahrer ebenso gefährlich werden wie für die lebenden Toten Vergiss Schnelligkeit Wendigkeit Treibstoff Verbrauch Geländetauglichkeit Unauffälligkeit und alle anderen Eigenschaften die du brauchst um aus einem verseuchten Gebiet zu entkommen Ein Bus hat keine davon Ironischerweise hat ein Bus wenn überhaupt nur einen einzigen Vorteil nicht als Mittel zur Flucht sondern zur Verteidigung Zweimal sind Jäger Gruppen mit Polizeibussen in verseuchte Gebiete gefahren und haben sie als mobile Festungen benutzt wenn du nicht vorhast einen Bus auf diese Weise zu benutzen solltest du dich davon fernhalten 5. Der Panzerwagen Diese zivilen Panzer sind selten und das ist noch untertrieben Wenn du nicht für einen privaten Sicherheitsdienst arbeitest oder über ein enormes Privatvermögen verfügst wirst du wahrscheinlich keinen Zugang zu so einem Fahrzeug haben Ungeachtet ihrer geringen Reichweite und mangelnder Geländetauglichkeit bieten Panzerwagen Leuten auf der Flucht eine ganze Menge Vorteile Ihre dicke Panzerung macht den Fahrer so gut wie unverwundbar Selbst wenn das Fahrzeug unterwegs liegen bleibt könnten die Insassen überleben solange die mitgeführten Vorräte reichen Keine Horde von Zombies ganz gleich wie groß und stark könnte die dicken Stahlplatten überwinden 6 Das Motorrad Definitiv die beste Wahl für eine Flucht aus einem verseuchten Gebiet Das Motorrad speziell das Motocross Rad kann Stellen erreichen die für Vierrad Fahrzeuge unerreichbar sind Mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit kann man damit mitten durch eine Meute Zombies hindurchfahren Aufgrund seines leichten Gewichts kann man sie meilenweit schieben Natürlich gibt es auch Nachteile Motorräder haben nur kleine Tanks und bieten nicht den geringsten Schutz Statistiken zeigen allerdings dass das nur geringe Nachteile sind Verglichen mit anderen motorisierten Flüchtlingen die versuchen aus einem mit Zombies verseuchten Gebiet zu entkommen haben Motorrad Fahrer eine Überlebenschance von 23 zu 1 Leider sind 31 Prozent aller Motorrad Unglücke auf ganz normale Unfälle zurückzuführen Tollkühne und oder unaufmerksame Fahrer könnten durch einen Unfall ebenso leicht den Tod finden wie durch die Kiefer der wandelnden Toten 7 Zusätzliche Ausrüstung für Kraftfahrzeuge Flickzeug für Reifen Luftpumpe Benzin so viel wie außerhalb der Fahrgastzelle gelagert und transportiert werden kann Ersatzteile innerhalb vernünftiger Grenzen CB Funkgerät Handbuch des Fahrzeugs Reparaturset Starterkabel Wagenheber und so weiter 8 Alternative Transportmittel A Das Pferd Niemand kann die offenkundigen Vorteile einer Flucht zu Pferde bestreiten Treibstoff und Tankstellen spielen keine Rolle Weitere Vorräte beschränken sich auf Futter eine Decke und etwas zusätzliche Medizin Es gibt mehr Gelände Optionen da vier Hufe keine Straße benötigen Bevor es den Luxus von Automobilen gab reisten die Menschen ganz gut mit diesen schnellen robusten Tieren Aber bevor du aufsattelst und dich auf den Weg machst solltest du einige einfache Warnungen beherzigen Jeder der als Kind schon einmal auf einem Pony schick erfordert ein Pferd zu reiten Vergiss wie einfach das in Western Filmen aussieht Die Fertigkeiten die erforderlich sind um ein Pferd zu reiten und zu versorgen sind schwer zu lernen Glaube nicht dass du das unterwegs lernen kannst wenn du es nicht schon beherrschst Ein weiterer Nachteil speziell von Pferden ist der dass die Untoten die Tiere notorisch nervös machen selbst der Geruch eines Zombies den der Wind über Meilen herüberweht kann ausreichen ein Pferd vollkommen hysterisch zu machen Für einen wirklich erfahrenen Reiter der weiß wie er sein Tier kontrollieren muss könnte das ein vortreffliches Frühwarnsystem sein Für die meisten anderen jedoch würde es einen katapultartigen Sturz zu Boden bedeuten samt Verletzungen und allem In dem Moment würde das panische Pferd nicht nur seinen unglückseligen Reiter im Stich lassen sein Viren würde obendrein Zombies in der Nähe aufmerksam machen Dieses Fahrzeug ist eine Klasse für sich und vereinigt alle Vorteile Das normale Fahrrad ist schnell leise muskelbetrieben und leicht zu warten Dazu kommt der Vorteil dass es das einzige Fahrzeug ist das du hochheben und tragen kannst wenn das Gelände zu uneben wird Leuten die mit Fahrrädern aus verseuchten Gebieten flohen ist es fast immer besser ergangen als Leuten zu Fuß Als optimale Lösung käme ein Mountainbike in Betracht im Gegensatz zum Rennen oder Sportrad Aber nicht dass dir Geschwindigkeit und Wendigkeit zu Kopf steigen Du solltest handelsübliche Schutzkleidung tragen und Vorsicht stets den Vorzug vor Tempo geben Du möchtest nicht mit gebrochenen Beinen und einem verbeulten Rad im Straßengraben enden derweil das Schlorfen von Untoten unaufhaltsam näher kommt Gelände Arten Ein Großteil der Evolution unserer Rasse war ein Kampf unserer Umwelt zu bezwingen Einige würden sagen wir sind zu weit gegangen Das mag so sein oder auch nicht Was man jedoch bestätigen kann ist die Tatsache dass es besonders in den industrialisierten Ländern der ersten Welt möglich ist weitgehende Kontrolle über die Kräfte der Natur auszuüben In der Behaglichkeit deines eigenen Zuhauses kontrollierst du die Elemente Du entscheidest wann es heiß oder kalt nass oder trocken sein soll Du entscheidest ob der Tag gehen soll indem du die Läden schließt oder verdrängst die Nacht indem du einfach das Licht einschaltest Selbst die Gerüche und in manchen Fällen die Geräusche der Außenwelt kannst du durch die Mauern und geschlossenen Fenster der künstlichen Blase die du dein Zuhause nennst fernhalten Innerhalb dieser Blase nimmt die Umwelt Befehle von dir entgegen draußen im Freien auf der Flucht vor tollwütigen Zombies ist genau das Gegenteil der Fall dort bist du der Natur auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und kannst nicht den geringsten Aspekt der Umgebung verändern die du bisher als gegeben vorausgesetzt hast Hier ist Anpassung der Schlüssel zum Überleben und der erste Schritt der Anpassung besteht in genau Erkenntnis des Geländes jede Umgebung in die du dich begibst hat ihre eigenen Regeln diese Regeln müssen studiert und allzeit respektiert werden dieser Respekt bestimmt ob das Gelände dein Verbündeter oder dein Feind wird 1. Wald gemäßigt tropisch Die dichten Kronen vieler hoher Bäume verbessern die Deckung Tiergeräusche oder deren Fehlen können vor anrückenden Gefahren warnen Weicher Erdboden kann deine Schritte dämpfen Gelegentliche natürliche Nahrungsquellen Nüsse Beeren Fisch Wild und so weiter unterstützen deine Vorräte und helfen dir sparen Wenn du auf den Ästen eines hohen Baum schläfst kannst du vielleicht einmal eine Nacht unbesorgt durchschlafen Einen ärgerlichen Nachteil stellt das Laubwerk über dir dar Wenn du über dir einen Hubschrauber hörst kannst du ihm nicht schnell genug Signale geben Selbst wenn die als Landeplatz Es könnte frustrierend sein wenn du die mögliche Rettung direkt über deinem Kopf hören aber nicht sehen kannst Weite offene Flächen machen es Zombies möglich dich auch über große Entfernungen hinweg zu sehen Meide sie wenn irgend möglich Andernfalls halte stets besonders gründlich nach den Untoten Ausschau Stelle sicher dass du sie 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 dich sehen Lass dich sofort zu Boden fallen warte bis sie vorüber sind Wenn Bewegung erforderlich ist dann krieche bleib unten bis du die Gefahrenzone hinter dir gelassen hast 3. Felder Als Versteck eignet sich nichts besser als hohes Getreide Die Frage ist gereicht das dir oder einem lauernden Ghoul zum Vorteil Lärm wird ein kritischer Faktor sein Wenn du durch trockenes Getreide stapfst machst du genügend Lärm um Zombies von fern und nah anzulocken Auch wenn sie nass sind solltest du nur langsam durch Felder gehen stets die Ohren spitzen und jederzeit auf einen Nahkampf eingestellt sein 4. Berge Wenn du durch unebenes Gelände gehst schränkt das deine Sicht ein Vermeide wenn möglich anhöhen halte dich in Tälern auf behalte die Hügelkuppen im Auge falls ein Zombie dich unerwartet entdecken sollte Anhöhen können nützlich sein um dich zu orientieren deine Route zu bestätigen und Aufenthaltsorte von Zombies in der Umgebung zu bestimmen Nähere dich erhöhtem Gelände mit größter Vorsicht bewege dich geduckt oder auf dem Bauch vorwärts halte stets Ausschau nach schlufenden Gestalten und lausche nach dem charakteristischen Stöhnen 5. Sumpf Wenn möglich solltest du Feuchtgebiete generell meiden Wenn du plätschernd durch Pfützen stapfst kannst du Heimlichkeit getrost vergessen Giftige Tiere und Raubtiere stellen eine ebenso große Gefahr dar wie die Untoten Weicher Schlamm behindert dein Vorankommen besonders mit einem schweren Rucksack Halte dich stets auf festem trockenem Boden Wenn erforderlich warte nur durch ganz seichtes Wasser Achte auf Wellen oder Bewegungen der Oberfläche Ein Zombie könnte im weichen Schlamm versunken und direkt unter der Wasseroberfläche gefangen sein Halte nach Spuren und Tierkadavern Ausschau und schenke genau wie im Wald den Wildtieren dein Gehör Sie können durch ihre Anwesenheit ebenfalls wie Frühwarnsysteme wirken Hunderte verschiedener Tier- und Vogelarten leben in diesem Ökosystem Nur die Gefahr durch große Raubtiere würde sie zum Schweigen bringen Wenn du dich mitten in einem Sumpf befindest und auf einmal gar nichts mehr hörst dann weißt du dass die Untoten in der Nähe sind 6. Tundra Diese sub-arktische Umgebung ist für Menschen die beste auf der Welt Lange Winternächte ermöglichen sicheres Reisen da Zombies bei den extrem niedrigen Temperaturen festfrieren In den langen Sommertagen sind Menschen die auf ihr Augenlicht angewiesen sind den Untoten Verfolgern mit ihren multiplen Sinnen ebenbürtig Das ermöglicht längere Reiseperioden Ironischerweise fördert die sub-arktische Dämmerung auch einen tieferen entspannteren Schlaf Flüchtlinge die sich zur Nachtruhe niederlegten haben mehrfach berichtet dass sie wirklich ausruhen konnten ohne Angst haben zu müssen dass ein stinkender Mob aus der Dunkelheit auf sie losstürmt 7. Wüste Abgesehen von städtischen Gebieten können heiße trockene Zonen die gefährlichsten Gebiete der Erde sein Auch ohne die Gefahr durch Zombies können Dehydrierung und oder Hitzschlag einen Menschen binnen weniger Stunden töten Die beste Möglichkeit diese tödlichen Verhältnisse zu meiden wäre logischerweise in der Nacht zu reisen Leider ist das unmöglich da von nächtlichen Reisen während einer Epidemie in Wüsten dringend abgeraten wird Das Reisen sollte sich auf die drei Stunden nach dem Morgengrauen und die drei Stunden vor der Abend dämmerung beschränken Die heißeste grellste Zeit des die Stunden völliger Dunkelheit zum Ausruhen Das verlangsamt deine Reise zwar verringert aber das Risiko eines Angriffs Mehr als in jedem anderen Gelände solltest du darauf achten dass du ausreichend Wasser dabei hast oder genau weißt wo du welches finden kannst Wenn möglich meide Wüsten generell Vergiss niemals dass diese Umgebung dich so sicher töten kann wie jeder der wandelnden Toten 8. Stadt Wie schon erwähnt sollten dicht besiedelte Gebiete auf der Flucht gemieden werden koste es was es wolle innerhalb der Stadtgrenzen wird ein unvorstellbares Chaos herrschen Stell dir eine große Menge Menschen vor sagen wir eine halbe Million die in einer Stadt ohne fließendes Wasser Elektrizität Telefone Lebensmittel Zusteller medizinische Versorgung Müllabfuhr Feuerwehr oder Gesetzeshüter sich selbst überlassen wurde Und nun stell dir noch tausende humanoider Fleischfresser dazu vor die durch die blutbefleckten Straßen schlurfen Stell dir eine halbe Million Menschen vor ängstlich panisch frustriert um ihr Leben kämpfend kein herkömmliches Schlachtfeld kein Aufstand kein normaler Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung kann dich auf den Albtraum einer von Untoten belagerten Stadt vorbereiten Wenn du gegen alle Vernunft durch ein urbanes Gebiet reisen musst dann verbessern nachfolgende Regeln deine Überlebenschancen aber sie garantieren dein Überleben keinesfalls A Sei vertraut mit dem Gebiet Diese Regel müsste ständig wiederholt werden denn sie ist nirgendwo so wichtig wie in urbanen Gegenden Wie groß ist die Stadt die du betrittst Wie breit sind die Straßen Wo befinden sich Engpässe wie Brücken oder Tunnel Wo sind Einbahnstraßen und Sackgassen Gibt es Fabriken Chemische Fabriken oder andere Einrichtungen in denen Giftstoffe gelagert werden Wo sind Baustellen die Hindernisse darstellen könnten Gibt es Ebene offene Stellen zum Beispiel Spielplätze oder Stadtparks die deine Reisezeit verkürzen könnten Wo sind Krankenhäuser Polizeireviere Kirchen und andere Gebäude zu denen Zombies von Menschen gelockt werden könnten die sich versteckt haben Ein Stadtplan ist unumgänglich Noch besser wäre ein Reiseführer aber Wissen aus erster Hand ist unübertroffen Die Chance eine durchgehend befahrbare Straße von einem Ende der Stadt zum anderen zu finden ist praktisch gleich Null Wenn du nicht ständig auf brandaktuelle Informationen über deine Route zurückgreifen kannst dann denk nicht einmal darüber nach mit deinem Auto Laster oder Geländewagen eine zu finden Mit einem Motorrad kannst du Straßensperren umfahren Sein Lärm macht diesen Vorteil allerdings zunichte Wenn du zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bist hast du den Vorteil von Geschwindigkeit Unauffälligkeit und Vielfalt in diesem Betondschungel C Benutze Freeways Wenn die Epidemie sich von einem aktiven Kampf zu einer verheerenden Invasion ausgeweitet hat, wird ein Freeway der sicherste Weg sein Seit den 1950er Jahren wurden Freeways durch jede große und mittelgroße Stadt der USA gebaut Normalerweise verlaufen 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 schnurgerade größere Abschnitte sind durch höhere Zäune geschützt oder verlaufen auf Stützpfeilern über dem Boden was es den Gulen fast unmöglich macht dich zu erreichen Selbst wenn sie eine Zufahrtsrampe oder ein Loch in einem der Zäune finden bist du immer noch schnell genug um entweder davon zu fahren mit deinem Fahrrad oder Motorrad oder einfach weg zu laufen abermals sind Vierradfahrzeuge keine Option da jeder Freeway zweifellos mit liegen gebliebenen Fahrzeugen verstopft sein dürfte in vielen werden Zombies sein gebissene Menschen die versucht haben aus der Stadt zu fliehen ihren Verletzungen erlegen sind und noch angeschnallt wieder zum Leben erwarten untersuche jedes Fahrzeug genauestens ehe du dich ihm näherst und achte besonders auf diejenigen mit offenen oder eingeschlagenen Fenstern halte deine Machete bereit falls plötzlich eine Hand nach dir greift sei extrem vorsichtig beim Gebrauch von Schusswaffen ob mit Schalldämpfer oder ohne vergiss nicht du befindest dich auf einem Minenfeld mit ganz oder teilweise gefüllten Benzintanks ein Querschläger oder ein einziger Funke und die lebenden Toten werden dein geringstes Problem sein d meide unterirdische Anlagen Kanäle U-Bahn Abwasserrohre und andere Arten unterirdische Anlagen können dir Schutz vor den Horden über dir bieten aber wie auf Freeways besteht auch hier das Risiko dass du von Zombies umzingelt wirst die sich schon in dem Gebiet befinden und im Gegensatz zu Freeways hast du hier nicht die Möglichkeit über eine Mauer oder von einer Überführung zu springen wenn du gestellt wirst hast du vielleicht gar keine Flucht Möglichkeit außerdem bedeutet eine unterirdische Reise permanente Dunkelheit ebenfalls ein Argument dagegen die Akustik vieler Tunnel dürfte viel besser sein als alles was du oberirdisch findest das ermöglicht Zombies möglicherweise nicht eine Position zu bestimmen kann aber eine Kettenreaktion in einem unterirdischen Durchgang auslösen wenn du nicht innigst mit dem System vertraut bist das heißt wenn du nicht mitgeholfen hast es zu entwerfen zu bauen oder zu warten dann solltest du dich nicht einmal in seine Nähe wagen e achte auf Feuer aus den eigenen Reihen selbst wenn eine Stadt oder ein Stadtviertel als überrannt eingestuft wurde vollkommen von Zombies erobert könnte es Enklaven überlebender Menschen geben diese Überlebenden werden zweifellos zuerst schießen und ihre Angreifer später identifizieren Um nicht in Feuer aus den eigenen Reihen zu geraten solltest du auf Zusammenrottungen von Zombies achten sie könnten auf einen noch schwelenden Kampf hindeuten halte darüber hinaus nach Stapeln von Totenausschau sie könnten das Schussfeld eines Scharfschützen in einer nahegelegenen Festung markieren Halt Halt die Ohren offen ob du Gewehrfeuer hörst versuche zu bestimmen woher es kommt und mache einen großen Bogen um die Stelle Suche nach anderen Anzeichen zum Beispiel Rauch Lichter in Fenstern Menschenstimmen oder Motorengeräuschen Auch hier solltest du die Leichen genau im Auge behalten Berge von Toten deuten auf eine konzentrierte Aktion der Untoten hin um ein bestimmtes Ziel zu erreichen Die Tatsache dass sie an derselben Stelle fielen könnte bedeuten dass ein geübter Scharfschütze sie aus einer bestimmten Entfernung erledigt hat wenn du glaubst dass Menschen in der Nähe sind nimm keine Verbindung mit ihnen auf wenn du markante Geräusche von dir gibst oder unterwegs nicht schießen rufst machst du nur die Untoten auf dich aufmerksam f komm in der Abenddämmerung geh im Morgengrauen wenn die Stadt nicht zu groß ist sie bei Tageslicht zu durchqueren solltest du niemals der Stadt Grenze Halt oder Rast machen wie schon einmal erwähnt sind die Gefahren nächtlichen Reisens in einer städtischen Umgebung hundertmal schlimmer als in offenem Gelände wenn du eine Stadt betrittst und dir bleiben nur noch wenige Stunden Tageslicht dann übernachte lieber auf dem Land wenn du Minuten vor Sonnenuntergang an einen Stadtrand kommst geh weiter bis du ihn weit hinter dir gelassen hast ehe du Halt machst und dein akzeptabel ist das offene Land bei Nacht ist immer relativ sicherer als eine Stadt im hellen Tageslicht geh geh nur schlafen wenn du einen Fluchtweg hast es mag bei manchen Städten logistisch unmöglich sein sie an einem Tag zu durchqueren besonders heutzutage da es mit dem Städte Wachstum und dem sogenannten Auffüllen der Erschließung und Bebauung von Land zwischen zwei Stadtkernen zunehmend schwieriger wird die In diesen Fällen wird es erforderlich sein einen geeigneten Schlafplatz oder wenigstens einen zum Ausruhen für den folgenden Tag zu finden Suche nach Gebäuden die vorzugsweise nicht höher als vier Stockwerke sind und nahe beieinander stehen aber einander nicht berühren Ein Gebäude mit einem flachen Dach und nur einem Eingang wäre als vorübergehende Zuflucht für dich am besten geeignet Erstens vergewissere dich als erstes dass du unbeschadet springen kannst Zweitens verriegle die Tür zu deinem Zimmer Wenn sich das als unmöglich erweisen sollte verbarrikadiere sie mit Gegenständen die den größtmöglichen Lärm machen wenn sie zerbrochen werden Drittens du solltest stets sowohl einen langfristigen wie auch einen kurzfristigen Fluchtplan parat haben Wenn Zombies auf das Dach stolpern und dich so rechtzeitig wecken dass du auf das nächste Dach springen kannst und du es auf die Straße schaffst was dann Ohne einen langfristigen Fluchtplan wirst du buchstäblich vom Regen in die Traufe kommen Alternative Transportmittel 1. In der Luft Statistiken haben gezeigt dass Fliegen die sicherste Fortbewegungsmethode ist Bei der Flucht aus einem verseuchten Gebiet könnte das nicht zutreffender sein Die Reisedauer schrumpft auf Minuten Gelände und andere Barrieren werden bedeutungslos Nahrung Vorräte praktisch alles was du in diesem Kapitel gelernt hast ist nebensächlich wenn du über die Köpfe der tobenden Guhle hinweg segelst Aber Reisen per Luft haben auch ihre Nachteile Je nach Flugzeug und Umweltbedingungen können diese Nachteile jeden Ausflug in die Luft unmöglich machen A Tragflächenflugzeuge Was Schnelligkeit und Verfügbarkeit angeht kann es nichts mit dem normalen Flugzeug aufnehmen vorausgesetzt du hast mindestens einen in deiner Gruppe der es fliegen kann Treibstoff entscheidet buchstäblich über Leben und Tod Wenn deine Reise einen Zwischenstopp zum Auftanken erforderlich macht solltest du ganz genau wissen wo du landen musst und ob man dir eine sichere Landung garantieren kann In den ersten Stadien einer Epidemie sind schon viele Privatleute mit ihren Privatflugzeugen gestartet ohne ihr Ziel zu kennen Viele mussten notlanden während andere versuchten in verseuchten Gebieten aufzutanken In einem Fall flog ein ehemaliger Stuntpilot seine Maschine aus einer Gefahrenzone bis ihm der Treibstoff ausging dann versuchte er sich mit dem Fallschirm in Sicherheit zu bringen Als er den Boden berührte hatte jeder Zombie im Umkreis von 10 Meilen sein Flugzeug abstürzen sehen und näherte sich seiner Position Die Folgen wurden von einem anderen Piloten berichtet Wasserflugzeuge schalten diesen Gefahrenfaktor aus vorausgesetzt du bleibst über einem Gewässer aber wenn du mitten auf einem See oder im Meer notwassern musst bist du vielleicht vor Gulen in Sicherheit nicht aber vor den Kräften der Natur ließ Berichte von Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg die Wochen in Rettungsbooten verbrachten nachdem sie abgeschossen worden waren und du überlegst es dir vielleicht zweimal ehe du in ein Wasserflugzeug steigst Die Möglichkeit jederzeit auf jedem Gebäude zu landen bietet einen unschätzbaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Flugzeugen Wenn dir der Treibstoff ausgeht kommt das nicht einem Todesurteil gleich da du keine Rollbahn zum Landen brauchst Was aber wenn du in einer feindseligen Umwelt herunter kommst Der Lärm allein wird deine Ankunft verkünden Was das Auftanken betrifft solltest du dieselben Grundregeln beherzigen wie bei normalen Flugzeugen C Ballon Eines der primitivsten Fluggeräte ist gleichzeitig eines der besten Ein Ballon sei es ein Heißluft oder ein Helium Ballon kann Wochen in der Luft bleiben Ein Nachteil ist natürlich der fehlende Antrieb Ballons sind darauf angewiesen dass der Wind oder thermische Strömungen sie voranbringen Wenn du nicht über große Erfahrungen verfügst kann es dir passieren dass du lediglich hilflos über feindlichem Gelände schwebst wenn du mit einem Ballon fliehen möchtest D Luftschiff sie mögen lächerlich aussehen sie mögen fast unmöglich zu finden sein aber für eine Luftfahrt ist nichts besser geeignet als mit Helium gefüllte lenkbare Luftschiffe sie wurden nach dem ersten Weltkrieg vervollkommnet und waren fast dabei Flugzeuge zu verdrängen als es 1937 zur Hindenburg Katastrophe kam heute dienen sie fast ausschließlich als fliegende Reklametafeln oder um Luftaufnahmen von Sportveranstaltungen zu machen während einer Epidemie allerdings vereinigen sie die Dauerhaftigkeit eines Ballons mit der Mobilität und uneingeschränkten Landefähigkeit eines Helikopters Luftschiffe kamen viermal während Zombie-Ausbrüchen zum Einsatz einmal zur Flucht einmal zum Studium und zweimal bei Angriffsmissionen alle waren erfolgreich Zweitens zu Wasser Boote in fast jeder Form haben sich während eines Angriffs als sicherste Transportmittel erwiesen Wie bereits erwähnt benutzen Zombies ihre Lungen nicht und können unter Wasser gehen aber ihnen fehlt die Koordination zum Schwinden Aus diesem Grund hat das Reisen per Boot viele der Vorteile von Flügen Häufig Häufig haben Leute die über ein Gewässer flohen Gule vom Grund zu sich herauf schauen sehen Selbst wenn der Kiel ihres Bootes nur wenige Zentimeter außer Reichweite der Zombies ist haben die Menschen an Bord nichts zu fürchten Studien haben gezeigt dass Flüchtlinge zu Wasser eine fünfmal so hohe Überlebenschance haben wie Flüchtlinge zu Land Da die Manchen Fällen haben Menschen Boote als künstliche Inseln auf Seen oder Teichen benutzt und konnten über Wochen hinweg überleben während es an den Ufern von lebenden Toten nur so wimmelte Antriebsarten 1. Motor Fossile Brennstoffe ermöglichen nicht nur größere Geschwindigkeit sondern auch unübertroffene Kontrolle auf allen Arten von Wasserwegen Der offensichtliche Nachteil besteht natürlich in dem begrenzten Vorrat abermals gilt du solltest einen ausreichenden Vorrat für die gesamte Reise dabei haben oder genau wissen wo genügend sichere Vorräte gelagert werden Ein anderes Problem stellt wie nicht anders zu erwarten der Lärm dar Das Reisen mit langsamerer Geschwindigkeit spart Treibstoff macht aber auch jeden Zombie in Hörweite des Ufers auf dich aufmerksam Ein langsamer Motor macht ebenso viel Lärm wie ein schneller In einer gefährlichen Lage können sie für zusätzliches Tempo sorgen benutze sie aber nur wenn notwendig und stets mit der gebührenden Vorsicht Wind ist eine konstante Energiequelle Wenn du Windkraft nutzt kannst du reisen ohne dass du dir Gedanken über Treibstoff Rationierung machen musst Abgesehen vom Flattern der Segel haben windbetriebene Boote den Lärmpegel von schwimmendem Kelp Praktisch Null Leider ist Wind aber höchst unbeständig An einem windstillen Tag könntest du festsitzen Bei einer starken Bö könntest du kentern In neun von zehn Fällen wird der Wind nicht in die richtige Richtung wehen Und selbst wenn wird das Bremsen oder Anhalten nicht so leicht sein als müsstest du nur einen Motor abschalten Jeder Anfänger kann ein Motorboot wie ein Walfänger aus Boston steuern aber Segeln erfordert Geschick Geduld Intelligenz und jahrelange Übung Denk daran bevor du zum erstbesten Segelboot läufst das Segel setzt und feststellst dass dich der Wind direkt auf die lebenden Toten zutreibt 3. Muskelkraft Was wäre einfacher als zu rudern Mit ein wenig Übung kann jeder sein eigenes Boot antreiben und steuern Der größte Nachteil hier liegt in der menschlichen Natur begründet Wir ermüden Das solltest du berücksichtigen wenn du deine Seereise planst Wie weit wirst du rudern müssen Wie viele Leute reisen mit dir Selbst wenn ihr euch an den Rudern ablöst könnt ihr das Ende eurer Reise erreichen bevor alle an Bord erschöpft sind Wenn du keinen Ersatzmotor oder ein Segel als Unterstützung hast solltest du vorsichtig sein wenn du eine Menschen brauchen Ruhe Zombies nicht Warum solltest du dich in eine Situation begeben wo deine größte Schwäche gegen ihre unübertroffene Stärke steht Allgemeine Regeln Der schlimmste Fehler wenn du in ein Boot steigst wäre der zu glauben dass die Gefahr damit vorüber ist Dieses falsche Gefühl von Sicherheit hat den Tod von Hunderten Menschen verursacht Opfer die hätten überleben können wären sie wachsam geblieben und hätten sie ihren Verstand benutzt Eine Flucht zu Wasser unterscheidet sich in nichts von einer in der Luft oder zu Land Warnungen müssen beachtet Regeln befolgt und Lektionen in und auswendig gelernt werden wenn eine erfolgreiche Flucht gelingen soll Erstens Mache dich mit deinen Wasserwegen vertraut Gibt es Schleusen Wie sieht es mit Dämmen Brücken Strom Schnellen oder Wasserfällen aus Genau wie an Land ist es zwingend erforderlich dass du alle Wasserwege kennst die du zurücklegen musst bevor du deine Reise beginnst Zweitens bleibe in tiefen Gewässern vorzugsweise tiefer als dreieinhalb Meter In flacherem Wasser könnte ein Zombie nach deinem Boot greifen Viele Flüchtlinge gingen seitlich über Bord wenn Gule unter der Oberfläche lauerten besonders in trüben Gewässern Andere verloren Teile ihrer Propeller oder ein Stück des Ruders wenn sie mit untergetauchten Zombies zusammen schließen drittens spare nicht mit Vorräten viele Leute glauben die Reise auf einem Fluss oder Kanal macht es überflüssig Vorräte einzupacken warum solltest du nicht einfach angeln und das Wasser unter dir trinken Leider sind die Zeiten von Huckleberry Thin als die Flüsse noch sauber waren längst vorbei Nach Jahrzehnten des Verklappens von Industrieabfällen sind die meisten Flüsse kaum mehr in der Lage Leben zu erhalten auch ohne künstliche Verunreinigungen enthalten viele Flüsse so viele Bakterien menschlicher und tierischer Ausscheidungsprodukte dass sie eine Gefahr für Leib und Leben darstellen Schlussfolgerung nimm stets genügend Lebensmittel und Wasser für die gesamte Dauer der Reise mit zum Kochen und Baden sollte außerdem eine Filterpumpe benutzt werden Viertens achte auf deinen Ankertau zu oft haben Leute die sich auf ihrem Boot sicher fühlten nachts Rast gemacht den Anker ausgeworfen und sind eingedöst einige dieser Menschen sind nie wieder erwacht Zombies die auf dem Grund herumlaufen können den Lärm des herannahenden Bootes ebenso hören wie das Geräusch wenn der Anker in den Schlamm fällt wenn sie die Ankerkette finden können sie daran bis zu deinem Boot hinauf klettern aus diesem Grund solltest du immer mindestens eine Person als Wache einteilen und bereit sein das Ankertau beim ersten Anzeichen von Gefahr zu kappen Über den Angriff Im Juli 1887 war die Südinsel von Neuseeland Schauplatz einer kleinen Epidemie in der Nähe eines Farmhauses bei Omarama Die Anfangsstadien des Angriffs sind zwar unbekannt aber Berichte sprechen davon dass im Morgengrauen eine Gruppe von 14 bewaffneten Männern drei Zombies im Umland erledigten und sich dann dem Farmhaus näherten um danach ein Kinderspiel das Haus selbst zu befreien Ein Mann wurde losgeschickt um das Haus auszukundschaften er trat ein Schreie Stöhnen und Schüsse waren zu hören dann nichts mehr Ein anderer Mann wurde losgeschickt zuerst blieb alles ruhig er lehnte sich aus einem der oberen Fenster und rief herunter dass er einen halb aufgefressenen Leichnam gefunden hätte aber sonst nichts plötzlich tauchte hinter ihm ein verwester Arm auf packte ihn an den Haaren und zerrte ihn ins Innere die anderen kamen ihm im Laufschritt zu Hilfe kaum hatten sie das Haus betreten griffen fünf Zombies aus allen Richtungen an in den engen Räumlichkeiten waren lange Waffen wie Äxte und Sensen nutzlos das gleiche galt für Gewehre mit langem Lauf ungezielte Pistolenschüsse töteten drei Männer versehentlich auf der Stelle und verwundeten zwei weitere auf dem Höhepunkt des Handgemenges geriet einer der Überlebenden in Panik rannte aus dem Haus schnappte sich eine Laterne und warf sie durch ein Fenster eine anschließende Suche brachte lediglich verkohltes Skelette zum Vorschein dieses Kapitel soll helfen eine Such- und Rettungsmission von Zivilisten zu organisieren wie schon zuvor erwähnt werden verschiedene Organisationen eigene Ausrüstung und hoffentlich Pläne haben um eine derart unkonventionelle Kriegsführung zu organisieren wenn sie zur Stelle sind großartig setz dich hin entspann dich und sie zu wie deine Steuern ausnahmsweise sinnvoll verwendet werden was aber und auch darauf wurde schon eingegangen wenn diejenigen die wir bezahlen damit sie uns beschützen nirgendwo zu finden sind in diesem Fall liegt die Verantwortung die Bedrohung durch die Untoten auszulöschen bei dir und allen die du überzeugen kannst dir zu helfen jede Regel jede Taktik jedes Werkzeug und jede Waffe in diesem Kapitel wurden exakt auf so ein Kontingent zugeschnitten alle alle basieren auf realen Kampferfahrungen alle wurden erprobt und erwiesen sich als tauglich für den Moment da der Rückzug zu Ende ist und es Zeit wird die Jäger zu jagen allgemeine Regeln erstens kollektive Reaktion wie bei jeder anderen Art von Kampf auch sollte der Kampf gegen die Untoten niemals ein Solo Unternehmen sein Wie schon einmal erwähnt gibt es in der westlichen speziell amerikanischen Kultur den Mythos des individuellen Überwesens Ein Mann oder eine Frau gut bewaffnet und bestens ausgebildet mit Nerven aus Stahl kann die Welt erobern Wer das glaubt sollte sich einfach nackt ausziehen brüllend zu den Untoten laufen und sich dort auf ein silbernes Tablett legen Wenn du allein losziehst gehst du mit Sicherheit in den Tod und könnt es dadurch dafür sorgen dass ein weiterer Zombie entsteht Zusammenarbeit hat sich als einzige erfolgreiche Strategie erwiesen eine Armee von Untoten auszulöschen 2. wahre Disziplin Wenn du sonst nichts aus diesem Kapitel lernst wenn dir korrekte Bewaffnung Ausrüstung Kommunikation und Taktik eine alberne Zeitvergeudung zu sein scheiden wenn du nur ein einziges Werkzeug mit in den Kampf gegen die lebenden Toten nehmen möchtest dann sollte das eiserne unerschütterliche Disziplin sein Eine disziplinierte Gruppe kann ganz gleich wie ihre zahlenmäßige Stärke aussieht unendlich viel mehr Schaden an einem untoten Feind anrichten als ein gut bewaffneter Mob Da Da dieses Buch für Zivilisten geschrieben wurde nicht für Militär Personal dürfte es schwer sein Disziplin dieses Kalibers zu finden Wenn du dein Team auswählst achte darauf dass die Männer und Frauen unter deinem Kommando deine Befehle verstehen Benutze eine klare knappe Sprache greife nicht auf militärischen oder sonst wie verschlüsselten Sprachgebrauch zurück wenn nicht alle Mitglieder mit seiner Bedeutung vertraut sind Achte darauf dass es einen Anführer gibt den die ganze Gruppe anerkennt und respektiert Du solltest sicherstellen dass es keine persönlichen Differenzen gibt oder diese zumindest beigelegt wurden Wenn das bedeutet deine Gruppe zu verkleinern dann ist es eben so Dein Team soll und muss wie eine Einheit funktionieren Wenn nicht erwartet dich eine ganze Schar von albtraumhaften Möglichkeiten Große gut ausgerüstete Gruppen wurden schon bis auf den letzten Mann ausgerottet wenn ihre Mitglieder in Panik gerieten sich zerstreuten oder gegenseitig bekämpften Vergiss was du in Filmen über Banden von Ortsansässigen gesehen hast die mit Bier und Schrotflinten in den Händen die Menschheit vor der Zombie Bedrohung retten Im wahren Leben wäre so eine Truppe wenig mehr als eine waffenschwingende Vorspeise drittens sei wachsam vielleicht erlebst du nach einem erfolgreichen Kampf ein Hochgefühl vielleicht bist du nach Tagen ohne Schlaf müde vielleicht haben Stunden einer erfolglosen Suche deinen Geist vor Langeweile träge gemacht welche Gründe auch immer zutreffen mögen bleib auf jeden Fall immer wachsam die Untoten können überall sein ganz gleich wie sicher die Gegend zu sein scheint sei wachsam sei wachsam sei wachsam viertens heure einen ortskundigen Führer an nicht jeder Kampf findet auf heimatlichem Gelände statt bevor du ein Gebiet betrittst das dir oder deiner Gruppe nicht vertraut ist solltest du jemanden anwerben der sich auskennt er oder sie kann auf alle Verstecke alle Hindernisse alle Fluchtwege und so weiter hinweisen Gruppen ohne Führer haben schon versehentlich Katastrophen ausgelöst weil sie nicht wussten dass eine Gasleitung in ihrer Schusslinie lag oder giftige Chemikalien in einem Gebäude gelagert wurden das sie in Brand gesteckt hatten Im gesamten Verlauf der Weltgeschichte waren erfolgreiche Armeen stets diejenigen die Einheimische des Gebiets anwarben das sie erobern wollten Armeen die blinde Vorstöße wagten mussten meist Niederlagen einstecken Fünftens Organisiere eine Basis und Nachschub Ein Team sollte niemals in den Kampf ziehen ohne zuvor eine sichere Zone eingerichtet zu haben Dieses Gebiet sollte weit außerhalb der Kampfzone liegen Es sollte von einer Nachschub Gruppe mit allen erforderlichen Einrichtungen die man zum Kämpfen braucht gehalten werden und wenn sich das Blatt des Kampfes wendet muss es obendrein leicht zu verteidigen sein Festung Krankenhaus Nachschub Basis Informationszentrum Diese Begriffe sollten dir alle in den Sinn kommen wenn du deiner Gruppe befiehlst zum Stützpunkt zurückzukehren Sechstens Nutze das Tageslicht Es ist kein Zufall dass die meisten Horrorfilme bei Nacht spielen Dunkelheit hat stets aus einem einzigen Grund Schrecken heraufbeschworen Der Homo Sapiens ist nicht für nächtliche Aktivitäten geeignet Unsere mangelhafte Nachtsicht das schlechte Gehör und der kaum ausgeprägte Geruchssinn machen uns zu Geschöpfen des Tages Zombies sind für nächtliche Kämpfe zwar nicht besser ausgestattet als wir aber es wurde bewiesen dass die Sicherheit immer leidet wenn man sich ihnen nachts zum Kampf stellt Tageslicht verbessert nicht nur die Sicht drastisch sondern verschafft deinen Leuten obendrein einen psychologischen Vorteil siebentens plane deine Flucht gegen wie viele Zombies musst du kämpfen wenn dir keine exakten Zahlen vorliegen solltest du darauf achten dass immer ein Fluchtweg gewählt erkundet und bewacht wird allzu 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 oft schon wurden zuversichtliche Jäger überwältigt wenn sie sich in ein verseuchtes Gebiet vorwagten weil sie es mit mehr Zombies zu tun hatten als sie vermuteten achte darauf dass dein Fluchtweg frei ist sich in der Nähe befindet und vor allem nicht von Hindernissen versperrt wird wenn die Zahl es zulässt solltest du einige Mitglieder deiner Gruppe abkommandieren um diesen Fluchtweg zu wenn eine Masse wandelnder Toter ihren Fluchtweg versperrte 8. Lass sie zu dir kommen diese Taktik ermöglicht den Lebenden mehr als jeder andere ihren Vorteil der Intelligenz voll und ganz auszuspielen eine Armee von Menschen die weiß dass ein Angriff bevorsteht wird geduldig und sicher abwarten und sich verteidigen darum braucht ein Angreifer in einem herkömmlichen Krieg unter Menschen stets eine zahlenmäßige Übermacht von 3 zu 1 um Erfolg zu gewährleisten nicht so bei den Untoten da Zombies ausschließlich von Instinkten geleitet werden greifen sie an ganz gleich wie die Situation sich darstellt das gibt dir den Vorteil dass du einfach in der Nähe eines verseuchten Gebiets warten und sie zu dir kommen lassen kannst mach so viel Lärm wie möglich zünde ein Feuer an schicke sogar ein oder zwei schnelle Kundschafter rein um sie anzulocken wenn die Toten anrücken wirst du dich in einer Position der aggressiven Verteidigung befinden und bereit sein die Mehrheit zu töten ehe du zum Aufwasch in das Gebiet vorstößt Da sich diese Taktik als die wirkungsvollste erwiesen hat werden unterschiedliche Varianten ihrer Anwendung später in diesem Kapitel noch einmal ausführlicher behandelt 9. Klopf an Bevor du einen Raum betrittst ob er nun abgeschlossen ist oder nicht solltest du stets horchen ob du drinnen Aktivitäten hören kannst Auf der anderen Seite der Tür könnte ein Zombie lauern gelassen ruhig aber bereit beim ersten Anblick von Beute aktiv zu werden wie ist das möglich vielleicht sind gebissene Menschen hinter verschlossenen Türen der Ansteckung erlegen vielleicht wurden sie von ahnungslosen Mitmenschen die glaubten dass sie ihre liebsten beschützen dort eingeschlossen welche Gründe auch immer ausschlaggebend sein mögen die Chancen für so ein Szenario stehen bei mindestens 1 zu 7 wenn du zuerst nichts hörst mach ein paar Geräusche dann werden stumme Gule aktiv oder du hast bestätigt dass der Raum wirklich leer ist was auch immer geschieht bleib wachsam 10 sei gründlich im Anfangsstadium einer Epidemie neigen die Leute dazu Zombies die sie als normalsterbliche gekannt haben zu fangen und nicht zu töten wenn die Hescher entweder geflohen sind oder verschlungen wurden können Zombies auf Jahre hinaus vor Ort durchhalten und den Zyklus von neuem beginnen wenn sie befreit werden wenn du ein Gebiet nach Gulen durchkämmt hast dann durchkämme es noch einmal und dann durchkämme es noch einmal Zombies könnten überall sein in Abwasserkanälen auf Dachböden in Kellern in Autos in Abluft Rohren unter Veranden sogar in Mauern oder unter Trümmerhaufen achte besonders auf Gewässer Es ist schon vorgekommen dass Zombies die auf dem Grund von Seen Flüssen oder sogar Stauseen schlurften an die Oberfläche kamen als ein Gebiet schon für gesichert erklärt wurde Befolge die Anweisungen später in diesem Kapitel um erfolgreiche Such- und Vernichtungsmissionen unter Wasser durchzuführen 11. Halte Kommunikation aufrecht Einer der wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Mission ist dass du stets mit allen Mitgliedern deiner Gruppe in Verbindung stehst Ohne anständige Kommunikation können Jäger getrennt überrannt oder versehentlich von ihren eigenen Leuten erschossen werden was wie bei der konventionellen Kriegsführung häufiger geschieht als offiziell zugegeben wird Kleine tragbare Funkgeräte selbst die Billigmarken die in Elektronikfachmärkten verkauft werden sind die beste Möglichkeit miteinander in Kontakt zu bleiben Walkie Talkies haben gegenüber Handys den Vorteil dass ihre Signale nicht auf Satelliten Relais oder andere externe Hilfsmittel angewiesen sind 12. Töte und Horche Achte nach einem Scharmützel stets auf sekundäre Zombie Gruppen In dem Moment wenn ein Ghoul zur Strecke gebracht wurde solltest du alle Aktivitäten einstellen und auf die Welt um dich herum horchen Die Chancen sind groß dass alle Zombies in Hörweite den Kampf gehört haben und sich deiner Position nähern Wenn das Gebiet wirklich sicher ist musst du sowohl die Leichen der Zombies wie auch der gefallenen Mitglieder deiner Gruppe entsorgen Erstens schließt das die Möglichkeit aus dass infizierte menschliche Leichen als Zombies wiederkehren zweitens verhindert es die Gesundheitsrisiken die von jeder Form von verwesendem Fleisch ausgehen Frisch getötete Menschen bilden eine attraktive Mahlzeit für Vögel Aasfresser und natürlich andere Zombies Vierzehntens Verhindere Brände Wenn du Feuer benutzt musst du die möglichen Folgen bedenken Kannst du das Feuer eindämmen Wenn nicht wird das Feuer zur Gefahr für deine Gruppe werden Ist die Bedrohung durch Zombies gravierend genug dass es gerechtfertigt ist in großem Maß persönlichen Besitz zu verbrennen Die Antwort mag logisch erscheinen aber warum solltest du eine halbe Stadt niederbrennen nur um drei Zombies zu vernichten die man durch Gewehrschüsse erledigen könnte Wie schon erwähnt kann Feuer ein ebenso mächtiger Gegner wie Verbündeter sein Benutze es nur wenn es nicht anders geht Achte darauf dass dein eigenes Team einer Feuersbrunst mühelos entkommen kann Vergewissere dich wo alle Sprengstoffe und giftigen Chemikalien gelagert werden und ob deren Zerstörung dein Team in Gefahr bringen könnte Vergiss nicht mit deinen brennbaren Hilfsmitteln Flammenwerfer Molotowcocktail Fackel und so weiter zu üben bevor du ein Kampfgebiet betrittst damit du weißt was dich erwartet Hüte dich vor brennbaren Dämpfen beispielsweise ein Leck in einer Gasleitung und vor allem ist das Rauchen während einer Such- und Vernichtungsmission unbedingt zu verbieten Es mag der Zeitpunkt kommen da es Verschwendung gleichzukommen scheint ein ganzes Team loszuschicken wenn eine Person die Aufgabe auch erledigen könnte Kämen fünf Individuen nicht schneller voran als eine ganze dicht zusammengedrängte Gruppe Was Zeit und Effektivität angeht ja Aus Gründen der Sicherheit die bei jedem Zombie Jagdausflug oberstes Gebot ist erscheint es zwingend geboten unbedingt zusammen zu bleiben Ein versprengtes Individuum kann leicht umzingelt und aufgefressen werden Schlimmer noch es ist schon geschehen dass Jäger gegen wandelnde Tote vorgehen mussten die nur Stunden vorher noch Mitglieder ihrer eigenen Gruppe gewesen waren Waffen und Ausrüstung Bewaffnung und Ausrüstung eines zivilen Anti-Zombie Teams sollten denselben Grundregeln folgen wie bei einer Militäreinheit jede Person sollte ein Standardset bei sich haben dazu kommen Gegenstände die für das gesamte Team erforderlich sind jedes Mitglied sollte bei sich haben Tages 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 persönliches Feld Besteck Wander oder Kampf Stiefel zwei Paar Socken Schlafsack oder Decke jede Gruppe zehn Leute oder weniger sollte dabei haben zwei lautlose Waffen können als sekundäre Waffen verwendet werden drei Handgranaten zwei Kletterhaken 20 Meter Seil Nylon 1 Zentimeter Durchmesser Reißfest zwei Ferngläser Mindestens 50 Millimeter Linsen Zehnfache Vergrößerung Zwei Brecheisen Können auch als Nahkampfwaffen verwendet werden Zwei Bolzenschneider Werkzeugset Muss beinhalten Schraubzwinge Drahtzange Kreuzschraubenzieher Schlitzschraubenzieher Mikroschraubenzieher Satz Isolierband Verstellbarer Schraubenschlüssel Handbohrer mit Bohraufsätzen Axt oder Beil Kann auch als Nahkampfwaffe verwendet werden Erste Hilfekasten Muss Müllbinden Wattebäuschen Zwei Armschlingen Schere Pflaster Antibiotikum Desinfektionsmittel Antiseptische Reinigungstücher Antibakterielle Seife Sterile Gase Binden Augenklappen Vaseline Sterile Lanzetten Zehn Liter Wasser in tragbaren Kanistern Zwei Landkarten Unmittelbare Umgebung Umland Zwei Kompasse Ersatzbatterien für alle elektrischen Geräte Zehn Extra Notfackeln Vier Kompakte Grabwerkzeuge Können auch als Nahkampfwaffen verwendet werden Transport Anders als in dem mit auf der Flucht überschriebenen Szenario ist es das Ziel dieses Kapitels dir nicht bei der Flucht aus einem Gebiet zu helfen sondern bei dessen Durchsuchung Die Untoten sollen nicht vermieden sondern angelockt werden Im Gegensatz zum vorhergehenden Kapitel wirst du auch nicht allein sein und der Stützpunkt sollte es wesentlich einfacher machen ein Fahrzeug aufzutanken und zu warten Wenn du das bedenkst kann der Lärm eines Automotors ein gutes Lockmittel sein Verlasse dich nicht allzu sehr auf deine Fahrzeuge Wenn sie nicht in eine bestimmte Strategie eingebunden sind solltest du sie bestenfalls als Mittel einsetzen um dich der Kampfzone zu nähern oder sie zu verlassen Wenn du dich im Zielgebiet befindest solltest du absteigen und zu Fuß suchen Das sichert dir mehr Flexibilität besonders in urbanen Gebieten Geländearten Auf den ersten Blick mag dieser Abschnitt überflüssig erscheinen aber im Gegensatz zu Auf der Flucht wo du gelernt hast wie man bestimmte Geländearten ausnutzt sollst du hier erfahren wie du sie auf der Jagd nutzen kannst Diesmal durchquerst du deine Umgebung nicht so schnell leise und unbehelligt wie möglich Als Jäger bist du hier um dieses Land zurückzuerobern es zu halten und zu befreien bis alle Spuren der Untoten getilgt sind Dieser Abschnitt enthält ausschließlich Informationen die dir genau dabei helfen 1. Wald Auf der Jagd solltest du nach frisch angefressenen Kadavern Ausschau halten Versuche zu bestimmen ob der Angreifer ein Tier oder ein Zombie war Außerdem solltest du die Bäume ausnutzen um dein Sichtfeld zu vergrößern Jeder einzelne kann als Ausguck oder Plattform für einen Scharfschützen dienen Feuer solltest du hier nur als allerletztes Mittel legen 2. Ebenen Weites offenes Gelände bietet gute Sichtverhältnisse und ermöglicht den Einsatz von weitreichenden Scharfschützenwaffen Ein 5-köpfiges Team mit den entsprechenden Zielgeräten und Waffen kann ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern binnen eines einzigen Tages säubern Natürlich können dich die Untoten bei den guten Sichtverhältnissen ebenso gut sehen wie du sie Jägergruppen die auf Ebenen unterwegs waren haben berichtet dass sie auf bis zu 10 Meilen von Ghulen gesichtet und verfolgt wurden Eine weitere geringfügige aber dennoch potenzielle Gefahr stellen vereinzelte Zombies dar die im hohen Gras liegen könnten Untote die ihre Beine verloren oder deren Wirbelsäulen gebrochen wurden können unerkannt bleiben bis es zu spät ist Wenn sich dein Team durch hohes Gras bewegt dann sollte es langsam vorrücken den Boden im Auge behalten und nach Rascheln oder Stöhnen lauschen 3. Felder Unachtsame Jäger haben schon Zombies durch ein Feld verfolgt und wurden von einem anderen gepackt der nur Zentimeter entfernt lauerte Wenn dir nicht befohlen wurde die Ernte zu beschützen oder falls die Nahrung selbst nicht von entscheidender Bedeutung ist ist dies die eine Ausnahme bei der du zuerst Feuer einsetzen solltest Zwar wird in diesem Buch immer wieder betont wie wichtig es ist Flächenbrände zu vermeiden aber die Vernunft gebietet dass kein Menschenleben ein oder zwei Morgen Mais wert ist 4. Tundra Eine potenzielle Gefahr die man in anderer Umgebung nicht findet ist die einer Epidemie mit mehreren Generationen von Zombies Da kalte Witterung konservierend wirkt können Zombies Jahrzehnte gefroren überstehen Wenn sie auftauen reihen sie sich bei den erst jüngst wiederbelebten ein und können in Extremfällen ein bereits gesäubertes Gebiet neu infizieren Gefrorene Tundra erfordert mehr als alle anderen Geländearten nicht nur eine unermüdliche Suche sondern auch erhöhte Wachsamkeit im Tauwetter des nächsten Frühlings 5. Hügel Hügeliges Gelände kann tückisch sein Die Gefahr die von anderen Menschen ausgeht ist ebenso groß wie die von Zombies Wenn möglich solltest du stets die Kuppen erobern und verteidigen das verbessert deine Sicht stark So verrückt es sich anhören mag vergiss nicht dass Gula eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit haben Das gilt auch für ihr Klettervermögen Daher hast du es mit einer Masse Zombies zu tun die vergeblich versuchen einen Hügel zu erklimmen während du einen nach dem anderen ausschaltest 6. Wüste Die in dem Kapitel auf der Flucht behandelten Probleme verdoppeln sich wenn der Einsatz in der Wüste stattfindet Anders als bei einer Flucht wird dein Team von Jägern zur hellsten heißesten unerträglichsten Tageszeit unterwegs sein Achte peinlich genau darauf dass jeder Jäger ausreichend Wasser und Schutz vor Hitzschlag und Sonnenstich dabei hat Im Gegensatz zum Reisen verbrauchen Kämpfe mehr Energie und vergrößern daher das Risiko einer Dehydrierung über sie die Warnsignale nicht Ein außer Gefecht gesetztes Mitglied kann das gesamte Team behindern wodurch sich das Blatt sehr rasch zugunsten der Untoten wenden kann Wenn du den Kontakt zu deiner Nachschubbasis verlierst und auch nur einen einzigen Tag isoliert bist kann das in dieser lebensfeindlichen Umgebung ungeahnte Folgen haben Siebentens Großstadt Wenn es nur das Ziel wäre Zombies zu töten könnte man ein Stadtgebiet einfach bombardieren oder niederbrennen damit wäre es gesichert aber wo sollten die Überlebenden wohnen wenn ihre Häuser in Schutt und Asche gelegt wurden Aus unterschiedlichsten Gründen ist der Häuserkampf am schwierigsten Zunächst einmal nimmt er die meiste Zeit in Anspruch weil jedes Gebäude jedes Zimmer jeder U-Bahn-Tunnel jedes Auto jedes Kanalrohr und jede Nische und Ecke dieses gewaltigen Labyrinths durchsucht werden muss Die Möglichkeit ist je nach der Bedeutung der Stadt groß dass deine Zivilistengruppe Seite an Seite mit Regierungstruppen arbeitet Wenn das nicht der Fall sein sollte dann sei extrem vorsichtig denke stets konservativ wenn es um Teammitglieder Zeit und Ressourcen Nahrung, Wassermunition geht Städte neigen dazu sie alle zu verschlucken 8. Dschungel Dies ist ein Nahkampf-Albtraum Scharfschützengewehre und andere weitreichende Waffen wie Armbrüste sind so gut wie nutzlos Rüste dein Team mit Karabinern und oder Schrotflinten aus Jeder Jäger muss eine Machete dabei haben sowohl um Dickichte zu durchdringen wie auch für den Nahkampf Feuer ist keine Option da die extreme Feuchtigkeit die meisten Versuche eines zu legen vereiteln dürfte Halte dein Team stets dicht zusammen sei hyperwachsam und achte genauestens auf die Geräusche der Fauna ringsum sie werden wie in Wäldern und Sümpfen dein einziges Frühwarnsystem sein 9. Sumpf Viele der Aspekte des Dschungelkriegs kann man auch auf das Sumpfland übertragen Sümpfe mögen nicht immer so heiß oder dicht sein das bedeutet aber nicht dass sie sicherer sind achte genau auf das Wasser alle Taktiken und die Ausrüstung für Unterwasserkämpfe die später behandelt werden dürften vermutlich auch in diesem Szenario zum Tragen kommen Strategien 1. Anlocken und Vernichten benutze benutze ein oder mehrere Fahrzeuge große Pickup-Trucks oder Geländewagen um in ein verseuchtes Gebiet vorzustoßen wenn du drin bist dann mach so viel Lärm wie möglich um die Untoten zu dir zu locken verlasse das Gebiet langsam dem Tempo deiner Verfolger angepasst du wirst wie der Rattenfänger von Hameln bald eine ganze Schar Zombies im Kielwasser haben eine Parade des Grauens die dir folgt an diesem Punkt können Scharfschützen hinten auf dem Fahrzeug sie nach und nach ausschalten die verfolgenden Gule werden nicht begreifen was da vor sich geht da ihre primitiven Gehirne gar nicht wahrnehmen können wie ihre Artgenossen um sie herum fallen führe sie weiter aus dem Gebiet heraus und dezimiere ihre Reihen bis keine mehr übrig sind benutze diese Taktik auch in urbanen Zonen wenn die Straßen frei sind oder wenn die natürliche Umgebung lange Fahrten mit Fahrzeugen ermöglicht 2. die Barrikade diese Taktik funktioniert ganz ähnlich wie Anlocken und Vernichten aber statt die Untoten über Meilen hinweg zu führen soll dein Köder sie zu einer bestimmten Stelle locken diese Position kann aus Trümmern hastig errichtetem Stacheldraht Autowracks oder deinen eigenen Fahrzeugen bestehen an der besagten Stelle hat sich dein Team aufgebaut und schießt die Zombies ab bevor sie die Barrikaden überwinden können in diesem Fall wäre Feuer die ideale Waffe die Chancen stehen gut dass die anrückenden Zombies in dichtgeschlossenen Reihen kommen wenn sie deine Position erreicht haben Molotow Cocktails oder aber nur in diesem einen Fall ein Flammenwerfer würden sie vollkommen vernichten Stacheldraht oder ähnliche Hindernisse sollten dazu dienen den Ansturm zu bremsen und die Reihen noch dichter zusammenzudrängen wenn Feuer nicht verfügbar ist erfüllen Scharfschützen den gleichen Zweck achte darauf dass die Entfernungen stimmen und die Munition sinnvoll verwendet wird achte stets auf deine Flanken wenn möglich sorge dafür dass der Zugangsweg schmal und begrenzt ist vergiss den Fluchtweg nicht aber lass nicht zu dass sich das Team zu früh zurückzieht benutze die Barrikadentaktik in innerstädtischen Gebieten oder solchen mit guten Sichtverhältnissen Dschungel Sümpfe oder dichte Wälder sollten davon unbedingt ausgenommen werden 3. Der Turm Such dir ein Gelände hoch über dem Boden Baum Gebäude Wasserturm und so weiter diese Position solltest du mit ausreichend Munition und Vorräten für einen ausgedehnten Kampf länger als einen Tag bestücken wenn diese Aufgaben alle erledigt wurden solltest du alles Menschenmögliche tun um die Untoten anzulocken Wenn sie sich um den Turm versammelt haben kann das Gemetzel beginnen Sei vorsichtig mit brennbaren Materialien da Feuer auf den Turm übergreifen oder Rauch zum Sicherheitsrisiko werden könnte 4. Mobile Türme Fahr mit einem Müllwagen einem Pickup oder einem hohen Fahrzeug mitten in ein verseuchtes Gebiet hinein richte dir eine Tötungszone mit guter Sicht ein parke und beginne den Angriff Der Vorteil dieser Taktik besteht darin dass du nie auf einen einzigen bestimmten Turm beschränkt bist die Untoten schon allein durch deinen Motorenlärm anlockst und vorausgesetzt du hast stets Zugang zur Fahrgastzelle jederzeit eine Fluchtmöglichkeit fünftens der Käfig wenn du etwas gegen Misshandlung von Tieren hast solltest du diese Taktik auf gar keinen Fall versuchen sie sieht im Wesentlichen vor dass du ein Tier in einen Käfig sperrst dein Team in Schussweite dieses Käfigs aufstellst und dann die Zombies wegpustest die kommen um das Tier zu fressen natürlich gilt es mehrere Faktoren zu bedenken damit diese Taktik funktioniert der lebende Köder muss laut genug sein dass er Gule in der Nähe anlockt der Käfig muss stabil genug sein dass er einem Angriff standhält und sorgfältig genug verankert dass man ihn nicht entfernen kann dein Team muss gut versteckt sein damit die Zombies nicht zu dessen Stellung gelockt werden außerdem müssen deine Leute darauf achten dass sie das Tier im Käfig nicht treffen und töten ein stummer toter Köder verdirbt die Käfig Strategie ziemlich schnell Umgebungen die für die Käfig Methode am wenigsten geeignet sind sind die mit wenig oder gar keiner Deckung für dein Team auf Ebenen in der Tundra oder in der Wüste solltest du sie nicht anwenden Sechstens der Panzer Logischerweise wird keine zivile Gruppe Zugang zu einem echten Panzer oder gepanzerten Mannschaftstransporter haben zur Verfügung stehen könnte eventuell ein Panzer Wagen wie er zum Transport wertvoller Fracht benutzt wird in diesem Fall ist diese Fracht dein Team Wenn du einen Panzer benutzt ist das ganz ähnlich wie die Käfig Taktik denn dein Ziel besteht darin Zombies zu einer bestimmten Stelle zu locken und sie dann mit Gewehrschüssen auszuschalten Aber anders als beim Käfig sind die Teammitglieder in der Kabine des Panzers nicht nur einfach lebende Köder Durch Schießscharten können sie externe Scharfschützen mit enormer Feuerkraft unterstützen Du solltest allerdings auf die Möglichkeit gefasst sein dass die Untoten deinen Panzerwagen umkippen Siebentens die Stampede Von allen Methoden auf Untote Jagd zu machen ist das vermutlich die dramatischste Im Grunde genommen geht es bei diesem Prozess darum dass du deine Gruppe in Teams einteilst eine Reihe von Kraftfahrzeugen übernehmen lässt durch das verseuchte Gebiet rast und jeden Zombie überfährst der sich sehen lässt Ungeachtet der Vorstellung einer modernen Stampede die dieser Taktik ihren Namen gab wurde sie von fast allen Jäger Gruppen mit Durchblick aufgegeben Wenn man einen Ghul mit einem Fahrzeug anfährt führt das selten zum Tod Wahrscheinlicher ist dass der wandelnde Leichnam verkrüppelt wird und mit einer gebrochenen Wirbelsäule und nutzlosen Beinen herumkriecht Du solltest stets einplanen dass deine Hochgeschwindigkeitsjagd stundenlanges Aufräumen durch eine Gruppe von Jägern zu Fuß folgen muss Wenn du dich für die Stampede Taktik entscheidest dann benutze sie auf Ebenen ihren offenen Gelände Arten Städte bieten zu viele Hindernisse zum Beispiel Autowracks oder verlassene Straßensperren Allzu oft fanden Jäger bei einer Stampede den Weg versperrt und ihre Situation dramatisch ins Gegenteil verkehrt Meide Sümpfe oder Feuchtgebiete generell 8. Motorisierter Schlag Der motorisierte Schlag praktisch das genaue Gegenteil einer Stampede ist eine langsame gründliche und ruhige Taktik Deine Jäger fahren in großen starken und gut gesicherten Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten von nicht mehr als 10 Stundenkilometern durch ein verseuchtes Gebiet Scharfschützen schalten die Untoten eine nach dem anderen aus bis keiner mehr steht Lastwagen sind am besten geeignet denn sie bieten den Schützen eine bessere sicherere Position auf dem Dach Diese Methode verringert zwar die Zeit für den anschließenden Aufwasch im Gegensatz zur Stampede dennoch muss jeder Kadaver gründlich untersucht und entsorgt werden Offenes Gelände ist ideal für den motorisierten Schlag allerdings ist durch die langsame Fahrweise auch eine begrenzte Anwendung in städtischen Gebieten denkbar Dicht bewachsene und oder tropische Gegenden solltest du wie mit allen Kraftfahrzeugen meiden Wie bei der Stampede brauchst du auch hier einen Plan für ein gründliches und Zeitraubendes aufräumen Gezielte Schüsse vom Dach deines Chevrolets schalten nicht alle Zombies auf dem Grund eines Sees in einem Schrank in den Abwasserrohren oder im Keller aus Neuntens Luftschlag Was könnte sicherer sein als deinen Feind aus der Luft anzugreifen Könnte dein Team mit mehreren Helikoptern nicht mehr Gelände in weniger Zeit und ganz ohne Risiko absuchen In der Theorie ja in der Praxis nein Jeder der konventionelle Kriegsführung studiert hat wird die Notwendigkeit von Bodentruppen einsehen wie überlegen die Luftwaffe auch sein mag Bei der Jagd nach den Untoten gilt das zehnfach Vergiss Luftangriffe in Städten Wäldern Dschungeln Sümpfen oder anderem Gelände mit dichter Vegetation Die Chancen tödlicher Treffer sinken hier unter zehn Prozent Vergiss auch die Vorstellung eines sauberen schmerzlosen Schlags selbst in einer Zone mit ausgezeichneter Sicht Dein Team muss dennoch aufräumen wie sicher das Gebiet auch aussehen mag Luftunterstützung hat ihre Berechtigung besonders bei der Aufklärung und dem Transport Flugzeuge oder Helikopter die ein einsehbares Gebiet sondieren können mehreren Jägerteams gleichzeitig die Daten von Zombie-Positionen übermitteln Luftschiffe können den ganzen Tag über einem verseuchten Gebiet schweben und einen konstanten Strom von Informationen und Warnungen vor möglichen Hinterhalten durchgeben Helikopter können Leuten in Not schnell zu Hilfe eilen und ein Team zur Unterstützung eines anderen absetzen aber sei vorsichtig und setze dein himmlisches Auge nicht zu weit von der Gruppe entfernt ein Motorschäden könnten zu einer Notlandung in stark verseuchtem Gebiet zwingen dann wäre nicht nur die Hubschrauber Besatzung in Gefahr auch jedes Mitglied des Teams das eine Rettung versucht wie sieht es damit aus Jäger mit Fallschirmen in einer verseuchten Zone abzusetzen diese Theorie wurde oft diskutiert aber nie in die Tat umgesetzt es ist tollkühn es ist heldenhaft und es ist vollkommener Blödsinn vergiss einmal dass du dich bei der Landung verletzen in Bäumen hängenbleiben vom Kurs abkommen oder dich nach der Landung verirren kannst vergiss alle Möglichkeiten normaler Fallschirmsprünge unter normalen friedlichen Bedingungen wenn wenn du wenn du wahre Gefahr eines Luftangriffs gegen Zombies kennenlernen möchtest dann wirf einmal einen kleinen Fleischwürfel auf einen Ameisenhaufen die Chancen stehen gut dass das Stück Fleisch nicht einmal den Boden berührt kurzum Luftunterstützung ist genau das Unterstützung Leute die glauben dass man so den Krieg gewinnen kann sind nicht geeignet einen Konflikt mit lebenden toten zu planen zu organisieren oder daran teilzunehmen 10 der Feuersturm vorausgesetzt die Feuersbrunst kann eingedämmt werden und Schutz von Eigentum ist kein Thema dann gibt es nichts besseres als einen künstlichen Großbrand Zonengrenzen müssen klar festgelegt sein leg mehrere Feuer entlang der Grenze sodass sich die Flammen konstant nach innen bewegen lass keinen Fluchtweg offen wie schmal er auch sein mag achte auf Zombies die durch die Flammen gewandert sein könnten in der Theorie wird der Sturm die Zombies auf ein eng begrenztes Gebiet treiben und sie binnen weniger Minuten verbrennen trotzdem muss aufgeräumt werden besonders in Städten wo Keller und andere Zimmer die Zombies vor Flammen geschützt haben könnten Sei wie immer stets wachsam und betrachte das Feuer als potenziellen sekundären Feind 11 Unterwasserkämpfe Vergiss niemals die Möglichkeit, dass Zombies in ein nahegelegenes Gewässer gelaufen sein könnten, bevor du ein Gebiet als gesichert erklärst. Zu oft schon sind Menschen in geräumte Zonen zurückgekehrt und wurden Tage, Wochen, manchmal sogar Monate später von Zombies angegriffen, die gerade eben den Rückweg aufs trockene Land gefunden hatten. Da die Untoten im Wasser existieren, handeln und sogar töten können, ist mitunter Unterwasserkriegsführung erforderlich, um sie zu jagen. Das kann extrem gefährlich werden, da Wasser für Menschen keine natürliche Umgebung darstellt. Die offenkundigen Probleme von Atmung, Beweglichkeit, Kommunikation und Sicht machen die Unterwasserzone zum schwierigsten Gelände für die Jagd auf die Untoten. Anders als bei einer Flucht zu Wasser, wo du ihnen gegenüber im Vorteil bist, sind die Vorteile bei einer Suchaktion eindeutig auf Seiten der Zombies. Das heißt aber nicht, dass Unterwasserjagd unmöglich wäre, ganz im Gegenteil. Also, ironischerweise machen gerade die lebensfeindlichen Bedingungen die Jäger meist wachsamer und konzentrierter als in ihrer gewohnten Umgebung. Die folgenden allgemeinen Regeln gelten für jede Unterwasserjagd. A. Mache dich mit deiner Zone vertraut. Wie tief ist das fragliche Gewässer? Wie breit? Ist es Land umschlossen? Teich? See? Stausee? Wenn nicht, wo sind die Zugänge zu größeren Wassermassen? Wie ist die Sicht unter Wasser? Gibt es versunkene Hindernisse? Beantworte diese Fragen alle, ehe du mit der Jagd beginnst. B. Sondiere von der Oberfläche. Dir einfach eine Taucherausrüstung anzulegen und in von Zombies verseuchtes Wasser zu springen, ist eine wunderbare Methode, die beiden großen Kindheitsängste, gefressen zu werden und zu ertrinken, unter einen Hut zu bringen. Geh niemals tauchen, wenn du das Gebiet vorher nicht gründlich vom Ufer, einem Dock oder einem Boot aus sondiert hast. Wenn trübes Wasser oder die Tiefe dem Auge Hindernisse bieten, kannst du jederzeit auf künstliche Hilfsmittel zurückgreifen. Ultraschall oder Echolot, wie man es in zivilen Fischerbooten findet, können etwas so Großes wie einen menschlichen Körper mühelos aufspüren. Oberflächensondierungen ergeben nicht immer, ob ein Gebiet verseucht oder frei ist. Unter Wasserhindernisse wie Bäume, Felsformationen oder versunkener Schutt können den Umriss eines Zombies verdecken. Auch wenn nur ein einziger auftaucht, sollte die nächste Regel beherzigt werden. Warum solltest du dein Team einer lebensfeindlichen Umgebung aussetzen, wenn diese Umgebung entfernt werden kann? Stell dir folgende Frage. Ist es möglich, das Gewässer einfach ablaufen zu lassen? Wenn ja, dann tu das unbedingt, auch wenn es mehr Zeit und Aufwand bedeutet als eine Jagd unter Wasser. Meistens ist das jedoch keine verfügbare Option. Um die Bedrohung da unten auszuschalten, muss ihr dein Team nach unten folgen. D. Suche dir einen Experten. Ist jemand in deinem Team ausgebildeter Sporttaucher? Hat schon einmal jemand Sporttaucherausrüstung getragen? Wie ist es mit einfachem Schnorcheln im Urlaub? Wenn du unerfahrene Männer und Frauen unter Wasser schickst, könnte das ihr Tod sein, noch bevor sie Kontakt mit Zombies haben. Ertrinken, Ersticken, Stickstoffnarkose und Unterkühlung sind nur einige der Gefahren, die luftatmenden Lebewesen unter Wasser drohen. Wenn die Zeit es zulässt, wenn z.B. Zombies in einem landumschlossenen Gewässer eingekesselt sind, suche jemanden, der dein Team entweder ausbildet und anführt oder womöglich gar selbst die Missionen übernimmt. Aber wenn du glaubst, dass Zombies in einen Fluss gefallen sind und bald in einer anderen Stadt an Land kommen könnten, kannst du nicht auf die Experten warten. Sei bereit für den Sprung, aber sei auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. E. Bereite deine Ausrüstung vor. Richtige Ausrüstung und Waffen werden, genau wie im Krieg zu Lande, für dein Überleben von entscheidender Bedeutung sein. Die verbreitetste Atemhilfe ist SCUBA, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Wenn keine zur Verfügung steht, können behelfsmäßige Kompressoren und Gummischläuche eine funktionierende, wenn auch nicht perfekte Alternative darstellen. Tragbare Suchscheinwerfer sind erforderlich. Selbst im klarsten Wasser könnten Zombies in abgeschirmten, dunklen Nischen lauern. Harpunen solltest du stets als deine Primärwaffe betrachten. Keine andere Unterwasserwaffe kann auf sichere Entfernung so gut eine Schädeldecke durchbohren. Ein anderes wirkungsvolles Hilfsmittel ist der Klopfstock eines Tauchers, bei dem es sich eigentlich um eine Schrotpatrone Kaliber 12 am Ende eines Metallstabs handelt. Beide Waffen sind allerdings außer in Küstenregionen ziemlich selten. Wenn du keine auftreiben kannst, dann such nach Netzen, Haken oder selbstgebastelten Harpunen. F. Integrierter Angriff Nichts ist furchteinflößender, als nach einer Unterwassersuche zur Oberfläche zu kommen und Zombies vorzufinden, die auf deinem Boot warten. Arbeite stets mit anderen Oberflächeneinheiten zusammen. Wenn dein Team aus zehn Leuten besteht, nimm fünf mit unter Wasser und lass den Rest auf dem Dach. Das ermöglicht eine schnelle Rettung, wenn sich das Blatt im Kampf wendet. Ein Oberflächenteam kann außerdem beim Kundschaften und Töten helfen und an Land Verstärkung rufen. Als allgemeine Regel für alle Kampfhandlungen gilt, je gefährlicher die Umgebung, desto mehr Unterstützung ist erforderlich. G. Behalte die Fauna im Auge Wir haben schon festgestellt, dass Vögel und Tiere die Ankunft von Zombies signalisieren können. Das gleiche gilt auch für Fische. Es wurde bewiesen, dass Wasserlebewesen sogar winzigste Spuren von Solanum-infiziertem Fleisch wahrnehmen können, die sich vom Körper eines Zombies lösen. In diesem Fall fliehen sie mit schöner Regelmäßigkeit schnellstens aus dem Gebiet. Unterwasserjäger haben immer gemeldet, dass Regionen völlig frei von Fischen sind, bevor sie unter Wasser auf einen Zombie stießen. H. Methoden des Tötens Du solltest keine dieser Taktiken als fantastisch oder gar unzuverlässig abtun. Manche mögen sich lächerlich anhören, alle wurden aber in Unterwasserkämpfen gegen Zombies erprobt und haben sich als erstaunlich erfolgreich erwiesen. 1. Schießen Wenn du ein Gewehr durch eine Harpune und Luft durch Wasser ersetzt, dann hast du im Wesentlichen die gleiche Taktik. Da eine Harpune keine so große Reichweite hat wie ein Gewehr, begibt sich der Taucher in größere Gefahr. Wenn der erste Schuss daneben geht, lade niemals auf der Stelle nach. Schwimm in sichere Entfernung, lege dort einen neuen Pfeil ein und greif dann dein Ziel erneut an. 2. Speer fischen Darauf greift man zurück, wenn sich ein Kopfschuss als zu schwierig erweist. Befestige ein Drahtseil am Ende eines Speers und ziele auf den Brustkorb. Wenn der Zombie aufgespießt ist, kann ihn dein Team an der Oberfläche hinaufziehen. Denke aber stets daran, dass diese Zombies immer noch zu einem Angriff in der Lage sind. Wenn möglich, solltest du in dem Moment, da sie an die Oberfläche kommen, einen Kopfschuss mit dem Gewehr versuchen. Das erfordert eine ausgezeichnete Koordination zwischen Taucher und Oberflächenteam. In einem misslungenen Fall zog ein unbekümmertes Team einen Zombie hoch, den es für vernichtet hielt. Der inkompetente Taucher unten konnte ihre Schreie nicht hören. 3. Haken und Leine Befestige eine Harpune an einem Stück Seil, spieße damit einen anvisierten Zombie auf und lass ihn von deinem Oberflächenteam hochziehen. Fleischerhaken, die am Ende der Harpune befestigt wurden, reduzieren die Gefahr, dass das Team den Körper beim Hochziehen verliert. Wenn das Wasser klar und seicht genug ist, kann das Harpunieren ganz von Bord eines Bootes aus erfolgen. Genau wie beim Speerfischen muss der eingeholte Zombie erledigt werden, bevor er nahe genug für Gegenwehr kommt. 4. Netzfang Oberflächenteams werden deine prinzipielle Angreiftruppe bilden. Taucher dienen lediglich als Kundschafter. Das Netz sollte auf den anvisierten Ghul geworfen und dann dazu benutzt werden, ihn zur Oberfläche zu bringen. Ein großer Vorteil des Netzfangs ist der, dass die Zombies, die du zur Oberfläche ziehst, so in das Netz verstrickt sein dürften, dass sie kaum Gegenwehr leisten können. Natürlich ist dürften ein sehr gefährliches Wort. Viele Jäger wurden schon tödlich verwundet von Zombies, bei denen man davon ausging, dass sie keine Gefahr mehr darstellen dürften. I. Spezielle Regeln Stelle dir die Gewässer als unterschiedliche Geländearten vor. Jedes hat seine eigenen spezifischen Umweltbedingungen und sie können sich so stark voneinander unterscheiden wie eine Wüste von einem Sumpf. So ungefähr das Einzige, das unterschiedliche Gewässer gemeinsam haben, ist das H2O, das sie bedeckt. Du hast schon einen tödlichen Feind, um den du dich kümmern musst. Mach dir keinen zweiten. 1. Flüsse Die konstante Strömung kann Segen oder Fluch sein. Je nach der Stärke seiner Strömung kann ein Fluss alle Zombies weit von der ursprünglich verseuchten Zone fortspülen. Guhle, die bei Winona, Minnesota in den Mississippi fallen, können durchaus eine Woche später in der Innenstadt von New Orleans an Land gespült werden. Das erfordert ein schnelles Handeln, wie man es so bei landumschlossenen Seen nicht kennt. Wenn es dir möglich ist, solltest du an der engsten Stelle Netze spannen. Behalte sie genau im Auge und lasse allergrößte Vorsicht walten, wenn du einen Taucher zum Untersuchen nach unten schickst. Eine starke Strömung kann sie schnurstracks in die wartenden Arme und offenen Münder ihrer eigentlichen Ziele tragen. 2. Seen und Teiche Da sie, im Allgemeinen, landumschlossen sind, haben Zombies wenig Chancen, aus einem See oder Teich zu entkommen. Jeder Untote, der zurück ans Ufer wandert, würde entdeckt und erschossen werden. Alle, die untergetaucht bleiben, wird man irgendwann herausfischen und beseitigen. Da es keine Strömung gibt, sind Seen ideal für Taucher. Seen und Teiche, die zufrieren, konfrontieren die Jäger mit einem besonderen Problem. Wenn sie ganz zufrieren, sind die untergetauchten Zombies den ganzen Winter über konserviert und sind fast unmöglich zu finden. Wenn nur die Oberfläche zufriert, können Zombies trotzdem in den dunklen Tiefen herumschlaufen. 3. Sümpfe Das sind schlechterdings die frustrierendsten Orte für eine Unterwasserjagd. Die trüben Gewässer machen das Tauchen so gut wie unmöglich. Der von Wurzeln überwucherte Boden überfordert das Echolot. In den meisten Fällen kann ein Zombie wegen der geringen Wassertiefe einfach die Hände ausstrecken und einen Jäger packen oder sein Boot zum Kentern bringen. Jagd in großen Teams mit Suchscheinwerfern und Stangen ist die einzig erwiesenermaßen erfolgreiche Methode für diese Umgebung. Nach einer dieser mühseligen Aktionen wirst du begreifen, warum so viele Geschichten des Schreckens ihren Anfang in Sümpfen nehmen. 4. Ozeane Wenn es sich bei der fraglichen Umgebung nicht um einen Hafen oder einen sonst wie abgeschlossenen Bereich handelt, vergisst die Möglichkeit einer erfolgreichen Jagd im offenen Meer. Der Raum ist schlicht und einfach zu groß für eine gründliche Suche und es gibt Tiefen, die bestenfalls mit den seltensten und teuersten Unterseebooten zu erreichen sind. So problematisch das für eine aggressive Jagd sein mag, die Gefahr, die von solchermaßen versunkenen Untoten ausgeht, ist wahrscheinlich vernachlässigbar gering. Die meisten werden vermutlich einfach auf dem Grund des Ozeans herumwandern und nie wieder trockenes Land sehen, bis sie schließlich ganz und gar verwest sind und sich aufgelöst haben. Das heißt freilich nicht, dass man die Gefahr ignorieren sollte. Wenn feststeht, dass Zombies ins offene Meer hinausgespült wurden, solltest du dich über die unterirdischen Strömungen in diesen Gebieten informieren und darüber, ob sie die Untoten in die Nähe von Festland spülen könnten. Alle Küstenbewohner der jeweiligen Gebiete sollten gewarnt werden und man müsste eine Zeit lang genaue Beobachtungen durchführen. So unwahrscheinlich es sich anhört, es ist schon vorgekommen, dass Zombies Monate nach einer Epidemie tausende Meilen entfernt aus der Brandung schlurften und an Land kamen. Gehen wir einmal davon aus, dass du diese Anweisungen alle ganz korrekt befolgt hast. Der Kampf ist vorbei, das Gebiet ist gesichert, die Opfer wurden beklagt, alle Zombies wurden verbrannt. Dies wird hoffentlich das letzte Mal gewesen sein, dass du die Hand gegen Untote erheben musstest. Was aber, wenn nicht? Was, wenn dein Kampf nur eine kleine Episode in einem großen, umfassenderen Krieg der Lebenden gegen die Untoten gewesen ist? Was, wenn es sich, was der Himmel verhüten moege, um einen Krieg handelt, den die Menschheit verliert? Leben in der Welt der Untoten Was, wenn das Undenkbare passiert? Wenn Zombie-Horden groß genug werden, dass sie den gesamten Planeten beherrschen? Das wäre eine Epidemie der Klasse 4, der jüngste Tag, der die Menschheit an den Rand der Ausrottung führen würde. Unwahrscheinlich? Ja. Unmöglich? Nein. Regierungen, gleich welcher Art, sind nichts weiter als eine Ansammlung menschlicher Wesen. Menschlicher Wesen, die genauso ängstlich, kurzsichtig, arrogant, engstirnig und generell inkompetent sind wie wir anderen auch. Warum sollten ausgerechnet sie bereit sein, sich einen Angriff blutgieriger, wandelnder Tote einzugestehen und dagegen vorzugehen, wenn der Großteil der Menschheit das nicht tut? Natürlich könnte man argumentieren, dass eine solche logische Schlussfolgerung allenfalls angesichts einer Epidemie der Klasse 1 oder Klasse 2 zum Tragen kommt, die Bedrohung, die auch nur ein paar hundert Zombies darstellen, aber mit Sicherheit ausreichen würde, um unsere Führer zum Handeln zu zwingen. Wie könnten sie untätig bleiben? Wie könnten die Mächtigen, besonders in einer modernen, aufgeklärten Zeit wie unserer, die Ausbreitung einer tödlichen Krankheit ignorieren, bis sie schließlich die Ausmaße einer Seuche annimmt? Denk nur an die Reaktion der Regierungen dieser Welt auf die Aids-Epidemie und du hast deine Antwort. Aber was, wenn die Behörden die Bedrohung als das erkennen, was sie ist und sich als unfähig erweisen, ihrer Herr zu werden? Massive ökonomische Rezessionen, ein Weltkrieg, ziviler Ungehorsam oder Naturkatastrophen könnten die Regierungen leicht veranlassen, Ressourcen von einem rasch um sich greifenden Ausbruch abzuziehen. Selbst unter perfekten Umständen ist es ausgesprochen schwierig, schon eine Epidemie der Klasse 3 unter Kontrolle zu bringen. Stell dir den Versuch vor, eine so große Stadt wie Chicago oder Los Angeles unter Quarantäne zu stellen. Wie viele der Millionen, die zu entkommen versuchen, könnten bereits gebissen worden sein und die Infektion weit über das Quarantänegebiet hinaus verbreiten? Doch würden uns die riesigen Ozeane, die den Großteil unseres Planeten ausmachen, nicht retten? Wären diejenigen in Europa, Afrika, Asien und Australien dann sicher vor einem schwelenden Ausbruch in Nordamerika? Vielleicht. Das setzt voraus, dass alle Grenzen dichtgemacht wurden, dass sämtlicher Luftverkehr eingestellt wurde und jede Regierung der Welt über den Ausbruch Bescheid weiß und daran arbeitet, ihn einzudämmen. Aber ist es auch dann noch möglich, jedes Flugzeug mit einem infizierten Passagier oder jedes Schiff mit einem infizierten Mannschaftsmitglied aufzuhalten, wenn die Zahl der Untoten bereits in die Millionen geht? Ist es möglich, an jedem Küstenabschnitt zu patrouillieren und Ausschau nach einem Ghoul zu halten, der aus dem Wasser kommt? Diesbezüglich lautet die Antwort leider nein. Die Zeit arbeitet für die Untoten. Mit jedem Tag nimmt ihre Zahl zu, was die Eindämmung und Ausrottung der Seuche immer schwieriger und schwieriger macht. Anders als ihre menschlichen Pendants ist eine Armee von Zombies in keiner Weise auf Nachschub angewiesen. Sie benötigt weder Verpflegung und Munition noch medizinische Versorgung. Sie leidet nicht unter schwacher Moral, Kampfesmüdigkeit oder schlechter Führung. Es kommt weder zu Panik, Fahnenflucht noch offener Meuterei. Genau wie das Virus, das ihnen ihr Leben schenkte, wird sich das Heer der Untoten weiter vermehren und sich über das Antlitz dieses Planeten ausbreiten, bis es nichts mehr zu verschlingen gibt. Wohin würdest du gehen? Was würdest du machen? Die Welt der Untoten Wenn die lebenden Toten triumphieren, versinkt die Welt in völligem Chaos. Die gesamte soziale Ordnung bricht zusammen, die Machthaber verkriechen sich mit ihren Familien und Vertrauten in Bunkern und abgeriegelten Gebieten im ganzen Land. In diesen ursprünglich für den Kalten Krieg gebauten sicheren Unterkünften überleben sie. Vielleicht versuchen sie, die Fassade einer Verwaltungshierarchie der Regierung aufrecht zu erhalten. Vielleicht ist die Technologie verfügbar, um mit anderen Behörden oder sogar mit anderen geschützten Regierungschefs der Welt zu kommunizieren. In jeder praktischen Hinsicht jedoch sind sie nicht viel mehr als eine Exilregierung. Der völlige Zusammenbruch von Recht und Ordnung ruft kleine Banden von Individuen auf den Plan, die ihre Machtansprüche geltend machen werden. Plünderer, Banditen und gewöhnliche Kriminelle machen Jagd auf die Überlebenden, nehmen sich, was sie wollen und geben sich jedweder Vergnügung hin, die sie bekommen können. Das Ende jeder Zivilisation kündigt sich stets dadurch an, dass eine gewaltige Party gefeiert wird. Diejenigen, die von Polizei und Militärstreitmacht noch übrig sind, wurden zum Schutz der untergetauchten Regierung abkommandiert, sind in der Absicht desertiert, ihre Familien zu retten oder verkommen selbst zu Banditen. Ein völliger Zusammenbruch von Kommunikations- und Transportmöglichkeiten legt die gesamte Welt lahm. Isolierte Städte werden zu offenen Schlachtfeldern, versprengte Gruppen von Zivilisten werden kämpfen, um verbarrikadierte Gebiete sowohl vor Gulen wie auch vor menschlichen Renegaten zu schützen. Unbeaufsichtigte Maschinen brechen im Lauf der Zeit zusammen oder fliegen, in einigen Fällen, in die Luft. Reaktorkernschmelzen und andere Industrieunfälle sind an der Tagesordnung und verseuchen die Landschaft mit chemischen Giften. Auf dem Land wimmelt es nur so von Zombies. Wenn die Städte von allem menschlichen Leben befreit wurden, schwärmen die Untoten auf der Suche nach Beute aus. Landhäuser und vorstädtische Gegenden werden in Schutt und Asche gelegt, während die Bewohner fliehen, zu kämpfen und ihre Stellungen zu verteidigen versuchen oder hilflos darauf warten, dass die schlofenden Massen sie überrennen. Das Gemetzel ist nicht auf Menschen beschränkt. Schreie von in ihren Pferchen eingesperrten Nutztieren oder gar von Haustieren, die tapfer versuchen, ihre Besitzer zu beschützen, hallen durch die Luft. Im Laufe der Zeit erlöschen die Feuer, hören die Explosionen auf, verhallen die Schreie. Befestigten Gebieten gehen langsam die Vorräte aus, was die Bewohner zwingt, sich ihren untoten Angreifern im Zuge von Nahrungsbeschaffungsmissionen, Evakuierungsmaßnahmen oder Kämpfen, die dem Wahnsinn der Verzweiflung entspringen, zu stellen. Hinzu kommen weitere Verluste durch zwar gut geschützte und versorgte, aber willensschwache Menschen, die sich aus reiner Verzweiflung selbst das Leben nehmen. Den eingangs schon erwähnten Plünderern ergeht es dabei nicht besser als allen anderen Menschen. Diese modernen Barbaren wurden, was sie sind, weil sie keinen Respekt vor dem Gesetz haben, Organisation verabscheuen und Zerstörung über Schöpfung stellen. Ihre nihilistische, parasitäre Existenz nähert sich vom Wohlstand anderer, statt selbst welchen zu schaffen. Diese Mentalität hindert sie daran, sich niederzulassen und ein neues Leben aufzubauen. Sie sind stets auf der Flucht und kämpfen gegen die Untoten, ganz gleich, wo sie Halt machen. Und selbst wenn es ihnen gelingt, diese externe Bedrohung erfolgreich abzuwehren, bringt ihr Bedürfnis nach Anarchie, sie schließlich dazu, aufeinander loszugehen. Viele dieser Grüppchen dürften von der starken Persönlichkeit eines Häuptlings zusammengehalten werden. Wenn er oder sie nicht mehr ist, verliert die Gruppe jeglichen Zusammenhalt. Eine aufgelöste Bande von Gesetzlosen, die ziellos durch feindliches Gebiet wandert, kann nicht ewig überleben. Nach ein paar Jahren wird von diesen ruchlosen menschlichen Jägern nicht mehr viel übrig sein. Schwer zu sagen, was mit den Überresten der Regierung passieren wird, das wird maßgeblich davon abhängen, von welchem Land wir sprechen, welche Ressourcen es vor der Krise hatte und welche Art von Regierung an der Macht war. Eine Gesellschaft, die auf Idealen, Demokratie oder Religion basiert, hat eine größere Überlebenschance. Diese Überlebenden sind nicht vom persönlichen Charisma oder den Einschüchterungen eines einzelnen Individuums abhängig. Ein Diktator in der dritten Welt kann seine Untergebenen nur so lange zusammenhalten, wie er selbst am Leben ist. Genau wie bei den Barbaren Horden kann sein Ableben oder auch nur ein Anzeichen von Schwäche das Ende für die gesamte Regierung zur Folge haben. Doch ganz gleich, was aus den überlebenden Menschen wird, die wandelnden Toten sind allgegenwärtig. Mit starren Augen und klaffenden Mündern werden ihre verwesenden Gestalten die Erde heimsuchen und alle Lebewesen in ihrer Reichweite jagen. Einige Tierarten werden zweifellos vom Aussterben bedroht sein. Andere, die diesem Schicksal entgehen können, finden vielleicht Mittel und Wege, sich an das radikal veränderte Ökosystem anzupassen und sogar zu gedeihen. Diese postapokalyptische Welt präsentiert sich als verwüstete Landschaft. Ausgebrannte Städte, verwaiste Straßen, verfallende Häuser, verlassene Schiffe, die vor der Küste verrosten, abgenagte und ausgebleichte Gebeine, die über eine Welt verstreut sind, wo nun Maschinen aus wandelndem, toten Fleisch herrschen. Zum Glück wirst du das alles gar nicht zu sehen bekommen, denn bevor es soweit ist, wirst du schon längst fort sein. Neubeginn Im Kapitel »Über die Verteidigung« hast du gelernt, wie du einen Raum auf eine lange Belagerung vorbereitest, bis Rettung naht. Im Kapitel »Auf der Flucht« hast du erfahren, wie du möglicherweise große Entfernungen zurücklegen kannst, um dich in Sicherheit zu bringen. Jetzt ist es an der Zeit, dich auf den Katastrophenfall vorzubereiten, das sogenannte »Worst-Case-Szenario«. In diesem Szenario müssen du und deine engsten Freunde und Familienangehörigen in der Lage sein, der gesamten Zivilisation den Rücken zu kehren, eine abgelegene, unbewohnte Ecke unseres Planeten zu finden, davon gibt es mehr, als du denkst, und dort euer Leben von Grund auf neu aufzubauen. Stell dir eine Gruppe Schiffbrüchiger auf einer Insel vor oder eine menschliche Kolonie auf einem anderen Planeten. Das muss deine Denkweise sein, wenn du überleben möchtest. Niemand ist auf dem Weg zu dir, es ist keine Rettung geplant, es gibt keine verbündeten Mächte, zu denen du fliehen könntest, keine Front, hinter der du dich verstecken kannst. Das alte Leben ist für immer dahin. Das neue Leben liegt, was Qualität und Dauer angeht, einzig und allein in deinen Händen. So beängstigend sich diese Vorstellung auch anhören mag, halte dir vor Augen, dass die Menschen sich seit Anbeginn unserer Geschichte fortwährend angepasst und Zerstörtes wieder aufgebaut haben. Selbst heutzutage, wo es den Anschein haben könnte, als hätte die Gesellschaft uns hoffnungslos verweichlicht, ist der Wille zum Überleben fest in unseren Genen verankert. Ironischerweise besteht die größte Herausforderung beim Worst-Case-Szenario eben genau darin, die Tücken des Alltags zu besiegen, nicht die lebenden Toten. Tatsächlich wirst du vielleicht niemals einen Zombie zu Gesicht bekommen, wenn deine Überlebensstrategie funktioniert. Dein Ziel ist es, einen sicheren, kleinen Mikrokosmos der Welt zu schaffen, der mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, damit du nicht nur überlebst, sondern darüber hinaus ein Mindestmaß an Zivilisation aufrechterhalten kannst. Und wann sollte man am besten damit anfangen? Sofort. Gut möglich, dass es nie einen totalen Krieg geben wird, gut möglich, dass dieser Krieg noch Jahre auf sich warten lässt. Aber was, wenn er gar nicht mehr so fern ist? Was, wenn eine Epidemie der Klasse 1 ausgebrochen ist und unbemerkt bleibt? Was, wenn in einem totalitären Land mit stark eingeschränkter Pressefreiheit eine Epidemie der Klasse 2 oder 3 bereits begonnen hat? Selbst dann könnten noch Monate bis zu einem totalen Krieg vergehen. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist das nicht der Fall. Aber ist das ein Grund, nicht darauf vorbereitet zu sein? Anders als das Einrichten auf eine Belagerung kosten die Vorbereitungen, einen winzigen Teil der Zivilisation wieder aufzubauen, sehr viel Zeit. Doch je mehr Zeit du investierst, desto besser stehst du schließlich da. Heißt das, dass du dein ganzes Leben aufgeben und nichts anderes mehr machen sollst, als dich auf das Ende der Welt vorzubereiten? Natürlich nicht. Dieser Text wurde im Hinblick auf den herkömmlichen Lebensstil des Normalbürgers verfasst. Allerdings sollten auch die minimalsten Vorbereitungen nicht weniger als 1500 Stunden in Anspruch nehmen. Selbst auf mehrere Jahre verteilt ist das ein beachtlicher Zeitaufwand. Wenn du tatsächlich glaubst, du könntest alles Nötige bewerkstelligen, indem du in die Vollen gehst, wenn der Zeiger schon auf 5 vor 12 steht, dann kannst du jetzt getrost die Hände in den Schoß legen. Doch du solltest darüber nachdenken, ob es wirklich so klug ist, mit dem Bau deiner Arche erst dann zu Beginn, wenn es bereits angefangen hat zu regnen. Allgemeine Regeln 1. Schare eine Gruppe um dich. Wie in den vorangegangenen Kapiteln detailliert erklärt, ist eine kollektive Aktion den Versuchen eines Einzelnen stets vorzuziehen. Eine Gruppe verbessert deine finanziellen Möglichkeiten, was ermöglicht, eine größere Menge Land und Ausrüstung zu erwerben. Im Fall einer Belagerung steht so zudem eine breitere Palette von Fähigkeiten zur Verfügung. Anders als bei einer Belagerung, bei der du froh über sämtliche Talente sein kannst, die du findest, hast du bei der Vorbereitung auf den schlimmsten möglichen Fall Zeit, die Mitglieder deiner Gruppe in allen Fertigkeiten auszubilden, die erforderlich sind. Wie viele Schmiede kennst du zum Beispiel? Wie viele Ärzte können in der Wildnis Naturheilmittel finden? Wie viele echte Stadtbewohner wissen auch nur das Geringste über Landwirtschaft? Spezialisierung beschleunigt außerdem die Vorbereitungen. Eine Gruppe hält die Augen nach geeignetem Land offen, während eine andere Ausrüstung kauft und so weiter. Während der Krise können ein oder mehrere Mitglieder deiner Gruppe zu der vorgesehenen sicheren Zone vorausgeschickt werden, um dort alle Vorbereitungen zu treffen, falls die Situation sich verschlimmert. Natürlich gibt es potenzielle Gefahren, anders als bei zeitlich relativ begrenzten Belagerungen gesicherter Gebiete kann dieser langwierige Überlebenskampf zu sozialen Problemen führen, wie sie in der modernen Gesellschaft unbekannt sind. Leute, die glauben, dass irgendwann Hilfe kommt, werden viel eher loyal bleiben als solche, die wissen, dass sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen müssen. Unzufriedenheit, Meuterei, ja sogar Blutvergießen liegen stets im Bereich des Möglichen. Hier gilt ebenfalls das Mantra dieses Buchs. Sei vorbereitet. Nimm an mehreren Kursen zum Thema Führung und Gruppendynamik teil. Bücher und Vorträge über die Grundlagen der menschlichen Psychologie sind immer ein Muss. Diesem Wissen kommt bei der Auswahl deiner Gruppenmitglieder und bei deiner späteren Rolle als Anführer entscheidende Bedeutung zu. Um es noch einmal zu betonen, es ist die schwierigste Aufgabe der Welt, eine Gruppe von Individuen über einen längeren Zeitraum hinweg zur Zusammenarbeit zu bewegen. Hat man damit jedoch Erfolg, kann diese Gruppe jedes Ziel erreichen. Zweitens, lerne, lerne, lerne. Zu sagen, dass du noch einmal ganz von vorn anfängst, wäre unzutreffend. Unsere Vorfahren befanden sich in dieser Position, da es so lange dauerte, Wissen zu entdecken, anzusammeln und auszutauschen. Dein großer Vorteil gegenüber den ersten vernunftbegabten Affen sind die Erfahrungen von Jahrtausenden direkt vor deiner Nasenspitze. Selbst wenn du dich ganz ohne Werkzeuge in einer entlegenen lebensfeindlichen Umgebung befinden solltest, wärst du den meisten gut ausgerüsteten Neandertalern, dank des in deinem Gehirn gespeicherten Wissens, doch um Lichtjahre voraus. Zusätzlich zu allgemeinen Survival-Handbüchern solltest du Werke über andere Ausnahmesituationen oder Worst-Case-Szenarios studieren. Es wurden jede Menge Bücher über das Überleben in der Wildnis nach einem Atomkrieg veröffentlicht. Achte darauf, achte darauf, dass diese Lektüre so aktuell wie nur möglich ist. Wahre Geschichten über Survival in der Wildnis können ebenfalls eine große Hilfe sein. Berichte über Schiffsunglücke, Flugzeugabstürze und sogar die frühen Besiedler Europas können sich als wahre Schatztruhe erweisen, was man tun oder lassen sollte. Lerne alles über unsere Vorfahren und wie sie sich ihrer Umgebung angepasst haben. Selbst literarische Werke können eventuell hilfreich sein, wenn sie auf Fakten beruhen, wie zum Beispiel Robinson Crusoe. Wenn du dich mit all diesen Geschichten, wahren wie Erfundenen, auseinandersetzt, wirst du einsehen, dass du nicht der Erste bist, der so ein Unterfangen versucht. Das Wissen, dass es schon mal geschafft wurde, sollte einen beruhigenden Einfluss haben, wenn du in dein neues Leben aufbrichst. Drittens Befreie dich von Luxusgütern Die meisten von uns träumen von einer einfacheren, aber nahrhafteren Ernährung. Ich trinke weniger Kaffee, ich muss weniger Zucker zu mir nehmen, ich versuche mehr Gemüse zu essen, sind Phrasen, die wir alle von Zeit zu Zeit in unserem alltäglichen Leben sagen oder hören. Wenn du eine Epidemie der Klasse Vier überleben möchtest, bleibt dir keine andere Wahl als das zu tun. Selbst unter idealen Bedingungen wäre es unmöglich, jedes Nahrungsmittel anzubauen, beziehungsweise jede Chemikalie herzustellen, die du magst. Quasi über Nacht auf so vieles verzichten zu müssen, wäre ein ziemlicher Schock für deinen Organismus. Stattdessen solltest du rechtzeitig damit anfangen, die Nahrungsmittel und Luxusgüter einzuschränken, die du in deinem neuen Heim nicht haben wirst. Logischerweise musst du wissen, was für eine neue Umgebung das sein wird und was du dort produzieren kannst. Auch ohne, dass du jetzt eine lange Liste durchgehst, wird dir der gesunde Menschenverstand genau sagen, was du zum Leben brauchst und was nicht. Zum Beispiel sind Tabak und Alkohol, wie sehr du sie auch schätzen magst, für den menschlichen Körper verzichtbar. Das Verlangen nach Vitaminen, Mineralstoffen und Zucker kann mit natürlichen Nahrungsmitteln befriedigt werden. Selbst bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel leichte, schmerzstillende Mittel, können durch Fertigkeiten wie Akupressur, verschiedene Massagetechniken oder sogar simple Meditation ersetzt werden. Diese Vorschläge klingen für jemanden aus der westlichen Gesellschaft womöglich ein bisschen zu weit hergeholt oder abwegig. Vergiss aber nicht, dass viele dieser Ernährungs- und Heiltechniken ursprünglich nicht von überdrehten Gurus aus dem Norden Kaliforniens stammen, sondern von Völkern aus der Dritten Welt, wo Ressourcen stets knapp waren und sind. Denke stets daran, wie verwöhnt Amerikaner im Vergleich zum Rest der Welt sind. Wenn du dich mit den sogenannten weniger Begünstigten auseinandersetzt, bekommst du vielleicht einen Eindruck davon, wie man Probleme mit einfacheren, wenn auch nicht ganz so komfortablen Mitteln löst. Das Erstellen von Plänen für eine Epidemie der Klasse 4 sollte schon in den Anfangsphasen einer Epidemie der Klasse 1 beginnen. Nimm bei den ersten Anzeichen für einen Ausbruch – bizarre Morde, vermisste Personen, ungewöhnliche Krankheiten, widersprüchliche Presseberichte – Verbindung mit allen Mitgliedern deiner Gruppe auf. Besprecht eure Pläne für eine Evakuierung, vergewissere dich, dass es keine Gesetzesänderungen gab, die Reisen, Genehmigungen, Ausrüstungsbefugnis und so weiter betreffen. Wenn sich die Epidemie zur Klasse 2 ausweitet, macht euch zum Aufbruch bereit. Katalogisiert und verpackt eure gesamte Ausrüstung, schickt eine Kundschaftergruppe voraus, die die sichere Zone vorbereitet. Leitet das erste Stadium eurer Alibis ein. Wenn es sich um die Beerdigung eines geliebten Menschen handelt, lasst jetzt durchsickern, dass dieser geliebte Mensch krank geworden ist. Macht euch bereit, sofort aufzubrechen. Sobald die Epidemie die Klasse 3 erreicht, solltet ihr die Mücke machen. Fünftens bis ans Ende der Welt. Statt dich auf den Weg in die Wildnis zu machen, bist du vielleicht versucht, ständig in deinem Heim oder deiner neu gebauten, leicht zu verteidigenden Zombie-Festung zu bleiben. Das ist nicht empfehlenswert. Selbst wenn du in einer Art Anlage wohnen würdest, die gut ausgerüstet und gesichert ist und auf Jahrzehnte hinaus Nahrung und Wasser produzieren könnte, wäre deine Überlebenschance praktisch gleich null. In naher Zukunft werden städtische Gebiete Zentren brutaler Gefechte zwischen den Lebenden und den Untoten sein. Selbst wenn deine Festung diese Straßenschlachten überstehen sollte, würde sie letztendlich extremen Militärmaßnahmen wie beispielsweise Flächenbombardements zum Opfer fallen. Wie schon im Kapitel über die Verteidigung angesprochen, kommt es in städtischen Ballungszentren am häufigsten zu Industrieunfällen, Großbränden und so weiter. Einfach ausgedrückt, bleib in der Stadt und du hast nur geringe oder gar keine Überlebenschancen. Mit Vororten und dichter besiedelten ländlichen Gebieten verhält es sich nicht viel anders. Wenn die Zahl der lebenden Toten zunimmt, werden sie deine Unterkunft mit ziemlicher Sicherheit finden. Eine Belagerung mag vielleicht mit Dutzenden Zombies beginnen, doch innerhalb kürzester Zeit hat man es mit Hunderten, Tausenden und dann mit Hunderttausenden Untoten zu tun. Und wenn sie dich gefunden haben, gehen sie nicht mehr weg. Wenn überhaupt wird ihr stöhnen, dass kollektive Kreischen von mehreren Tausend Zombies andere hunderte von Meilen entfernt aufmerksam machen. Theoretisch könntest du bald von mehr als einer Million Zombies belagert werden. Natürlich muss es nicht zwangsläufig dazu kommen, wenn sich deine Festung im Mittleren Westen auf den weiten Ebenen der Great Plains oder gar in den Rocky Mountains befindet, ist das Risiko einer Belagerung durch eine Million Zombies gering, aber nicht undenkbar. Allerdings ist die Gefahr von Banditen an diesen Orten größer. Wir wissen nicht genau, wie diese Briganten der Zukunft aussehen werden, ob sie auf Motorrädern oder Pferden reisen, Schwerter oder militärische Schusswaffen tragen. Sicher ist aber, dass sie stets auf der Suche nach Beute sein werden. Im Laufe der Zeit werden das auch Frauen sein, später ebenso Kinder, als Sklaven oder neue Krieger. Und als wäre die Bedrohung durch die Zombies nicht schon schlimm genug, könnten diese Grobiane ihre Mitmenschen schließlich als allerletzte Nahrungsquelle betrachten. Wenn sie deinen Unterschlupf entdecken, werden sie angreifen. Selbst wenn es dir gelingt, einen Angriff abzuwehren, reicht ein Überlebender aus, Bis sich diese Banden schließlich selbst zugrunde richten, wirst du immer ihr Ziel sein. Wenn du also fließt, dann weit weg von jeglicher Zivilisation. Es reicht nicht, nur so weit zu gehen, dass das einzige, was du siehst, eine Straße ist. Es darf keine Straße geben, keinen Strom und keine Telefonleitungen. Nichts. Dein Ziel muss irgendwo am Rande des Globus liegen, an einem von Menschen unbewohnten Ort. Er muss weit genug weg sein, dass Zombie-Migration schwierig und ein Überfall von Banditen undurchführbar sind und das Risiko von industriellen Verunreinigungen oder Militärschlägen praktisch ausgeschlossen werden kann. Abgesehen von Flügen zu einem anderen Planeten oder Siedlungen auf dem Meeresgrund muss es so weit von den Ballungsgebieten der Menschheit entfernt sein wie möglich. Sechstens. Mache dich mit deiner Umgebung vertraut. Wenn die Zeit zu Fliehen gekommen ist, dann pack nicht einfach den Jeep voll, fahr nach Norden und hoffe, dass du eine nette, sichere Ecke am Yukon findest. Wenn du planst, den lebenden Toten zu entkommen, besonders in einem unbewohnten Teil der Welt, musst du genau wissen, wohin du gehst. Nimm dir die Zeit und studiere die aktuellsten Karten. Auf älteren Karten sind womöglich nicht alle Straßen, Rohrleitungen, Außenposten oder andere Bauwerke eingezeichnet. Stell bei der Wahl deines Ziels sicher, dass folgende Fragen beantwortet werden. A Ist es abgelegen, mindestens mehrere hundert Meilen von jeglicher Zivilisation entfernt? B Gibt es dort eine Süßwasserquelle, nicht nur für euch, sondern auch für alle Tiere, die ihr mitbringen wollt? Denk daran, dass du Wasser für eine Vielzahl von Dingen benötigst, zum Trinken, Waschen, Kochen und für die Landwirtschaft. C Gibt es die Möglichkeit, Nahrung zu produzieren? Ist die Erde gut genug für Ackerbau? Kannst du Tiere weiden lassen oder angeln? Gibt die Landwirtschaft hier dauerhaft genug Nahrungsvorräte her, ohne dass du Raubbau betreiben musst? D Gibt es einen natürlichen Schutz? Befindet sich der Ort auf einem hohen Gipfel oder ist er von Klippen oder Flüssen umgeben? Wird das Gelände bei einem Angriff von lebenden Toten oder räuberischen Menschen dir oder deinem Gegner einen Vorteil verschaffen? E. Was für natürliche Ressourcen gibt es? Gibt es Baumaterial wie Holz, Stein oder Metall? Was ist mit Brennstoffen wie Kohle, Öl, Torf oder abermals Holz? Wie viel Baumaterial musst du mitbringen, damit du ein Lager errichten kannst? Wie viel der lokalen Flora besitzt medizinische Eigenschaften? Diese Fragen müssen allesamt beantwortet sein, bevor du einen Ort auch nur ansatzweise als dauerhafte Zuflucht in Betracht ziehen kannst. Baumaterial und natürliche Schutzmaßnahmen sind nicht zwingend. Nahrung, Wasser und extreme Entfernung zum Rest der Zivilisation dagegen unbedingt. Ohne eines dieser drei grundlegenden Dinge gefährdest du dein längerfristiges Überleben. Mach eine Liste mit mindestens fünf möglichen Orten, bevor du dein neues Heim wählst. Besuch sie alle, vorzugsweise in der unwirtlichsten Jahreszeit. Schlag mindestens eine ganze Woche mit primitiver Ausrüstung und null Kontakt zur Außenwelt dein Lager auf. Erst danach solltest du entscheiden, welcher deinen Bedürfnissen am besten entspricht. Siebentens Werde zum Experten. Stelle umfassende Nachforschungen über dein neues Heim an. Lies jedes Buch, jeden Artikel, jeden Satz, der darüber geschrieben wurde. Studiere jede Karte und Fotografie. Für das Gelände, das du wählst, gibt es eigene spezielle Survival-Handbücher. Kaufe und studiere sie alle. Mache dich darüber hinaus mit den Aufzeichnungen Einheimischer vertraut, die früher haben. Besuche den Ort oft und zu jeder Jahreszeit, verbringe mindestens mehrere Wochen dort, kämpfe und erforsche jeden Sektor. Mache dich mit jedem Baum und Felsen vertraut, mit jeder Sanddüne oder Eisscholle, wäge ab, was die wirtschaftlichste Quelle zur Nahrungsmittelgewinnung ist, Landwirtschaft, Fischerei, Jagd, Sammeln und wie viele Menschen das Land auf diese Weise ernähren kann. Die Antwort darauf ist festlegst. Wenn es rechtlich möglich ist, kaufe das Land. Dann kannst du, vorausgesetzt die erforderlichen Ressourcen sind vorhanden, mit dem Bau einer geeigneten Unterkunft beginnen. Dabei muss es sich nicht um ein dauerhaftes Domizil handeln, doch es sollte zumindest ein Bauwerk sein, das dir beim Bau der zukünftigen Anlage ein Dach über dem Kopf gibt. Ist die Unterkunft klein und zweckdienlich, sollte sie als Lagerschuppen für zeitig eingelagerte Vorräte dienen. Ist sie groß und komfortabel, kann sie Zweitwohnsitz oder Ferienhaus sein. Zu Zeiten des Kalten Kriegs bauten viele Leute Ferienhäuser, die gleichzeitig als potenzielle Zufluchtsorte für den Fall einer nuklearen Katastrophe dienten, machte ich mit der ansässigen Bevölkerung vertraut. Wenn sie eine andere Sprache sprechen, lerne diese Sprache, ebenso lokale Bräuche und persönliche Geschichten, ihr Wissen und ihre Sachkenntnis sollte das, was du aus Büchern über die Umgebung gelernt hast, vervollständigen. Erzähl den Einheimischen niemals, warum du da bist. Mehr dazu später. Achtens, plane deine Route. Befolge dazu die Regeln aus dem Kapitel auf der Flucht zu diesem Thema und multipliziere sie mit 100. Du wirst dich nicht nur dem Risiko versperrter Straßen und natürlicher Hindernisse gegenüber sehen, sondern obendrein eine Gegend durchqueren, in der es von Zombies, Banditen und allen chaotischen Elementen einer implodierenden Gesellschaft nur so wimmelt. Und das alles, bevor der Notstand ausgerufen wird. Sobald das passiert, werden deine sämtlichen bisherigen Probleme angesichts der Bedrohung durch das eigene Militär verblassen. Anders als bei einer simplen Flucht aus einem von Zombies verseuchten Gebiet, wirst du nicht den Luxus haben, dass du aus einer Reihe von möglichen Zielorten wählen kannst. Es kann nur einen geben, und den musst du erreichen, um zu überleben. Wie schon mehrfach betont wurde, Vorausplanung kann niemals als unabänderlich betrachtet werden. Das sollte sogar ein entscheidender Faktor bei der Auswahl deines Zielorts sein. Eine abgelegene Oase mitten in der Sahara hört sich vielleicht großartig an, aber wie kommst du dorthin, wenn die Luftfahrtgesellschaften den Flugverkehr einstellen. Selbst eine Insel wenige Meilen vor der Küste kann so weit entfernt sein wie die Sahara, wenn du kein Boot hast. Alle Lektionen aus Auf der Flucht gelten für dieses Szenario. Was darin nicht berücksichtigt wurde, ist die internationale Perspektive. Was wäre zum Beispiel, wenn du ein Stück Land in der Wildnis von Sibirien gekauft hast und Fliegen noch möglich wäre, aber Russland seine Grenzen dicht gemacht hat? Das heißt nicht, dass du keinen Ort in Sibirien aussuchen solltest. Du solltest nur gewährleisten können, dass du die Möglichkeit hast, das Land zu betreten, legal oder sonst wie. Neuntens Pläne BCDE Was wenn deine erste Transportmöglichkeit ausfällt? Was wenn die Straßen oder Wasserwege versperrt sind? Was wenn du entdeckst, dass dein sicherer Hafen von Zombies, Banditen, Militärs oder anderen Flüchtlingen überrannt wurde? Was wenn tausend andere Dinge schief laufen? Schmiede Ersatzpläne. Kalkuliere potenzielle Gefahren auf deinem Weg ein und entwickle individuelle Ersatzwege, um ihnen zu begegnen. Alternative Fahrzeuge, Routen, sogar eine sichere Ersatzzone, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ideal oder gut vorbereitet erscheint wie deine erste, halten dich wenigstens lange genug am Leben, damit du dir eine neue Strategie überlegen kannst. Zehntens Liste deine Ausrüstung auf, sei zum Einkaufen bereit. Jedes kompetente Survival-Handbuch sollte alles auflisten, was du brauchst, um ein neues Leben zu Beginn. Führe immer drei detaillierte und auf dem neuesten Stand befindliche Listen. Erstens, was du unbedingt zum Überleben brauchst. Zweitens, Ausrüstung zum Bau und Ausbau deiner Unterkunft und Umgebung. Drittens, Komfort, wenn nicht der eines echten Zuhauses, dann wenigstens so nahe dran wie möglich. Wenn deine finanzielle Lage es erlaubt, kaufe alles Erforderliche sofort. Wenn nicht, finde heraus, wo du es bekommen kannst. Vergleiche öfter Preise und Örtlichkeiten, behalte deine Händler im Auge, die umgezogen sind und finde Ersatz für diejenigen, die ihre Geschäfte geschlossen haben. Versuch immer, wenigstens zwei Alternativen zu haben, falls dein wichtigster Händler nicht liefern kann. Stelle sicher, dass dein Händler innerhalb weniger Stunden Fahrzeit zu erreichen ist. Verlasse dich nie auf Katalog oder Internetbestellung. Sogenannte Eilzustellungen sind unter normalen Umständen schon unzuverlässig genug, wie wird das erst in einer Krisensituation sein? Notiere all diese Informationen auf deiner Liste, passe sie entsprechend an, halte immer eine Bargeldreserve für das Allernotwendigste parat, die Gesamtsumme ist abhängig vom Preis deiner Ausrüstung. Schon bevor die Situation vollkommen außer Kontrolle gerät, werden Schecks und Kreditkarten keine Alternative zu Bargeld mehr darstellen. Elftens Baue Verteidigungsanlagen Nichts ist wichtiger als die Gebäude, die deinem Schutz dienen. Sobald du deine Gruppe in einer ruhigen Ecke der Wildnis untergebracht hast, fang sofort damit an, euer Lager zu befestigen. Du weißt nie, wann der erste Zombie zufällig in dein Lager stolpern wird und andere mit seinem Stöhnen auf sich aufmerksam macht. Formuliere detaillierte Pläne für die Verteidigung. Der Grundriss muss ausgekundschaftet und Baumaterial entweder gekauft oder in der Umgebung beschafft werden. Alles, einschließlich Baumaterial, Werkzeug und Vorräte, sollte bei deiner Ankunft schon vor Ort sein, sodass du nur noch bauen musst. Denk dran, deine Verteidigung muss dich nicht nur vor Zombies, sondern auch vor Banditen schützen. Denk außerdem daran, dass diese menschlichen Angreifer zumindest zu Anfang Schusswaffen und möglicherweise Sprengstoff besitzen. Falls es ihnen gelingt, deine Verteidigung zu durchbrechen, musst du eine Rückzugsposition vorbereitet haben. Diese zweite Verteidigungslinie könnte ein befestigtes Haus, eine Höhle, sogar eine einfache Mauer sein. Halte sie stets gut in Schuss und für den Ernstfall bereit. Eine starke Rückzugsposition könnte den Wendepunkt in einer sonst hoffnungslosen Schlacht bedeuten. Zwölftens Plane einen Fluchtweg. Was, wenn deine Verteidigung während eines Angriffs durchbrochen wird? Achte darauf, dass jeder die Lage des Fluchtwegs kennt und imstande ist, ihn auf eigene Faust zu erreichen. Vergewissere dich, Ersatzvorräte und Waffen gepackt und jederzeit bereit sind. Lege einen Sammelpunkt für deine fliehende Gruppe fest, eine Stelle, wo ihr euch wiedertreffen könnt, wenn ihr bei einem Angriff versprengt wurdet. Euer neues Zuhause im Stich zu lassen, wird weder psychologisch noch gefühlsmäßig einfach sein, zumal ihr viel Kraft und Zeit in den Bau investiert habt. Menschen auf der ganzen Welt, die in ähnlich prekären Situationen leben, können ein Lied davon singen, wie schwer das sein kann. Doch so stark deine Bindung zu dem Ort ist, geben und zu fliehen als bei seiner Verteidigung zu sterben. Ein alternativer Zufluchtsort sollte bereits sorgfältig ausgewählt sein, bevor du in deinem neuen Zuhause eintriffst. Er sollte weit genug entfernt sein, dass Zombies oder Plünderer dich nicht von einem Lager zum nächsten verfolgen können. Gleichzeitig jedoch sollte er nah genug sein, dass man ihn mit einem Fußmarsch unter härtesten Bedingungen erreichen kann. Du weißt nie, wann du deinen ersten Stützpunkt aufgeben musst. Abermals auch dieser Ort muss vor der Epidemie gewählt werden. Die Suche nach einem neuen Heim oder etwas anderem wird nach deren Ausbruch nicht leicht sein. 13. Sei auf der Hut. Wenn du dich eingelebt hast, die Verteidigung errichtet, die Gebäude gebaut, die Saat ausgebracht und die Arbeit eingeteilt wurde, sollte deine Wachsamkeit auf gar keinen Fall nachlassen. Späher sollten ständig auf Posten sein. Sorge dafür, dass sie gut getarnt sind und eine Möglichkeit haben, die anderen zuverlässig zu alarmieren. Achte dabei darauf, dass diese Möglichkeit nicht auch die Angreifer aufmerksam macht. Lege eine sichere Grenze außerhalb deiner Verteidigungslinien fest. Lasse diese Grenze Tag und Nacht überwachen. Leute, die das Gelände verlassen, sollten das nie allein und nie unbewaffnet tun. Die im Lager sollten jederzeit im Stande sein, den Waffenschrank binnen Sekunden zu erreichen und im Fall eines Angriffs kampfbereit zu sein. 14. Verlasse dein Versteck nicht. Obwohl die Topografie deines Stützpunktes das Risiko einer Entdeckung minimieren sollte, weißt du nie, wann sich ein Zombie oder Plünderer in die Nähe deines Lagers verirrt. Stelle sicher, dass nachts keine Lichter zu sehen sind. Sorge dafür, dass sich der Rauch deines Feuers vor Tagesanbruch verflüchtigt hat. Wird dein wahre zu jeder Tages- und Nachtzeit Lärmdisziplin. Rufe nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Isoliere deine Gemeinschaftsräume so, dass Musik, Unterhaltungen und andere Geräusche nicht nach außen dringen können. Postiere bei neuen Bauarbeiten und täglicher Wartung zusätzliche Spähe an der Stelle, bis zu der potenzieller Lärm maximal dringen kann. Denke daran, dass selbst leiseste Geräusche vom Wind weitergetragen werden und deine Position verraten können. Verursacht deine Energiequelle Lärm, zum Beispiel ein Dieselgenerator, achte darauf, dass er lärmgeschützt ist und selten benutzt wird. So einen Zustand permanent erhöhter Wachsamkeit aufrecht zu erhalten, wird zunächst nicht leicht sein. Im Lauf der Zeit jedoch wird dir diese Haltung in Fleisch und Blut übergehen. Auf diese Weise lebten die Menschen jahrhundertelang. Ein Großteil der Menschheitsgeschichte ist die Geschichte von kleinen Inseln der Ordnung in einem Meer aus Chaos. Die Menschen kämpften ums Überleben, derweil ständig die Gefahr einer Invasion über ihren Köpfen schwebte. Wenn sie auf diese Weise zahllose Generationen überleben konnten, kannst du es mit ein bisschen Übung auch. Fünfzehntens Bleibe isoliert. Gib deiner Neugier nicht nach, unter keinen Umständen. Sogar ein Fachkundiger, in der Kunst der Tarnung bestens ausgebildeter Kundschafter kann versehentlich Armeen von Untoten zurück zu eurem Lager führen. Wenn dein Kundschafter von Briganten gefangen genommen und gefoltert wird, werden die Banditen vielleicht euren Aufenthaltsort erfahren. Zusätzlich zur dramatischeren Bedrohung durch Zombies und Banditen besteht zudem das Risiko, dass dein Späher sich mit einer herkömmlichen Krankheit infiziert und den Rest der Gruppe ansteckt. Da dir nur wenige Medikamente zur Verfügung stehen, können Epidemien jeder Art verheerend sein. Vor Ort zu bleiben bedeutet nicht, Ohren und Augen vor dem Rest der Welt zu verschließen. Dynamo oder solarbetriebene Funkgeräte sind ein perfektes Mittel, um Informationen fährt jeder deiner Position, der auch nur über die einfachste Peilanlage verfügt. Wie sehr du den Mitgliedern deiner Gruppe auch vertraust, es wäre sicher nicht schlecht, alle Sender, Leuchtkugeln und andere Signalvorrichtungen unter Verschluss zu halten. Ein Moment der Schwäche könnte deine gesamte Existenz gefährden. Dein Führungstraining wird dir eine wertvolle Hilfe dabei sein, mit einem so heiklen Thema angemessen umzugehen. Geländearten Wirf einen Blick auf die Weltkarte und suche das beste Land und das mildeste Klima. Vergleiche diese Daten mit der Bevölkerungsdichte und du wirst eine perfekte Übereinstimmung erhalten. Schon die frühesten Menschen wussten, worauf sie achten mussten, als sie mit dem Bau von Gemeinschaften begannen. Gemäßigtes Klima, fruchtbarer Boden, reichlich frisches Wasser und ein Übermaß an natürlichen Ressourcen. Diese vorzüglichen Regionen wurden die ersten Hochbogen der Menschheit, die sich zu den modernen Bevölkerungszentren entwickelt haben, die wir heute kennen. Diese Art des Denkens, diese logischen Schlussfolgerungen musst du vollkommen aufgeben, wenn du dir dein neues Zuhause suchst. Zurück zur Landkarte. Sagen wir, du findest einen Ort, der sofort ansprechend erscheint. Die Möglichkeit ist groß, dass mehrere Millionen Menschen genau das gleiche denken, wenn sie gezwungen sind zu fliehen. Widersetze dich dieser Denkweise mit dem Motto Härter ist besser, denn um so sicher wie möglich zu sein, bist du gezwungen, die rauesten, extremsten und menschenfeindlichsten Orte auf Erden aufzusuchen. Du musst ein Gebiet finden, das so unwirtlich und lebensfeindlich aussieht, dass du nicht im Traum daran denken würdest, dort freiwillig ein Zuhause zu errichten. Die folgende Liste verschiedener Gelände Arten wurde erstellt, um dir dabei zu helfen, eine kenntnisreiche Wahl zu treffen. Ergänzende Lehrbücher werden dir detailliertere Informationen über die genauen Wetterverhältnisse, verfügbare Nahrung, Wasser, natürliche Ressourcen und so weiter liefern. Erstens Wüste Nach den Polarregionen ist die Wüste eine der härtesten und damit sichersten Umgebungen der Welt. Im Gegensatz zu dem, was wir aus Filmen kennen, ist die Wüste nicht nur ein Meer aus Sand. Es ist nicht schwierig, Steine zu brechen, zu formen und zum Bau von komfortablen Häusern oder, noch wichtiger, zur Errichtung von Verteidigungsmauern zu verwenden. Je abgelegener das Lager, desto größer die Chance, dass es nicht von Angreifern entdeckt wird. Diese Sie wissen, dass hier keine größere Ansiedlung existiert. Was wäre der Sinn? Und selbst wenn einige es versuchen würden, die enorme Hitze und der Wassermangel würden sie wahrscheinlich umbringen, bevor sie das Lager überhaupt auch nur zu Gesicht bekämen. Zombies dagegen würden unter diesem Problem nicht leiden. Hitze und Durst spielen in ihrer Vergleichung keine Rolle. Im Gegenteil, die trockene Luft würde ihre ohnehin nur langsam voranschreitende Verwesung noch verzögern. Wenn die gewählte Wüste zwischen bevölkerten Gebieten liegt, wie zum Beispiel im amerikanischen Südwesten, ist das Risiko groß, dass dein Lager entdeckt wird. Wenn du deine befestigte Anlage nicht auf dem Gipfel eines Berges oder einer großen Felsformation errichtet hast, erfordert flaches Gelände zusätzliche künstliche Verteidigungsanlagen. 2. Berge Je nach Position und Höhe bietet diese Umgebung ausgezeichnete Verteidigungsmöglichkeiten gegen die lebenden Toten. Je steiler der Hang, desto schwerer wird es für sie sein, ihn zu erklimmen. Verfügt der betreffende Berg nicht über Straßen oder breite Wege, können menschliche Banditen genauso daran scheitern. Obwohl hohe Erhebungen dir einen besseren Überblick über das Umland verschaffen, ist Tarnung schwieriger. Maßnahmen zum Tarnen des Lagers haben oberste Priorität, besonders was Licht und Rauch angeht. Ein anderer Nachteil der strategisch besseren Höhenlage ist die Entfernung zu nützlichen Ressourcen. Ausflüge ins Tal, um Nahrung, Wasser und Baumaterial zu beschaffen, gefährden deine Sicherheit. Konsequenterweise muss der Gipfel, den du wählst, nicht unbedingt der höchste oder am leichtesten zu verteidigende sein, sondern der, auf dem es alles gibt, was du zum Überleben brauchst. Drittens Dschungel Dschungel oder tropische Regenwälder, das Gegenteil von Wüsten, versorgen dich mit allem an Wasser, Nahrung und Baumaterialien, was du brauchst, ebenso mit einer Vielzahl von Heilpflanzen, Brennmaterial und leicht zugänglicher Tarnung. Das dichte Laubwerk wirkt wie ein Schalldämpfer und dämpft Geräusche, die in offenem Gelände über Meilen hinweg zu hören wären. Im Gegensatz zu dem, was wir im Kapitel über den Angriff gelernt haben, wo das Gelände gegen eine Gruppe von Jägern arbeitet, sind schlechte Sicht und sumpfiger Boden perfekt für eine Verteidigungsstellung geeignet. Gruppen von Banditen können leicht in einen Hinterhalt gelockt und ausgeschaltet werden, einzelne Zombies können erledigt werden, ohne andere zu alarmieren. Natürlich bringt dieses äquatoriale Ökosystem auch Nachteile mit sich. Feuchtigkeit bringt Leben hervor, was in diesem Fall Millionen verschiedener Spezies von Bioorganismen bedeutet. Krankheiten sind eine ständige Bedrohung. Der kleinste Schnitt oder Kratzer kann schnell Wundbrand entwickeln. Nahrung verdirbt schneller als in trockenerem Klima. Ausrüstung aus Metall wird schnell Rost ansetzen. Jede Kleidung, die nicht imprägniert oder sonst wie behandelt ist, wird dir buchstäblich am Körper verfaulen. Schimmel wird allgegenwärtig sein. Dein größter Feind wird die lokale Insekten Population sein. Einige werden bloß ein Ärgernis sein, andere schmerzhafte oder sogar fatale giftige Stiche zufügen. Einige werden schlimme Krankheiten wie zum Beispiel Gelbfieber, Malaria oder Dengelfieber übertragen. Ein positiver umweltbedingter Aspekt des Überlebens im Dschungel hingegen ist, dass die hohe Luftfeuchtigkeit im Zusammenspiel mit einer Vielzahl von Mikroorganismen die Verwesung der Untoten beschleunigt. Feldversuche haben ergeben, dass Zombies im Dschungel um mindestens 10% schneller verwesen. In manchen Fällen waren es sogar bis zu 25%. All diese Faktoren laufen darauf hinaus, dass es sich um eine Umgebung mit vielen natürlichen Härten handelt, die aber für den Überlebenskampf im Ernstfall besonders gut geeignet ist. Viertens Gemäßigte Wälder Um lange Zeit zu überleben, ist diese Geländeart mit Abstand die komfortabelste. Allerdings bringt so ein attraktives Land eine Reihe von Problemen mit. Die Wildnis des nördlichen Kanada wird mit Sicherheit von Flüchtlingen übervölkert sein. Die unvorbereiteten panischen Massen fliehen mit Sicherheit Richtung Norden. Zumindest im ersten Jahr werden sie durch die Wildnis streifen, dem Land Nahrung entziehen, Gewalt anwenden, um sich Ausrüstung zu beschaffen und in den kalten Wintermonaten vielleicht sogar vor Kannibalismus nicht zurückschrecken. Ohne Zweifel werden Briganten unter ihnen sein oder später auf den Plan treten, wenn einige beschließen, eine sichere Siedlung zu gründen. Und natürlich nicht zu vergessen die Gefahr durch Zombies. Die gemäßigten Wälder sind immer noch relativ nahe an der Zivilisation und von Niederlassungen der Menschen durchzogen. Zusammenstöße mit Ghulen werden zehnmal so wahrscheinlich sein wie unter normalen Umständen. Bei einem konstanten Strom von Flüchtlingen ist es so gut wie sicher, dass die Untoten ihnen einfach nach Norden folgen. Bedenke auch, dass Zombies im Winter einfrieren und im Sommer auftauen können, ziehe ein Gebiet nur in Betracht, wenn es durch natürliche Barrieren isoliert ist, Berge, Flüsse und so weiter. Alles andere, auch wenn es weit von der Zivilisation entfernt zu sein scheint, wäre ein zu großes Risiko. Glaube nicht, dass die enormen Weiten von Sibirien sicherer sind als der Norden Kanadas. Vergiss nicht, südlich dieser dünn besiedelten Wildnis liegen Indien und China, die beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Erde. Fünftens Tundra Flüchtlinge werden kaum glauben, dass dieses karge Land Leben erhalten kann. Jene, die es versuchen, werden ohne große Mengen Vorräte, sorgsam ausgewählte Ausrüstung oder ausgeprägte Kenntnis der Umgebung einfach untergehen. Auch Banditen werden es schwer haben, zu überleben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich niemand so weit nach Norden wagen, die lebenden Toten dagegen können dein Lager erreichen. Diejenigen, die der Spur der Flüchtlinge nach Norden gefolgt sind oder ehemalige Flüchtlinge, die als Zombies wieder erwachten, könnten deine Anwesenheit entdecken und andere aufmerksam machen. Ihre Anzahl wird jedoch nicht groß sein, deine Gruppe dürfte mit ihnen fertig werden. Errichte dennoch eine wirkungsvolle Verteidigungslinie und sei stets wachsam. Genau wie in gemäßigten Wäldern solltest du damit rechnen, dass Zombie-Aktivitäten den Jahreszeiten folgen. Sechstens Pole Diese Umwelt ist ohne Zweifel die unwirtlichste auf dem Planeten. Extrem niedrige Temperaturen kombiniert mit starken, kalten Winden können einen Menschen, der der Witterung ausgesetzt ist, binnen Sekunden töten. Baumaterial besteht hauptsächlich aus Eis und Schnee. Benzin wird rar sein, Heil oder andere Pflanzen wird man vergebens suchen. Nahrung ist reichlich vorhanden, aber man braucht Geschick und Erfahrung, sie zu finden. Selbst im Sommer ist Unterkühlung eine ständige Gefahr. Dein Leben hängt jeden Tag am seidenen Faden. Ein Fehler bezüglich Nahrung, Kleidung, Unterkunft oder Hygiene kann deinen sicheren Tod bedeuten. Viele Leute haben von Alarialak gehört, dem Inuit, dessen Leben in der zugefrorenen Region der Hudson Bay in dem Film Nanook der Eskimo dokumentiert wurde. Nur wenige wissen, dass Nanook ein Jahr nach Beendigung der Dreharbeiten verhungerte. Das soll nicht heißen, dass es unmöglich ist, in der Polarregion zu leben. Menschen haben es über Jahrtausende erfolgreich bewerkstelligt. Jedoch erfordert es, dass Zehnfache an Wissen und einen eisernen Willen, um ein Leben am obersten oder untersten Ende der Welt auch nur in Erwägung zu ziehen. Wenn du nicht bereit bist, wenigstens einen Winter unter diesen Bedingungen zu verbringen, dann versuche es gar nicht erst, wenn die Zeit für die Flucht gekommen ist. Warum also dorthin gehen? Warum den Tod in einer so lebensfeindlichen Umgebung riskieren, wenn das Hauptziel überleben heißt? Die Antwort ist, dass diese unwirtliche Umgebung deine einzige Sorge sein wird. Flüchtlinge und Plünderer werden es nie so weit schaffen. Die Chance, dass Zombies zufällig so weit Richtung Norden wandern, liegt bei 1 zu 35 Millionen, eine bewiesene Statistik. Gleichwohl besteht hier, wie in gemäßigten Wäldern oder der Tundra, das Risiko, dass ein verirrter Ghoul auf seiner Wanderschaft einfriert und wieder auftaut. Wenn sich dein Lager in Küstennähe befindet, denke daran, dass einer an Land gespült werden oder von einem treibenden, verseuchten Schiff kommen könnte. Anfangs bergen Küsten auch die Gefahr durch Piraten. Unterhalte eine Reihe dauerhafter Verteidigungsanlagen und sei stets wachsam, auch wenn die Notwendigkeit dazu wesentlich geringer ist als in jeder anderen Umgebung. Siebentens Inseln Was könnte sicherer sein als Land, das auf allen Seiten von Wasser umgeben ist? Zombies können nicht schwimmen. Heißt das nicht, dass das Leben auf einer Insel bei einem Worst-Case-Szenario die beste Wahl ist? Bis zu einem gewissen Grad ja. Die geografische Isolation schließt die Gefahr von Zombie-Massenwanderungen aus, mit denen man rechnen muss, wenn Milliarden jeden Kontinent der Erde bevölkern. Selbst Inseln, nur einige Meilen vor der Küste, werden dich vor wimmelnden, lärmenden Horden schützen. Allein aus diesem Grund sind Inseln immer eine bevorzugte Wahl. Allerdings garantiert dir der Umstand, dass du auf einem von Wasser umgebenen Felsen lebst, nicht das Überleben. Inseln in Küstennähe werden das logische Ziel vieler Flüchtlinge sein. Jeder mit einem Boot oder Floß wird sich dorthin aufmachen. Schurken werden sie als Stützpunkte für Beutezüge auf dem Festland nutzen. Inseln vor der Küste können auch durch Industrieunfälle verwüstet werden, wenn eine Chemieanlage im Landesinneren ihre giftigen Abfälle in nahegelegene Flüsse verklappt. Um diese unmittelbaren Gefahren zu vermeiden, solltest du eine Insel wählen, die nur mit einem robusten Schiff und Kenntnissen der Navigation erreicht werden kann. Suche eine Insel ohne natürlichen Hafen oder zu viele leicht zugängliche Strände. Das macht sie für andere Flüchtlinge auf See, die die gleiche Strategie wie du verfolgen, unattraktiv. Bedenke, wenn du eine Insel kaufst, wird das die Leute nur vor der Krise fernhalten. Kein Schiff voll hungriger, verzweifelter Flüchtlinge wird sich an einen Zutritt-Verbotenschild halten. Suche nach Inseln mit hohen Klippen und, wenn möglich, ausgedehnten, gefährlichen Riffen. Selbst mit diesen natürlichen Grenzen musst du Verteidigungs- und Tarnmaßnahmen ergreifen. Noch lauern Gefahren da draußen. In der Anfangsphase der Krise segeln möglicherweise Piraten von Insel zu Insel, um den Überlebenden abzunehmen, was sie können. Suche den Horizont stets nach ihren Schiffen ab. Zombies können ebenfalls in vielen verschiedenen Formen auftauchen. Wenn die ganze Welt verseucht wurde, werden mit Sicherheit viele auf dem Grund unserer Meere herumwandern. Es besteht die zugegebenermaßen geringe Möglichkeit, dass einer unter Wasser den Hang empor läuft, der zu deinem kleinen Küstenabschnitt führt. Andere, die noch die Schwimmwesten aus ihrem früheren Leben tragen, können von der Strömung zur Insel getrieben werden. Dann besteht die Gefahr eines von Zombies verseuchten Schiffs, das in einem Worst-Case-Szenario an deinem Strand aufgrund läuft und seine tödliche Fracht ausspuckt. Egal, was passiert, vernichte deine Fluchtmöglichkeiten nicht. Zieh dein Boot an Land oder lasse es getarnt am Ufer verteut. Es zu verlieren würde bedeuten, dass aus deiner Festung ein Gefängnis wird. Achtens. Auf dem Meer. Es wurde angedeutet, dass eine Mannschaft, eine Gruppe mit dem richtigen Schiff in einem Worst-Case- Szenario auf See überleben könnte. Theoretisch ist das möglich, aber die Erfolgsaussichten sind verschwindend gering. Kurzfristig werden viele Leute mit allem Möglichen in See stechen, vom Zwei-Personen-Segelboot bis zum 80.000 Tonnen-Frachter. Sie werden von dem leben, was sie an Bord gebracht haben, die verseuchten Häfen der Welt plündern, angeln und wenn möglich frisches Wasser destillieren. Piraten in schnellen, bewaffneten Privatjachten werden die Meere unsicher machen. Diese modernen Seeräuber gibt es schon heute. Sie überfallen Frachtschiffe und Yachten an vielen Küsten der dritten Welt und sogar an strategisch wichtigen Umschlagplätzen. In einem Worst-Case-Szenario wird ihre Anzahl innerhalb kürzester Zeit auf mehrere Tausend ansteigen und sie werden bei der Auswahl ihrer Ziele nicht besonders wählerisch sein. Wenn militärische Häfen überrannt werden, werden die Kriegsschiffe, die nicht zur Unterstützung von Militäreinsätzen an Land abkommandiert wurden, Anker lichten und sich auf den Weg in sicherere Gewässer machen. In Stützpunkten auf abgelegenen Atollen wird das Marinepersonal dieser Welt ausharren, bis die Krise zu Ende geht. Und möglicherweise können sie lange warten. Nach einigen Jahren werden die Zeit und die Elemente ihren Tribut von diesen ad hoc entstandenen Meeresnomaden fordern. Schiffe, die auf fossilen Treibstoff angewiesen sind, werden hilflos auf dem Meer treiben, wenn er verbraucht ist. Wer versucht, verlassene Häfen und Treibstofflager zu plündern, wird wahrscheinlich als Zombiefutter enden. Wenn Medikamente und Vitamine ausgehen, werden Krankheiten wie Skorbut grassieren. Raue See wird viele Boote zerstören. Piraten werden sich schließlich gegenseitig ausrotten, auf potenzielle Opfer treffen, die keine Lust haben, sich kampflos zu ergeben und auf vereinzelte lebende Tote stoßen. Letzteres wird darüber hinaus zur Infizierung der Seeräuber führen, was die Gefahr von Untoten auf dem Meer erhöht. Verlassene Zombie-Geisterschiffe werden ziellos über die Weltmeere treiben und der salzige Wind wird ihr Stöhnen über das Wasser tragen. Dieser Wind wird schließlich empfindliche Maschinen lahm legen, wie etwa Wasseraufbereiter und Stromgeneratoren. Innerhalb weniger Jahre werden nur noch vereinzelte Segelschiffe unterwegs sein. Alle anderen Besatzungen werden gesunken, aufgrundgelaufen, wiederauferstanden oder einfach an einem abgelegenen Strand vor Anker gegangen sein, um ihr Glück im Landesinneren zu versuchen. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Leben auf dem Meer zu verbringen, muss folgende Voraussetzungen erfüllen. a. Mindestens zehn Jahre Erfahrung auf See, entweder bei der Handelsmarine oder beim Militär. Nur eine Privatjacht zu besitzen, ist keine ausreichende Qualifikation. b. Ein robustes, windbetriebenes Schiff, mindestens 30 Meter lang oder länger, mit Ausrüstung, die überwiegend aus anorganischem, rostfreiem Material besteht. c. Die Fähigkeit, auf konstanter Basis Trinkwasser zu destillieren, ohne vom Regen abhängig zu sein. Dein System und die Maschinen müssen nicht nur einfach, leicht zu bedienen und rostbeständig sein, du musst außerdem ein Ersatzsystem an Bord haben. d. Die Fähigkeit, Nahrung zu fangen und ohne nicht erneuerbaren Brennstoff zuzubereiten. Mit anderen Worten, kein Propangasherd. e. Umfassende Kenntnisse über alle Wasserpflanzen und Tiere. Alle Vitamine und Mineralien, die es an Land gibt, können durch entsprechende aus dem Meer ersetzt werden. f. Eine Notfallausrüstung für jeden in deiner Gruppe für den Fall, dass das Schiff verlassen werden muss. g. Kenntnisse über die Position von sicheren Häfen. Alle Boote brauchen einen Hafen, wie primitiv er auch sein mag. Es kann eine Felsgruppe vor der Küste Kanadas oder ein karges Atoll im Pazifik sein. Egal, was es ist, wenn du nicht weißt, wo sich dein Hafen befindet, wenn ein Sturm aufzieht, steht dir das Wasser über kurz oder lang, sprichwörtlich und buchstäblich, bis zum Hals. Mit diesem Wissen ist dein Leben womöglich einfacher zu gestalten. Benutze dein Boot als bewegliches Heim, während du von Insel zu Insel oder von Küste zu Küste ziehst. Das wird eine komfortablere, sicherere Existenz als auf dem offenen Meer sein. Halte dennoch nach Zombies in flachem Wasser ausschau und achte jederzeit, jederzeit auf deinen Ankertau. Theoretisch ist diese Art von Leben möglich, aber nicht empfehlenswert. Dauer Wie lange wirst du diese primitive Existenz ertragen müssen? Wie lange, bis die wandelnden Toten einfach zu Staub zerfallen? Wie viel Zeit wird vergehen, bis das Leben wieder in annähernd normalen Bahnen verläuft? Leider gibt es darüber keine exakten Erkenntnisse. Der erste auferstandene Zombie wird, wenn er nicht gefroren, einbalsamiert oder sonst wie konserviert wurde, nach fünf Jahren vollständig verwest sein. Aber bis die Untoten die Weltherrschaft errungen haben, können bereits zehn Jahre vergangen sein. Vergiss nicht, du fließt, wenn der Krieg beginnt, nicht, wenn er endet. Wenn Zombies den Planeten wahrhaftig beherrschen und es keine infizierbaren Menschen mehr gibt, wird es für die meisten rund fünf Jahre dauern, bis sie vollständig verwest sind. Trockenes Klima und Kälte werden viele konservieren und möglicherweise für Jahrzehnte funktionstüchtig halten. Banditen, Flüchtlinge und andere Überlebende wie du können zu ihrer Beute werden und der älteren, vergänglichen Horde eine neuere, wenn auch kleinere Generationen hinzufügen. Im Lauf der Zeit, wenn diese Zombies zu Staub zerfallen sind, werden nur noch die Untoten übrig bleiben, die künstlich konserviert oder jeden Winter wieder eingefroren wurden. Nach denen wirst du noch Jahrzehnte Ausschau halten müssen. Deine Kinder und sogar deine Kindeskinder werden sich noch vor ihnen hüten müssen. Aber wann wird es sicher sein, wieder herauszukommen? Erstes Jahr. Der Notstand wird ausgerufen. Du fließt. Deine Verteidigung ist aufgebaut, dein Lager errichtet. Die Arbeit ist verteilt. Ein neues Leben beginnt. Die ganze Zeit verfolgst du Radio- und Fernsehsendungen und informierst dich genau über den Verlauf des Konflikts. Fünftes bis zehntes Jahr. Irgendwann im Laufe dieser Zeitspanne endet der Krieg. Die Toten haben gesiegt. Die Signale hören auf. Du gehst davon aus, dass die ganze Welt überrannt wurde. Du lebst dein Leben weiter und behältst die Verteidigung im Auge, da Banditen und Flüchtlinge in deine Zone eindringen könnten. Zwanzigstes Jahr. Nach zwei Jahrzehnten der Isolation denkst du daran, eine Gruppe Kundschaft auszusenden. Damit riskierst du, dass man euch entdeckt. Wenn die Gruppe nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückkehrt, gehst du davon aus, dass sie verloren ist, vielleicht sogar deinen Standort verraten hat. Du hältst dich verborgen. Schick keine weitere Suchmannschaft aus und bereite dich auf einen Kampf vor. Mindestens fünf Jahre wird keine weitere Kundschaftergruppe ausgeschickt. Sollten die Kundschafter zurückkehren, werden ihre Entdeckungen dein weiteres Vorgehen bestimmen. Deine Kundschafter werden eine neue Welt entdecken, in der eines dieser drei Szenarien vorherrschen wird. Erstens. Zombies ziehen immer noch durch die Welt. Neben den künstlich Konservierten und denen, die jeden Winter einfrieren, existieren Millionen weitere. Obwohl sie nur vereinzelt auftauchen, einer auf zwei Quadratmeilen, sind sie nach wie vor das vorherrschende Raubtier des Planeten. Fast alles menschliche Leben ist verschwunden. Die Überlebenden halten sich versteckt. Zweitens. Wenige Untote sind übrig. Verwesung und konstante Kriegsführung haben ihren Preis gefordert. Vielleicht wird nur noch alle hundert Meilen oder so ein vereinzelter Zombie gesichtet. Die Menschheit kehrt zurück. Enklaven von Überlebenden haben sich zusammengeschlossen und versuchen, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Das könnte in mancherlei Form geschehen, von einem harmonischen Kollektiv gesetzestreuer Bürger bis hin zu einer chaotischen Feudalgesellschaft von Barbaren und Kriegern. Letzteres wäre Grund genug, im Versteck zu bleiben. Es besteht die Möglichkeit, dass alle oder einige Exilregierungen wieder in Erscheinung treten. Unterstützt von dem, was von Militär und Polizei noch übrig ist und ausgestattet mit eingelagerter Technologie und umfassendem Know-how, werden sie erfolgreich versuchen, der Menschheit langsam wieder die Vorherrschaft zu sichern. Drittens. Nichts hat überlebt. Bevor sie schließlich verwesten, haben die lebenden Toten alle Spuren der Menschheit vom Angesicht dieser Erde getilgt. Flüchtlinge wurden aufgefressen, Banditen haben sich entweder gegenseitig umgebracht oder sind bei Angriffen von Ghulen ums Leben gekommen. Die Lager von Überlebenden sind Angriffen, Krankheiten, inneren Unruhen oder schlichter Langeweile zum Opfer gefallen. Es ist eine stumme Welt, ohne jegliche Aktivitäten von Zombies oder Menschen. Abgesehen vom Wind, der in den Bäumen rauscht, Wellen, die ans Ufer brannten, und dem Zirpen und Rufen der Überreste der Tierwelt, ist ein unheimlicher Frieden über die Welt gekommen, wie sie ihn seit Jahrmillionen nicht mehr erlebt hat. Egal, wie die Situation der Menschen oder Untoten aussieht, das Tierreich wird seine eigene Metamorphose durchleben. Jede Kreatur, der keine Flucht gelingt, wird von den lebenden Toten verschlungen. Das führt zur Ausrottung vieler Spezies von grasenden Tieren, die die Hauptnahrungsquelle großer Raubtiere darstellen. Raubvögel werden ebenfalls vom Verhungern bedroht sein, genau wie Aasvögel. Vergiss nicht, dass das Fleisch eines Zombies selbst dann noch vergiftet ist, wenn er vernichtet wurde. Sogar Insekten können je nach Größe und Schnelligkeit Ziel umherstreifender Zombies werden. Schwer zu sagen, welche Arten der Tierwelt die Erde erben werden. Fest steht jedoch, dass eine Welt der Untoten genauso viel, wenn nicht mehr, Einfluss auf das globale Ökosystem haben wird, wie die letzte Eiszeit. Was dann? Postapokalyptische Geschichten zeigen für gewöhnlich die Überlebenden eines neuen Zeitalters, die ihre Welt in dramatischen Schritten wieder für sich erobern, indem sie beispielsweise eine ganze Stadt besiedeln. Das sorgt vor allem in Filmen für spektakuläre Bilder, repräsentiert aber nicht die sicheren oder wirkungsvollen Methoden einer Rekolonisierung. Statt die George-Washington-Brücke zu überqueren und Manhattan wieder zu bevölkern, wäre eine sicherere, intelligentere, wenn auch zugegebenermaßen konservativere Vorgehensweise, deinen gegenwärtigen Lebensraum zu erweitern oder einen besseren Ort zum Leben zu suchen, der jedoch ebenfalls in einem vergleichsweise isolierten Gebiet liegen sollte. Wenn du dein Lager etwa auf einer kleinen Insel aufgeschlagen hast, wäre es am besten auf einer größeren, ehemals bewohnten Insel zu landen, eventuelle noch verbliebene Zombies zu beseitigen und die verlassenen Gebäude als dein neues Zuhause zu beanspruchen. Auf dem Festland sähe die Vorgehensweise so aus, zum Beispiel aus der tiefsten Wüste oder der gefrorenen Tundra in die nächstgelegene, verlassene Stadt vorzustoßen. Survival-Handbücher für den Ernstfall werden dir beim vollständigen Wiederaufbau eine ebenso große Hilfe sein wie zahlreiche historische Abhandlungen. Was sie dich vielleicht nicht lehren können, was du aber unbedingt machen musst, ist, dein neues, zivilisierteres Zuhause zu sichern. Bedenke, du bist die einzige Regierung, die einzige Polizeistreitmacht, die einzige Armee in der Nähe. Die Sicherheit liegt in deiner Hand. Und auch wenn die unmittelbare Gefahr vorbei sein mag, darfst du Sicherheit nie als Selbstverständlichkeit betrachten. Egal, was du finden wirst, egal, welchen Herausforderungen du dich stellen musst, halte dir stets vor Augen, dass du eine Katastrophe überlebt hast, wie es sie seit dem Aussterben der Dinosaurier nicht mehr gegeben hat. Eine von den lebenden Toten beherrschte Welt. Überlieferte Angriffe Dies ist keine vollständige Liste aller Zombie-Angriffe im Lauf der Geschichte. Es handelt sich lediglich um eine Chronik aller Angriffe, die aufgezeichnet und dem Verfasser dieses Buches zugänglich gemacht wurden. Berichte aus Kulturen mit mündlichen Überlieferungen waren schwieriger zu bekommen. Allzu oft gingen diese Geschichten verloren, weil die Gesellschaften an Kriegen, Versklavung, Naturkatastrophen oder schlicht dem Fluch der internationalen Modernisierung zerbrachen. Wer weiß, wie viele Geschichten, wie viele wertvolle Informationen, womöglich sogar ein Heilmittel im Lauf der Jahrhunderte verloren gingen. Sogar in einer so informationsübersättigten Gesellschaft wie unserer ist nur ein Bruchteil aller Ausbrüche dokumentiert. Das liegt zum Teil an politischen und religiösen Organisationen, die geschworen haben, alles Wissen über Untote geheim zu halten. Teilweise liegt es aber auch daran, dass Zombie-Epidemien gar nicht als solche erkannt werden. Diejenigen, die die Wahrheit ahnen, aber um ihre Glaubwürdigkeit fürchten, halten die Informationen in den meisten Fällen zurück. So bleibt eine kurze, aber hervorragend dokumentierte Liste übrig. Hinweis, die Ereignisse werden in der chronologischen Reihenfolge ihres Geschehens aufgelistet, nicht in der Reihenfolge ihrer Entdeckung. 60.000 v. Chr. Katanda, Zentralafrika Jüngst entdeckten Archäologen einer Expedition in einer am Ufer gelegenen Höhle am oberen Flusslauf des Semliki 13 Schädel. Alle waren zertrümmert. In der Nähe befand sich ein großer Haufen versteinerte Asche. Laboranalysen ergaben, dass es sich bei dieser Asche um die Überreste von 13 Exemplaren des Homo sapiens handelte. Eine Zeichnung an einer Wand der Höhle zeigt eine menschliche Gestalt mit drohend erhobenen Armen und einem starren, bösen Blick. In dem klaffenden Mund ist der Leichnam eines anderen Menschen zu sehen. Dieser Fund wurde nicht als echter Zombie-Vorfall anerkannt. Eine Forschergruppe behauptet, dass es sich bei den zertrümmerten Schäbeln und den verbrannten Leichen um die Entsorgung von Gulen handelt und die Höhlenzeichnung als Warnung dient. Andere Akademiker verlangen handfestere Beweise, zum Beispiel Rückstände von versteinertem Solanum. Eine endgültige Bewertung steht noch aus. Sollte die Echtheit des Fundes von Katanda jedoch bestätigt werden, wirft das die Frage auf, warum bis zum nächsten überlieferten Ausbruch eine so große Lücke klafft. 3000 v. Chr. 1892 förderte eine britische Ausgrabung ein unbeschriftetes Grabmal zutage. Es konnten keinerlei Hinweise gefunden werden, um wen es sich bei der beerdigten Person handelt oder welche Stellung sie in der Gesellschaft einnahm. Die Leiche wurde außerhalb der offenen Gruft in einer Ecke zusammengerollt und nur teilweise verwest gefunden. Im Inneren war das Grabmal übersät von tausenden Kratzspuren, als hätte der Tote versucht, sich den Weg ins Freie mit Klauen zu bahnen. Gerichtsmediziner bestätigen, dass die Kratzspuren über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden. Der Körper selbst wies Bissspuren an der rechten Schulter auf. Die Zahnabdrücke entsprechen denen eines Menschen. Eine vollständige Autopsie ergab, dass das getrocknete, teilweise verweste Gehirn nicht nur einem mit Solanum Infizierten entsprach, der vordere Lappen war vollständig abgefault, sondern auch Spuren des Virus selbst aufwies. Experten streiten nun darüber, ob dieser Vorfall die alten Ägypter veranlasste, bei ihren Mumien die Gehirne zu entfernen. Bei einer Reise zur Erkundung und Kolonisierung der Westküste des afrikanischen Kontinents hielt Hanno von Carthago, einer der berühmtesten antiken Seefahrer der westlichen Zivilisation, in seinem Logbuch fest, Am Ufer eines großen Dschungels, wo grüne Berge ihre Kronen über den Wolken verstecken, entsandte ich Kundschafter auf der Suche nach Trinkwasser ins Landesinnere. Unsere Wahrsager warnten vor dieser Vorgehensweise. In ihren Augen handelte es sich um verfluchtes Land, einen gottverlassenen Ort für Dämonen. Ich schlug ihre Warnungen in den Wind und zahlte den höchsten Preis. Von den 35 Männern, die ich entsandte, kehrten sieben zurück. Die Überlebenden erzählten schluchzend eine Geschichte von Monstern, die aus dem Dschungel kamen, Männer mit Giftsähnen wie Schlangen, Pranken wie Leoparden und Augen, in denen das Feuer der Hölle brannte. Bronze Klingen durchschnitten ihr Fleisch, aber es floss kein Blut. Sie taten sich an unseren Seeleuten gütlich, deren Schreie der Wind verwehte. Unsere Wahrsager warnten uns vor den verwundeten Überlebenden und behaupteten, sie würden Leid über alle bringen, die sie berührten. Wir eilten zu unseren Schiffen und überließen die armen Seelen diesem Land menschlicher Bestien. Mögen die Götter mir vergeben. Wie die meisten Hörer wissen, ist Hannos Werk größtenteils umstritten. Bedenkt man, dass Hanno einen Vorfall mit großen, affenähnlichen Kreaturen beschreibt, die er als Gorillas bezeichnet, echte Gorillas haben diesen Teil des Kontinents nie bevölkert, liegt es nahe, dass diese Vorfälle entweder ein Produkt seiner Fantasie oder der späterer Historiker sind. Auch wenn man das bedenkt und von offensichtlichen Übertreibungen wie Giftzähnen, Leopardenklauen und brennenden Augen absieht, kommen Hannos Beschreibungen denen von lebenden Toten doch sehr nahe. 329 vor Christus Afghanistan Während ihrer Besatzungszeit besuchten sowjetische Spezialtruppen häufig eine namenlose Säule, die von dem legendären Eroberer Alexander dem Großen erbaut wurde. Fünf Meilen von dem Monument entfernt stieß eine Einheit auf antike Überreste einer, wie man annimmt, Kaserne der griechischen Armee. Neben anderen Fundstücken wurde eine kleine Bronzevase entdeckt. Ihre Intarsien zeigen erstens einen Mann, der einen anderen beißt, zweitens das Opfer auf dem Totenbett, drittens das Opfer, wie es vom Totenbett aufersteht und zurück zu erstens einen anderen Mann beißt. Die runde Form der Vase und die Bilder selbst lassen den Schluss zu, dass entweder Alexander der Große eine Epidemie persönlich miterlebt hatte oder ihm einer der dort ansässigen Stämme davon berichtete. Während der Qin-Dynastie wurden auf Befehl des Kaisers zum Schutz vor gefährlichen Gedanken alle Bücher verbrannt, die sich nicht mit praktischen Fragen wie Landwirtschaft und Architektur beschäftigten. Ob Berichte über Angriffe von Zombies den Flammen zum Opfer fielen, werden wir nie erfahren. Dieser obskure Teil eines medizinischen Manuskripts, das versteckt in den Wänden der Hütte eines hingerichteten chinesischen Gelehrten überlebte, könnte jedoch einen Beweis für solche Angriffe enthalten. Das einzige Heilmittel für Opfer des Albtraums ewigen Wachseins ist die vollständige Zerstückelung und anschließende Verbrennung. Der Patient muss gebändigt und gefesselt, sein Mund mit Stroh gefüllt und fest zugebunden werden. Alle Gliedmaßen und Organe sind zu entfernen, der Kontakt mit Körperflüssigkeiten ist unbedingt zu vermeiden. Alles muss zu Asche verbrannt und mindestens zwölf Li in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Kein anderes Mittel kommt in Frage, da es keine Heilmethode gibt, das Verlangen nach menschlichem Fleisch unstillbar. Tauchen die Opfer in großer Zahl auf und gibt es keine Hoffnung, sie zu bändigen, bleibt nur umgehende Enthauptung. Der Shaolin-Sparten ist die schnellste Waffe für diese Aufgabe. Es ist keine Rede davon, dass die Opfer des Albtraums ewigen Wachseins tot sind. Nur der Teil über das Verlangen nach Fleisch von Gesunden und die eigentliche Behandlung deuten auf die Präsenz von Zombies im alten China hin. 121 nach Christus Phanum Kokidi Kaledonien Schottland Obwohl die Ursache der Epidemie unbekannt ist, sind die Ereignisse selbst hervorragend dokumentiert. Im Glauben, dass die Untoten lediglich Verrückte seien, entsandte der Häuptling des lokalen Barbarenstammes mehr als 3000 Krieger, um diesem irrwitzigen Aufstand ein Ende zu bereiten. Die Folge, mehr als 600 Kämpfer wurden verschlungen, der Rest verwundet und so letztendlich in Untote verwandelt. Ein römischer Kaufmann namens Sextus Sempronius Tubero bereiste zu jener Zeit die Provinz und wurde Zeuge der Schlacht. Obwohl Tubero die wandelnden Toten nicht als solche erkannte, entging ihm nicht, dass nur die geköpften Zombies keine Bedrohung mehr darstellten. Als er dem Tod nur um Haaresbreite entronnen war, erstattete Tubero dem Befehlshaber der nächstgelegenen Garnison im römisch besetzten Britannien, Marcus Lucius Terentius, Bericht über seine Beobachtungen. Über 9000 Zombies waren weniger als einen Tagesmarsch entfernt. Die Gule folgten dem Strom der Flüchtlinge weiter südwärts und näherten sich unaufhaltsam römischem Territorium. Terentius verfügte nur über eine Kohorte, 480 Mann. Verstärkung war drei Wochen entfernt. Als erstes ließ Terentius von seinen Männern zwei, sieben Fuß Tiefe nach innen verjüngte Gräben ausheben, die schließlich einen geraden, kilometerlangen Korridor bildeten. Das Ergebnis glich einem Trichter, der sich nach Norden öffnet. Beide Gräben wurden mit Bitumen Liquidum gefüllt, Rohöl, das in diesem Teil Britanniens als Brennstoff für Lampen diente. Als sich die Zombies näherten, wurde das Öl entzündet. Alle Gule, die in den Graben stürzten, konnten nicht entkommen und starben den Flammentod. Die übrigen wurden in den Trichter gedrängt, wo nur Platz für 300 nebeneinander war. Terencius befahl seinen Männern, die Schwerter zu ziehen, die Schilde zu heben und vorzurücken. Nach einer neunstündigen Schlacht waren alle Zombies enthauptet und ihre noch zuschnappenden Köpfe zum Verbrennen in den Graben gerollt worden. Die römischen Verluste beliefen sich auf 150 Tote, keine Verwundeten, die Legionäre töteten jeden gebissenen Kameraden. Die Folgen dieser Epidemie waren gleichermaßen unmittelbar wie historisch bedeutsam. Kaiser Hadrian befahl, alle Informationen über die Epidemie in einem Werk zusammenzufassen. Dieses Handbuch enthielt nicht nur Angaben zum Verhaltensmuster eines Zombies und Anweisungen zur wirkungsvollen Beseitigung der Bedrohung, es empfahl auch eine große zahlenmäßige Überlegenheit der eigenen Streitkräfte, um der unausweichlichen Panik der Zivilbevölkerung Herr zu werden. Eine Abschrift dieses Dokuments, das nur als Armeebefehl 37 bekannt wurde, erhielten alle Legionen im Römischen Reich. Aus diesem Grund erreichten Epidemien in Gebieten unter römischer Herrschaft fortan kein kritisches Ausmaß mehr und wurden darum nicht detailliert dokumentiert. Man nimmt an, dass diese erste Epidemie die Erbauung des Hadrianwalls nach sich zog, ein Bauwerk, das Nordkaledonien vom Rest der Insel trennte. Dies ist eine Epidemie der Klasse 3, wie aus dem Bilderbuch und die am besten dokumentierte. 140 bis 41 nach Christus Tamugadi, Numidia, Algerien. Lucius Valerius Strabo, der römische Stadthalter der Provinz, zeichnete sechs kleinere Epidemien unter Wüstennomaden auf. Alle wurden von zwei Kohorten der dritten Legionärsbasis Augusta niedergeschlagen. Zahl der beseitigten Zombies 134, römische Verluste fünf. Im Gegensatz zu den offiziellen Aufzeichnungen enthüllt der private Tagebucheintrag eines Armeeoffiziers eine bedeutende Entdeckung. Eine hiesige Familie blieb mindestens zwölf Tage im eigenen Heim eingesperrt, während die wilden Kreaturen erfolglos an den verriegelten Fenstern und Türen kratzten. Als wir den Abschaum niedergemetzelt und die Familie gerettet hatten, machten sie einen fast wahnsinnigen Eindruck. Das Heulen der Kreaturen Tag für Tag, Nacht für Nacht muss, wie wir entnehmen konnten, eine gnadenlose Form der Folter sein. Dies ist die erste bekannt gewordene Schilderung des psychologischen Schadens, den ein Zombieangriff mit sich bringt. Die zeitliche Nähe der sechs Epidemien zueinander lässt die Annahme zu, dass ein oder mehrere Gule einen früheren Angriff lange genug überlebt haben, um die Bevölkerung neu zu infizieren. 156 n. Christus Castra Regina Germanien Süddeutschland Bei einem Angriff von 17 Zombies wurde ein bekannter geistlicher infiziert. Der römische Befehlshaber erkannte die Symptome eines eben zum Zombie gewordenen und befahl seinen Truppen den ehemals heiligen Mann zu liquidieren. Dies erzürnte die Bevölkerung, es kam zum Aufstand. Insgesamt beseitigte Zombies zehn, den heiligen Mann eingeschlossen. Opfer unter den Römern siebzehn, alle bei dem Aufstand. Von Römern getötete Zivilisten 198. 177 nach Christus Namenlose Siedlung nahe Tolosa Akitania Südwestfrankreich Der Brief eines fahrenden Kaufmanns an seinen Bruder in Capua beschreibt den Angreifer. Er kam aus dem Wald, ein nach Fäulnis stinkender Mann, seine graue Haut war voller Wunden, aus denen kein Blut floss. Als er das schreiende Mädchen sah, schien sein Körper vor Erregung zu beben. Er drehte den Kopf in seine Richtung, ein heulendes Stöhnen drang aus seinem Mund. Darius, setzte Mutter zur Seite, packte das Kind mit einem Arm und zückte mit dem anderen sein Schwert. Der Kopf der Kreatur fiel vor seine Füße und rollte den Berg hinab, bevor der Rest des Körpers folgte. Darius bestand darauf, dass alle lederne Schutzkleidung trugen, als sie den Leichnam ins Feuer warfen. Der Kopf, der immer noch abscheulich schnappte, wurde den Flammen übergeben. Dieser Abschnitt verdeutlicht die typische Einstellung der Römer gegenüber den Untoten. Keine Angst, kein Aberglaube, lediglich ein weiteres Problem, das einer praktischen Lösung bedarf. Dies war die letzte Aufzeichnung eines Angriffs während des Römischen Reichs. Nachfolgende Epidemien wurden weder derart wirksam bekämpft, noch so detailliert aufgezeichnet. 700 nach Christus, Frisia, Nordholland. Obwohl dieses Ereignis offenbar bereits um 700 nach Christus stattgefunden hat, stammt der Beweis dafür von einem Gemälde, das erst kürzlich in den Kellern des Rieks Museums in Amsterdam entdeckt wurde. Die Analyse der Materialien selbst ergab dann den oben genannten Zeitpunkt. Das Bild selbst zeigt eine Gruppe Ritter in voller Rüstung im Kampf mit einer Horde zerlumter Menschen Wunden, denen Blut aus den Mündern tropft. In der Mitte des Bildes, wo die beiden Gruppen aufeinander prallen, zücken die Ritter ihre Schwerter und Köpfen die Feinde. In der unteren rechten Ecke sind drei Zombies zu sehen, die über dem Leichnam eines gefallenen Ritters kauern. Ein Teil seiner Rüstung wurde entfernt, ein Körperteil abgerissen. Die Zombies tun sich an dem entblößten Fleisch gütlich. Da das Bild selbst nicht signiert ist, konnte bisher nicht bestimmt werden, woher das Werk stammt und wie es in das Museum gelangt ist. 850 n. Christus, unbekannte Provinz in Sachsen, Ostdeutschland. Bernd Kunzel, ein Klosterbruder auf Pilgerfahrt nach Rom, vermerkte diesen Zwischenfall in seinem persönlichen Tagebuch. Ein Zombie kam aus dem Wald bis und infizierte einen dortigen Bauern. Der Bauer erwachte mehrere Stunden nach seinem Dahinscheiden wieder vom Tode und fiel über seine Familie her. Von da an breitete sich die Epidemie über das ganze Dorf aus. Die Überlebenden flüchteten in das Schloss des Landes Fürsten und ahnten nicht, dass einige unter ihnen schon gebissen worden waren. Als sich die Epidemie noch weiter Die Geistlichen glaubten, dass die Untoten vom Teufel besessen wären und Weihwasser und Beschwörungen den Bösen Geist austreiben könnten. Dieser heilige Kreuzzug endete in einem Massaker, bei dem am Ende die gesamte Gemeinde entweder verschlungen oder selbst zu Zombies geworden war. Verzweifelt taten sich benachbarte Gutsherren und Ritter zusammen, um die Teufelsbrut mit Feuer auszumerzen. Die bunt zusammengewürfelte Schar fackelte jedes Dorf und jeden Zombie in einem Radius von 50 Meilen ab. Nicht einmal uninfizierte Menschen überlebten das Massaker. Das Schloss des Landesfürsten, in dem sich die Menschen mit den Untoten verschanzt hatten, war inzwischen zu einem Gefängnis für mehr als 200 Gule geworden. Da die Bewohner die Tore verriegelt und die Zugbrücke hochgezogen hatten, ehe sie selbst zu opfern wurden, konnten die Ritter das Schloss nicht einnehmen und säubern. Folglich wurde die Festung als verflucht gebrannt markt. Noch ein Jahr Zehn später konnten Bauern, die in der Nähe vorbeikamen, das Stöhnen der Zombies hinter den Schloss Mauern hören. Laut Kunzels Angaben wurden 573 Zombies gezählt und mehr als 900 Menschen gefressen. In seinen Aufzeichnungen berichtet Kunzel außerdem von massiven Vergeltungsmaßnahmen gegen ein jüdisches Dorf in der Gegend, dem aufgrund mangelnden Glaubens die Schuld an der Epidemie gegeben wurde. Bis zu seiner zufälligen Entdeckung im Jahre 1973 schlummerte Kunzels Werk in den Archiven des Vatikans. 1073 nach Christus Jerusalem Die Geschichte von Dr. Ibrahim Obeidala, einem der bedeutendsten Pionierer auf dem Gebiet der Zombie Physiologie steht beispielhaft sowohl für den großen Fortschritt als auch für die tragischen Rückschläge beim Versuch der Wissenschaft die Untoten zu verstehen. Eine unbekannte Ursache führte zu einer Epidemie, bei der 15 Zombies in Jaffa entstanden, einer Stadt an der Küste Palästinas. Das örtliche Militär verwendete eine übersetzte Abschrift des römischen Armeebefehls 37 und konnte die Bedrohung mit minimalen menschlichen Verlusten abwenden. Eine gewissene Frau wurde der Obhut von Obaydala übergeben, einem stadtbekannten Arzt und Biologen. Obwohl der Armeebefehl 37 verlangte, alle gewissenen Menschen zu enthaupten und zu verbrennen, überzeugte oder bestach Obaydala das Militär, damit er die Erlaubnis bekam, die sterbende Frau zu untersuchen. Als Kompromiss wurde vereinbart, dass die Frau und ins Stadtgefängnis gebracht werden mussten. Dort studierte er, unter dem wachsamen Auge des Gesetzes, das gefesselte Opfer in einer Zelle, bis die Frau verschied und setzte seine Studien fort, während der Leichnam wieder zum Leben erwachte. Er führte einige Experimente an dem gefesselten Ghoul durch, dabei entdeckte Obaydala, dass alle lebensnotwendigen Körperfunktionen erloschen waren. Und er führte den wissenschaftlichen Beweis, dass sein Versuchsobjekt lebte, obwohl es medizinisch gesehen tot war. Er bereiste den gesamten Mittleren Osten und sammelte Informationen über weitere mögliche Epidemien. Obeidalas Forschung dokumentierte die gesamte Physiologie der lebenden Toten. Seine Notizen beinhalten Berichte über Nervensystem, Verdauung, sogar die Verwesungsrate im Verhältnis zur Umwelt. Das Werk enthielt darüber hinaus eine vollständige Untersuchung der Verhaltensmuster lebender Toter eine bemerkenswerte Leistung, falls man alle Angaben wirklich für wahre Münze nehmen kann. Ironischer Weise wurde dieser erstaunliche Mann als Anhänger des Teufels enthauptet, als Kreuzritter 1099 Jerusalem erstürmten und nahezu sein gesamtes Werk vernichtet. Teile davon überlebten die nächsten Jahrhunderte in Bagdad, Gerüchten zufolge jedoch nur Fragmente des Originals. Obeidalas Lebensgeschichte jedoch überdauerte das Gemetzel der Kreuzritter, wenn auch ohne Details seiner Experimente, genau wie sein Biograf, ein jüdischer Historiker und ehemaliger Kollege. Der Mann konnte nach Persien fliehen, wo Abschriften von Obeidalas Werk angefertigt und mit bescheidenem Erfolg an verschiedenen Höfen des Mittleren Ostens veröffentlicht wurden. Eine Abschrift ist im Nationalarchiv in Tel Aviv erhalten geblieben. 1253 nach Christus Fiskorhofen Grönland Der großen Tradition nordischer Entdeckungsreisen folgend gründete der isländische Stammesfürst Gunbjorn Lundergard eine Kolonie an der Mündung eines einsam gelegenen Fjords. Diese Gemeinde soll 153 Seelen umfasst haben. Nach einem Winter segelte Lundergard vermutlich um Vorräte und neue Siedler zu holen zurück nach Island. Als Lundergard nach fünf Jahren zurückkehrte fand er nur noch Ruinen der Siedlung vor. Von den Siedlern selbst fand er lediglich drei Skelette mit sauber von den Knochen entferntem Fleisch. Es wird weiterhin berichtet, dass er drei Wesen sichtete, zwei Frauen und ein Kind. Ihre Haut war grau gefleckt, an manchen Stellen ragten Knochen aus dem Fleisch. Wunden waren zu sehen, aber keine Spur von Blut. Kaum waren sie entdeckt worden, schlurften die Kreaturen auf Lundergards Gruppe zu, sie reagierten auf keine Zurufe, griffen die Wikinger an und wurden umgehend in Stücke gehauen. Die Nordmänner glaubten, die gesamte Expedition sei verflucht und ließen alle Leichen und die Überreste des Dorfs verbrennen. Weil sich auch seine eigene Familie unter den Skeletten befand, befahl Lundergard, dass man ihn ebenfalls töte, zerstückelte und den Flammen übergab. Die Sage von Fiskor Hoffen, die Lundergards Leute an reisende irische Mönche weitergaben, ist im Nationalarchiv im isländischen Reykjavik erhalten. Sie ist nicht nur die präziseste Schilderung eines Zombie-Angriffs in der alten nordischen Zivilisation, sondern könnte auch erklären, warum im frühen 14. Jahrhundert alle Wikinger-Siedlungen in Grönland auf mysteriöse Weise verschwanden. 1281 n. Christus China Der venezianische Entdecker Marco Polo hielt in seinem Tagebuch fest, dass ihm Kublai Kahn bei einem Besuch in seiner Sommerresidenz Xanadu einen abgeschlagenen Zombie-Kopf in einem Glas mit einer klaren alkoholischen Flüssigkeit präsentierte. Polo beschrieb die Flüssigkeit als eine Essenz vom Weine, aber klar und mit stechendem Geruch. Der Kahn erklärte, dieser Kopf stamme von einem Raubzug seines Großvaters Genghis Kahn im Westen. Polo schrieb, dass der Kopf ihre Anwesenheit wahrnahm. Er beobachtete sie sogar mit fast verwesten Augen. Als Polo ihn berühren wollte, schnappte der Kopf nach seinen Fingern. Der Kahn schallt ihn ob seiner Torheit und erzählte von einem niederen Hofbeamten, der das gleiche versucht hatte und von dem abgehackten Schädel gebissen worden war. Dieser Beamte schien innerhalb weniger Tage zu sterben, aber wieder zu erwachen und seine Bediensteten anzugreifen. Polo zufolge lebte der Kopf während der ganzen Zeit seines Besuchs in China. Niemand kennt das Schicksal dieses Relikts. Als Polo aus Asien zurückkehrte, wurde die Begebenheit von der katholischen Kirche unterdrückt und taucht deshalb auch nicht in seinen offiziellen Reiseberichten auf. Historiker stellten die Theorie auf, dass es sich bei dem Kopf um ein Original Exponat von Ibrahim Obeidala handeln könnte, da die Mongolen bis Bagdad kamen, was den Kopf zum am besten erhaltenen und ältesten lebenden Relikt eines Zombiefundes machen würde. 1523 nach Christus Oaxaca Mexiko Die Eingeborenen berichten von einer Krankheit, die die Seele verdunkelt und Gier nach dem Blut von Brüdern verursacht. Sie erzählen von Männern, Frauen, sogar Kindern, deren Haut grau und schwerig wurde und einen unheiligen Gestank verströmte. Sobald die Verdunkelung eingesetzt hat, gibt es keine Heilung mehr, außer Tod, und der kann nur durch Feuer kommen, denn der Körper widersteht jeder menschlichen Waffe. Ich halte denn da sie unseren Herrn Jesus Christus nicht kannten, gab es in der Tat keine Heilung für diese Krankheit. Nun, da wir die Massen mit dem Licht und der Wahrheit seiner Liebe erleuchtet haben, müssen wir diese verdunkelten Seelen suchen und sie mit der ganzen Macht des Himmels läutern. Angeblich stammt dieser Text aus den Berichten von Pater Esteban Negron, einem spanischen Priester und Schüler von Bartolomé de las Casas, nach Überarbeitung des Originalwerks, das kürzlich in Santo Domingo gefunden wurde. Die Meinungen über die Echtheit dieses Manuskripts gehen auseinander. Einige halten es für einen Teil der Strategie des Vatikans, alles über das Thema zu unterdrücken, andere sehen das Dokument als einen Schwindel vom Format der Hitler-Tagebücher. Eine spanische Expedition unter dem Befehl von Don Rafael Cordosa stieß auf der Suche nach dem sagenhaften El Dorado, der goldenen Stadt, in den Dschungel des Amazonas vor. Die Tupi-Führer warnten ihn eindringlich davor, das Tal des endlosen Schlafes zu betreten. Dort, sagten sie, würden Kreaturen hausen, die wie der Wind heulen und nach Blut lechzen. Viele Männer hätten dieses Tal betreten, sagten die Tupi, keiner sei je zurückgekehrt. Die meisten Konquistadoren ließen sich von dieser Warnung einschüchtern und baten darum, zurück zur Küste geführt zu werden. Cordosa glaubte, dass die Tupi die Geschichte erfunden hätten, um das Geheimnis der goldenen Stadt zu schützen, und trieb die Expedition voran. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Lager von dutzenden lebender Toter angegriffen. Was in dieser Nacht wirklich geschah, bleibt bis auf den heutigen Tag ein Rätsel. Gemäß dem Logbuch der San Veronica, des Schiffs, das Cordosa von Südamerika nach Santo Domingo brachte, war Cordosa selbst der einzige Überlebende, der zur Küste zurückkehrte. Niemand weiß, ob er bis zum Ende gekämpft oder seine Leute einfach im Stich gelassen hat. Ein Jahr später erreichte Cordosa Spanien, wo er einen vollständigen Bericht über den Angriff am Königshof in Madrid und dem heiligen Offizium in Rom ablieferte. Dem Konquistador wurde vom Königshaus die Verschwendung von Steuergeldern und vom Vatikan Gotteslästerung vorgeworfen. Er verlor seinen Adelstitel und starb in elender Armut. Seine Geschichte wurde aus Fragmenten vieler unterschiedlicher Texte über diese Epoche der spanischen Geschichte zusammengetragen. Ein Originalwerk wurde niemals gefunden. 1579 nach Christus. Pazifik. Auf seiner Weltumsegelung machte Francis Drake, der Pirat und spätere Nationalheld, Halt vor einer namenlosen Insel, um Wasser und Nahrungsmittel aufzunehmen. Die Eingeborenen warnten ihn davor, das benachbarte Eiland, das von den Göttern der Toten bewohnt würde, zu besuchen. Es war Brauch, die unheilbar Kranken und Verstorbenen dort abzusetzen, wo die Götter ihre Seelen und Körper holen würden, auf das sie ewig lebten. Fasziniert von der Geschichte beschloss Drake, der Sache auf den Grund zu gehen. Vom Schiff aus beobachtete er, wie eine Gruppe Insulaner einen sterbenden Mann am Strand niederlegte. Als sie mehrmals auf einer Muschel geblasen hatten, verließen sie die Insel wieder. Kurz darauf torkelten langsam einige Gestalten aus dem Dschungel. Drake sah zu, wie sie von dem Leichnam aßen und danach außer Sichtweite schlurften. Zu Drakes Erstaunen stand der halb aufgefressene Leichnam auf und folgte den anderen hinkend. Zu Lebzeiten verlor Drake kein Wort über diesen Vorfall. Die Fakten wurden erst in einem geheimen Tagebuch gefunden, das Drake bis zu seinem Tod versteckt gehalten hatte. Dieses Tagebuch, das von einem Privatsammler zum nächsten weitergereicht wurde, fand schließlich seinen Weg in die Bibliothek von Admiral Jackie Fischer, dem Begründer der modernen königlichen Marine. 1907 kopierte Fischer das Tagebuch als Weihnachtsgeschenk für enge Freunde. Drake hielt die exakten Koordinaten der Insel fest und bezeichnete sie als Insel der Verdammten. Ein Erkundungstrupp des berüchtigten Kosaken Jermak, der verirrt und hungernd durch die arktische Wildnis irrte, fand Unterkunft bei einem asiatischen Eingeborenenstamm. Kaum waren die Europäer wieder zu Kräften gekommen, vergalten sie die Gastfreundschaft der Eingeborenen damit, dass sie sich zu den Herrschern des Dorfs erklärten und dort überwinterten, bis das Gros von Jermakstruppen eintraf. Als sie einige Wochen die Essensvorräte der Eingeborenen verzehrt hatten, stillten die Kosaken ihren Hunger an den Dorfbewohnern selbst. Dreizehn Menschen fielen diesem grausamen Akt des Kannibalismus zum Opfer, die anderen flüchteten in die Wildnis. Als diese neue Nahrungsquelle erschöpft war, fielen die Kosaken über den Dorffriedhof her, wo, so vermutete man, die eiskalten Temperaturen die Toten bestens konserviert hatten. Die erste Leiche, die exhumiert wurde, war eine Frau Anfang zwanzig, die an Händen und Füßen gefesselt und mit einem Knebel im Mund begraben worden war. Als sie aufgetaut wurde, erwachte die tote Frau zum Leben, die Kosaken waren erstaunt. Sie wollten wissen, wie die Frau das bewerkstelligt hatte und entfernten den Knebel. Die Frau biss einen Kosaken in die Hand, kurzsichtig, unwissend und brutal zerstückelten, grillten und aßen die Kosaken ihr Fleisch. Nur zwei hielten sich zurück, der verwundete Krieger, seine Kameraden waren der Meinung, dass Nahrung nicht an Sterbende verschwendet werden sollte, und ein zutiefst abergläubischer Mann, der das Fleisch für verflucht hielt. Gewissermaßen hatte er recht. Alle, die von dem Fleisch gegessen hatten, starben noch in derselben Nacht. Der Verwundete verschied am nächsten Morgen. Der einzige Überlebende versuchte, die Toten zu verbrennen. Als er den Scheiterhaufen vorbereitete, erwachte der gebissene Leichnam von den Toten. Der Überlebende floh, von dem Zombie verfolgt, durch die Steppe. Nach kaum einer Stunde war der Zombie gefroren. Der Kosak zog einige Tage weiter, bis ihn ein anderer von Jarmaks Erkundungstrupps rettete. Sein Bericht wurde von dem russischen Historiker Pater Pyotr Georgjavich Vatunin aufgezeichnet. Das Werk blieb viele Generationen in einem abgelegenen Kloster auf der Insel Valam am Ladugasee verborgen. Es wird gerade ins Englische übersetzt. Über Identität und Schicksal der asiatischen Dorfbewohner ist nichts bekannt. Nicht einmal ihre wahre Identität. Jarmaks anschließenden Völkermord überlebte kaum einer. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist dies die erste Beschreibung eines gefrorenen Zombies. 1587 n. Chr. Roanoke Island, North Carolina Abgeschnitten von jeglicher Unterstützung aus Europa entsandten englische Siedler regelmäßig Jagdtrupps auf das Festland. Einer dieser Trupps verschwand drei Wochen. Als ein einziger Überlebender zurückkehrte, sprach er von einer Horde Wilder, deren eitrige, von Würmern befallene Haut unempfindlich gegen Pulver und Kugeln ist. Obwohl nur einer der elfköpfigen Gruppe getötet worden war, wurden vier der anderen grausam verstümmelt. Diese Männer starben am nächsten Tag, wurden beerdigt und erhoben sich Stunden später aus ihren Gräbern. Der Überlebende schwor, dass der Rest des Trupps von den ehemaligen Kameraden bei lebendigem Leib verspeist wurde und ihm allein die Flucht gelang. Der Magistrat der Kolonie bezichtigte den Mann der Lüge und des Mordes. Er wurde am nächsten Morgen gehängt. Eine zweite Expedition wurde entsandt, um die Toten zu bergen, auf dass ihre sterblichen Überreste nicht durch Heiden entweiht würden. Die fünfköpfige Truppe kehrte dem Zusammenbruch nahe und mit Biss- und Kratzwunden am ganzen Körper zurück. Sie waren auf dem Festland angegriffen worden, und zwar sowohl von den Wilden, die der nunmehr rehabilitierte verstorbene Überlebende zuvor beschrieben hatte, als auch von Mitgliedern des ersten Trupps. Nach einer medizinischen Untersuchung verstarben die neuen Überlebenden einer nach dem anderen innerhalb weniger Stunden. Ihr Begräbnis wurde für den folgenden Tag angesetzt. Noch in der Nacht erwachten sie zum Leben. Die Einzelheiten der folgenden Ereignisse sind vage. Eine Version beschreibt die Infizierung und Zerstörung der gesamten Siedlung. Eine andere schildert, dass der Stamm der Kroataner, die den Ernst der Lage erkannt hatten, alle Kolonisten auf der Insel zusammentrieben und verbrannten. In einer dritten retteten die amerikanischen Ureinwohner die überlebenden Bürger und beseitigten die Untoten und Verwundeten. Alle drei Versionen tauchen seit zwei Jahrhunderten in fiktiven Berichten und historischen Texten auf. Keine bietet eine wasserdichte Erklärung dafür, warum die erste englische Siedlung in Nordamerika buchstäblich spurlos vom Erdboden verschwand. 1611 n. Chr. Edo, Japan Das folgende Zitat stammt aus einem Brief des portugiesischen Kaufmanns Enrique de Silva, der auf den Inseln Geschäfte machte an seinen Bruder. Vater Mendoza, der sich an Wein aus Kastilien gütlich tat, sprach von einem Mann, der kürzlich zu unserem Glauben konvertierte. Dieser Wilde war Mitglied eines der okkulten Orden in diesem exotischen, barbarischen Land, der sich die Bruderschaft des Lebens nennt. Dem alten Geistlichen zufolge bildet dieser Geheimbund, und ich sage das in vollem Ernst, Mörder zur Hinrichtung von Dämonen aus. Diese Kreaturen, so konnte man seinen Worten entnehmen, waren einst menschliche Wesen. Nach ihrem Tod ließ ein unsichtbares Böses sie auferstehen und sich am Fleisch der Lebenden laben. Der Shogun selbst soll die Bruderschaft des Lebens, so Mendoza, gegründet haben, um diesen Schrecken zu bekämpfen. Schon in jungen Jahren werden Mitglieder rekrutiert, in der Kunst der Vernichtung ausgebildet. Ihre ungewöhnliche Art des unbewaffneten Nahkampfs erfordert viel Zeit, um zu verhindern, dass die Dämonen, die sich wie Schlangen winden, um nicht ergriffen zu werden, der Hescher habhaft werden. Ihre Waffen, seltsam geformte orientalische Krummsäbel, dienen dem Zwecke der Enthauptung. Es heißt, in ihrem Tempel, dessen genaue Lage strengster Geheimhaltung unterliegt, soll es eine Kammer geben, wo die lebendigen und noch heulenden Köpfe vernichteter Ungeheuer die Wände schmücken. Vor ihrer Aufnahme in die Bruderschaft müssen ältere Rekruten eine ganze Nacht in diesem Raum verbringen, wo ihnen nur die unheiligen Objekte Gesellschaft leisten. Falls Pater Mendozas Erzählung stimmt, ist dieses Land, wie wir schon immer vermuteten, ein Hort des gottlosen Bösen. Ohne die Verlockungen von Seide und Gewürzen wären wir besser beraten, es unter allen Umständen zu meiden. Ich fragte den alten Priester, wo das neue Mitglied seiner Gemeinde sei, da ich die Geschichte aus seinem Mund hören wollte. Mendoza ließ mich wissen, dass er vor fast 14 Tagen ermordet aufgefunden worden wäre. Die Bruderschaft lässt nicht zu, dass ihre Geheimnisse gelüftet werden oder ihre Mitglieder die Gefolgschaft verweigern. Im feudalistischen Japan gibt es viele Geheimbünde. Die Bruderschaft des Lebens taucht in keinem anderen damaligen oder heutigen Text auf. In seinem Brief unterlaufen de Silva einige historische Ungenauigkeiten, beispielsweise, wenn er ein japanisches Schwert als Krummsäbel bezeichnet. Die meisten Europäer machten sich nicht die Mühe, sich mit den Feinheiten der japanischen Kultur zu beschäftigen. Seine Beschreibung der heulenden Köpfe ist ebenfalls inakkurat, weil ein abgetrennter Zombiekopf ohne Zwerchfell, Lungen und Stimmbänder keinen Laut hervorbringen kann. Sollte de Silva's Geschichte jedoch wahr sein, würde sie erklären, warum es in Japan im Gegensatz zum Rest der Welt vergleichsweise wenige Berichte über Zombie-Ausbrüche gegeben hat. Entweder hat die japanische Kultur eine undurchdringliche Mauer des Schweigens um diese Epidemien errichtet oder die Bruderschaft des Lebens hat ihre Mission erfüllt. Wie auch immer, es gibt keine Berichte über Zombie-Angriffe in Japan mehr bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. 1690 n. Chr. Südatlantik Das portugiesische Handelsschiff Marialwa verließ Bissau, Westafrika, mit einer Ladung Sklaven für Brasilien. Dort kam es nie an. Drei Jahre später sichtete die dänische Seebruck die treibende Marialwa mitten im Südatlantik. Ein Enterkommando wurde zusammengestellt, um das Schiff zu übernehmen. Die Männer entdeckten einen Frachtraum voll untoter Afrikaner, die sich noch an ihre Bänke gekettet, krümmten und stöhnten. Von der Besatzung keine Spur, und jeder Zombie wies mindestens eine Bisswunde am Körper auf. Im Glauben, das Schiff sei verflucht, ruderten die Dänen eiligst zurück zur Seebruck und erstatteten ihrem Kapitän Bericht. Der ließ die Marialwa umgehend mit Kanonenschüssen versenken. Da der Ursprung der Infizierung unklar ist, können wir nur spekulieren, was geschah. Die Rettungsboote der Marialwa fehlten. Nur der Leichnam des Kapitäns wurde in seiner Kabine eingeschlossen, mit einer selbst zugefügten Schusswunde im Kopf gefunden. Da die Afrikaner angekettet waren, muss die zuerst infizierte Person ein Mitglied der portugiesischen Besatzung gewesen sein. Wenn das stimmt, mussten die unglücklichen Sklaven mit ansehen, wie ihre Sklavenhalter sich einer nach dem anderen gegenseitig auffraßen und infizierten, als sich das Virus seinen Weg durch ihre Körper gebahnt hatte. Noch schlimmer ist die schreckliche Möglichkeit, dass ein Besatzungsmitglied einen angeketteten Sklaven angriff und infizierte. Dieser neue Ghul biss wiederum die angekettete, schreiende Person neben sich, immer weiter und weiter, durch alle Reihen, bis die Schreie schließlich verstummten und der gesamte Frachtraum mit Zombies gefüllt war. Die bloße Vorstellung, der Letzte in dieser unglückseligen Kette zu sein und nichts tun zu können, als sich in sein langsam näher rückendes Schicksal zu fügen, kann die finstersten Albträume heraufbeschwören. 1762 n. Chr. Castries, St. Lucia, Karibik Die Geschichte dieses Ausbruchs wird heute noch sowohl von den Inselbewohnern der Karibik wie auch von karibischen Einwanderern in Großbritannien erzählt. Sie dient als wirkungsvolle Warnung, nicht nur vor der Macht der lebenden Toten, sondern auch vor der frustrierenden Unfähigkeit der Menschheit, sich gegen sie zu verbünden. Eine Epidemie unbekannten Ursprungs nahm im ärmlichen, weißen Teil der kleinen, überbevölkerten Stadt Castries auf der Insel St. Lucia seinen Lauf. Einige freie Schwarze und Mulatten erkannten die Ursache der Krankheit und versuchten, die Behörden zu warnen, doch man schenkte ihnen keine Beachtung. Die Epidemie wurde als Form der Tollwut diagnostiziert. Die erste Gruppe infizierter Personen wurde im Stadtgefängnis eingesperrt. Wer beim Versuch ihrer Herr zu werden Bisswunden davongetragen hatte, wurde ohne Behandlung nach Hause geschickt. 48 Stunden später herrschte in Castries völliges Chaos. Das hiesige Militär, das nicht wusste, wie es dem Angriff Einhalt gebieten sollte, wurde überrannt und verschlungen. Die verbliebenen Weißen flüchteten aus der Stadt auf die umliegenden Plantagen. Da viele schon gebissen worden waren, verbreiteten sie die Krankheit binnen kürzester Zeit über die gesamte Insel. Am zehnten Tag waren 50 Prozent der weißen Bevölkerung tot. 40 Prozent, mehrere hundert Individuen, streiften als wiederbelebte Zombies über die Insel. Die restlichen hatten sich entweder mit jedem verfügbaren seetüchtigen Boot in Sicherheit gebracht oder in einer der beiden Festungen Vieux-Fort und Rodney Bay verschanzt. Zurück blieb eine beachtliche Anzahl Schwarzer, die nun zwar frei, aber den Untoten ausgeliefert waren. Anders als die weißen Einwohner verfügten die ehemaligen Sklaven über ein tiefgreifendes kulturelles Verständnis ihres Feindes, ein Vorteil, der Panik durch Entschlossenheit ersetzte. Sklaven jeder Plantage organisierten sich zu disziplinierten Jäger-Teams. Bewaffnet mit Fackeln und Macheten, alle Schusswaffen hatten die flüchtenden Weißen mitgenommen und mit den verbliebenen freien Schwarzen und Mulatten – St. Lucia verfügte über kleine, aber starke Gemeinschaften beider Gruppen im Bunde – durchkämmten sie die Insel von Nord nach Süd. Mithilfe von Trommeln tauschten die Teams Erkenntnisse aus und koordinierten Schlachtpläne. Langsam und zielstrebig rückten sie in Wellen vor und säuberten St. Lucia innerhalb einer Woche. Die Weißen in den Festungen weigerten sich, sie zu unterstützen, da ihre rassistische Engstirnigkeit so groß wie ihre Feigheit war. Zehn Tage, nachdem der letzte Zombie beseitigt war, trafen französische und englische Kolonialtruppen ein. Sofort wurden alle ehemaligen Sklaven wieder in Ketten gelegt. Wer Widerstand leistete, wurde gehängt. Da der Vorfall als Sklavenaufstand aktenkundig gemacht wurde, versklavte oder hängte man alle freien Schwarzen und Mulatten mit der Begründung, sie hätten den angeblichen Aufstand unterstützt. Schriftliche Unterlagen gab es keine, aber die mündliche Überlieferung wird bis heute weitergegeben. Gerüchten zufolge soll irgendwo auf der Insel ein Denkmal stehen. Kein Einwohner möchte den Standort preisgeben. Wenn man etwas aus den Vorfällen in Castries lernen kann, dann dies. Eine Gruppe motivierter, disziplinierter Zivilisten kann selbst mit einfachsten Waffen- und Kommunikationsmitteln eine eindrucksvolle Streitmacht bei einem Zombie-Angriff bilden. 1807 n. Chr. Paris, Frankreich Ins Chateau Robinet, ein Krankenhaus für geisteskranke Kriminelle, wurde ein Mann eingeliefert. Im offiziellen Bericht des Verwaltungschefs Dr. Renard Boas heißt es, Der Patient erscheint verstört, fast verwildert, mit einer unstillbaren Lust nach Gewalt. Mit seinen wie bei einem tollwütigen Hund schnappenden Kiefern verletzte er einen der anderen Patienten, bevor er überwältigt werden konnte. Die anschließende Schilderung beschreibt, wie der verletzte Insasse notdürftig mit einem Verband und einer Portion rumbehandelt und dann in eine Gemeinschaftszelle mit 50 anderen Männern und Frauen gebracht wurde. Tage später folgte eine Orgie der Gewalt. Wächter und Ärzte weigerten sich durch die Schreie aus der Zelle eingeschüchtert, eine Woche lang sie zu betreten. Bis dahin waren nur noch fünf infizierte, teilweise zerfetzte Zombies und die verstreuten Teile mehrerer Dutzend Leichen übrig. Boas legte sein Amt sofort nieder und zog sich ins Privatleben zurück. Darüber, was mit den lebenden Toten oder dem ersten Zombie geschah, der in die Institution eingeliefert worden war, ist nur wenig bekannt. Napoleon Bonaparte persönlich befahl schließlich das Krankenhaus schließen, reinigen und in ein Genesungsheim für Armeeveteranen umwandeln zu lassen. Ebenfalls im Dunkeln liegt, woher der erste Zombie kam, wie er sich die Krankheit zuzog und ob er noch jemand anderen infizierte, bevor er ins Chateau Robinet eingeliefert wurde. 1824 n. Chr. Südafrika Dieser Auszug stammt aus dem Tagebuch von H. F. Finn, einem Mitglied der britischen Expedition, die den großen Sulu-König Chaka treffen und mit ihm verhandeln sollte. Der Kral wimmelte vor Leben. Die jungen Adligen traten in die Mitte des Pferchs. Vier der tapfersten Krieger des Königs brachten eine an Händen und Füßen gefesselte Gestalt nach vorn. Eine Haube aus Rindsleder war über seinen Kopf gestülpt. Das gleiche Material schützte Hände und Unterarme der Wachen, damit ihr Fleisch niemals das des Verdammten berührte. Der junge Adlige nahm seinen Assegei zur Hand, ein rund 1,20 m langer Speer, und sprang in den Pferch. Der König brüllte seine Befehle und wies die Krieger an, ihr Opfer in den Kral zu schubsen. Der Verdammte schlug auf dem harten Boden auf und zappelte wie ein Betrunkener. Die Lederkappe rutschte von seinem Kopf. Sein Gesicht war zu meinem Entsetzen schrecklich entstellt. An seinem Hals fehlte ein großer Fleischbrocken, als wäre er von einer gottlosen Bestie herausgebissen worden. Seine Augen waren herausgerissen, die leeren Höhlen starrten direkt in die Hölle. Aus keiner seiner Wunden floss auch nur das kleinste bisschen Blut. Der König hob die Hand und brachte die tobende Menge zum Schweigen. Stille senkte sich über den Kral, eine so vollkommene Stille, als ob selbst die Vögel dem Befehl des mächtigen Königs Folge leisteten. Der junge Adlige hob den Assegei an die Brust und murmelte ein Wort. Seine Stimme war so leise und sanft, dass ich nichts verstehen konnte. Der Mann, der arme Teufel, muss die Stimme jedoch gehört haben. Langsam drehte er den Kopf und riss den Mund auf. Über seine zerquetschten und rissigen Lippen kam ein dermaßen furchteinflößendes Heulen, dass mir das Blut in den Adern gefror. Das Monster, denn mittlerweile war ich überzeugt, dass es sich um ein Monster handelte, kroch langsam zu dem Adligen. Der junge Sulu hob den Assegei, stieß zu und bohrte die dunkle Klinge in die Brust des Monsters. Der Dämon fiel nicht, starb nicht und machte nicht den Eindruck, als wäre sein Herz durchbohrt worden. Stattdessen kroch er einfach unerbittlich weiter. Der Adlige zog sich zurück und zitterte wie Espenlaub. Er stolperte und fiel, Erde klebte an seinem schweißgebadeten Körper. Die Menge blieb still, tausend Ebenholzstatuen, die gespannt die tragische Szene betrachteten. Nun sprang Chaka in das Gatter und schrie, Zondela, Zondela! Das Monster wandte sich von dem gestürzten Adligen ab und dem König zu. Schnell wie eine Musketenkugel zog Chaka den Assegei aus der Brust des Monsters und rammte ihn in eine der leeren Augenhöhlen. Dann drehte er die Speerspitze wie ein Fechtmeister seinen Degen tief im Schädel des Monsters. Der Unhold fiel auf die Knie, kippte nach vorn und vergrub das entsetzliche Antlitz in der roten Erde Afrikas. An dieser Stelle endet die Geschichte abrupt. Finn hat nie preisgegeben, was mit dem unglückseligen Adligen oder dem getöteten Zombie geschah. Natürlich wirft dieses Initiationsritual mehrere drängende Fragen auf. Wie kam es dazu, Zombies zu diesem Zweck zu verwenden? Hatten die Sulus mehr als einen Ghul für dieses Ritual? Wenn ja, wie kamen sie dazu? 1839 n. Chr. Ostafrika Das Reisetagebuch von Sir James Ashton Hayes, einem der zahlreichen inkompetenten Europäer auf der Suche nach der Quelle des Nils, beschreibt möglicherweise einen Zombie-Angriff und eine organisierte, kulturell akzeptierte Reaktion darauf. Er kam am frühen Morgen ins Dorf. Ein junger Neger mit einer Armwunde. Offensichtlich hatte der kleine Wilde sein Ziel mit dem Speer verfehlt und die anvisierte Beute stattdessen ihm einen Abschiedskuss gegeben. So lustig das anzusehen war, so durch und durch barbarisch schienen mir die folgenden Ereignisse. Sowohl der Medizinmann wie auch der Stammeshäuptling untersuchten die Wunde, hörten sich den Bericht des jungen Mannes an und kamen nickend zu einer unausgesprochenen, einvernehmlichen Entscheidung. Unter Tränen verabschiedete sich der junge Mann von seiner Frau und seiner Familie, offensichtlich erlaubt ihr Brauchtum keinen Körperkontakt, dann kniete er vor dem Häuptling nieder. Der alte Mann griff nach einer großen, eisenbesetzten Keule und schlug damit auf den Schädel des totgeweihten Mannes ein, als würde er ein riesiges schwarzes Ei aufschlagen. Gleich darauf warfen zehn Krieger ihre Speere zu Boden, zückten ihre primitiven Messer und stimmten einen bizarren Gesang an. Danach marschierten sie einfach in Richtung Savanne davon. Zu meinem blanken Entsetzen wurde der Leichnam des unglücklichen Wilden zerstückelt und verbrannt, während die Frauen des Stammes angesichts der Rauchfahne wehklagten. Als ich unseren Führer um eine Erklärung bat, zuckte der nur mit den schmalen Schultern und antwortete, wollen Sie, dass er heute Nacht wieder aufersteht? Seltsame Leute, diese Wilden. Hayes verschweigt, um welchen Stamm es sich genau handelte, und weitere Studien ergaben, dass seine geografischen Angaben beklagenswert ungenau sind. Kein Wunder, dass er den Nil nie gefunden hat. Glücklicherweise konnte der Schlachtruf später identifiziert werden als Nyamba-Egewaga-Naera-Engge, Ein Kikuyu-Ausdruck, der »Wir kämpfen gemeinsam« und »Gemeinsam siegen oder sterben wir« bedeutet. Daraus können Historiker schließen, dass er sich vermutlich im heutigen Kenia befand. Dies ist wahrscheinlich nicht der erste Zombie-Angriff in den Vereinigten Staaten, aber der erste, der aufgezeichnet wurde. Eine Schar von 56 Pionieren, die als Knut-Hansen-Gruppe bekannt wurde, verschwand auf dem Weg nach Kalifornien in den Rocky Mountains. Ein Jahr später entdeckte eine zweite Expedition die Überreste eines Basislagers, bei dem es sich vermutlich um ihre letzte Ruhestätte handelt. Die Spuren eines Kampfes waren nicht zu übersehen. Alle Arten zerbrochener Ausrüstungsgegenstände lagen zwischen den verkohlten Wagen verstreut. Zudem fanden wir die sterblichen Überreste von mindestens 45 Seelen. Unter den zahlreichen Verletzungen war allen ein Schädelbruch gemein. Einige dieser Löcher schienen von Kugeln zu stammen, andere von stumpfen Gegenständen wie Hämmern oder Steinen. Unser Führer, ein Mann mit jahrelanger Erfahrung in der Wildnis, hielt das nicht für das Werk wilder Indianer. Wieso, fragte er, hätten sie alle Siedler ermorden, aber Pferde und Ochsen nicht mitnehmen sollen? Wir zählten die Skelette aller Tiere und mussten ihm Recht geben. Ein weiterer beunruhigender Aspekt war die Anzahl der Bisswunden an den Verstaubenden. Kein Tier, weder der heulende Schneewolf noch winzige Ameisen, hatten die Leichen angerührt. Natürlich machten im Wilden Westen stets Geschichten über Kannibalismus die Runde, aber wir wollten nicht glauben, dass an den Berichten über derlei gottloses Treiben etwas Wahres sein könnte, besonders nach den grässlichen Erzählungen der Donnergruppe. Wir konnten uns nicht erklären, warum sie sich so schnell aufeinandergestürzt hatten, da die Essensvorräte noch nicht aufgebraucht waren. Diese Passage stammt von Arne Svensson, einem zum Pionier und Bauern gewordenen Lehrer und Mitglied der zweiten Expedition. Die Geschichte an sich ist nicht zwangsläufig ein Beleg für eine Solanum-Epidemie. Unwiderlegbare Beweise kamen ans Licht, aber erst 40 Jahre später. 1852 n. Chr. Chiapas, Mexiko Eine Gruppe amerikanischer Schatzsucher aus Boston, James Miller, Luke McNamara und Willard Douglas, begab sich in diese entlegene Dschungelprovinz, um mutmaßliche Ruinen der Maya zu plündern. Bei ihrem Aufenthalt in Zintel wurden sie Zeuge der Beisetzung eines Mannes, der Satans Blut getrunken haben sollte. Sie sahen, dass der Mann gefesselt, geknebelt und lebendig begraben wurde. Weil sie das für eine barbarische Hinrichtung hielten, befreiten die Nordamerikaner den verurteilten Mann. Als Ketten und Knebel entfernt waren, griff der Gefangene seine Befreier sofort an. Pistolenschüsse blieben wirkungslos. McNamara wurde getötet, die beiden anderen leicht verletzt. Einen Monat später erhielten die Familien der Schatzsucher einen Brief, einen Tag nach dem Angriff datiert. Darin schilderten die beiden Überlebenden ihr Abenteuer detailliert und schworen, dass ihr ermordeter Freund wieder zum Leben erwacht sei. Darüber hinaus erwähnten sie, dass ihre leichten Bisswunden eiterten und sie schreckliches Fieber bekommen hätten. Sie versprachen, eine Weile in Mexico City zu bleiben, sich medizinisch behandeln zu lassen und danach schnellstens in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. 1867 n. Chr. Indischer Ozean Die RMS Rona, ein englischer Postdampfer auf dem Weg nach Australien, der 137 Sträflinge beförderte, ankerte vor der Insel Bijoutier, um einem unbekannten Schiff zu helfen, das auf einer Sandbank gestrandet zu sein schien. Der Landungstrupp fand einen Zombie mit gebrochenem Rücken, der sich über das verwaiste Deck des Schiffes schleppte. Als sie helfen wollten, schnellte der Zombie vorwärts und biss einem der Matrosen einen Finger ab. Während ein anderer Seemann den Kopf des Zombies mit einem Entermesser abtrennte, trugen die anderen ihren verletzten Kameraden zum Schiff. Am Abend wurde der Seemann mit einer Portion Rum in seine Koje gelegt und erhielt vom Schiffsarzt das Versprechen, das er im Morgengrauen nach ihm sehen würde. In der Nacht erwachte der neue Zombie zum Leben und griff seine Kameraden an. In Panik ließ der Kapitän den Frachtraum zunageln, sperrte den Ghul so mit den Sträflingen ein und setzte wieder Kurs nach Australien. Den Rest der Fahrt ertönten Schreie im Frachtraum, die in Stöhnen übergingen. Mehrere Besatzungsmitglieder schworen, sie könnten das gequälte Quieken von Ratten hören, die bei lebendigem Leib aufgefressen wurden. Nach sechs Wochen auf See ging das Schiff schließlich in Perth vor Anker. Offiziere und Mannschaft ruderten an Land und informierten den Magistrat, was geschehen war. Offensichtlich schenkte niemand den Geschichten der Seeleute Glauben. Ein Kontingent regulärer Truppen wurde angefordert, um die Gefangenen von Bord zu geleiten. Die RMS Rona lag weitere fünf Tage vor Anker und wartete auf die Ankunft der Truppe. Am sechsten Tag riss die Ankerkette des Schiffs in einem Sturm, der es einige Meilen an der Küste entlang trieb, bis es auf ein Riff auflief. Stadtbewohner und Besatzung fanden keine Spur der Untoten. Es blieben nur menschliche Knochen und Trampelpfade ins Landesinnere. Die Geschichte der Rona war unter Seefahrern Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein bekannt. In den Unterlagen der Admiralität wird das Schiff als auf See verschollen geführt. Beweise für diesen Angriff stammen von einer Suchmannschaft, die geschickt wurde, um nach zweimonatiger Isolation in der kleinen Silberminenstadt nach dem Rechten zu sehen. Diese Gruppe fand Pietment in Schutt und Asche vor. Viele Häuser waren niedergebrannt worden, diejenigen, die noch standen, waren von Kugeln durchlöchert. Seltsamerweise waren alle Schüsse aus dem Inneren der Häuser abgefeuert worden, als hätten sich die Kämpfe innerhalb ihrer Mauern zugetragen. Schockierender war der Fund von 27 zerfleischten und halb aufgefressenen Skeletten. Eine erste Theorie über Kannibalismus wurde verworfen, als man ein Lagerhaus mit Essensvorräten für einen ganzen Winter entdeckte. Als der Trupp die Mine untersuchte, machten sie die letzte und schrecklichste Entdeckung. In dem Schacht war von innen eine Sprengung durchgeführt worden, auf der anderen Seite der Schuttbarriere wurden 58 Männer, Frauen und Kinder gefunden, die alle verhungert waren. Die Retter fanden heraus, dass zunächst genug Verpflegung für mehrere Wochen vorhanden gewesen war, was darauf hindeutete, dass die Leute wesentlich länger eingeschlossen gewesen sein mussten. Nach einer Zählung aller ausgemergelten Leichen fehlte von mindestens 32 Personen jede Spur. Die am einhelligsten akzeptierte Theorie ist die, dass ein Ghoul oder eine Gruppe von Ghoulen aus der Wildnis kam und Pietment angriff. Nach einem kurzen, brutalen Kampf schleppten die Überlebenden alle Lebensmittel, die sie tragen konnten, zu der Mine. Als sie sich eingeschlossen hatten, warteten diese Leute vermutlich auf Hilfe, die nie kam. Man vermutet, dass sich ein oder mehrere Überlebende in die Wildnis aufmachten, bevor die Entscheidung getroffen wurde, in die Mine zurückzuweichen, um beim nächstgelegenen Außenposten Hilfe zu holen. Da darüber keine Aufzeichnungen existierten und keine Leichen gefunden wurden, ist die logische Schlussfolgerung, dass diese Boten entweder in der Wildnis starben oder von den Untoten verschlungen wurden. Wenn Zombies existierten, wurden ihre Überreste nie gefunden. Von offizieller Seite wurde der Pietment-Vorfall nicht vertuscht. Erklärungsversuche reichten von Pest über einen Erdrutsch bis zu einem Angriff wilder Indianer. In und um Pietment lebten nie amerikanische Ureinwohner. Die Mine selbst wurde nie wieder geöffnet. Die Patterson Mining Company, Eigentümer von Mine und Stadt, zahlte jedem Angehörigen der Einwohner von Pietment 20 Dollar Schweigegeld. Belege dieser Transaktion finden sich in den Kassenbüchern des Unternehmens. Diese wurden gefunden, als die Firma 1931 Konkurs anmeldete. Es wurden keine Nachforschungen angestellt. 1888 n. Chr. Hayward, Washington Dieser Abschnitt beschreibt den Auftritt von Amerikas erstem professionellem Zombie-Jäger. Der Vorfall nahm seinen Lauf, als ein Trapper namens Gabriel Allens mit einer tiefen Schnittwunde am Arm in die Stadt stolpert. Allens sprach von einer Menschenseele, die wie ein Besessener umherirrte, die Haut grau wie Stein, die Augen leblos und starr. Als Allens sich der Kreatur näherte, stöhnte sie entsetzlich und biss den Trapper in den rechten Unterarm. Dieser Abschnitt stammt aus dem Tagebuch von Jonathan Wilkes, dem Arzt der Stadt, der Allens nach dem Angriff behandelte. Man weiß wenig darüber, wie sich die Infektion vom ersten Opfer auf die anderen Bewohner der Stadt übertrug. Bruchstückhafte Informationen lassen den Schluss zu, dass Dr. Wilkes das nächste Opfer war, gefolgt von drei Männern, die versuchten, ihn zu bändigen. Sechs Tage nach dem ursprünglichen Angriff war Hayward eine belagerte Stadt. Viele versteckten sich in ihren Häusern oder der Kirche, während die Zombies ihre Barrikaden erbarmungslos angriffen. Obwohl ausreichend Feuerwaffen zur Verfügung standen, begriff niemand die Notwendigkeit eines Kopfschusses. Nahrung, Wasser und Munition gingen schnell zur Neige. Niemand glaubte, dass man länger als weitere sechs Tage durchhalten würde. Im Morgengrauen des siebten Tages tauchte ein Lakota-Indianer namens Ilaya Black auf. Zu Pferde und mit einem Säbel der US-Kavallerie köpfte er innerhalb der ersten 20 Minuten zwölf Gule. Dann zog Black mit einem verkohlten Stock einen Kreis um den Wasserturm der Stadt und kletterte hinauf. Mit Rufen, einem alten Horn der Armee und seinem festgebundenen Pferd als Köder konnte er jeden wandelnden Toten der Stadt in seine Richtung locken. Wer in den markierten Kreis trat, bekam einen Kopfschuss aus Blacks Winchester-Repertiergewehr ab. Auf diese vorsichtige, disziplinierte Art eliminierte Black innerhalb von sechs Stunden die gesamte Horde, insgesamt 59 Zombies. Als die Überlebenden begriffen, was passiert war, war ihr Retter schon wieder verschwunden. Aus späteren Berichten lässt sich die Geschichte von Ilaya Black rekonstruieren. Als 15-jähriger Knabe war er mit seinem Großvater auf der Jagd gewesen, als sie Zeugen des Massakers an der Knut-Hansen-Gruppe wurden. Mindestens ein Mitglied war zuvor infiziert worden und hatte nach der Verwandlung die anderen Siedler angegriffen. Black und sein Großvater streckten die Zombies nieder, indem sie ihnen mit ihren Tomahawks die Schädel spalteten, sie enthaupteten oder verbrannten. Eine der Überlebenden, eine 32-jährige Frau, schilderte, wie sich die Infektion ausbreitete und mehr als die Hälfte der wiederauferstandenen Gruppe in die Wildnis geschlurft war. Dann gestand sie, dass ihre Wunden und die der anderen ein unheilbarer Fluch seien. Einstimmig flehten sie um den Tod. Nach dem massenhaften Gnadentod gestand der alte Lakota seinem Enkel, dass er sich bei dem Kampf eine Bisswunde zugezogen und diese verheimlicht hatte. Elia Blacks letztes Opfer an diesem Tag wurde so sein eigener Großvater. Von da an widmete er sein Leben der Jagd nach allen verbliebenen Zombies der Knut-Hansen-Gruppe. Mit jedem Zusammenstoß wuchsen sein Wissen und seine Erfahrung. Obwohl er nie bis Piedmont kam, hat er neun Zombies der Stadt getötet, die in die Wildnis geflohen waren. Als er in Hayward auftauchte, war Black vermutlich zum weltweit führenden Gelehrten, Jäger und Henker der Untoten avanciert. Man weiß nicht viel über den Rest seines Lebens oder wie es schließlich endete. 1939 erschien seine Biografie in Buchform wie auch als Artikelserie in englischen Zeitungen. Da keine der beiden Fassungen erhalten geblieben ist, weiß niemand genau, wie viele Schlachten Black geschlagen hat. Noch heute wird intensiv nach verschollenen Exemplaren seines Buchs gesucht. 1893 nach Christus vor Louis Philippe, französisch Nordafrika. Das Tagebuch eines jungen Offiziers der französischen Fremdenlegion schildert eine der schwersten Epidemien der Geschichte. Er kam drei Stunden nach dem Morgengrauen, ein einsamer Araber, zu Fuß, halbtot von Sonne und Durst. Nach einem Tag Ruhe, Behandlung und Wasser erzählte er die Geschichte einer Seuche, die aus ihren Opfern kannibalische Monster macht. Bevor unsere Expedition zu dem Dorf aufbrechen konnte, erblickten die Späher auf der Südmauer am Horizont etwas, das eine Herde Tiere zu sein schien. Durch mein Fernglas konnte ich erkennen, dass es sich nicht um Tiere handelte, sondern um Menschen mit farblosem Fleisch und ramponierter zerrissener Kleidung. Als der Wind sich drehte, trug er zuerst ein kehliges Stöhnen zu uns herüber, wenig später den Gestank menschlicher Verwesung. Wir nahmen an, dass diese armen Seelen unserem Überlebenden auf den Fersen warm. Wie sie die Entfernung ohne Nahrung und Wasser zurücklegen konnten, war uns ein Rätsel. Rufe und Warnungen, Verhalten ungehört. Schüsse unserer Kanonen trieben sie nicht auseinander, Gewehrschüsse schienen auf die Entfernung keine Wirkung zu haben. Der gefreite Strom wurde sofort auf seinem Pferd nach Bir-el-Ksaib entsandt, während wir die Tore schlossen und uns auf den Angriff vorbereiteten. Dieser Angriff wurde zur längsten überlieferten Belagerung durch Untote. Die Legionäre konnten die Tatsache nicht begreifen, dass ihre Angreifer tot waren und verschwendeten ihre Munition mit Schüssen in den Rumpf. Vereinzelte Kopfschüsse reichten nicht aus, sie vom Erfolg dieser Taktik zu überzeugen. Vom gefreiten Strom, dem Mann, der Hilfe holen sollte, hat man nie wieder etwas gehört. Man nimmt an, dass feindliche Araber oder die Wüste selbst sein Schicksal besiegelten. Seine Kameraden im Fort wurden drei Jahre belagert. Zum Glück war gerade eine Nachschubkarawane eingetroffen. Wasser lieferte der Brunnen, um den das Fort errichtet worden war. Schließlich wurden als letztes Mittel Lasttiere und Pferde geschlachtet. Die ganze Zeit umzingelte die Armee der Untoten, weit über 500 die Festungsmauern. Das Tagebuch berichtet, dass im Lauf der Zeit viele durch selbst gebastelten Sprengstoff, improvisierte Molotow-Cocktails und sogar große Steine, die über die Brüstung geschleudert wurden, umkamen. Das reichte jedoch nicht aus, die Belagerung zu beenden. Das unaufhörliche Stöhnen trieb eine Reihe von Männern in den Wahnsinn, zwei sogar zum Selbstmord. Einige versuchten, über die Mauer zu springen und sich in Sicherheit zu bringen. Wer das versuchte, wurde eingekreist und verstümmelt. Eine niedergeschlagene Meuterei dezimierte die Zahl der Soldaten noch weiter, sodass es am Ende nur 27 Überlebende gab. Zu dem Zeitpunkt entschloss sich der befehlshabende Offizier zu einem letzten, verzweifelten Plan. Alle Männer wurden mit Wasser und den letzten verbliebenen Lebensmitteln ausgerüstet. Alle Leitern und Treppen, die zur Brüstung führten, wurden zerstört. Wir versammelten uns auf der Südmauer und riefen unsere Peiniger, die sich vor unseren Toren drängten. Oberst Dra ließ sich mit dem Mut der Verzweiflung auf den Exerzierplatz hinunter, wo er selbst das Tor entriegelte. Plötzlich stürmte die stinkende Meute in unsere Festung. Der Oberst sorgte dafür, dass sie genügend Köder bekamen und lockte die Kreaturen über den Exerzierplatz, durch die Schlafquartiere, die Offiziersmesse, die Krankenstation. Er wurde gerade rechtzeitig in Sicherheit hochgehievt, während noch eine abgetrennte, verweste Hand an seinem Stiefel klammerte. Wir riefen weiter nach den Kreaturen, buten, zischten, sprangen wie wilde Affen herum, aber jetzt riefen wir die Kreaturen in unserem Vor. Dorset und O'Toole wurden an der Nordmauer hinabgelassen. Sie sprinteten zum Tor und zogen es zu. In ihrer blinden Wut dachten die Kreaturen nicht daran, es einfach wieder zu öffnen. Sie drängten gegen das Tor, das sich nach innen öffnete, und schlossen sich so selbst ein. Danach seilten sich die Legionäre auf den Wüstenboden ab, töteten die wenigen Zombies außerhalb in einem brutalen Nahkampf und marschierten mehr als 240 Meilen bis zur nächsten Oase bei Bir Unanay. In Armeeaufzeichnungen ist nichts über diese Belagerung zu finden, keine Erklärung, warum keine Nachforschungen angestellt wurden, als regelmäßige Berichte aus dem Fort Louis-Philippe ausblieben. Der einzige offizielle Hinweis darauf, dass jemand an dem Zwischenfall beteiligt war, ist Oberstras' Verurteilung und Inhaftierung durch ein Militärgericht. Die Gerichtsprotokolle, einschließlich der Anklage, blieben unter Verschluss. Jahrzehntelang machten Gerüchte über den Angriff in der Fremdenlegion, der Armee und der französischen Bevölkerung die Runde. Viele fiktive Berichte über die teuflische Belagerung wurden veröffentlicht. Obwohl die französische Fremdenlegion die Ereignisse offiziell abstreitet, schickte sie nie wieder eine Expedition zum Fort Louis-Philippe. 1901 n. Chr. Louchan, Formosa. Bill Wachowski, ein amerikanischer Matrose im Dienste der Asienflotte, berichtet, wie einige Bauern aus Louchan eines Tages aus ihren Betten aufstanden und das Dorf angriffen. Da Louchan abgelegen ist und weder über Telefon noch eine Telegrafenstation verfügt, erreichte seine Nachricht Taipei erst sieben Tage später. Diese amerikanischen Missionare, Pastor Alfreds Herde, hielten es für eine Strafe Gottes, weil die Chinesen sein Wort nicht annahmen. Unser Skipper befahl ihnen zu bleiben, bis er eine bewaffnete Eskorte organisieren konnte. Pastor Alfred hörte nicht auf ihn. Während der alte Mann um Hilfe telegrafierte, zogen sie flussaufwärts. Unser Landungstrupp und eine Schwadron der Nationalarmee erreichten das Dorf gegen Mittag. Überall lagen Leichen oder Leichenteile. Der Boden war ganz klebrig. Und der Gestank, allmächtiger Gott, der Gestank. Dann kamen diese Dinger aus dem Nebel, abscheuliche Kreaturen, Teufel in Menschengestalt. Sie waren weniger als dreißig Meter entfernt, als wir das Feuer eröffneten. Nichts half. Nicht unsere Cracks, nicht unsere Gatling. Ich glaube, Riley hat den Verstand verloren. Er pflanzte sein Bayonett auf und versuchte, eine dieser Bestien aufzuspießen. Ungefähr ein Dutzend scharrte sich um ihn. Blitzschnell rissen sie meinen Freund in Stücke. Sie nagten ihm das Fleisch von den Knochen. Ein grässlicher Anblick. Und dann kam er. Ein kleiner, glatzköpfiger Medizinmann oder Mönch oder wie immer man ihn nennen mag. Er schwang etwas, das wie eine Schaufel mit einer halbmondförmigen Klinge aussah. Es müssen zehn, zwanzig Leichen zu seinen Füßen gelegen haben. Er läuft herüber, plappert wie ein Verrückter, zeigt auf seinen Kopf, dann auf ihre Köpfe. Der Alte, Gott weiß, wie er sich einen Reim auf das Plappern des Chinesen machen konnte, befahl uns, auf die Köpfe der Bestien zu zielen. Wir durchsiebten sie regelrecht. Als wir die Gefallenen durchsuchten, fanden wir unter den Chinesen auch einige weiße Männer, unsere Missionare. Einer unserer Jungs fand ein Monster, dessen Rückgrat von einer Kugel durchtrennt worden war. Es lebte noch, ruderte mit den Armen, klapperte mit den Zähnen und stieß dieses gottverdammte Stöhnen aus. Der Alte erkannte Pastor Alfred. Er sprach ein Vaterunser und schoss dem Padre in die Schläfe. Seinen vollständigen Bericht verkaufte Wachowski an das Pulp-Magazin Tales of the Maccabre, worauf er sofort entlassen und inhaftiert wurde. Nach seiner Freilassung verweigerte Wachowski jedes Interview. Die US Navy streitet die Geschichte ab. 1905 n. Chr. Tabora, Tanganyika, Deutsch-Ostafrika Stammesberichten zufolge wurde ein einheimischer Führer, der lediglich als Simon bezeichnet wird, unter Arrest gestellt und beschuldigt, den berühmten weißen Jäger Karl Siegt enthauptet zu haben. Simons Verteidiger, Guy Forster, ein holländischer Pflanzer, erklärte, dass sein Klient glaubte, er habe eine Heldentat vollbracht. Forsters eigene Worte? Simons Volk glaubt an eine Krankheit, die einem Menschen die Lebenskraft nimmt. An seiner Stelle bleibt der Körper tot und doch lebendig zurück, ohne seine Umwelt wahrzunehmen, nur von Kannibalismus angetrieben. Darüber hinaus entsteigen die Opfer dieses untoten Monsters ihren eigenen Gräbern, um weitere Unschuldige zu fressen. Dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder, bis die Erde nur noch von diesen fleischfressenden Monstrositäten bevölkert ist. Mein Mandant sagt, dass das fragliche Opfer zwei Tage verspätet, verstört und mit einer unerklärlichen Wunde am Arm zum Lager zurückkehrte. Am selben Tag starb er. Mein Mandant schildert dann, wie Herr Zyk sich vom Totenbett erhob, um die übrigen Mitglieder der Gruppe zu beißen. Mein Mandant nahm sein eingeborenen Messer, schnitt Herrn Zyk den Kopf ab und verbrannte ihn im Lagerfeuer. Mr. Forster fügte hastig hinzu, dass er Simons Aussage nicht ernst nähme und sie nur wiederhole, um zu beweisen, dass der Mann verrückt sei und deshalb nicht hingerichtet werden dürfte. Da nur Weiße auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren durften, wurde Simon zum Tod durch den Strick verurteilt. Die Aufzeichnungen des Prozesses sind noch heute, allerdings in schlechtem Zustand, in Dar el Salam, Tansania, zu finden. 1911 n. Chr., Vitray, Louisiana Diese landläufige amerikanische Legende, die in Bars und Umkleideräumen von Highschools im gesamten Süden erzählt wird, hat ihre Wurzeln in dokumentierten historischen Fakten. In einer Halloween-Nacht nahmen einige Cajun-Jugendliche an einer Mutprobe teil, bei der sie von Mitternacht bis Morgengrauen im Bayou bleiben mussten. Lokale Legenden berichteten von Zombies, die von einer Plantagenfamilie abstammten, durch den Sumpf zogen und alle Menschen fraßen oder wiedererweckten, die ihnen über den Weg liefen. Am Mittag des folgenden Tages war keiner der Teenager von der Mutprobe zurückgekehrt. Ein Suchtrupp wurde gebildet, um die Sümpfe zu durchkämmen. Sie wurden von mindestens 30 Ghulen angegriffen, darunter auch den Jugendlichen. Der Suchtrupp trat den Rückzug an und führte die Untoten unwissentlich nach Vitray. Während sich die meisten Einwohner in ihren Häusern verschanzten, glaubte einer der Bürger, Henri Delacroix, ein Gegenmittel zu kennen. Wenn man die Untoten mit Molasse übergießt, würde das Millionen Insekten anlocken, die ihnen das Fleisch abnagten. Der Plan schlug fehl. Delacroix kam nur knapp mit dem Leben davon. Man übergoss die Untoten erneut, diesmal mit Kerosin, und zündete sie an. Da sie die Folgen ihres Handelns nicht bedacht hatten, mussten die Einwohner wie Trace entsetzt mit ansehen, wie die brennenden Gule alles in Brand setzten, was sie berührten. Mehrere in Hütten verschanzte Opfer verbrannten, während andere in die Sümpfe flohen. Einige Tage später zählten freiwillige Retter 58 Überlebende. Der Ort hatte 114 Einwohner gehabt. Vitray selbst war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Angaben über Verluste der Untoten im Vergleich zu denen der Menschen schwankten. Als man die Opfer Vitrays und die Zombie-Leichen zusammenzählte, fehlten mindestens 15. In offiziellen Stellungnahmen der Behörden von Baton Rouge wird aufständisches Verhalten der Negerbevölkerung als Ursache für den Zwischenfall genannt. Eine seltsame Erklärung, da die Bevölkerung von Vitray ausschließlich aus Weißen bestand. Alle Beweise für eine Zombie-Epidemie stammen aus privaten Briefen und Tagebüchern im Besitz der Nachfahren der Überlebenden. Dr. Ibrahim Obeidala mag der erste gewesen sein, der das Wissen der Menschheit über die Untoten vertiefte, aber Gott sei Dank nicht der letzte. Dr. Jan van der Haven, in Europa aufgrund seiner Lepra-Forschung bereits ein angesehener Mediziner, besuchte die südamerikanische Kolonie, um einen bizarren Ausbruch dieser vertrauten Krankheit zu studieren. Die infizierten Seelen zeigen Symptome wie überall auf der Welt. Schwärende Wunden, fleckige Haut, verwesendes Fleisch. Hier enden jedoch alle Parallelen zu einem herkömmlichen Fall. Diese armen Leute scheinen vollkommen verrückt geworden zu sein. Sie zeigen weder Anzeichen rationalen Denkens noch Reaktionen auf Vertrautes, sie schlafen nicht und trinken kein Wasser, sie verweigern jegliche Nahrung außer Lebendiger. Aus reinem Übermut und gegen meinen Befehl warf gestern ein Krankenpfleger eine verletzte Ratte in die Zelle der Patienten. Prompt fing einer das Ungeziefer und verschlang es am Stück. Die Infizierten zeigen eine fast tollwütige Feindseligkeit, sie schnappen nach jedem, der sich ihnen nähert, und fletschen die Zähne wie Tiere. Die Besucherin eines Patienten, eine einflussreiche Frau, die sich über alle Krankenhausvorschriften hinweg setzte, wurde von ihrem Mann gebissen. Allen bekannten Behandlungsmethoden zum Trotz erlag sie ihren Verletzungen und starb noch am selben Tag. Der Leichnam wurde auf die Plantage der Familie gebracht. Meine Bitte um eine Autopsie wurde aus Pietätsgründen abgelehnt. Noch in dieser Nacht wurde der Leichnam als gestohlen gemeldet. Versuche mit Alkohol, Formalin und Erhitzung des Gewebes auf 90 Grad Celsius schließen aus, dass es sich um Bakterien handelt. Daraus muss ich folgern, dass der Überträger nur eine ansteckende, lebende Flüssigkeit sein kann, Solanum genannt. Ansteckende, lebende Flüssigkeit war ein gängiger Begriff vor Einführung des lateinischen Wortes Virus. Diese Auszüge stammen aus einer 200-seitigen, jahrelangen Studie Dr. Van der Haafens über seine neue Entdeckung. In dieser Studie dokumentiert er die Schmerzunempfindlichkeit der Zombies, das augenscheinliche Fehlen von Atmung, den langsamen Grad der Verwesung, ihre Langsamkeit, eingeschränkte Motorik und die Unmöglichkeit einer Heilung. Aufgrund der gewaltigen Natur seiner Subjekte und der offenkundigen Angst der Krankenhausmitarbeiter war es Van der Haafen nie möglich, eine vollständige Autopsie durchzuführen. Deshalb konnte er auch nicht feststellen, dass die lebenden Toten genau das waren. Tod. 1914 kehrte er nach Holland zurück und veröffentlichte sein Werk. Ironischerweise erntete er von der wissenschaftlichen Gemeinde weder Zuspruch noch Spott. Seine Geschichte ging, wie so viele seiner Zeit, aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs unter. Exemplare des Werks lagen vergessen in Amsterdam. Van der Haafen praktizierte anschließend wieder Schulmedizin in holländisch-Ostindien, Indonesien, wo er später an Malaria starb. Van der Haafens großer Durchbruch war die Entdeckung, dass Zombies durch ein Virus entstehen, und er gab diesem Virus den Namen Solanum. Warum er diesen Begriff wählte, ist unbekannt. Obwohl sein Werk von europäischen Zeitgenossen nicht ernst genommen wurde, wird es heute überall auf der Welt gelesen. Leider nutzte ein Land die Entdeckungen des guten Doktors für einen verheerenden Zweck. 1923 n. Chr. Columbo, Ceylon Dieser Bericht stammt aus The Oriental, einer Zeitung für Briten in dieser Kolonie im Indischen Ozean. Christopher Wells, Co-Pilot der British Imperial Airways, wurde nach 14 Tagen auf See in einem Rettungsboot gefunden. Bevor er aufgrund der Folgen der Strapazen starb, berichtete Wells, dass er eine Leiche transportiert hatte, die von einer britischen Expedition am Mount Everest gefunden worden war. Es handelte sich um einen Europäer ohne Ausweispapiere und mit Kleidung aus dem vorigen Jahrhundert. Da er gefroren war, hatte der Leiter der Expedition beschlossen, ihn zur weiteren Untersuchung nach Columbo fliegen zu lassen. Unterwegs taute die Leiche auf, erwachte und griff die Besatzung des Flugzeugs an. Die drei Männer zertrümmerten den Schädel ihres Angreifers mit einem Feuerlöscher. Da sie nicht wussten, womit sie es zu tun hatten, versuchten sie wohl nur, den Zombie kampfunfähig zu machen. Als die unmittelbare Gefahr gebannt war, mussten sie sich um ihr beschädigtes Flugzeug kümmern. Der Pilot funkte einen Notruf, hatte aber keine Zeit mehr, die Koordinaten durchzugeben. Mit Fallschirmen sprangen die drei Männer ins Meer. Der Chef der Crew ahnte nicht, dass der Biss, den er sich zugezogen hatte, später noch schlimme Folgen haben sollte. Er starb am folgenden Tag, erwachte mehrere Stunden später und griff sofort die beiden anderen Männer an. Während der Pilot mit dem untoten Angreifer rang, warf Wells beide in Panik über Bord. Kaum hatte Wells seine Geschichte den Behörden erzählt, einige würden sagen gebeichtet, verlor er das Bewusstsein und starb am folgenden Tag. Man tat seine Worte als die Hirngespinste eines Verrückten ab. Eine anschließende Untersuchung erbrachte keine Hinweise auf das Flugzeug, die Besatzung oder den mutmaßlichen Zombie. 1942 n. Chr. Pazifik Im Zuge von Japans erstem Vormarsch wurde eine Schwadron kaiserlicher Marineinfanteristen zur Garnison Atuk geschickt, einer Insel des Karolinenarchipels. Einige Tage nach ihrer Landung wurde die Schwadron von einer Horde Zombies aus dem Dschungel im Innern der Insel angegriffen. Anfängliche Verluste waren hoch. Ohne Informationen über die Natur ihrer Angreifer oder darüber, wie man sie vernichtet, wurden die Soldaten zu einem befestigten Berggipfel am Nordende der Insel gedrängt. Ironischerweise vermieden die überlebenden Soldaten das Risiko, infizierte Kameraden mitzuschleppen, da Verwundete zum Sterben zurückgelassen wurden. Die Schwadron saß mehrere Tage ohne Nahrung, mit wenig Wasser und vom Rest der Welt abgeschnitten in der Festung auf dem Berggipfel fest. Die ganze Zeit belagerten die Gule ihre Stellung, konnten die steilen Felsen zwar nicht erklimmen, machten aber eine Flucht unmöglich. Nach zwei Wochen Gefangenschaft machte Aschi Nakamura, der Scharfschütze der Schwadron, die Feststellung, dass ein Kopfschuss fatal für einen Zombie war. Dieses Wissen ermöglichte es den Japanern, endlich gegen ihre Angreifer vorzugehen. Als sie die Gule ringsum mit Gewehrfeuer ausgeschaltet hatten, rückten sie in den Dschungel vor, um die gesamte Insel von Zombies zu befreien. Augenzeugen berichteten, dass der befehlshabende Offizier, Leutnant Hiroshi Tomonaga, elf Zombies mit nichts weiter als seinem Katana enthauptete. Ein Argument für den Einsatz dieser Waffe. Eine nach dem Krieg durchgeführte Untersuchung und Vergleiche von Aufzeichnungen haben gezeigt, dass Atuk aller Wahrscheinlichkeit nach die Insel ist, die Sir Francis Drake als Insel der Verdammten beschrieb. Tomonagas eigene Aussage zufolge, die er nach dem Krieg vor amerikanischen Behörden machte, hat das japanische Oberkommando den Soldaten, als die Funkverbindung mit Tokio wiederhergestellt war, den ausdrücklichen Befehl erteilt, alle verbliebenen Zombies nicht zu töten, sondern einzufangen. Als das erledigt war, vier Gule waren gefesselt und geknebelt, wurde das kaiserliche Unterseeboot I-58 losgeschickt, um die untoten Gefangenen an Bord zu nehmen. Tomonaga gab zu, dass er nicht wusste, was aus den vier Zombies geworden ist. Er und seine Männer wurden unter Androhung der Todesstrafe angewiesen, nicht über den Vorfall zu sprechen. 1942 bis 45 n. Chr. Harbin, japanischer Marionettenstaat Manchukuo, Manchurei. In seinem 1951 veröffentlichten Buch »Die Sonne ging über der Hölle auf« erwähnt David Shaw, ein ehemaliger Offizier des militärischen Abschirmdienstes der USA, eine Reihe von Experimenten mit biologischer Kriegsführung, die von einer japanischen Militäreinheit mit der Bezeichnung »Schwarzer Drache« durchgeführt wurden. Ein Experiment mit dem Codenamen »Kirschblüte« wurde eigens durchgeführt, um Zombies zu züchten und für den Einsatz in der Armee auszubilden. Laut Shaw wurde ein Exemplar von Jan van der Havens Werk in der medizinischen Bücherei von Surabaya entdeckt, als japanische Truppen 1941 bis 1942 in holländisch-ostindien einmarschierten. Man schickte das Buch zur weiteren Auswertung ins Hauptquartier des Schwarzen Drachen nach Harbin. Obwohl ein theoretischer Plan erstellt wurde, konnten keine Proben von Solanum gefunden werden. Ein Beweis, dass die antike, Zombies vernichtende Bruderschaft des Lebens ihre Arbeit allzu gründlich getan hatte. Das alles änderte sich sechs Monate später durch den Zwischenfall auf der Insel Atuk. Die vier gefesselten Zombies wurden nach Harbin gebracht. Mit dreien führte man Experimente durch, einen setzte man nur ein, um weitere Zombies zu züchten. Shaw behauptet, dass japanische Dissidenten, alle, die nicht mit dem Militärregime übereinstimmten, als Versuchskaninchen benutzt wurden. Sobald eine Schwadron von 40 Zombies reanimiert worden war, versuchten Agenten des Schwarzen Drachen sie wie Schoßhündchen zu trainieren. Die Folgen waren verheerend. Bisse verwandelten zehn der 16 Ausbilder in Zombies. Nach zwei Jahren fruchtloser Versuche fiel die Entscheidung, die jetzt 50 Zombies gegen den Feind einzusetzen, ganz gleich in welchem Zustand sie waren. Zehn Gule sollten mit dem Fallschirm über den britischen Streitkräften in Boma abgeworfen werden. Das Flugzeug wurde von Flakkanonen getroffen, bevor es sein Ziel erreichte, und explodierte in einem Feuerball, der alle Hinweise auf die untote Fracht vernichtete. Ein zweiter Versuch, zehn Zombies mit einem U-Boot zum von den Amerikanern gehaltenen Panama-Kanal zu befördern, wurde unternommen. Man hoffte, dass das anschließende Chaos die im Atlantik gebauten amerikanischen Kriegsschiffe auf dem Weg zum Pazifik aufhalten würde. Das U-Boot wurde unterwegs versenkt. Es folgte, wieder per U-Boot, der dritte Versuch, 20 Zombies im Ozean vor der Westküste der Vereinigten Staaten auszusetzen. Auf halbem Wege durch den Nordpazifik meldete der Kapitän des U-Boots über Funk, dass sich die Zombies von ihren Fesseln befreit hätten, die Besatzung angriffen und ihm keine andere Möglichkeit blieb, als das U-Boot zu versenken. Als der Krieg zu Ende ging, wurde ein vierter und letzter Versuch unternommen, die verbliebenen Zombies mit Fallschirmen in einer Hochburg chinesischer Guerillas, in der Provinz Yonan, abzusetzen. Neun der Fallschirm-Zombies wurden von chinesischen Scharfschützen durch Kopfschüsse getötet. Den Scharfschützen war die Bedeutung ihrer Schüsse nicht klar. Ihr Befehl lautete, immer auf den Kopf zu zielen. Der letzte Zombie wurde gefangen, gefesselt und für weitere Untersuchungen ins persönliche Hauptquartier von Mao Zedong gebracht. Als die Sowjetunion 1945 in Manchukuo einmarschierte, waren alle Aufzeichnungen und Beweise für das Projekt Kirschblüte verschwunden. Schor behauptet, dass sein Buch auf Augenzeugenberichten zweier Mitglieder des Schwarzen Drachen basiert, die er persönlich verhörte, als sie sich bei Kriegsende in Südkorea der US-Armee ergeben hatten. Zunächst fand Schor einen Verleger für sein Buch, einen kleinen, unabhängigen Verlag namens Green Brothers Press. Bevor es in die Buchhandlungen kam, ließ die US-Regierung alle Exemplare beschlagnahmen. Senator Joseph McCarthy warf Green Brothers Press vor, obszönes und subversives Material zu veröffentlichen. Unter der Last der Prozesskosten musste die Firma Konkurs anmelden. David Shaw wurde angeklagt, die nationale Sicherheit zu gefährden und zu lebenslanger Haft in Fort Leavenworth, Kansas verurteilt. Er wurde zwar 1961 begnadigt, er lag aber zwei Monate nach seiner Entlassung einem Herzinfarkt. Seine Witwe Sarah Shaw behielt bis zu ihrem Tod 1984 heimlich und illegal eine Kopie des Manuskripts in ihrem Besitz. Erst kürzlich gewann ihre Tochter Hannah vor Gericht einen Prozess, um das Recht, es wieder zu veröffentlichen. 1943 n. Chr. Französisch-Nordafrika Dieser Auszug stammt aus dem Verhör des Gefreiten Anthony Marnow, Heckschütze an Bord eines B-24-Bombers der US-Armee. Als das Flugzeug von einem nächtlichen Angriff auf deutsche Truppenverbände in Italien zurückkehrte, verirrte es sich über der algerischen Wüste. Als der Treibstoff zu Ende ging, sah der Pilot so etwas wie eine menschliche Ansiedlung unten und befahl seiner Crew, abzuspringen. Was sie am Boden fanden, war vor Louis Philippe. Es sah aus wie etwas aus dem Albtraum eines kleinen Kindes. Wir öffnen das Tor, es gab keinen Riegel, gehen in den Innenhof und da waren diese Skelette. Berge davon, ungelogen. Überall aufgestapelt, wie in einem Film. Unser Skipper schüttelt nur den Kopf und sagt, sieht so aus, als müssten hier irgendwo Schätze vergraben sein, was? Zum Glück war keiner der Toten im Brunnen. Wir konnten unsere Feldflaschen füllen und ein paar Vorräte schnappen. Es gab nichts zu essen. Aber wer hätte das auch haben wollen? Klar. Marnow und der Rest seiner Besatzung wurden 50 Meilen von dem Vor entfernt von einer arabischen Karawane gerettet. Als sie nach dem Vor befragt wurden, antworteten die Araber nicht. Damals hatte die US-Armee weder die Mittel noch das Interesse, eine abgelegene Ruine mitten in der Wüste zu untersuchen. 1947 nach Christus. Jahre wie? Britisch-Kolumbien. Eine Artikelserie in fünf verschiedenen Zeitungen schildert die blutigen Ereignisse und Heldentaten in diesem kleinen kanadischen Weiler. Über die Ursache der Epidemie ist wenig bekannt. Historiker vermuten, dass es sich bei dem Überträger um Matthew Morgan handelte, einen Jäger aus der Gegend, der eines Morgens mit einer rätselhaften Bisswunde an der Schulter in die Stadt zurückkehrte. Im Morgengrauen des darauf folgenden Tages streiften 21 Zombies durch die Straßen von Jarvi. Neun Individuen wurden vollkommen verschlungen, die restlichen 15 Menschen verschanzten sich im Büro des Sheriffs. Der Zufallstreffer eines kämpfenden Mitbürgers hatte gezeigt, was eine Kugel ins Gehirn ausrichten konnte. Inzwischen hatte man freilich fast alle Fenster zugenagelt, daher konnte niemand richtig zielen. Man fasste den Entschluss, aufs Dach zu klettern, sich zum Telegrafenamt durchzuschlagen und die Behörden in Victoria zu informieren. Die Überlebenden hatten es halb über die Straße geschafft, als die Gule in der Nähe sie entdeckten und die Verfolgung aufnahmen. Ein Mitglied der Gruppe, Regina Clark, forderte die anderen auf, weiterzugehen, während sie die Untoten aufhalten wollte. Clark führte die Zombies, nur mit einem US-Karabiner M1 bewaffnet, in eine Sackgasse. Augenzeugen bestehen darauf, dass Clark das absichtlich machte und die Untoten in einen engen Raum lockte, damit sie es mit nicht mehr als vier Gegnern auf einmal zu tun bekam. Kaltblütig und mit einem erstaunlichen Tempo beim Nachladen beseitigte Clark die gesamte Horde. Mehrere Augenzeugen bestätigen, dass sie ein Magazin mit 15 Schuss innerhalb von zwölf Sekunden leer schoss, ohne auch nur ein einziges Ziel zu verfehlen. Noch erstaunlicher ist, der erste Zombie, den sie ausschaltete, war ihr eigener Mann. In offiziellen Quellen wird der Vorfall als unerklärlicher Ausbruch öffentlicher Gewalt bezeichnet. Alle Zeitungsartikel basieren auf Aussagen der Bewohner von Javi. Regina Clark verweigerte Interviews, ihre Memoiren werden von ihrer Familie unter Verschluss gehalten. 1954 nach Christus Tan Hoa, französisch Indochina Dieser Abschnitt stammt aus einem Brief von Jean-Béard Lacouture, einem französischen Geschäftsmann, der in der ehemaligen Kolonie lebte. Das Spiel heißt Teufelstanz. Ein lebender Mensch wird mit einer dieser Kreaturen in einen Käfig gesperrt. Unser Mensch hat nur eine kleine Klinge bei sich, bestenfalls acht Zentimeter lang. Wird er diesen Walzer mit einem lebendigen Leichnam überleben? Wenn nicht, wie lange hält er durch? Wetten für diese und alle anderen Möglichkeiten werden angenommen. Wir haben eine ganze Schar dieser garstigen Gladiatoren. Die meisten sind Opfer verlorener Kämpfe. Manche holen wir von der Straße. Wir bezahlen ihre Familien gut. Gott sei meiner Seele ob dieser unvorstellbaren Sünde gnädig. Dieser Brief traf drei Monate nach der Eroberung französisch Indochinas durch Ho Chi-Mins kommunistische Guerilla zusammen mit einem kleinen Vermögen in La Rochelle in Frankreich ein. Das Schicksal von Lacoutures Teufelstanz ist unbekannt. Keine weiteren Informationen konnten ans Licht gebracht werden. Ein Jahr später traf Lacoutures stark verweste Leichnam mit einer Kugel im Kopf in Frankreich ein. Im Befund des nordvietnamesischen Leichenbeschauers stand Selbstmord. 1957, nach Christus, Mombasa, Kenia. Dieser Auszug entstammt dem Verhör eines in Gefangenschaft geratenen Kikuju durch einen Offizier der britischen Armee während des Mau-Mau-Aufstands. Alle Antworten stammen aus zweiter Hand von einem Übersetzer. F. Wie viele haben Sie gesehen? A. Fünf. F. Beschreiben Sie sie? A. Weiße Männer mit grauer und rissiger Haut. Einige hatten Verletzungen, Bissspuren an den Körpern. Alle hatten Einschusslöcher in der Brust. Sie stolperten, sie stöhnten. Ihre Augen waren blicklos. Ihre Zähne waren blutverschmiert. Ihr Aasgeruch verriet sie. Die Tiere flohen. Ein Streit zwischen dem Gefangenen und dem Maasai-Übersetzer. Der Gefangene verstummt. F. Was ist passiert? A. Sie verfolgten uns. Wir zogen unsere Lalems, Maasai-Waffen, einer Machete nicht unähnlich, schnitten ihnen die Köpfe ab und begruben sie. F. Ihr habt die Köpfe begraben? A. Ja. F. Warum? A. Weil ein Feuer uns verraten hätte. F. Sie wurden nicht verwundet? A. Sonst wäre ich nicht hier. F. Hatten Sie Angst? A. Wir fürchten nur die Lebenden. F. Also waren das böse Geister? Der Gefangene kichert. F. Warum lachen Sie? A. Böse Geister werden erfunden, um kleine Kinder zu erschrecken. Diese Männer waren wandelnde Tote. F. Während des restlichen Verhörs gab der Gefangene kaum mehr weitere Informationen preis. Als er gefragt wurde, ob es noch mehr Zombies da draußen gäbe, blieb er stumm. Die gesamte Mitschrift wurde im selben Jahr in der britischen Regenbogenpresse veröffentlicht. Konsequenzen daraus zog man keine. 1960 n. Chr. Bielgoransk, Sowjetunion Man vermutete seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass den sowjetischen Truppen, die die Manchurei eroberten, die meisten Wissenschaftler, Daten- und Testobjekte, Zombies, des Projekts Schwarzer Drache in die Hände fielen. Jüngste Enthüllungen zeigten den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte, Sinn und Zweck des neuen sowjetischen Projekts war es, eine geheime Armee wandelnder Tote aufzustellen, die im unvermeidlichen Dritten Weltkrieg zum Einsatz kommen sollten. Das Projekt Kirschblüte, das in Sturgeon umgetauft worden war, wurde in der Nähe einer kleinen Stadt in Ostsibirien durchgeführt, deren einziges anderes Gebäude ein großes Gefängnis für politische Dissidenten war. Die Lage gewährleistete nicht nur absolute Geheimhaltung, sondern obendrein einen konstanten Zustrom von Testpersonen. Aufgrund jüngster Funde können wir mit Sicherheit sagen, dass die Experimente schief gingen und zu einer Epidemie mit mehreren hundert Zombies führten. Die wenigen verbliebenen Wissenschaftler bewerkstelligten eine Flucht in das Gefängnis. Hinter den sicheren Mauern richteten sie sich auf eine, wie sie glaubten, kurze Belagerung ein, bis Hilfe eintreffen würde. Aber es kam keine. Einige Historiker glauben, dass die abgelegene Lage der Stadt – es gab keinen Straßen, Nachschub musste eingeflogen werden – eine umgehende Reaktion erschwerte. Andere glauben, dass der KGB Premierminister Nikita Khrushchow nicht über die Existenz des Projekts informieren wollte, das Josef Stalin noch persönlich angeordnet hatte. Eine dritte Theorie besagt, dass die Sowjetregierung über die Katastrophe im Bilde war, das Gelände von Soldaten umstellen ließ, um eine Ausweitung zu verhindern, und abwartete, um den Ausgang der Belagerung zu studieren. Im Gefängnis konnte die Koalition von Wissenschaftlern, Militärpersonal und Gefangenen ganz gut überleben. Treibhäuser wurden gebaut, Brunnen gegraben, Windräder und menschliche Dynamos sorgten für Strom. Sogar Funkkontakt wurde aufrechterhalten. Die Überlebenden meldeten, dass sie bis zum Winter durchhalten würden, wenn die Zombies hoffentlich alle gefroren. Drei Tage vor dem ersten Herbstfrost warf ein sowjetisches Flugzeug eine primitive thermonukleare Bombe über Bielgoransk ab. Die Bombe mit einer Sprengkraft von einer Megatonne löschte die Stadt, das Gefängnis und das umliegende Gelände aus. Jahrzehntelang bezeichnete die sowjetische Regierung die Katastrophe als normalen Nukleartest. Die Wahrheit kam erst 1992 ans Licht, als langsam Informationen in den Westen durchsickerten. Gerüchte über einen Ausbruch hielten sich darüber hinaus bei alten Bewohnern Sibiriens, die erstmals von der neuen freien Presse Russlands interviewt wurden. Memoiren hochrangiger sowjetischer Funktionäre wiesen auf die wahre Natur der Katastrophe hin. Viele gaben zu, dass die Stadt Bielgoransk existiert hatte. Andere bestätigten, dass es sich um ein Gefängnis wie auch um ein Zentrum für biologische Kriegsführung handelte. Einige gestehen sogar eine Art von Epidemie ein. Allerdings beschreibt niemand ganz genau, was da passiert sein soll. Die schlagkräftigsten Beweise kamen ans Licht, als Artyon Senoviev, Mitglied der Russenmafia und ehemaliger Archivar des KGB, alle Exemplare der offiziellen Regierungsunterlagen einem anonymen Informanten im Westen zuspielte, wofür er fürstlich bezahlt wurde. Die Akte enthält Transkripte mitgeschnittener Funkgespräche, Luftaufnahmen, davor und danach, und eidesstattliche Erklärungen der Bodentruppen und Bomberbesatzungen sowie handschriftliche Geständnisse der Befehlshaber von Projekt Sturgeon. Dem Bericht beigefügt sind 643 Seiten Labordaten über Physiologie und Verhaltensmuster der untoten Testobjekte. Die Russen taten alle Enthüllungen als Schwindel ab. Wenn das stimmt und Senoviev nichts weiter als ein brillanter und kreativer Opportunist ist, warum stimmt seine Liste dann mit den offiziellen Unterlagen von Top-Wissenschaftlern, militärischen Befehlshabern und Mitgliedern des Politbüros überein, die auf den Tag genau einen Monat nach der Bombardierung von Bielgoransk vom KGB hingerichtet wurden? 1962 n. Chr. Nicht identifizierte Stadt, Nevada. Einzelheiten über diese Epidemie sind überraschend lückenhaft, wenn man bedenkt, dass sie sich in einer vergleichsweise dicht besiedelten Region des Planeten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abspielte. Bruchstücken von Zeugenaussagen aus zweiter Hand, vergilbten Zeitungsausschnitten und einem verdächtig vagen Polizeibericht zufolge, belagerte eine kleine Schar Zombies den Farmer Hank Davis und drei Landarbeiter fünf Tage und Nächte lang. Als die Staatspolizei den Gulen ein Ende bereitete und die Scheune stürmte, waren alle vier Insassen tot. Die anschließende Untersuchung ergab, dass die vier Männer sich gegenseitig umgebracht hatten. Genauer gesagt, drei Männer waren ermordet worden, der vierte hatte sich selbst das Leben genommen. Für diesen Vorfall wurde kein konkreter Grund angegeben, die Scheune bot mehr als genug Sicherheit vor einem Angriff, ein kleiner Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln war nur zur Hälfte aufgebraucht worden. Die aktuelle Theorie ist, dass das unablässige Stöhnen der Zombies in Verbindung mit einem Gefühl völliger Isolation und Hilflosigkeit zu einem totalen psychischen Zusammenbruch führte. Für den Ausbruch wurde keine offizielle Erklärung angegeben, in dem Fall wird zur Stunde noch ermittelt. 1968 n. Chr. Ost-Laos Diese Geschichte wurde von Peter Stavros weitergegeben, einem drogensüchtigen und ehemaligen Scharfschützen einer Spezialeinheit. 1989, als er sich zu einer psychologischen Begutachtung in einem Militärhospital in L.A. aufhielt, erzählte er den Vorfall dem anwesenden Psychiater. Stavros behauptete, sein Team habe sich auf einem routinemäßigen Vernichtungsfeldzug an der vietnamesischen Küste befunden. Ihr Ziel war ein Dorf, das als Sammelstelle der Patet Lao, kommunistische Guerilla, galt. Als sie das Dorf betraten, stellten sie fest, dass die Bewohner ihrerseits von mehreren Dutzend wandelnder Toten belagert wurden. Aus unbekannten Gründen befahl der Leiter der Gruppe seinen Männern den Rückzug und bat um einen Luftschlag. Mit Napalm bestückte Jagdbomber belegten das gesamte Gebiet mit einem Bombenteppich und vernichteten die lebenden Toten ebenso wie die menschlichen Überlebenden. Es existieren keine Dokumente, die Stavros' Theorie erhärten könnten. Die anderen Mitglieder seines Teams sind entweder tot, an der Front vermisst, in den USA verschollen oder verweigerten schlicht und einfach Interviews. 1971 n. Chr. Nong Onatal, Ruanda. June Massey, Journalistin für The Living Earth, wurde von ihrer Zeitschrift beauftragt, über die vom Aussterben bedrohten Silberrücken-Gorillas zu berichten. Dieser Auszug wurde als kleine Anekdote zwischen den längeren und populäreren Berichten über seltene und exotische Primaten angesehen. Als wir ein steiles Tal passierten, sah ich eine Bewegung unter dem Laub. Unser Führer sah sie auch und trieb uns zur Eile an. In dem Moment hörte ich etwas, das in diesem Teil der Welt höchst ungewöhnlich ist. Vollkommene Stille. Keine Vögel, keine Tiere, nicht einmal ein Insekt. Und wir reden hier von einigen ziemlich lauten Insekten. Ich fragte Ken Geri, der mich bat, einfach still zu sein. Unten im Tal konnte ich ein unheimliches Stöhnen hören. Kevin, der Fotograf der Expedition, wurde noch blasser als sonst und beteuerte immer wieder, es müsse der Wind sein. Also, ich habe den Wind in Sarawak, Sri Lanka, am Amazonas und sogar in Nepal gehört. Und es war nicht der Wind. Ken Geri legte eine Hand an die Machete und bat uns, den Mund zu halten. Ich sagte ihm, ich wolle in das Tal hinunter und nachsehen. Er weigerte sich. Als ich darauf bestand, sagte er, die Toten wandeln da unten und ging weiter. Messi untersuchte das Tal nicht und fand auch nicht die Ursache des Stöhnens heraus. Bei der Geschichte des Führers könnte es sich um Aberglauben der Eingeborenen gehandelt haben. Das Stöhnen hätte auch einfach vom Wind stammen können. Aber Karten des Tals zeigen, dass es in allen Richtungen von steilen Felswänden umgeben ist, sodass Gule unmöglich entkommen könnten. Theoretisch könnte das Tal als Auffangbecken für Stämme dienen, die die wandelnden Toten einsperren, aber nicht vernichten wollen. 1975 n. Chr. Al-Marq, Ägypten Informationen über diese Epidemie stammen aus einer Vielzahl von Quellen. Augenzeugen Interviews mit den Bewohnern der Stadt, neun eidesstattlichen Erklärungen von ägyptischem Militärpersonal niederer Dienstgrade, die Schilderungen von Kasim Farouk, ehemaliger Agent des Geheimdienstes der ägyptischen Luftwaffe, der kürzlich in die Vereinigten Staaten emigrierte, und mehreren internationalen Journalisten, die darauf bestanden, dass ihre Identitäten geheim gehalten werden. All diese Quellen sind sich darin einig, dass eine Epidemie unbekannten Ursprungs ausbrach, in deren Folge dieses kleine ägyptische Dörfchen überrannt und angegriffen wurde. Hilferufe wurden nicht erhört, weder von der Polizei anderer Ortschaften noch vom Befehlshaber der 2. Panzerdivision Ägyptens, die im nur 35 Meilen entfernten Gabal-Garib stationiert war. Es ist eine bizarre Fügung des Schicksals, dass die Telefonistin in Gabal-Garib gleichzeitig eine Agentin des israelischen Mossad war, die die Information an das IDF-Hauptquartier in Tel Aviv weiterleitete. Sowohl der Mossad wie auch der israelische Generalstab taten die Informationen als Scherz ab, und der Vorfall wäre in Vergessenheit geraten, hätte es nicht Oberst Jakob Korsunski gegeben, einen Attaché von Premierministerin Golda Meier. Korsunski, ein amerikanischer Jude und ehemaliger Kollege des verstorbenen David Shaw, wusste sehr genau über Zombies Bescheid und darüber, welche Bedrohung sie darstellen können, wenn sie sich selbst überlassen werden. Erstaunlicherweise konnte Korsunski Meier überreden, eine Aufklärungsmission zu befehlen, um die Ereignisse in Al-Marc zu untersuchen. Eine Schwadronen Fallschirmspringer unter Korsunskis Befehl sprang direkt über Al-Marc ab und eliminierte sämtliche Zombies in einem zwölfstündigen Kampf. Um das Ende der Geschichte ranken sich die wildesten Gerüchte. Einige glauben, dass die ägyptische Armee Al-Marc umstellte, die Israelis erwischte und Vorbereitungen traf, sie an Ort und Stelle zu erschießen. Erst auf Flehen der Ansässigen hin, die den Soldaten die Kadaver der Zombies zeigten, boten die Ägypter den Israelis sicheres Geleit nach Hause an. Andere gehen noch weiter und werten diesen Vorfall als Grund für die ägyptisch-israelische Detente. Allerdings existieren keine greifbaren Beweise, die diese Geschichte untermauern. Korsunski starb 1991. Seine Memoiren, persönlichen Aufzeichnungen, Armeekommuniqués, Zeitungsartikel und sogar Filmmaterial vom Kampf, das ein Kameramann des Mossad gedreht haben soll, werden von der israelischen Regierung unter Verschluss gehalten. Wenn die Geschichte wahr ist, wirft sie eine interessante und beunruhigende Frage auf. Warum sollte sich die ägyptische Armee einzig und allein aufgrund von Augenzeugenberichten und menschenähnlichen Kadavern von der Existenz von Zombies überzeugen lassen? Müsste nicht ein intaktes, noch funktionierendes Exemplar oder Exemplare existieren, um so eine unglaubliche Geschichte zu beweisen? Und wenn ja, wo sind diese Exemplare jetzt? 1979 n. Chr. Bei seinem täglichen Rundgang kam Chuck Bernard, der örtliche Briefträger, zur Farm der Henricks und stellte fest, dass die Post vom Vortag nicht abgeholt worden war. Da das noch nie passiert war, beschloss Bernard, die Post persönlich zum Haus zu bringen. Fünfzig Schritte von der Eingangstür entfernt hörte er Schüsse, Schmerzensschreie und Hilferufe. Bernard Flo vom Schauplatz fuhr zehn Meilen zum nächsten Münztelefon und rief die Polizei. Als zwei Hilfssheriffs und Notärzte eintrafen, fanden sie die brutal abgeschlachteten Leichen der Familie Henrik. Fredda Henrik, die einzige Überlebende, litt offenkundig unter den Folgen einer fortgeschrittenen Infektion. Sie biss beide Notärzte, ehe die Hilfssheriffs sie bändigen konnten. Ein dritter Deputy, der neu war und als letzter am Tatort eintraf, geriet in Panik und schoss ihr in den Kopf. Die beiden gebissenen Männer wurden zur Behandlung ins städtische Krankenhaus gebracht und starben wenig später. Nach drei Stunden erwachten sie während ihrer Autopsie wieder zum Leben, griffen den Gerichtsmediziner und seinen Assistenten an und gingen auf die Straße. Um Mitternacht herrschte Panik in der ganzen Stadt. Mindestens 22 Zombies waren mittlerweile unterwegs und hatten 15 Menschen aufgefressen. Viele Überlebende suchten Schutz in ihren Häusern, andere versuchten aus der Stadt zu fliehen. Drei Schulkindern gelang es auf den Wasserturm zu klettern. Mehrere Gule versuchten diesen Turm zu erklimmen, wurden aber immer wieder hinuntergeworfen. Sie waren in Sicherheit, bis man sie retten konnte. Ein Mann, Harland Lee, verließ sein Haus mit einer umgebauten Uzi-Maschinenpistole, einer abgesägten, doppelläufigen Schrotflinte und zwei 44er Magnums, ein Revolver und eine Automatik, bewaffnet. Zeugen berichten, dass sie sahen, wie Lee eine Gruppe von zwölf Zombies angriff und dabei zuerst seine Uzi und danach abwechselnd die anderen Waffen abfeuerte. Jedes Mal zielte Lee auf den Rumpf der Zombies, was ihnen extremen Schaden zufügte, sie aber nicht tötete. Als seine Munition knapp wurde und er mit dem Rücken an einer Reihe parkender Autos stand, versuchte Lee mit einer Pistole in jeder Hand Kopfschüsse. Da seine Hände so heftig zitterten, konnte Lee keinen Treffer landen. Der selbsternannte Retter der Stadt wurde umgehend aufgefressen. Am nächsten Morgen hatten Deputies benachbarter Städte zusammen mit der Staatspolizei und einer hastig aufgestellten freiwilligen Truppe sich Sperry genähert. Sie waren mit Gewehren mit Zielfernrohren bewaffnet und über die Wirkung von Kopfschüssen informiert. Ein Jäger in der Gegend hatte es bei der Verteidigung seines Hauses herausgefunden und konnten der Bedrohung rasch ein Ende bereiten. Die offizielle Erklärung, die vom Landwirtschaftsamt ausgegeben wurde, lautete, Massenhysterie infolge von Pestizidrückständen in der örtlichen Wasserversorgung. Das Center for Disease Control ließ alle Leichen entfernen, bevor zivile Autopsien vorgenommen werden konnten. Die Mehrzahl von Aufzeichnungen, von Rundfunkmeldungen, Bildmaterial und privaten Fotografien wurde sofort beschlagnahmt. Verschiedene Überlebende erhoben in 157 Fällen Anklage, 92 davon wurden außergerichtlich beigelegt, 48 laufen noch. Die restlichen wurden unter rätselhaften Umständen fallen gelassen. Ein Prozess um die Freigabe des beschlagnahmten Filmmaterials begann erst kürzlich. Man sagt, dass noch Jahre bis zu einer Entscheidung des Gerichts vergehen konnten. Oktober 1980 n. Chr. Maricela, Brasilien Informationen über diese Epidemie stammen von Green Mother, einer Umweltschutzorganisation, die die Aufmerksamkeit auf das erbärmliche Los eingeborener Indianer lenken will, die unter Enteignung und Zerstörung ihres Lebensraums leiden. Viehzüchter, die ihre Ziele gewaltsam durchsetzen wollten, griffen zu den Waffen und machten sich zum Dorf der Indianer auf. Mitten im Regenwald wurden sie von einem anderen, schlimmeren Feind angegriffen, einer Horde von mehr als 30 Zombies. Alle Rancher wurden entweder aufgefressen oder kamen als wandelnde Tote zurück. Zwei Überlebenden gelang die Flucht in die nahegelegene Stadt Santerim. Niemand hörte auf ihre Warnungen, offizielle Verlautbarungen erklärten den Vorfall als Aufstand der indianischen Bevölkerung. Drei Armeebrigaden rückten auf Maricela vor. Da sie keine Spur der Untoten fanden, marschierten sie weiter in das Indianerdorf. Der nachfolgende Vorfall wurde offiziell von der brasilianischen Regierung dementiert, ebenso wie alle Informationen über einen Angriff von wandelnden Toten. Augenzeugenberichte bezeichnen das Massaker jedoch als genau das. Regierungstruppen erledigten alles, was sich bewegte, Zombies und Menschen gleichermaßen. Ironischerweise dementierten Mitglieder von Green Mother die Geschichte ebenfalls und behaupteten, dass die brasilianische Regierung den Zombieschwindel erfunden hätte, um das Massaker an den Indianern zu rechtfertigen. Eine interessante Information stammt von einem pensionierten Major des Ordnanzbüros der brasilianischen Armee. Er berichtet, dass in den Tagen vor dem Kampf fast jeder Flammenwerfer im Umland requiriert wurde. Nach dem Einsatz gab man die Waffen leer zurück. Dezember 1980 nach Christus Juruti, Brasilien Dieser mehr als 300 Meilen flussabwärts von Marisela gelegene Außenposten wurde fünf Wochen später zum Zentrum mehrerer Angriffe. Zombies, die aus dem Wasser kamen, griffen Fischer in ihren Booten an oder warteten an mehreren Stellen ans Ufer. Die Folgen dieser Angriffe, Anzahl, Reaktion, Opfer, sind immer noch unbekannt. 1984 nach Christus Cabrio, Arizona Diese Epidemie, die, was Raum und betroffene Menschen angeht, extrem unbedeutend ist, kann sich kaum für die Klasse 1 qualifizieren. Die veräßte Lungen allerdings stellen eines der bedeutsamsten Ereignisse des Studiums von Solanum dar. Ein Brand in einer Grundschule kostete 47 Kinder das Leben, die allesamt an Rauchvergiftung starben. Ellen Ames, die einzige Überlebende, neun Jahre alt, entkam durch einen Sprung aus einem geborstenen Fenster, erlitt aber schwere Schnittwunden und Blutverlust. Nur die hastige Transfusion einer Blutkonserve rettete ihr das Leben. Binnen einer halben Stunde zeigte Ellen die Symptome einer Solanum-Infektion. Das medizinische Personal begriff die Lage nicht und ging davon aus, dass das Blut mit einem anderen Krankheitserreger kontaminiert gewesen war. Noch während Tests durchgeführt wurden, starb das Kind. Vor den Augen von Personal, Augenzeugen und Eltern erwachte sie wieder zum Leben und biss die diensthabende Krankenschwester. Ellen wurde ans Bett geschnallt, die Schwester unter Quarantäne gestellt, Der zuständige Arzt übermittelte alle Fakten an einen Kollegen in Phoenix. Zwei Stunden später trafen Ärzte vom Center for Disease Control in Begleitung von lokalen Gesetzeshütern und unauffälligen Bundesagenten ein. Ellen und die infizierte Krankenschwester wurden per Flugzeug zur weiteren Behandlung an einen unbekannten Ort gebracht. Alle Unterlagen des Krankenhauses wurden beschlagnahmt, ebenso die gesamten Blutkonserven. Der Familie Ames wurde nicht gestattet, ihr Kind zu begleiten. Nach einer ganzen Woche ohne Informationen ließ man sie wissen, dass ihr Kind verschieden sei und man den Leichnam aus gesundheitlichen Gründen eingeäschert habe. Dieser Fall belegt erstmals, dass Solanum durch Blutkonserven übertragen werden kann. Das wirft die Frage auf, wer war der Spender des infizierten Bluts und warum hat man von dem infizierten Spender nie etwas gehört? Und weiter, wie hat das CDC so schnell von dem Fall Ames erfahren? Der Arzt in Phoenix verweigerte ein Interview. Und warum hat die Behörde so schnell reagiert? Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass Verschwörungstheorien in diesem Fall ins Kraut schießen. Allens Eltern haben Klage gegen das CDC erhoben, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ihre Aussagen waren für die Recherchen des Autors in diesem Fall von entscheidender Bedeutung. 1987 nach Christus, Kotan, China Im März 1987 informierten chinesische Dissidenten den Westen darüber, dass das Kernkraftwerk in Xinjiang nur knapp einer Katastrophe entronnen ist. Nachdem sie die Berichte monatelang dementiert hatte, gab die chinesische Regierung offiziell zu, dass es zu einer Fehlfunktion in der Anlage gekommen sei. Nach wenigen Monaten war daraus versuchte Sabotage seitens konterrevolutionärer Terroristen geworden. Im August veröffentlichte die schwedische Zeitung Tika einen Artikel, wonach ein US-Spionagesatellit über Kotan, Panzer und andere Panzerfahrzeuge fotografiert hatte, die aus unmittelbarer Nähe in einen offenbar desorganisierten Mob von Zivilisten schossen, die versuchten, das Kraftwerk zu stürmen. Weitere Fotografien zeigten, dass einige der Zivilisten, die andere Individuen umzingelt hatten, diese in Stücke rissen und sich an ihren Leichen gütlich taten. Die US-Regierung dementierte, dass ihr Satellit solche Aufnahmen gemacht hatte und Tika hat die Geschichte widerrufen. Wenn es in Kotan zu einer Zombie-Epidemie gekommen ist, so bleiben mehr Fragen als Antworten. Wie fing das Ganze an? Wie viele Zombies waren beteiligt? Konnten sie wirklich in das Kraftwerk eindringen? Wie viel Schaden entstand? Warum kam es nicht zu einer Kernschmelze in der Größenordnung von Tschernobyl? Konnten Zombies entkommen? Ist es seither zu weiteren Angriffen gekommen? Eine Information stammt von Professor Guang Chu, einem chinesischen Dissidenten, der inzwischen in die USA geflohen ist. Guang kannte einen an dem Zwischenfall beteiligten Soldaten. Bevor er mit allen anderen Augenzeugen in ein Umerziehungslager deportiert wurde, bestätigte der Mann, dass der Codename für die Operation »Ewig Wacher Albtraum« gewesen sei. Eine noch ungeklärte Frage ist, wie nahm die Epidemie ihren Anfang? Nach der Lektüre von David Shaws Buch, besonders des Kapitels darüber, wie kommunistische Truppen einen Zombie des Schwarzen Drachen erbeuteten, liegt die logische Schlussfolgerung nahe, dass die chinesische Regierung ihre eigene Version von »Kirschblüte« oder »Sturgeon« ins Leben gerufen hat und möglicherweise noch unterhält ihr eigenes Projekt, um eine Armee von Untoten zu schaffen. Dezember 1992 nach Christus Joshua Tree National Monument, Kalifornien Mehrere Wanderer und Tagesausflügler in diesem wüsten Naturschutzgebiet berichteten von einem verlassenen Zelt und Ausrüstung am Rand der Hauptstraße. Rangern des Parks, die den Berichten nachgingen, bot sich anderthalb Meilen von dem verlassenen Lager entfernt, ein Bild des Grauens. Eine Frau Mitte 20 wurde tot aufgefunden. Man hatte ihr mit einem großen Stein den Schädel zertrümmert, ihr ganzer Körper war mit Bissspuren von Menschen übersät. Weitere Ermittlungen der örtlichen Behörden und der Staatspolizei ergaben, dass es sich bei dem Opfer um Sharon Parsons aus Oxnard, Kalifornien, handelte. Sie und ihr Freund Patrick McDonald hatten in der Woche zuvor in dem Park gekämpft. Sofort wurde eine Großfahndung nach McDonald eingeleitet. Die Autopsie von Parsons brachte eine Einzelheit ans Licht, die den Gerichtsmediziner verblüffte. Die Verwesungsrate des Körpers deckte sich nicht mit der der Hirnmasse. Außerdem fanden sich in ihrer Speiseröhre Spuren menschlichen Fleisches, das mit McDonalds Blutgruppe übereinstimmte. Hautspuren unter ihren Fingernägeln in dessen Wiesen auf einen dritten Beteiligten hin, Devin Martin, einen Einzelgänger und Naturfotografen, der den Park einen Monat zuvor mit dem Fahrrad durchquert hatte. Da er kaum Freunde und keine Familie hatte und freiberuflich arbeitete, wurde Martens Verschwinden nie aktenkundig. Eine umfassende Suche in dem Park selbst blieb ergebnislos. Das Überwachungsvideo einer Tankstelle in Diamond Bar zeigt, dass McDonald dort einen kurzen Zwischenstopp gemacht hatte. Der Verkäufer beschrieb McDonald als einen hageren, schreckhaften jungen Mann, der sich ein blutiges Tuch an die Schulter hielt. Zuletzt wurde er auf dem Weg Richtung Westen nach Los Angeles gesehen. Januar 1993 nach Christus, Los Angeles, Kalifornien. Eine Untersuchung über die frühe Phase dieser Epidemie einschließlich der Frage, wie sie sich auf das gesamte Gebiet ausbreiten konnte, ist noch nicht abgeschlossen. Eine Gruppe Jugendlicher, Mitglieder einer Straßenbande mit der Bezeichnung VBR oder Venice Boardwalk Rats, entdeckte die Epidemie als erste. Die Jungs kamen in das Viertel, um den Tod eines ihrer Mitglieder zu rächen, das von einer rivalisierenden Bande namens Los Perros Negros ermordet worden war. Gegen ein Uhr betraten sie ein so gut wie verlassenes Industriegebiet, in dem die Perros ihren Unterschlupf hatten. Als erstes fiel ihnen auf, dass es keine Obdachlosen gab. Das Viertel war jedoch für sein großes Elendsviertel auf dem Gelände eines Brachgrundstücks bekannt. Pappkartons, Einkaufswagen und andere Markenzeichen, die diesen Obdachlosen gehörten, lagen auf den Straßen verstreut. Aber von den Menschen selbst war keine Spur zu sehen. Der Fahrer des Autos der Rats achtete nicht auf die Straße und überfuhr einen langsamen Fußgänger. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen El Camino und raste gegen ein Gebäude. Ehe die Rats ihr beschädigtes Fahrzeug reparieren oder ihren Gefährten wegen seiner mangelnden Fahrkünste zur Rechenschaft ziehen konnten, sahen sie, wie sich der verletzte Fußgänger bewegte. Trotz eines offenkundig gebrochenen Rückens kroch das Opfer auf die Straßenbande zu. Einer der Rats hob eine 9-Millimeter-Pistole und schoss dem Mann in die Brust. Das konnte den kriechenden Mann jedoch nicht aufhalten. Der Rats feuerte noch einige Schüsse ab, die das Ziel allesamt trafen, aber nicht die geringste Wirkung erzielten. Der letzte Schuss traf den Schädel des Opfers und setzte dessen Existenz ein Ende. Die Rats hatten keine Zeit, jemals herauszufinden, was genau sie da getötet hatten. Plötzlich hörten sie ein Stöhnen, das aus allen Richtungen zu kommen schien. Was sie für Schatten im Licht der Straßenlaternen gehalten hatten, waren in Wahrheit mehr als 40 Zombies, die aus allen Richtungen vorrückten. Da das Auto fahruntüchtig war, rannten die Rats die Straße hinunter und durchbrachen die schwächste Linie der lebenden Toten. Nach mehreren Blocks stießen sie ironischerweise auf die verbliebenen Mitglieder der Los Perros Negros, ebenfalls zu Fuß, nachdem ihr Unterschlupf und ihre Fahrzeuge von den lebenden Toten überrannt worden waren. Die beiden Banden legten ihre Rivalität bei, um zu überleben, schlossen einen Waffenstillstand und machten sich auf die Suche nach einer Fluchtmöglichkeit an einen sicheren Ort. Zwar hätten die meisten Gebäude, solide gebaute Lagerhallen ohne Fenster, ausgezeichnete Festungen abgegeben, doch sie waren entweder abgeschlossen oder zugenagelt und konnten nicht betreten werden. Da sie sich besser in der Gegend auskannten, übernahmen die Perros die Führung und schlugen die De Soto Junior High vor, eine kleine, nicht allzu weit entfernte Schule. Die beiden Banden schafften es mit wenigen Minuten Vorsprung vor den lebenden Toten bis zu dem Schulhaus und brachen durch ein Fenster im ersten Stock ein. Dadurch wurde der Einbruch Alarm ausgelöst, der wiederum jeden Zombie in der Gegend aufmerksam machte, sodass ihre Zahl auf über 100 anstieg. Der Alarm freilich war das einzig Negative an dieser grandiosen Zuflucht. Was den Festungscharakter anbelangt, war De Soto eine ausgezeichnete Wahl. Das solide Betongebäude mit vergitterten, durch Stacheldraht geschützten Fenstern und stahlverstärkten Türen war leicht zu verteidigen. Im Inneren handelte die Gruppe überaus besonnen, richtete einen Rückzugspunkt ein, prüfte sämtliche Türen und Fenster auf ihre Sicherheit, füllte alle Behältnisse, die sie finden konnte, mit Wasser und machte eine Bestandsaufnahme aller Waffen und Munition. Da sie die Polizei für einen schlimmeren Gegner als die versammelten Untoten hielten, riefen beide Banden verbündete Straßenbanden statt die Behörden. Keiner von ihnen glaubte, was er da zu hören bekam, aber sie versprachen dennoch schnellstens vor Ort zu sein. Dieses letzte Vorgehen stellt ebenfalls eine ironische Wendung, einen der wenigen Fälle von Overkill in der Geschichte der Aufstände von Untoten dar. Die Bandenmitglieder waren bestens geschützt, bestens bewaffnet, bestens geführt, bestens organisiert und extrem motiviert und konnten die Untoten von den Fenstern im ersten Stock erledigen, ohne selbst ein einziges Opfer beklagen zu müssen. Verstärkung, verbrüderte Banden, die Unterstützung zugesichert hatten, traf leider zeitgleich mit der Polizei von Los Angeles ein. In der Folge wurden alle Beteiligten festgenommen. Der Vorfall wurde offiziell als Schießerei zwischen verfeindeten Straßenbanden zu den Akten genommen. Die Reds wie auch die Perros versuchten, alle von der Wahrheit zu überzeugen. Man tat ihre Geschichte als Halluzination infolge der Wirkung von Eis ab, einem zu der Zeit beliebten Betäubungsmittel. Da Polizisten und andere Banden nur Leichen gesehen hatten, keine wandelnden Zombies, konnte keiner als tatsächliche Augenzeuge gelten. Die Kadaver der Untoten wurden eingesammelt und eingeäschert. Fast alle waren Obdachlose gewesen, daher konnte keiner identifiziert werden und keiner wurde vermisst. Alle beteiligten Bandenmitglieder wurden des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft in den verschiedenen Haftanstalten Kaliforniens verurteilt. Alle wurden binnen eines Jahres nach ihrer Inhaftierung ermordet, vermutlich von Mitgliedern rivalisierender Straßenbanden. Damit wäre die Geschichte zu Ende gewesen, hätte es nicht einen Detective des Los Angeles Police Department LAPD gegeben, der anonym bleiben möchte. Er, sie, hatte mehrere Tage zuvor über den Fall Parsons McDonald gelesen und war von den bizarren Begleitumständen fasziniert gewesen. Dadurch konnte er, sie, den Berichten der Bandenmitglieder wenigstens teilweise Glauben schenken. Das schlagendste Argument lieferte der Bericht des Leichenbeschauers. Er stimmte vollkommen mit Parsons Autopsie über allem. Der letzte Beweis war eine Brieftasche, die man bei einem der Untoten fand, einem Mann Anfang 30, der besser gekleidet gewesen zu sein schien als die normalen Obdachlosen. Die Brieftasche gehörte Patrick McDonald. Da man ihrem Besitzer mit einer Schrotflinte Kaliber 12 ins Gesicht geschossen hatte, konnte man ihn nicht zweifelsfrei identifizieren. Der namenlose Detective besaß Verstand genug, mit dem Fall nicht zu seinen, ihren Vorgesetzten zu gehen, da er sie Disziplinarmaßnahmen befürchtete. Stattdessen kopierte er sie alle Unterlagen des Falls und übergab sie dem Verfasser dieses Buches. Februar 1993 nach Christus, Los Angeles, Kalifornien. Um 1.45 Uhr wurden Octavio und Rosa Melgar, Besitzer einer Carneseria, durch panische Schreie unter ihrem Schlafzimmerfenster im ersten Stock geweckt. Octavio fürchtete, dass ihr Geschäft ausgeraubt werden würde, schnappte sich seine Pistole und lief nach unten, während Rosa die Polizei anrief. In der Nähe eines offenen Kanaldeckels kauerte ein zitternder, schluchzender, vor Schmutz starrender Mann, der einen zerrissenen Overall der Stadtreinigung trug und stark aus dem Stumpf des rechten Fußes blutete. Der Mann, der sich nicht zu erkennen gab, rief Octavio mehrmals zu, den Kanaldeckel zu schließen. Da Octavio nicht wusste, was er sonst tun sollte, gehorchte er. Ehe der Metalldeckel einrastete, glaubte Octavio ein langgezogenes fernes Stöhnen zu hören. Während Rosa den Beinstumpf verbannt, berichtete der Mann halb wimmernd, halb schreiend, dass er und fünf weitere städtische Kanalreiniger eine Sturmdrainage untersuchten, als sie von einer großen Gruppe von Crazys angegriffen wurden. Er beschrieb seine Angreifer als Lumpenpack mit zahlreichen Wunden, das nicht sprach, sondern stöhnte und zielstrebig hinkend näher kam. Die Worte des Mannes gingen in einem unverständlichen Grunzen, Murmeln und Winseln unter, ehe er das Bewusstsein verlor. Polizei und Notärzte trafen 90 Minuten später ein. Der verwundete Mann wurde für tot erklärt. Während sein Leichnam abtransportiert wurde, nahmen die Beamten des LAPD die Aussagen der Melgas auf. Octavio erwähnte, dass er das Stöhnen gehört hätte. Die Beamten schrieben es auf, verkniffen sich aber jeden Kommentar. Sechs Stunden später erfuhren die Melgas aus den Frühnachrichten, dass der Krankenwagen mit dem Toten auf dem Weg zum County Hospital einen Unfall gehabt hatte und explodiert war. Der Funkspruch der Notärzte – es ist immer noch ein Rätsel, wie der Fernsehsender in seinen Besitz kommen konnte – bestand überwiegend aus panischen Schreien, dass das verstorbene Opfer versuchte, sich aus einem Leichensack zu befreien. 40 Minuten nach der Sendung fuhren vier Polizeiwagen, ein Notarzt und ein Mannschaftswagen der Nationalgarde vor der Carnisseria der Melgas vor. Octavio und Rosa sahen zu, wie das gesamte Viertel vom LAPD abgeriegelt wurde, man ein großes olivgrünes Zelt über dem Kanaldeckel errichtete und einen Durchgang von dort zu dem Mannschaftswagen aufbaute. Die Melgas sowie mehrere Passanten hörten deutlich Gewehrschüsse aus dem Abwasserkanal. Binnen einer Stunde wurde das Zelt abgebaut, die Straßensperren entfernt und die Fahrzeuge fuhren weg. Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass es sich bei diesem Vorfall um Nachwehen des zuvor beschriebenen Angriffs in der Innenstadt von Los Angeles handelte. Einzelheiten über die Reaktion der Behörden und was sich genau in dem unterirdischen Kanalsystem abgespielt hat, werden vermutlich nie ans Licht kommen. Die Melgars, die sich auf persönliche rechtliche Gründe beriefen, haben keine weiteren Ermittlungen angestellt. Das LAPD bezeichnete den Vorfall als routinemäßige Hygiene- und Wartungsinspektion. Die Stadtwerke von Los Angeles haben dementiert, dass sie Mitarbeiter verloren hätten. März 1994 nach Christus San Pedro, Kalifornien. Ohne Ellie Godwin, eine Kranführerin in diesem südkalifornischen Frachthafen und ihre Einweg-Kamera hätte die Welt womöglich nie die Wahrheit über diese Zombie-Epidemie erfahren. Ein nicht gekennzeichneter Container wurde von Bord der SS Mare Caribe gebracht, einem Frachter unter panamaischer Flagge, der aus Davao auf den Philippinen kam. Mehrere Tage blieb er auf dem Lagerplatz stehen. Eines Nachts hörte der Nachtwächter Geräusche aus dem Container. Er und mehrere Wachmänner öffneten den Container sofort in der Überzeugung, dass sich illegale Flüchtlinge darin befanden. 46 Zombies strömten heraus, alle in der unmittelbaren Umgebung wurden aufgefressen. Andere suchten Schutz in Lagerhallen, Bürogebäuden und anderen Einrichtungen. Einige dieser Bauwerke boten hinreichend Schutz, andere wurden zu tödlichen Fallen. Vier umsichtige Kranführer, darunter Godwin, kletterten auf ihre Kräne und errichteten eine provisorische Barriere aus Containern. Dieser Schutzwall rettete 13 Arbeitern das Leben. Danach benutzten die Kranführer ihre Kräne als Waffen und ließen Container auf jeden Zombie in Reichweite fallen. Als die Polizei endlich eintraf, der Zugang zu der Hafenanlage wurde durch mehrere verschlossene Tore erschwert, befanden sich nur noch zwölf Zombies auf freiem Fuß. Diese wurden mit Sperrfeuer niedergemäht, mit einigen glücklichen Kopfschüssen. Die Verluste an Menschenleben wurden auf rund 20 geschätzt, 39 tote Zombies konnten geborgen werden. Man glaubt, dass die restlichen sieben ins Wasser fielen und von der Strömung ins offene Meer getrieben wurden. In allen Nachrichtensendungen wurde der Vorfall als versuchter Einbruch heruntergespielt, es gab auf keiner Ebene offizielle Verlautbarungen. Die Hafenmeisterei, die Polizei von San Pedro, selbst der private Wachdienst der acht Männer verlor, sie schwiegen. Die Besatzung der Mare Karibe, ihr Kapitän und selbst die Rederei dementierten etwas über den fraglichen Container zu wissen, der ebenfalls unter ungeklärten Umständen verschwand. Zufällig brach am Tag nach dem Angriff ein Feuer im Hafen aus. Was diese Vertuschung so unglaublich macht, ist die Tatsache, dass es sich bei San Pedro um einen großen, viel befahrenen Hafen in einer der am dichtesten besiedelten Regionen der Vereinigten Staaten handelt. Es ist wahrhaft erstaunlich, wie es den Behörden gelang, fast alle Informationen zu unterdrücken. Godwins Fotos und Aussagen wurden von allen Beteiligten als Schwindel diffamiert, sie wurde wegen Untauglichkeit entlassen. April 1994 nach Christus, Bucht von Santa Monica, Kalifornien. Drei Bewohner von Palace Verdees, Jim Wang, Anthony Cho und Michael Kim, meldeten der Polizei, dass sie beim Angeln in der Bucht angegriffen wurden. Die drei Männer schworen, dass Wang einen extrem schweren Fang am Haken gehabt hatte. An die Oberfläche kam ein nackter, teilweise verbrannter, teilweise verwester Mann, der dennoch am Leben war. Der Mann griff die drei Angler an, packte Wang und versuchte ihn in den Hals zu beißen. Cho zog seinen Freund zurück, während Kim der Kreatur ein Ruder ins Gesicht stieß. Der Angreifer versank in den Fluten, während die Angler ans Ufer ruderten. Alle wurden von der Polizei von Palos Verdes sofort auf Alkohol und Drogen getestet, mit negativen Resultaten, über Nacht zu Verhören dabehalten und erst am nächsten Morgen wieder freigelassen. In dem Fall wird offiziell immer noch ermittelt, angesichts von Zeit und Ort des Angriffs scheint es logisch, dass es sich bei der Kreatur um einen der Zombies der Epidemie von San Pedro handelte. 1996 nach Christus Demarkationslinie Srinagar Indien. Dieser Auszug stammt aus einem Frontbericht vom Lieutenant der Grenzposten Tagore. Das Subjekt näherte sich langsam schlurfend, als wäre es berauscht. Ich konnte durch das Fernglas erkennen, dass der Mann eine vollständige Uniform der pakistanischen Zöllner trug, was seltsam war, da sich keiner in dieser Region aufhalten sollte. Bei 300 Meter Distanz forderten wir anauf stehen zu bleiben und sich zu erkennen zu geben. Er gehorchte nicht. Eine zweite Warnung wurde gerufen, immer noch ohne Ergebnis. Er schien unverständlich zu stöhnen. Als er unsere Rufe hörte, ging er etwas schneller. Bei 200 Metern löste er die erste Mine aus, eine amerikanische Bouncing Betty. Wir stellten fest, dass das Subjekt an Ober- und Unterleib durch Schrapnellsplitter verletzt wurde. Er stolperte, fiel auf das Gesicht, rappelte sich auf und lief weiter. Ich vermutete, dass er eine Art Rüstung trug. Das gleiche wiederholte sich bei 150 Metern, diesmal rissen Splitter dem Subjekt den Kiefer vom Gesicht. Auf diese Entfernung konnte ich erkennen, dass die Wunde nicht blutete. Der Wind drehte in unsere Richtung. Wir nahmen den eitrigen Geruch eines verwesenden Körpers war. Bei 100 Metern befahl ich dem gefreiten Tilak, Scharfschütze der Kompanie, das Subjekt zu eliminieren. Tilak schoss dem Subjekt in die Stirn. Das Subjekt ging sofort zu Boden. Es stand nicht mehr auf und bewegte sich auch nicht mehr. Spätere Berichte dokumentieren die Bergung und Autopsie des Leichnams im Militärkrankenhaus von Srinagar. Wenig später wurde der Leichnam vom Nationalen Sicherheitsdienst beschlagnahmt. Über dessen weitere Erkenntnisse liegen keine Informationen vor. 1998 nach Christus Sabroffst Sibirien Jacob Taylor, ein angesehener Dokumentarfilmer der Canadian Broadcast Company, traf in der Absicht in der sibirischen Stadt Sabroffst ein, einen unversehrten und möglicherweise klonbaren Säbelzahntiger Kadaver zu fotografieren. Der Leichnam eines Mannes Ende 20 in der Kleidung eines Kosaken des 16. Jahrhunderts war ebenfalls gefunden worden. Die Dreharbeiten sollten im Juli stattfinden, aber Taylor traf mit seinem Team schon im Februar ein, um sich vor Ort mit der Umgebung und seinem Material vertraut zu machen. Taylor glaubte nicht, dass der menschliche Leichnam länger als ein paar Sekunden in dem fertigen Film zu sehen sein würde, bat aber darum, dass man ihn bis zu seiner Rückkehr zusammen mit dem des Tigers einlagern sollte. Dann kehrten Taylor und sein Team nach Toronto zurück und gönnten sich eine wohlverdiente Ruhepause. Am 14. Juni brachen einige Mitglieder von Taylors Team vorab nach Sabrovst auf, um ihre gefrorenen Objekte und die Umgebung für den Dreh vorzubereiten. Danach hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Als Taylor und der Rest des Filmteams am 1. Juli mit dem Helikopter vor Ort eintrafen, waren alle zwölf Gebäude an der Ausgrabungsstätte verlassen. Spuren von Gewalt und gewaltsamem Eindringen, darunter eingeschlagene Scheiben, umgestoßene Möbel, Blut und Fleischfetzen an den Wänden waren allgegenwärtig. Ein Schrei ließ Taylor zum Helikopter zurückkehren, wo eine Gruppe von 36 Ghulen, darunter Dorfbewohner und die vermissten Mitglieder des Filmteams, die Piloten auffraßen. Taylor hatte keine Ahnung, was er da sah, besaß aber Verstand genug, die Flucht zu ergreifen. Die Situation war trostlos. Taylor, der Kameramann, der Tontechniker und der Produktionsleiter hatten keine Waffen, keine Vorreite und mitten in der sibirischen Wüste auch keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Das Filmteam suchte Schutz in einem einstöckigen Bauernhaus im Dorf. Anstatt die Türen und Fenster zuzunageln, beschloss Taylor, die beiden Treppen zu zerstören. Sie verstauten alle Lebensmittel, die sie finden konnten, im ersten Stock und füllten Eimer mit Wasser vom Brunnen. Eine Axt, ein Vorschlaghammer und mehrere kleinere Werkzeuge wurden benutzt, um die erste Treppe zu zerstören. Die Ankunft der Zombies verhinderte die Zerstörung der Zweiten. Taylor handelte schnell, nahm Türen der Zimmer im ersten Stock und nagelte sie auf die Treppe. Auf diese Weise entstand eine Rampe, auf der die anrückenden Zombies keinen Halt fanden. Einer nach dem anderen versuchten sie, die Rampe hinaufzukriechen und wurden von Taylors Team wieder nach unten gestoßen. Dieser Kampf zog sich über mehrere Tage hin. Eine Hälfte der Gruppe hielt die Angreifer auf Distanz, während die andere Hälfte schlief, mit Baumwollstöpseln in den Ohren, damit sie das unablässige Stöhnen nicht hören mussten. Am dritten Tag gab ein Unfall Taylor den Hinweis, der schließlich zu ihrer Rettung beitrug. Aus Angst, die Gule könnten nach ihren Beinen greifen, wenn sie sie die Rampe hinunter traten, hatte das Filmteam beschlossen, die Angreifer mit dem langen Stiel eines Besens zu stoßen. Dieser Besenstiel war durch den kontinuierlichen Einsatz schon arg mitgenommen und brach schließlich ab, als ihn einer der Unholde zu fassen bekam. Es gelang Taylor, den Zombie nach unten zu stoßen, aber er sah mit Erstaunen, wie sich die abgebrochene Spitze, die das Augenhöhle eines benachbarten Ghouls bohrte. Taylor hatte nicht nur, ohne es zu ahnen, den ersten Zombie getötet, sondern zum ersten Mal erkannt, wie man sie beseitigen konnte. Nun versuchte das Team nicht mehr, die Angreifer die Rampe hinunter zu stoßen, sondern lockte sie regelrecht hinauf. Jeder, der nahe genug kam, erhielt einen vernichtenden Axthieb auf den Kopf. Als diese Waffe verloren ging, sie blieb im Schädel eines toten Zombies stecken, nahmen sie stattdessen den Vorschlaghammer. Als dessen Griff abbrach, musste das Brecheisen herhalten. Der Kampf dauerte sieben Stunden, doch am Ende hatten die erschöpften Kanadier jeden einzelnen ihrer Angreifer erledigt. Bis auf den heutigen Tag hat die russische Regierung keine offizielle Erklärung dafür anzubieten, was in Zabroft geschehen ist. Jeder Beamte, der auf den Vorfall angesprochen wird, bestätigt, dass die Sache untersucht würde. Aber in einem Land mit so vielen sozialen, wirtschaftlichen, politischen, militärischen und Umweltproblemen wie der russischen Föderation besteht wenig Interesse am Tod einiger Ausländer im Hinterland von Sibirien. Erstaunlicherweise ließ Taylor seine Kameras während des gesamten Vorfalls mitlaufen. Dabei entstanden 42 Stunden des aufregendsten Filmmaterials, das je gedreht wurde. Digitales Bildmaterial, gegen das der Lawson-Film lächerlich wirkt. Taylor hat in den letzten Jahren versucht, wenigstens einen Teil des Materials der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Alle internationalen Experten, die das Video gesehen haben, bewerteten es als Schwindel im ganz großen Stil. Taylor verlor jede Glaubwürdigkeit in einer Branche, die ihn einst als einen ihrer größten Betrachtete. Er befindet sich gerade mitten in einer Scheidung und mehreren Rechtsstreits. 2001 nach Christus Sidi Moussa Marokko Den einzigen Beweis für einen Angriff bildet ein kurzer Artikel auf der letzten Seite einer französischen Tageszeitung. Ausbruch einer Massenhysterie in einem marokkanischen Fischerdorf. Quellen bestätigen, dass eine bislang unbekannte neurologische Erkrankung fünf Dorfbewohner befallen hat und sie dazu brachte, ihre Freunde und Verwandten anzugreifen, um ihr Fleisch zu essen. Lokalen Bräuchen entsprechend wurden die Betroffenen gefesselt, mit Gewichten beschwert, zum Meer geschleppt und ins Wasser geworfen. Eine amtliche Untersuchung ist im Gange. Die Anklage lautet auf vorsätzlichen Mord sowie Beihilfe zum Totschlag. Es kam nie zu einer Gerichtsverhandlung. Weitere Meldungen ließen sich nicht nachweisen. 2002 nach Christus St. Thomas Jungferninseln Ein aufgedunsener, mit Wasser vollgesogener Zombie wurde mit völlig aufgelöster Haut an der Nordküste der Insel an Land gespült. Die Anwohner waren nicht sicher, was sie davon halten sollten, blieben auf Distanz und benachrichtigten die Behörden. Der Zombie schlurfte an Land und setzte den Schaulustigen nach. Die Menge wich vor dem vorrückenden Ghul zurück, aber Neugier hielt die Leute vor Ort. Zwei Beamte der Polizei von St. Thomas trafen ein und befahlen dem Verdächtigen stehen zu bleiben. Da das ohne Reaktion blieb, gaben sie einen Warnschuss ab. Der Zombie reagierte nicht. Einer der Beamten feuerte zwei Schüsse in die Brust des Untoten ab, die ebenfalls wirkungslos blieben. Ehe eine weitere Salve abgefeuert werden konnte, lief ein sechsjähriger Junge, der in seiner Aufregung den Ernst der Lage nicht begriff zu dem Zombie und piekste ihn mit einem Stock. Der wandelnde Tote packte das Kind sofort und versuchte es zum Mund zu führen. Die beiden Polizisten stürzten dazu und versuchten ihm das Kind zu entreißen. In dem Moment trat Jeremiah Dewitt, der erst vor kurzem von der Insel Dominica eingewandert war, aus der Menge schnappte sich Erstaunlicherweise wurde kein Mensch von dem Ghoul angesteckt. Ein Gericht sprach Dewitt von allen Anklagepunkten frei und berief sich auf Notwehr. Fotos des Zombies lassen trotz des schrecklichen Verwesungszustands erkennen, dass es sich um einen Mann aus dem Nahen Osten oder Nordafrika gehandelt haben muss. Fetzen der Kleidung und Stricke sprechen dafür, dass die Kreatur zu denen gehört haben könnte, die Theoretisch wäre es einem Untoten möglich, sich von der Strömung über den Atlantik treiben zu lassen, allerdings wäre das der einzige überlieferte Fall. Durch eine der seltsamen Fügungen beim Versuch eine Epidemie zu vertuschen, erlangte dieser Fall eine gewisse Berühmtheit. Wie bei Bigfoot im Nordwestpazifik oder dem Ungeheuer von Loch Ness in Schottland können Touristen Fotografien, T-Shirts, Figuren, Uhren, Armbanduhren und sogar Malbücher mit dem St. Thomas Zombie in vielen Geschäften von Charlotte Amelie, der Hauptstadt der Insel kaufen. Dutzende Busfahrer liefern sich tagtäglich einen manchmal erbitterten Streit, darum neu eingetroffene Touristen vom Cyril E. King Airport zu der Stelle zu fahren, wo der berühmte Zombie an Land kam. Nach der Verhandlung begann Deweyit ein neues Leben in den Vereinigten Staaten. Seither haben seine Freunde auf St. und seine Familie auf Dominica nichts mehr von ihm gehört. Historische Analyse Bis ins späte 20. Jahrhundert waren alle, die die lebenden Toten studierten davon überzeugt, dass die Häufigkeit der Epidemien im Lauf der Zeit konstant blieb. Gesellschaften, in denen Angriffe häufiger auftraten, schienen lediglich über die besseren Archive zu verfügen. Das gebräuchlichste Beispiel war, das alte Rom im Vergleich zum frühen Mittelalter. Mit dieser Theorie sollten auch Panikmacher beruhigt werden. Diese Denkweise ist zwar noch weit verbreitet, wird aber in zunehmendem Maße angezweifelt. Die Weltbevölkerung wächst, Transportmittel lassen den ganzen Planeten enger zusammenwachsen. Diese Faktoren haben zu einem sprunghaften Anstieg von Infektionskrankheiten geführt, die man teils seit Jahrhunderten ausgestorben wähnte. Die Logik gebietet, dass in diesem Klima auch Solanum gedeihen muss. Auch wenn Informationen aufgezeichnet, ausgetauscht und gespeichert werden wie noch niemals zuvor, lässt sich die Tatsache nicht verheimlichen, dass Übergriffe durch Zombies zunehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass die Regierungen der Welt privat und öffentlich die Existenz der lebenden Toten eingestehen müssen und spezielle Organisationen gründen, die versuchen, dieser Bedrohung Herr zu werden. In diesem Szenario werden Zombies zu einem akzeptierten Bestandteil des Lebens werden, marginalisiert, leicht einzudämmen, langfristig vielleicht sogar mit einem Impfstoff. Ein zweites, bedrohlicheres Szenario würde zu einem regelrechten Krieg zwischen den Lebenden und den Toten führen, einem Krieg, für den du jetzt gewappnet bist. Anhang Seuchentagebuch Diese Seiten sind für ein Tagebuch merkwürdiger Vorfälle bestimmt, die für eine Epidemie sprechen könnten. Vergiss nicht, eine frühe Entdeckung und rechtzeitige Vorbereitung verbessern deine Überlebenschance. Ein Mustereintrag könnte folgendermaßen aussehen. Datum 7.05.2014 Uhrzeit 3.51 Uhr Ort beliebige Kleinstadt USA Details In den Frühnachrichten, lokal, Kanal 5, wurde gemeldet, dass eine Familie von einem oder mehreren Geisteskranken ermordet und teilweise verspeist wurde. Die Leichen sahen Die Leichen sahen alle aus, als wäre es zu einem heftigen Kampf gekommen. Blutergüsse, Schnittwunden, Knochenbrüche. Alle hatten enorme Bisswunden am ganzen Körper, alle starben durch Kopfschüsse. Sie sagen, dass eine Sekte für die Tragödie verantwortlich ist. Warum? Was für eine Sekte? Und wer sind sie? Der Reporter meinte, nur die Informationen stammten aus einer offiziellen Quelle. Zur Zeit findet eine Menschenjagd statt. Mir ist aufgefallen, dass nur Polizisten, keine Zivilpersonen an der Suchaktion teilnehmen und die Hälfte davon sind Scharfschützen. Reporter dürfen nicht an der Suchaktion teilnehmen, da die Polizei ihre Sicherheit nicht garantieren kann. Der Reporter berichtete weiter, dass die Leichen in die Großstadt gebracht wurden, nicht in die hiesige Leichenhalle, da eine vollständige Autopsie erforderlich sei. Das Krankenhaus, in das sie sie gebracht haben, ist nur 50 Meilen entfernt. Eingeleitete Maßnahmen. Habe die Checkliste herausgeholt. Tom, Greg und Henry angerufen. Gemeinsame Sitzung heute Abend, 19.30 Uhr bei Greg. Habe die Machete gewetzt, Karabiner gereinigt und geölt und mich morgen vor der Arbeit zu Schießübungen auf dem hiesigen Schießstand angemeldet. Habe das Fahrrad aufgepumpt, die Umweltbehörde angerufen und mich vergewissert, dass der Pegel des Flusses normal ist. Wenn es zu Zwischenfällen im Krankenhaus kommt, wo die Autopsie vorgenommen wird, leiten wir drastischere Maßnahmen ein. Auf Wiederhören bei Audible